Karl May, durch die Wüste Gelesen von Christoph Hackenberg Abu el-Nassar, ein Todesritt Und ist es wirklich wahr, Sidi, dass du ein Giaur bleiben willst, ein Ungläubiger, welcher verächtlicher ist als ein Hund, widerlicher als eine Ratte, die nur Verfaultes frisst? Ja, Effendi, ich hasse die Ungläubigen und gönne es ihnen, dass sie nach ihrem Tode in die Gehenna kommen, wo der Teufel wohnt, aber dich möchte ich retten vor dem ewigen Verderben, welches dich ereilen wird, wenn du dich nicht zum Ikrar-Belisan, zum heiligen Zeugnisse bekennst. Du bist so gut, so ganz anders als andere Sidi's, denen ich gedient habe, und darum werde ich dich bekehren. Du magst wollen oder nicht?« So sprach Halef, mein Diener und Wegweiser, mit dem ich in den Schluchten und Klüften des Jebel Aures herumgekrochen und dann, nachdem Dra el-Hawa heruntergestiegen war, um über den Jebel Tarfawi nach Sedada, Chris und Dgasche zu kommen, von welchen Orten aus ein Weg über den berüchtigten Schott-Jerit nach Fetnasser und Kebili führt. Halef war ein eigentümliches Kerlchen. Er war so klein, dass er mir kaum bis unter die Arme reichte, und dabei so hager und dünn, dass man hätte behaupten mögen, er habe ein volles Jahrzehnt zwischen den Löschpapierblättern eines Herbariums in fortwährender Pressung gelegen. Dabei verschwand sein Gesichtchen vollständig unter einem Turban, der dreivolle Fuß im Durchmesser hatte, und sein einst weiß gewesener Burnus, welcher jetzt in allen möglichen Fett- und Schmutznuancen schimmerte, war jedenfalls für einen weit größeren Mann gefertigt worden, so daß er ihn, sobald er vom Pferde gestiegen war und nun gehen wollte, empornehmen mußte, wie das Reitkleid einer Dame. Aber trotz dieser äußeren Unansehnlichkeit mußte man allen Respekt vor ihm haben. Er besaß einen ungemeinen Schärfsinn, viel Mut und Gewandtheit und eine Ausdauer, welche ihn die größten Beschwerden überwinden ließ. Und da er auch außerdem alle Dialekte sprach, welche zwischen dem Wohnsitze der Uelat-Buseba und den Nilmündungen erklingen, so kann man sich denken, daß er meine vollste Zufriedenheit besaß, so daß ich ihn mehr als Freund, denn als Diener behandelte. Eine Eigenschaft besaß er nun allerdings, welche mir zuweilen recht unbequem werden konnte. Er war ein fanatischer Muselmann und hatte aus Liebe zu mir den Entschluß gefaßt, mich zum Islam zu bekehren. Eben jetzt hatte er wieder einen seiner furchtlosen Versuche unternommen und ich hätte lachen können, so komisch sah er dabei aus. Ich ritt einen kleinen, halbwilden Berberhengst und meine Füße schleiften dabei fast am Boden. Er aber hatte sich, um seine Figur zu unterstützen, eine alte, dürre, aber himmelhohe Hassi-Ferjan-Stute ausgewählt und saß also so hoch, daß er zu mir herniederblicken konnte. Während der Unterhaltung war er äußerst lebhaft. Er wedelte mit den bügellosen Beinen, gestikulierte mit den dünnen, braunen Ärmchen und versuchte seinen Worten durch ein so lebhaftes Minenspiel Nachdruck zu geben, daß ich alle Mühe hatte, ernst zu bleiben. Als ich auf seine letzten Worte nicht antwortete, fuhr er fort, Weißt du, Sidi, wie es den Gyaurs nach ihrem Tode ergehen wird? Nun, nach dem Tode kommen alle Menschen, sie mögen Moslemien, Christen, Juden oder etwas anderes sein, in den Barsak. Das ist der Zustand zwischen dem Tode und der Auferstehung? Ja, Sidi. Aus ihm werden sie alle mit dem Schall der Posaunen erweckt, denn El-Yaum, El-Akbar, der jüngste Tag und El-Akiret, das Ende, sind gekommen, wo denn alles zugrunde geht, außer El-Kurs, der Sessel Gottes, El-Ruh, der Heilige Geist, El-Lauhel-Mafus und El-Kalam, die Tafel und die Feder der göttlichen Vorherbestimmung. Weiter wird nichts mehr bestehen? Nein. Aber das Paradies und die Hölle? Sidi, du bist klug und weise, du merkst gleich, was ich vergessen habe, und daher ist es jammerschade, dass du ein verfluchter Gyaur bleiben willst. Aber ich schwöre es bei meinem Barte, dass ich dich bekehren werde. Du magst wollen oder nicht. Bei diesen Worten zog er seine Stirn in sechs drohende Falten, zupfte sich an den sieben Fasern seines Kinnes, zerrte an den acht Spinnenfäden rechts und an den neun Partikeln links von seiner Nase, summa summarum barth genannt, schlenkerte die Beine unternehmend in die Höhe und fuhr mit der freien anderen Hand der Stute so kräftig in die Mähne, als sei sie der Teufel, dem ich entrissen werden sollte. Das so grausam aus seinem Nachdenken gestörte Tier machte einen Versuch, vorn empor zu steigen, besann sich aber sofort auf die Ehrwürdigkeit seines Alters und ließ sich in seinen Gleichmutstolz zurückfallen. Halef aber setzte seine Rede fort. Ja, Jeannet, das Paradies, und Jehenna, die Hölle, müssen auch mitbleiben, denn wohin sollten die Seligen und die Verdammten sonst kommen? Vorher aber müssen die Auferstandenen über die Brücke Sirat, welche über den Teich Hand führt und so schmal und scharf ist wie die Schneide eines gut geschliffenen Schwertes. Du hast noch eins vergessen. Was? Das Erscheinen des Dejel. Wahrhaftig, Sidi, du kennst den Koran und alle heiligen Bücher und willst dich nicht zur wahren Lehre bekehren? Aber trage nur keine Sorge, ich werde einen gläubigen Moslem aus dir machen. Also vor dem Gerichte wird sich der Dejel zeigen, den die Gjaurs den Antichrist nennen. Nicht wahr, Effendi? Ja. Dann wird über jeden das Buch Kitab aufgeschlagen, in welchem seine guten und bösen Taten verzeichnet stehen, und die Hisab gehalten, die Musterung seiner Handlungen, welche über 50.000 Jahre währt, eine Zeit, welche den Guten wie ein Augenblick vergehen, den Bösen aber wie eine Ewigkeit erscheinen wird. Das ist das Hukkum, das Abwiegen aller menschlichen Taten. Und nachher? Nachher folgt das Urteil. Diejenigen mit überwiegenden guten Werken kommen in das Paradies, die ungläubigen Sünder aber in die Hölle, während die sündigen Moslemim nur auf kurze Zeit bestraft werden. Du siehst also, Sidi, was Deiner wartet, selbst wenn Du mehr Gute als böse Taten verrichtest. Aber Du sollst gerettet werden, Du sollst mit mir in das Janet, in das Paradies kommen, denn ich werde Dich bekehren, Du magst wollen oder nicht. Und wieder strampelte er bei dieser Versicherung so energisch mit den Beinen, dass die alte Hassi-Ferjan-Stute ganz verwundert die Ohren spitzte und mit den großen Augen nach ihm zu schielen versuchte. Und was hart meiner in Eurer Hölle? frug ich ihn. In der Gehenna brennt das Narr, das ewige Feuer. Dort fließen Bäche, welche so sehr stinken, daß der Verdammte trotz seines glühenden Durstes nicht aus ihnen trinken mag. Und dort stehen fürchterliche Bäume, unter ihnen der schreckliche Baum Sakum, auf dessen Zweigen Teufelsköpfe wachsen. Brrrr! Ja, sieh die, es ist schauderhaft. Der Beherrscher der Gehenna ist der Strafengel Tabek. Sie hat sieben Abteilungen, zu denen sieben Tore führen. Im Gehenem, der ersten Abteilung, müssen die sündhaften Muslimin büßen, solange bis sie gereinigt sind. Lada, die zweite Abteilung, ist für die Christen. Hotama, die dritte Abteilung, für die Juden. Zair, die vierte, für die Sabier. Zakar, die fünfte, für die Magier und Feueranbeter. Und Gehim, die sechste, für alle, welche Götzen oder Fetische anbeten. Sauviat, aber die siebente Abteilung, welche auch Derg Asfal genannt wird, ist die allertiefste und fürchterlichste. Sie wird alle Heuchler aufnehmen. In allen diesen Abteilungen werden die Verdammten von bösen Geistern durch Feuerströme geschleppt, und dabei müssen sie vom Baume Zakum die Teufelsköpfe essen, welche dann ihre Eingeweide zerbeißen und zerfleischen. O Effendi, bekehre dich zum Propheten, damit du nur kurze Zeit in der Gehenna zu stecken brauchst. Ich schüttelte den Kopf und sagte, »Dann komme ich in unsere Hölle, welche ebenso entsetzlich ist wie die Eurige.« »Glaube dies nicht, Sidi. Ich verspreche dir beim Propheten und allen Kalifen, dass du in das Paradies kommen wirst.« »Soll ich es dir beschreiben?« »Tue es.« Das Djanet liegt über den sieben Himmeln und hat acht Tore. Zuerst kommst du an den großen Brunnen Havus Kefsar, aus welchem Hunderttausende Selige zugleich trinken können. Sein Wasser ist weißer als Milch, sein Geruch köstlicher als Morschuss und Mürrer, und an seinem Rande stehen Millionen goldener Trinkschalen, welche mit Diamanten und Steinen besetzt sind. Dann kommst du an Orte, wo die Seligen auf Gold durchwirkten Kissen ruhen. Sie erhalten von unsterblichen Jünglingen und ewig jungen Horis köstliche Speisen und Getränke. Ihr Ohr wird ohne Aufhören von den Gesängen des Engels Israfil entzückt und von den Harmonien der Bäume, in denen Glocken hängen, welche ein vom Throne Gottes gesendeter Wind bewegt. Jeder Selige ist sechzig Ellen lang, und immerfort gerade dreißig Jahre alt. Unter allen Bäumen aber ragt hervor der Tuba, der Baum der Glückseligkeit, dessen Stamm im Palaste des großen Propheten steht und dessen Äste in die Wohnungen der Seligen reichen, wo an ihnen alles hängt, was zur Seligkeit erforderlich ist. Aus den Wurzeln des Baumes Tuba entspringen alle Flüsse des Paradieses, in denen Milch, Wein, Kaffee und Honig strömt. Trotz der Sinnlichkeit dieser Vorstellung mußte ich bemerken, daß Mohammed aus der christlichen Anschauung geschöpft und dieselbe für seine Nomadenhorden umgemodelt hat. Halef blickte mich jetzt mit einem Gesichter an, in welchem sehr deutlich die Erwartung zu lesen war, daß mich seine Beschreibung des Paradieses überwältigt haben werde. »Nun, was meinst du jetzt?« frug er, als ich schwieg. »Ich will dir aufrichtig sagen, daß ich nicht sechzig Ellen lang werden mag. Auch mag ich von den Horis nichts wissen, denn ich bin ein Feind aller Frauen und Mädchen.« »Warum?« frug er, ganz erstaunt. »Weil der Prophet sagt, des Weibes Stimme ist wie der Gesang des Bülbül, aber ihre Zunge ist voll Gift, wie die Zunge der Natter. Hast du das noch nicht gelesen?« »Ich habe es gelesen.« Er senkte den Kopf, ich hatte ihn mit den Worten seines eigenen Propheten geschlagen. Dann frug er, mit etwas weniger Zuversichtlichkeit, »Ist nicht trotzdem unsere Seligkeit schön? Du brauchst ja keine Hori anzusehen.« »Ich bleibe ein Christ.« Aber es ist ja nicht schwer zu sagen, »La ila ila Allah ve Muhammad resul Allah.« »Ist es schwerer zu beten, »Ja abana ilesi fi semavati yata adeso smoka?« Er blickte mich zornig an. »Ich weiß es wohl, dass Isa ben Mariam, den ihr, Jesus nennt, euch dieses Gebet gelehrt hat. Ihr nennt es das Vaterunser. Du willst mich stets zu deinem Glauben bekehren, aber denke nur nicht daran, dass du mich zu einem Abtrünnigen vom Tauit, dem Glauben an Allah, machen wirst.« Ich hatte schon mehrmals versucht, seinem Bekehrungsversuche den meinigen entgegenzustellen. Zwar war ich von der Fruchtlosigkeit desselben vollständig überzeugt, aber es war das einzige Mittel, ihn zum Schweigen zu bringen. Das bewährte sich auch jetzt wieder. »So lass mir meinen Glauben, wie ich dir denn deinigen lasse.« Er knurrte auf diese meine Worte etwas vor sich hin und brummte dann. »Aber ich werde dich dennoch bekehren. Du magst wollen oder nicht. Und das muß mir gelingen, denn du hast ja auch ein Tespi, einen Rosenkranz umhängen. Was ich einmal will, das will ich, denn ich bin der Hatschi Halef Omar, Ben Hatschi, Abul Abbas, Ibn Hatschi, Dawood al-Ghossara.« »So bist du also der Sohn Abul Abbas des Sohnes Dawood al-Ghossara?« »Ja.« »Und beide waren Pilger?« »Ja.« »Auch du bist ein Hatschi?« »Ja.« »So wart ihr alle drei in Mekka und habt die heilige Kaaba gesehen?« »Dawood al-Ghossara nicht.« »Ah, und dennoch nennst du ihn einen Hatschi?« »Ja, denn er war einer.« Er wohnte am Chebel Shurschum und machte sich als Jüngling auf die Pilgerreise. Er kam glücklich über El Juf, das man den Leib der Wüste nennt. Dann aber wurde er krank und musste am Brunnen Trazah zurückbleiben. Dort nahm er ein Weib und starb, nachdem er seinen Sohn Abul Abbas gesehen hatte. »Ist er nicht ein Hatschi, ein Pilger zu nennen?« »Hm.« »Aber Abul Abbas war in Mekka.« »Nein.« »Und auch er ist ein Hatschi?« »Ja, er trat die Pilgerfahrt an und kam bis in die Ebene Admar, wo er zurückbleiben mußte.« »Warum?« Er erblickte da Amare, die Perle von Junette, und liebte sie. Amare wurde sein Weib und gebar ihm Halef Omar, den du hier neben dir siehst. Dann starb er. War er nicht ein Hatschi?« »Hm. Aber du selbst warst in Mekka.« »Nein.« »Und nennst dich dennoch einen Pilger?« »Ja. Als meine Mutter tot war, begab ich mich auch auf die Pilgerschaft. Ich zog gen Anfang und Niedergang der Sonne. Ich ging Nachmittag und nach Mitternacht. Ich lernte alle Oasen der Wüste und alle Orte Ägyptens kennen. Ich war noch nicht in Mekka, aber ich werde noch dorthin kommen. Bin ich also nicht ein Hatschi?« »Hm. Ich denke nur, wer in Mekka war, darf sich einen Hatschi nennen.« »Eigentlich ja.« »Aber ich bin ja auf der Reise dorthin.« »Möglich.« »Doch, du wirst auch irgendwo eine schöne Jungfrau finden und bei ihr bleiben. Deinem Sohne wird es ebenso gehen, denn dies scheint euer Kismet zu sein, und dann wird nach hundert Jahren dein Urenkel sagen, »Ich bin Hatschi Mustafa, Ben Hatschi, Ali Asabet, Ibn Hatschi, Said, Al-Hamza, Ben Hatschi, Sheab, Tofail, Ibn Hatschi, Halef Oma, Ben Hatschi, Abul Abbas, Ibn Hatschi, Dawud, Al-Ghossara.« »Und keiner von all diesen sieben Pilgern wird Mekka gesehen haben und ein echter, wirklicher Hatschi geworden sein. Meinst du nicht?« So ernst er sonst war, er mußte dennoch über diese kleine, unschädliche Malise lachen. Es gibt unter den Muhammedanern sehr, sehr viele, die sich besonders dem Fremden gegenüber als Hatschi gebärden, ohne die Kaba gesehen, den Lauf zwischen Safa und Merve vollbracht zu haben, in Arafa gewesen und in Mina geschoren und rasiert worden zu sein. Mein guter Halef fühlte sich geschlagen, aber er nahm es mit guter Miene hin. »Sidi«, frug er kleinlaut, »wirst du es ausplaudern, daß ich noch nicht in Mekka war?« »Ich werde nur dann davon sprechen, wenn du wieder anfängst, mich zum Islam zu bekehren. Sonst aber werde ich schweigen.« »Doch schau!« »Sind das nicht Spuren im Sande?« Wir waren schon längst in das Wadi Tarfawi eingebogen und jetzt an eine Stelle desselben gekommen, an welcher der Wüstenwind den Flugsand über die hohen Felsenufer hinabgetrieben hatte. In diesem Sande war eine sehr deutliche Fährte zu erkennen. »Hier sind Leute geritten,« meinte Halef unbekümmert. »So werden wir absteigen, um die Spur zu untersuchen.« Er blickte mich fragend an. »Sidi, das ist überflüssig. Es ist genug, zu wissen, daß Leute hier geritten sind. Weshalb willst du die Hufspuren untersuchen?« »Es ist stets gut, zu wissen, welche Leute man vor sich hat.« »Wenn du alle Spuren, welche du findest, untersuchen willst, so wirst du unter zwei Monden nicht nach Sedala kommen. Was gehen dich die Männer an, die vor uns sind?« »Ich bin in fernen Ländern gewesen, in denen es viel Wildnis gibt und wo sehr oft das Leben davon abhängt, daß man alle Darb und Eta, alle Spuren und Fährten genau betrachtet, um zu erfahren, ob man einem Freunde oder einem Feinde begegnet.« »Hier wirst du keinem Feinde begegnen, Effendi.« »Das kann man nicht wissen.« Ich stieg ab. Es waren die Pferden dreier Tiere zu bemerken, eines Kamels und zweier Pferde. Das erstere war jedenfalls ein Reitkamel, wie ich an der Zierlichkeit seiner Hufeindrücke bemerkte. Bei genauerer Betrachtung fiel mir eine Eigentümlichkeit der Spuren auf, welche mich vermuten ließ, daß das eine der Pferde an dem Hahnentritte leide. Dieses mußte meine Verwunderung erregen, da ich mich in einem Lande befand, dessen Pferdereichtum zur Folge hat, daß man niemals Tiere reitet, welche mit diesem Übel behaftet sind. Der Besitzer des Rosses war entweder kein oder ein sehr armer Araber. Hallef lächelte über die Sorgfalt, mit welcher ich den Sand untersuchte, und frug, als ich mich wieder emporrichtete, »Was hast du gesehen, Sidi?«, Es waren zwei Pferde und ein Kamel. »Zwei Pferde und ein Djemel? Allah, segne deine Augen! Ich habe ganz dasselbe gesehen, ohne daß ich von meinem Tiere zu steigen brauchte. Du willst ein Taleb sein, ein Gelehrter, und tust doch Dinge, über welche ein Hamar, ein Eselstreiber, lachen würde. Was hilft dir nun, der Schatz des Wissens, den du hier gehoben hast?«, Ich weiß nun zunächst, daß die drei Reiter vor ungefähr vier Stunden hier vorübergekommen sind. »Wer gibt dir etwas für diese Weisheit? Ihr Männer aus dem Bellat El Rumi aus Europa, seid sonderbare Leute!« Er schnitt bei diesen Worten ein Gesicht, von welchem ich das tiefste Mitleid lesen konnte, doch zog ich es vor, schweigend, unseren Weg fortzusetzen. Wir folgten der Pferde wohl eine Stunde lang, bis wir da, wo das Wadi eine Krümmung machte, und wir nun um eine Ecke bogen, unwillkürlich unsere Pferde anhielten. Wir sahen drei Geier, welche nicht weit vor uns hinter einer Sanddüne hockten und sich bei unserem Anblick mit heiseren Schreien in die Lüfte erhoben. »Elbütsch, der Bartgeier«, meinte Halef. »Wo er ist, da gibt es ganz sicher ein Aas?« »Es wird dort irgendein Tier verendet sein«, antwortete ich, indem ich ihm folgte. Er hatte sein Pferd rascher vorwärts getrieben, so daß ich hinter ihm zurückgeblieben war. Kaum hatte er die Düne erreicht, so hielt er mit einem Rucke still und stieß einen Ruf des Schreckens aus. »Maschallah! Wunder Gottes! Was ist das? Ist das nicht ein Mensch, Sidi, welcher hier liegt?« Ich mußte allerdings bejahend antworten. Es war wirklich ein Mann, welcher hier lag und an dessen Leichnam die Geier ihr schauderhaftes Mal gehalten hatten. Schnell sprang ich vom Pferde und kniete mich bei ihm nieder. Seine Kleidung war von den Krallen der Vögel zerfetzt, aber lange konnte dieser Unglückliche noch nicht tot sein, wie ich bei der Berührung sofort fühlte. »Ala Kerim! Gott ist gnädig!« »Sidi, ist dieser Mann eines natürlichen Todes gestorben?« frug Halef. »Nein! Siehst du nicht die Wunde am Halse und das Loch im Hinterhaupte? Er ist ermordet worden.« »Ala! Verderbe den Menschen, der dies getan hat! Oder sollte der Tote in einem ehrlichen Kampfe gefallen sein?« »Was nennst du ehrlichen Kampf? Vielleicht ist er das Opfer einer Blutrache. Wir wollen seine Kleider untersuchen.« Halef half dabei. Wir fanden nicht das Geringste, bis mein Blick auf die Hand des Toten fiel. Ich bemerkte einen einfachen Goldreif von der gewöhnlichen Form der Trauringe und zog ihn ab. In seine innere Seite war klein, aber deutlich eingegraben. E. P. 15. Julier 1830. »Was findest du?« frug Halef. »Dieser Mann ist kein Ben-Arab.« »Was sonst?« »Ein Franzose.« »Ein Franke? Ein Christ? Woran willst du dies erkennen?« »Wenn ein Christ sich ein Weib nimmt, so tauschen beide je einen Ring, in welchem der Name und der Tag eingegraben ist, an dem die Ehe geschlossen wurde.« »Und dies ist ein solcher Ring?« »Ja.« »Aber woran erkennst du, daß dieser Tote zu dem Volke der Franken gehört? Er könnte doch ebenso gut von den Inglis oder den Nemsi stammen, zu denen auch du gehörst?« »Es sind französische Zeichen, welche ich hier lese.« »Er kann dennoch zu einem anderen Volke gehören.« »Meinst du nicht, Effendi, daß man einen Ring finden oder auch stehlen kann?« »Das ist wahr.« »Wa sie das Hemde, welches er unter seiner Kleidung trägt. Es ist dasjenige eines Europäers.« »Wer hat ihn getötet?« »Seine beiden Begleiter.« »Siehst du nicht, daß der Boden hier aufgewühlt ist vom Kampfe? Bemerkst du nicht, daß...« »Ich hielt mitten im Satze inne.« »Ich hatte mich aus meiner knienden Stellung erhoben, um den Boden zu untersuchen und fand nicht weit von der Stelle, an welcher der Tote lag, den Anfang einer breiten Blutspur, welche sich seitwärts zwischen die Felsen zog. Ich folgte ihr mit schußbereitem Gewehre, da die Mörder sich leicht noch in der Nähe befinden konnten. Noch war ich nicht weit gegangen, so stieg mit lautem Flügelschlage ein Geier empor und ich bemerkte an dem Orte, von welchem er sich erhoben hatte, ein Kamel liegen. Es war tot. In seiner Brust klaffte eine tiefe, breite Wunde. Halef schlug die Hände bedauernd ineinander. Ein graues Hedgin, ein graues Tuareg-Hedgin und diese Mörder, diese Schurken, diese Hunde haben es getötet. Es war klar, er bedauerte das prächtige Reittier viel mehr als den toten Franzosen. Als echter Sohn der Wüste, dem der geringste Gegenstand kostbar werden kann, bückte er sich nieder und untersuchte den Sattel des Kamels. Er fand nichts, die Taschen waren leer. Die Mörder haben bereits alles hinweggenommen, Sidi, mögen sie in aller Ewigkeit in der Gehenna braten. Nichts, gar nichts haben sie zurückgelassen als das Kamel und die Papiere, welche dort im Sande liegen. Durch diese Worte aufmerksam gemacht, bemerkte ich in einer Entfernung von uns allerdings einige mit den Händen zusammengeballte und wohl als unnütz weggeworfene Papierstücke. Sie konnten mir vielleicht einen Anhaltspunkt bieten und ich ging, um sie aufzuheben. Es waren mehrere Zeitungsbogen. Ich glättete die zusammengeknitterten Fetzen und presste sie genau aneinander. Ich hatte zwei Seiten der Vigie Algerienne und ebenso viel vom L'Indépendant und der Mahona in den Händen. Das erste Blatt erscheint in Algier, das zweite in Konstantin und das dritte in Guelma. Trotz dieser örtlichen Verschiedenheit bemerkte ich bei näherer Prüfung eine mir auffällige Übereinstimmung bezüglich des Inhaltes der drei Zeitungsfetzen. Sie enthielten nämlich alle drei einen Bericht über die Ermordung eines reichen französischen Kaufmannes in Blida. Des Mordes dringend verdächtig war ein armenischer Händler, welcher die Flucht ergriffen hatte und steckbrieflich verfolgt wurde. Die Beschreibung seiner Person stimmte in allen drei Journalen ganz wörtlich überein. Aus welchem Grunde hatte der Tote, welchem dieses Kamel gehörte, diese Blätter bei sich geführt? Ging ihm der Fall persönlich etwas an? War er ein Verwandter des Kaufmanns in Glida? War er der Mörder? Oder war er ein Polizist, der die Spur des Verbrechers verfolgt hatte? Ich nahm die Papiere an mich, wie ich auch den Ring an meinen Finger gesteckt hatte und kehrte mit Halef zu der Leiche zurück. Über ihr schwebten beharrlich die Geier, welche sich nun nach unserer Entfernung auf das Kamel niederließen. Was gedenkest du nun zu tun, Sidi? frug der Diener. Es bleibt uns nichts übrig, als den Mann zu begraben. Willst du ihn in die Erde scharren? Nein, dazu fehlen uns die Werkzeuge. Wir errichten einen Steinhaufen über ihm. So wird kein Tier zu ihm gelangen können. Und du denkst wirklich, dass er ein Giauer ist? Er ist ein Christ. Es ist möglich, dass du dich dennoch irrst, Sidi. Er kann trotzdem auch ein Rechtgläubiger sein. Darum erlaube mir eine Bitte. Welche? Lass uns ihn so legen, dass er mit dem Gesicht nach Mekka blickt. Ich habe nichts dagegen, denn dann ist es zugleich nach Jerusalem gerichtet, wo der Weltheiland litt und starb. Greife an! Es war ein trauriges Werk, welches wir in der tiefen Einsamkeit vollendeten. Als der Steinhaufen, welcher den Unglücklichen Bedeckte, so hoch war, dass er der Leiche vollständigen Schutz gegen die Tiere der Wüste gewährte, fügte ich noch so viel hinzu, dass er die Gestalt eines Kreuzes bekam und faltete dann die Hände, um ein Gebet zu sprechen. Als ich damit geendet hatte, wandte Halef sein Auge gegen Morgen, um mit der 112. Sure des Korans zu beginnen. Im Namen des allbarmherzigen Gottes sprich, Gott ist der einzige und ewige Gott. Er zeugt nicht und ist nicht gezeugt und kein Wesen ist ihm gleich. Der Mensch liebt das dahineilende Leben und lässet das zukünftige unbeachtet. Deine Abreise aber ist gekommen und nun wirst du hingetrieben zu deinem Herrn, der dich auferwecken wird zu neuem Leben. Möge dann die Zahl deiner Sünden klein sein und die Zahl deiner guten Taten so Nach diesen Worten bückte er sich nieder um seine Hände die er mit der Leiche verunreinigt hatte mit dem Sande abzuwaschen. So Sidi jetzt bin ich wieder Tahir was die Kinder Israel Kauscher nennen und darf wieder berühren was rein und heilig ist. Was tun wir jetzt? Wir eilen den Mördern nach um sie einzuholen. Willst du sie töten? Ich bin ihr Richter nicht. Ich werde mit ihnen sprechen und dann erfahren warum sie ihn getötet haben. Dann weiß ich was ich tun werde. Es können keine klugen Männer sein. Sonst hätten sie nicht ein Hejin getötet, welches mehr wert ist als ihre Pferde. Das Hejin hätte sie vielleicht verraten. Hier siehst du ihre Spur. Vorwärts. Sie sind fünf Stunden vor uns. Vielleicht treffen wir morgen auf sie, noch ehe sie Sedada erreichen. Wir jagten trotz der drückenden Hitze und des schwierigen felsigen Bodens mit einer Eile dahin, als ob es gelte, Gazellen einzuholen, und es war dabei ganz unmöglich, ein Gespräch zu führen. Diese Schweigsamkeit aber konnte mein guter Halew unmöglich lange aushalten. Sidi, rief er hinter mir, Sidi, willst du mich verlassen? Ich drehte mich nach ihm um. Verlassen? Ja, meine Stute hat ältere Beine als dein Berber Hengst. Wirklich triefte die alte Hassi Fajan Stute bereits von Schweiß und der Schaum flog ihr in großen Flocken von dem Maule. Aber wir können heute nicht wie gewöhnlich während der großen Hitze Rast machen, sondern wir müssen reiten bis zur Nacht, sonst holen wir die beiden, welche vor uns sind nicht ein. Wer zu viel eilt, kommt auch nicht früher als der, welcher langsam reitet, Effendi, denn Allah wakbar, blicke da hinunter. Wir befanden uns vor einem jähen Sturze des Wadi und sahen in der Entfernung von vielleicht einer Viertel Wegsstunde unter uns zwei Reiter oder vielmehr zwei Männer an einer kleinen Soba sitzen, in welcher sich ihre Pferde knabberten an den dürren stacheligen Mimosen herum, welche in der Nähe standen. Ah, sie sind es. Ja, Sidi, sie sind es. Auch ihnen ist es zu heiß gewesen und sie haben beschlossen zu warten, bis die größte Glut vorüber ist. Oder sie haben sich verweilt, um die Beute zu teilen? Zurück, Halew, zurück, damit sie dich nicht bemerken. Wir werden das Wadi verlassen und ein wenig nach West reiten, um zu tun, als ob wir vom Schott Rasa kämen. Warum, Effendi? Sie sollen nicht ahnen, dass wir die Leiche des Ermordeten gefunden haben. Unsere Pferde erklommen das Ufer des Wadi und wir ritten strax nach Westen in die Wüste hinein. Dann schlugen wir einen Bogen und hielten auf die Stelle zu, an welcher sich die beiden befanden. Sie konnten uns nicht kommen sehen, da sie in der Tiefe des Wadi saßen, mußten uns aber hören, als wir demselben nahe gekommen waren. Wirklich hatten sie sich, als wir den Rand der Vertiefung erreichten, bereits erhoben und nach ihrem Gewehren gegriffen. Ich tat natürlich, als sei ich ebenso überrascht, wie sie selbst hier in der Einsamkeit der Wüste so plötzlich auf Menschen zu treffen, hielt es jedoch nicht für nötig, nach meiner Büchse zu langen. »Salam Alaikum«, rief ich, mein Pferd anhaltend zu ihnen hinab. »Alaikum«, antwortete der Ältere von ihnen. »Wer seid ihr? Wir sind friedliche Reiter. Wo kommt ihr her? Von Westen. Und wo wollt ihr hin? Nach Sedada. Von welchem Stamme seid ihr? Ich deutete auf Halef und antwortete, »Dieser hier stammt aus der Ebene Atmar und ich gehöre zu den Benisaxa. Wer seid ihr? Wir sind von dem berühmten Stamme der Uela Tamalek. Die Uela Tamalek sind gute Reiter und tapfere Krieger. Wo kommt ihr her? Von Gafsa. Da habt ihr eine weite Reise hinter euch. Wohin wollt ihr? Nach dem Bir Saoidi, wo wir Freunde haben. Beides, dass sie von Gafsa kamen und nach dem Brunnen Saoidi wollten, war eine Lüge. Doch tat ich, als ob ich ihren Worten glaubte und frug, »Erlaubt ihr uns, bei euch zu rasten? Wir bleiben hier bis zum frühen Morgen, lautete die Antwort, welche also für meine Frage weder ein Ja noch ein Nein enthielt. Auch wir gedenken, bis zum Aufgang der nächsten Sonne hier auszuruhen. Ihr habt genug Wasser für uns alle und auch für unsere Pferde. Dürfen wir bei euch bleiben? Die Wüste gehört allen. Mach Habah, du sollst uns willkommen sein. Es war ihnen trotz dieses Bescheides leicht anzusehen, dass ihnen unser Gehen lieber gewesen wäre, als unser Bleiben. Wir aber ließen unsere Pferde den Abhang hinunter klettern und stiegen an dem Wasser ab, wo wir sofort ungeniert Platz nahmen. Die beiden Physiognomien, welche ich nun studieren konnte, waren keineswegs Vertrauen erweckend. Der Ältere, welcher bisher das Wort geführt hatte, war lang und hager gebaut. Der Burnus hing ihm am Leibe wie an einer Vogelscheuche. Unter dem schmutzig blauen Turban blickten zwei kleine stechende Augen unheimlich hervor. Über den schmalen blutleeren Lippen fristete ein dünner Bart ein kümmerliches Dasein. Das spitze Kinn zeigte eine auffallende Neigung nach oben zu steigen und die Nase erinnerte mich lebhaft an die Geier, welche ich vor kurzer Zeit von der Leiche des Ermordeten vertrieben hatte. Das war keine Adler und auch keine Habichtsnase. Sie hatte wirklich die Form eines Geierschnabels. Der andere war ein junger Mann von auffallender Schönheit, aber die Leidenschaften hatten sein Auge umflort, seine Nerven entkräftet und seine Stirn und Wangen zu früh gefurcht. Man konnte unmöglich Vertrauen zu ihm haben. Der Ältere sprach das Arabische mit jenem Akzente, wie man es am Euphrat spricht, und der Jüngere ließ mich vermuten, daß er kein Orientale, sondern ein Europäer sei. Ihre Pferde, welche in der Nähe standen, waren schlecht und sichtlich abgetrieben. Ihre Kleidung hatte ein sehr mitgenommenes Aussehen, aber ihre Waffen waren ausgezeichnet. Da, wo sie vorhin gesessen hatten, lagen verschiedene Gegenstände, welche sonst in der Wüste selten sind und wohl nur deshalb liegen geblieben waren, weil die beiden keine Zeit gefunden hatten, sie zu verbergen. Ein seidenes Taschentuch, eine goldene Uhr, nebst Kette, ein Kompass, ein prachtvoller Revolver und ein in Marokkan gebundenes Taschenbuch. Ich tat, als ob ich diese Gegenstände gar nicht bemerkt hätte, nahm aus der Satteltasche eine Handvoll Datteln und begann dieselben mit gleichgültiger und zufriedener Miene zu verzehren. Was wollt ihr in Sedada? frug nicht er lange. Nichts, wir gehen weiter. Wohin? Über den Schutt Djerit nach Fetnasa und Kibili. Ein unbewachter Blick, den er auf seinen Gefährten warf, sagte mir, dass ihr Weg der Nämliche sei. Dann frug er weiter. Hast du Geschäfte in Fetnasa oder Kibili? Ja. Du willst deine Herden dort verkaufen? Nein. Oder deine Sklaven? Nein. Oder vielleicht die Waren, die du aus dem Sudan kommen lässest? Nein. Was sonst? Nichts. Ein Sohn meines Stammes treibt mit Fetnasa keinen Handel. Oder willst du dir ein Weib dort holen? Ich improvisierte eine sehr zornige Miene. Weißt du nicht, dass es eine Beleidigung ist, zu einem Manne zu sprechen? Oder bist du ein Giau, dass du dieses nicht erfahren hast? Wahrhaftig, der Mann erschrak förmlich, und ich begann, infolgedessen, die Vermutung zu hegen, dass ich mit meinen Worten das Richtige getroffen hatte. Er hatte ganz und gar nicht die Physiognomie eines Beduinen. Gesichter wie das seinige waren mir vielmehr bei Männern von armenischer Herkunft aufgefallen und ah, war es nicht ein armenischer Händler, der den Kaufmann in Glieder ermordet hatte und dessen Steckbrief ich in der Tasche trug? Ich hatte mir nicht die Zeit genommen, den Steckbrief, wenigstens das Signalment, aufmerksam durchzulesen. Während mir diese Gedanken blitzschnell durch den Kopf gingen, fiel mein Blick nochmals auf den Revolver. An seinem Griff befand sich eine silberne Platte, in welcher ein Name eingraviert war. Erlaube mir! Zu gleicher Zeit mit dieser Bitte griff ich nach der Waffe und las Paul Galanger Marseille. Das war ganz sicher nicht der Name der Fabrik, sondern der des Besitzers. Ich verriet aber mein Interesse durch keine Miene, sondern frug leicht hin, was ist das für eine Waffe? Ein Drehgewehr. Magst du mir zeigen, wie man mit ihm schießt? Er erklärte es mir. Ich hörte ihm sehr aufmerksam zu und meinte dann, Du bist kein Welatamalek, sondern ein Welatamalek, Siehe, dass ich recht geraten habe, wärst du ein Sohn des Propheten, so würdest du mich niederschießen, weil ich dich einen Giaur nannte. Nur die Ungläubigen haben Drehgewehre. Wie soll diese Waffe in die Hände eines Welatamalek gekommen sein? Ist sie ein Geschenk? Nein. So hast du sie gekauft? Nein. Dann war sie eine Beute? Ja. Von wem? Von einem Franken. Mit dem du kämpftest? Ja. Wo? Auf dem Schlachtfelde. Auf welchem? Bei El Guerrara. Du lügst! Jetzt riß ihm doch endlich die Geduld. Er erhob sich und griff nach dem Revolver. Was sagst du ich lüge? Soll ich dich niederschießen wie? Ich fiel ihm in die Rede. Wie den Franken da oben im Wadi Tarfawi. Die Hand, welche den Revolver hielt, sank wieder nieder, und eine fahle Blässe bedeckte das Gesicht des Mannes. Doch raffte er sich zusammen und frug drohend, Was meinst du mit diesen Worten? Ich langte in meine Tasche, zog die Zeitungen Namen des Mörders zu finden. Ich meine, dass du ganz gewiss kein Uela Tamalek bist. Dein Name ist mir sehr bekannt. Er lautet Hamd il Amassad. Jetzt fuhr er zurück und streckte beide Hände wie zur Abwehr gegen mich aus. Woher kennst du mich? Ich kenne dich. Das ist genug. Nein, du kennst mich nicht. Ich heiße nicht so, wie du sagtest. Ich bin ein Uela Tamalek und wer das nicht glaubt, den schieße ich nieder. Wem gehören diese Sachen? Mir. Ich ergriff das Taschentuch. Es war mit PG gezeichnet. Ich öffnete die Uhr und fand auf der Innenseite des Deckels ganz dieselben Buchstaben eingraviert. Woher hast du sie? Was geht es dich an? Lege sie von dir. Anstatt ihm zu gehorchen, öffnete ich auch das Notizbuch. Auf dem ersten Blatte desselben las ich den Namen. Paul Galangeret. Der Inhalt aber war stenografiert und ich kann Stenografie nicht lesen. Weg mit dem Buche, sage ich dir. Bei diesen Worten schlug er mir dasselbe aus der Hand, so dass es in die Lache flog. Ich erhob mich, um den Versuch zu machen, es zu retten, fand aber jetzt doppelten Widerstand, dass ich nun auch der Jüngere der beiden Männer zwischen mich und das Wasser stellte. Halef hatte dem Wortwechsel bisher scheinbar gleichgültig zugehört, aber ich sah, dass sein Finger an dem Drücker seiner langen Flinte lag. Es bedurfte nur eines Winkes von mir, um ihm zum Schusse zu bringen. Ich bückte mich, um auch den Kompass noch aufzunehmen. Halt, das ist mein, gib diese Sachen heraus. Er faßte meinen Arm, um seinen Worten Nachdruck zu geben, ich aber sagte so ruhig wie möglich, setze dich wieder nieder, ich habe mit dir zu reden. Ich habe mit dir nichts zu schaffen, aber ich mit dir, setze dich, wenn ich dich nicht niederschießen soll. Diese Drohung schien doch Erde nieder und ich tat ganz dasselbe. Dann zog ich meinen Revolver und begann. Siehe, daß ich auch ein solches Drehgewehr habe, lege das Deinige weg, sonst geht das meinige los. Er legte die Waffe langsam neben sich hin, aus der Hand, hielt sich aber zum augenblicklichen Griffe bereit. Du bist kein Weller Tamalek? Ich bin einer. Du kommst nicht von Gafsa? Ich komme von dort. Wie lange Zeit reitest du bereits im Wadi Tarfawi? Was geht es dich an? Es geht mich sehr viel an. Da oben liegt die Leiche eines Mannes, den du ermordet hast. Ein böser Zug durchzuckte sein Gesicht. Und wenn ich es getan hätte, was hättest du darüber zu sagen? Nicht viel, nur einige Worte. Welche? Wer war der Giau? hast du ihn und sein Kamel getötet? Weil es mir so gefiel. War er ein Rechtgläubiger? Nein, er war ein Giau. Du hast genommen, was er bei sich trug? Sollte ich es bei ihm liegen lassen? Nein, denn du hattest es für mich aufzuheben. Für dich? Ja, ich verstehe dich nicht. Du sollst mich verstehen. Der Tote war ein Giau. Ich bin auch ein Giau und werde sein Rächer sein. Sein Blut Rächer? Nein, wenn ich das wäre, so hättest du bereits aufgehört zu leben. Wir sind in der Wüste, wo kein Gesetz gilt als nur das des Stärkeren. Ich will nicht erproben, wer von uns der Stärkere ist. Ich übergebe dich der Rache Gottes, des Allwissenden, der alles sieht und keine Tat unvergolten lässt. Aber das eine sage ich dir, und das magst du dir wohl merken. Du gibst alles heraus, was du dem Toten abgenommen hast. Er lächelte überlegen. Meinst du wirklich, dass ich dieses tue? Ich meine es. So nimm dir, was du haben willst. Er zuckte mit der Hand, um nach dem Revolver zu greifen. Schnell aber hielt ich ihm die Mündung des meinigen entgegen. Halt oder ich schieße. Es war jedenfalls eine sehr eigentümliche Situation, in der ich mich befand. Glücklicherweise aber schien mein Gegner mehr Verschlagenheit als Mut zu besitzen. Er zog die Hand wieder zurück und schien unentschlossen zu werden. Was willst du mit den Sachen tun? Ich werde sie den Verwandten des Toten zurückgeben. Es der er mich jetzt fixierte. Du lügst, du willst sie für dich behalten. Ich lüge nicht. Und was wirst du gegen mich unternehmen? Jetzt nichts. Aber hüte dich mir jemals wieder zu begegnen. Du reitest wirklich von hier nach Sedada? Ja. Und wenn ich dir die Sachen gebe, wirst du mich und meinen Gefährten ungehindert nach dem Birsauidi gehen lassen? Ja. Du versprichst es mir? Ja. Beschwöre es. Ein Jaur schwört nie, sein Wort ist auch ohne Schwur die Wahrheit. Hier, nimm das Drehgewehr, die Uhr, den Kompass und das Tuch. Was hatte er noch bei sich? Nichts. Er hatte Geld. Das werde ich behalten. Ich habe nichts dagegen, aber gib mir den Beutel oder die Börse, in der es sich befand. Du sollst sie haben. Er griff in seinen Gürtel und zog eine gestickte Perlenbörse hervor, die er leerte und mir dann entgegenreichte. Weiter hatte er nichts bei sich? Nein, willst du mich aussuchen? Nein. So können wir gehen? Ja. Er schien sich jetzt doch leichter zu fühlen als vorhin. Sein Begleiter aber war ganz sicher ein furchtsamer Mensch, der sehr froh war, auf diese Weise davon zu kommen. Sie nahmen ihre Habseligkeiten zusammen und bestiegen ihre Pferde. Salam Alaikum, Friede sei mit euch. Ich antwortete nicht, und sie nahmen diese Unhöflichkeit sehr gleichgültig hin. In wenigen Augenblicken waren sie hinter dem Rande des Wadi-Ufers verschwunden. Halef hatte bis jetzt kein einziges Wort gesprochen. Nun brach er sein Schweigen. Sidi, was? Darf ich dir etwas sagen? Ja. Kennst du den Strauß? Ja. Weißt du, wie er ist? Nun? Dumm. Sehr dumm. Weiter. Verzeihe mir, Effendi, aber du kommst mir noch schlimmer vor als der Strauß. Warum? Weil du diese Schurken laufen lässest. Ich kann sie nicht halten und auch nicht töten. Warum nicht? Hätten sie einen Recht Gläubigen ermordet, so kannst du dich darauf verlassen, dass ich sie zum Scheitern, zum Teufel geschickt hätte. Da es aber ein Giaur war, so ist es mir sehr gleichgültig, ob sie Strafe finden oder nicht. Du aber bist ein Christ und lässest die Mörder eines Christen entkommen? Wer sagt dir, dass sie entkommen werden? Sie sind ja bereits fort. Sie werden den Birsauidi erreichen und von da nach Debila und Elhuet gehen, um in der Arek zu verschwinden. Das werden sie nicht. Was sonst? Sie sagten ja, dass sie logen. Sie werden nach Sedada gehen. Wer sagte es dir? Meine Augen. Allah, segne deine Augen, mit denen du die Tapfen im Sande betrachtest, so wie du kann nur ein Ungläubiger handeln, aber ich werde dich schon noch zum rechten Glauben bekehren, darauf kannst du dich verlassen, du magst nun wollen oder nicht. Dann nenne ich mich einen Pilger, ohne in Mecker gewesen zu sein. Sidi, du hast mir ja versprochen, das nicht zu sagen. Ja, solange du mich nicht bekehren willst. Du bist der Herr und ich muss es mir gefallen lassen, aber was tun wir jetzt? Wir sorgen zunächst für unsere Sicherheit. Hier können wir leicht von einer Kugel getroffen werden, wir müssen uns überzeugen, ob und sah allerdings die zwei Reiter in bereits sehr großer Entfernung von uns auf Südwest zuhalten. Halef war mir gefolgt. Dort reiten sie, meinte er, das ist die Richtung nach Bersaidi. Wenn sie sich weit genug entfernt haben, werden sie sich nach Osten wenden. Sidi, dein Gehirn düngt mir schwach, wenn sie dies täten, müssten sie uns ja wieder in die Hände kommen. Sie meinen, dass wir erst morgen aufbrechen und glauben also einen guten Vorsprung vor uns zu erlangen. Du rätst und wirst doch das Richtige nicht treffen. Meinst du? Sagte ich dir nicht da oben, dass eines ihrer Pferde den Hahnentritt habe? Ja, das sah ich, als sie davon ritten. So werde ich auch jetzt recht haben, wenn ich sage, dass sie nach Sedada Wort. Wir kämen ihnen sonst zuvor, da wir den geraden Weg haben. Dann würden sie auf unsere Spur stoßen und sich hüten, mit uns wieder zusammen zu treffen. Lass uns also wieder zum Wasser gehen und ruhen, bis es Zeit zum Aufbruch ist. Wir stiegen wieder hinab. Ich streckte mich auf meine am Boden ausgebreitete Decke aus, zog das Ende meines Turbans als Lisham über das Gesicht und schloß die Augen, nicht um zu schlafen, sondern um über unser letztes Abenteuer nachzudenken. Aber wer vermag es in der fürchterlichen Glut der Sahara seine Gedanken längere Zeit mit einer an sich schon unklaren Sache zu beschäftigen? Ich schlummerte wirklich ein und mochte über zwei Stunden geschlafen haben. Als ich wieder erwachte, brachen wir auf. Das Wadi Tarfawi mündet in den Schott Rarsa. Wir mussten es also nun verlassen, wenn wir nach Osten zu Sedada erreichen wollten. Nach Verlauf von vielleicht einer Stunde trafen wir auf die Spur zweier Pferde, welche von West nach Ost führte. Nun, Halef, kennst du diese Etard, diese Pferde? Masch'allah, du hattest recht, Sidi, sie gehen nach Sedada. Ich stieg ab und untersuchte die Eindrücke. Sie sind erst vor einer halben Stunde hier vorüber gekommen, lass uns langsamer reiten, sonst sehen sie uns hinter sich. Die Ausläufer des Chebel Tarfawi senkten sich allmählich in die Ebene hernieder und als die Sonne unterging und nach kurzer Zeit der Mond emporstieg, sahen wir Sedada zu unseren Füßen liegen. Reiten wir hinab? Nein, wir schlafen unter den Oliven dort, am Abhange des Berges. Wir bogen ein wenig von unserer Richtung ab und fanden unter den Ölbäumen einen prächtigen Platz zum Biwak. Wir waren beide an das heulende Bellen des Schakals, an das Gekläffe des Fennek und an die tieferen Töne der schleichenden Hyäne gewöhnt und ließen uns von diesen nächtlichen Lauten nicht im Schlafe stören. Als wir erwachten, war es mein erstes, die gestrige Fährte wieder aufzusuchen. Ich war überzeugt, dass sie mir hier in der Nähe eines bewohnten Ortes nicht mehr von Nutzen sein werde, fand aber zu meiner Überraschung, dass sie nicht nach Sedada führte, sondern nach Südenburg. Warum gingen sie nicht hernieder? frug Halef. Um sich nicht sehen zu lassen. Ein verfolgter Mörder muss vorsichtig sein. Ja, aber wohin gehen sie denn? Jedenfalls nach Chris, um über den Cerit zu reiten. Dann haben sie Algerien hinter sich und sind in leidlicher Sicherheit. Wir sind doch bereits jetzt in Tunis. Die Grenze geht vom Bir El Kala zum Bir El Tam über den Schott Rasa. Das kann solchen Leuten noch nicht genügen. Ich wette, dass sie über Fesan nach Kufara gehen, denn erst dort sind sie vollständig sicher. Sie sind auch hier bereits sicher, wenn sie ein Bu Djaruldu des Sultans haben. Das würde ihnen einem Konsul oder einem Polizeiagenten gegenüber nicht viel nützen. Meinst du, ich möchte es keinem raten, gegen das mächtige Gjölgeda Padishanin zu sündigen. Du sprichst so, trotzdem du ein freier Araber sein willst? Ja, ich habe in Ägypten gesehen, was der Großherr vermag, aber in der Wüste fürchte ich Ja, um Datteln zu kaufen und einmal gutes Wasser zu trinken, dann aber setzen wir den Weg fort. Nach Chris? Nach Chris. Bereits eine Viertelstunde später hatten wir uns restauriert und folgten dem Reitwege, welcher von Sedada nach Chris führt. Zu unserer Linken glänzte die Fläche des Schott Cherit zu uns herauf, ein Anblick, den ich vollständig auszukosten suchte. Die Sahara ist ein großes, noch immer nicht gelöstes Rätsel. Schon seit Verlays d'Aust im Jahr 1845 besteht das Projekt, einen Teil der Wüste in ein Meer und dadurch die anliegenden Gebiete in ein fruchtbares Land zu verwandeln und so auch die Bewohner dieser Strecken dem Fortschritte der Zivilisation näher zu bringen. Ob aber dieses Projekt ausführbar und dann auch noch von den beabsichtigten Erfolgen gekrönt sein wird, darüber lässt sich noch immer streiten. Am Fuße des Südabhanges des Djebel Aures und der östlichen Fortsetzung dieser Bergmasse, also des Drah El Huawa, Djebel Tarfawi, Djebel Situna und Djebel Hadifa dehnt sich eine einheitliche unübersehbare, hier und da leicht gewellte Ebene aus, deren tiefste Stellen mit Salzkrusten und Salzauswitterungen bedeckt sind, welche als Überreste einstiger großer Binnengewässer im algerischen Teile den Namen Schott und im tunesischen Teile den Namen Schoba oder Sepcha führen. Die Grenze dieses eigentümlichen und hochinteressanten Gebietes bilden im Westen die Ausläufer des Benimsab Plateau, im Osten die Landmenge von Gabes und im Süden die Dünenregion von Suf und Nifsawa, Nebst dem langgestreckten Jebel Tebaga. Vielleicht ist unter dieser Einsenkung der Golf von Triton zu verstehen, von welchem uns Herodot, der Vater der Geschichtsschreibung berichtet. Außer einer großen Anzahl kleinerer Sümpfe, welche im Sommer ausgetrocknet sind, besteht dieses Gebiet aus drei größeren Sepcha, nämlich von West nach Ost verfolgt, aus den Schutts Melrir, Rarsa und Cherit, welch letzterer auch El-Kebir genannt zu werden pflegt. Diese drei Becken bezeichnen eine Zone, deren westliche Hälfte tiefer liegt als das Mittelmeer bei Gabes zur Zeit der Ebbe. Die Einsenkung des Schuttgebietes ist heutzutage zum größten Teile mit Sandmassen angefüllt und nur in der Mitte der einzelnen Bassins hat sich eine ziemlich beträchtliche Wassermasse erhalten, welche durch ihr Aussehen den arabischen Schriftstellern und Reisenden Veranlassung gab, sie bald mit einem Kampferteppich oder einer Kristalldecke bald mit einer Silberplatte oder der Oberfläche geschmolzenen Metalls zu vergleichen. Dieses Aussehen erhalten die Schurts durch die Salzkruste, mit der sie bedeckt sind und deren Dicke sehr verschieden ist, so daß sie zwischen 10 und höchstens 20 Zentimetern variiert. Nur an einzelnen Stellen ist es möglich, sich ohne die eminenteste Lebensgefahr auf sie zu wagen. Wehe dem, der auch nur eine Handbreit von dem schmalen Pfade abweicht, die Kruste gibt nach und der Abgrund verschlingt augenblicklich sein Opfer. Unmittelbar über dem Kopf des Versinkenden schließt sich alsbald die Decke wieder. Die schmalen Fürten, welche über die Salzdecke der Schutz führen, werden besonders in der Regenzeit höchst gefährlich, indem der Regen die vom Flugsande überdeckte Kruste bloß legt und auswäscht. Das Wasser dieser Schutz ist grün und dickflüssig und bei weitem salziger als das des Meeres. Ein Versuch, die Tiefe des Abgrundes unter sich zu messen, würde des Terrans halber zu keinem Resultate führen, doch darf wohl angenommen werden, dass keiner der Salzmureste tiefer als 50 Meter ist. Die eigentliche Gefahr bei dem Einbrechen durch die Salzdecke ist bedingt durch die Massen eines flüssigen beweglichen Sandes, welcher unter der 50 bis 80 Zentimeter tiefen hellgrünen Wasserschicht schwimmt und ein Produkt der jahrtausendelangen Arbeit des Samums ist, der den Sand aus der Wüste in das Wasser trieb. Schon die ältesten arabischen Geografen wie Eben Jubeir, Eben Batuta, Obeida el-Bekri, el-Istakri und Omar eben el-Wardi stimmen in der Gefährlichkeit dieser Schutz für die Reisenden überein. Der Djerit verschlang schon tausende von Kamelen und Menschen, welche in seiner Tiefe spurlos verschwanden. Im Jahre 1826 mußte eine Karawane, welche aus mehr als tausend Lastkamelen bestand, den Schott überschreiten. Ein unglücklicher Zufall brachte das Leitkamel, welches an der Spitze des Zuges schritt vom schmalen Wege ab. Es verschwand im Abgrunde des Schott und ihm folgten alle anderen Tiere, welche rettungslos in der zähen, seifigen Masse verschwanden. Kaum war die Karawane verschwunden, so nahm die Salzdecke wieder ihre frühere Gestalt an, und nicht die kleinste Veränderung, das mindeste Anzeichen, verriet den grässlichen Unglücksfall. Ein solches Vorkommnis könnte unmöglich erscheinen, aber um es zu glauben, muß man sich nur vergegenwärtigen, daß jedes Kamel gewohnt ist, dem Voranschreitenden, mit dem es ja meist auch durch Stricke verbunden ist, blind und unbedingt zu folgen, und daß der Pfad über die Schutz oft so schmal ist, daß es einem Tiere oder gar einer Karawane ganz unmöglich wird, wieder umzukehren. Der Anblick dieser tückischen Flächen, unter denen der Tod lauert, erinnert an einzelnen Stellen an den bläulich schillernden spiegelgeschmolzenen Bleies. Die Kruste ist zuweilen hart und durchsichtig wie Flaschenglas und klingt bei jedem Schritte wie der Boden der Solfatara in Nerpel. Meist aber bildet sie eine weiche, breige Masse, welche vollständig sicher zu sein scheint, aber doch nur so viel Festigkeit besitzt, um einen leichten Anflug von Sand zu tragen, bei jeder anderen Last aber unter derselben zu weichen, um sich über ihr wieder zu schließen. Den Führern dienen kleine auseinanderliegende Steine als Wegzeichen. Früher gab es auf dem Schott El-Kebir auch eingesteckte Palmenäste. Der Ast der Dattelbäume heißt Cherit und diesem Umstande hat der Schott seinen zweiten Namen zu verdanken. Diese Steinhäufchen heißen Gmaier und auch sie fehlen an solchen Punkten, wo auf mehrere Meter Länge der Boden von einer den Pferden bis an die brustreichenden Wasserfläche bedeckt wird. Die Kruste der Schutz bildet übrigens nicht etwa eine einheitliche flache Ebene, sondern sie zeigt im Gegenteil Wellen, welche selbst 30 Meter Höhe erreichen. Die Kämme dieser Bodenwellen bilden eben die Furten, welche von den Karawanen benützt werden und zwischen ihnen in den tiefer liegenden Stellen lauert das Verderben. Halef streckte die Hand aus und deutete hinab. Siehst du den Schott Sidi? Ja. Bist du schon einmal über einen Schott geritten? Nein. So danke Allah, denn vielleicht wärest du sonst bereits zu deinen Vätern versammelt. Und wir wollen wirklich hinüber? Allerdings Bismillah in Gottes Namen. Mein Freund Sadek wird wohl noch am Leben sein. Wer ist das? Mein Bruder Sadek ist der berühmteste Führer über den Schott Gerit. Er hat noch niemals einen falschen Schritt getan. Er gehört zum Stamme der Merazik und ward geboren von seiner Mutter in Muhammed, lebt aber mit seinem Sohne, der ein wackerer Krieger ist, in Chris. Er kennt den Schott wie kein zweiter und er ist es ganz allein, dem ich dich anvertrauen möchte, Sidi. Reiten wir direkt nach Chris? Wie weit haben wir noch bis hin? Ein kleines über eine Stunde. So biegen wir jetzt ab gegen West. Wir müssen sehen, ob wir eine Spur der Mörder finden. Du meinst wirklich, dass sie auch nach Chris gegangen sind? Auch sie haben jedenfalls im Freien ihr Lager gehalten und werden bereits vor uns sein, um über den Schott zu gehen. Wir verließen den bisherigen Weg und hielten gerade nach West. In der Nähe des Pfades fanden wir viele Spuren, welche wir zu durch schneiden hatten. Dann aber wurden sie weniger zahlreich El Hammer führt, erblickte ich die Fährte zweier Pferde im Sande und nachdem ich sie gehörig geprüft hatte, gelangte ich zu der Überzeugung, dass es die Gesuchte sei. Wir folgten ihr, bis in die Nähe von Chris, wo sie sich im breiten Wege verlor. Ich hatte also die Gewißheit, dass sich die Mörder hier befanden. Halef war nachdenklich geworden. Sidi, soll ich dir etwas sagen? meinte er. Sage es. Es ist doch gut, wenn man im Sande lesen kann. Es freut mich, dass du zur Erkenntnis kommst. Doch da ist Chris. Wo ist die Wohnung deines Freundes Sadek? Folge mir. Er ritt um den Ort der aus einigen unter Palmen liegenden Zelten und Hütten bestand herum bis zu einer Gruppe von Mandelbäumen, in deren Schutze eine breite niedere Hütte lag, aus der bei unserem Anblick ein Araber trat und meinem kleinen Halef freudig entgegen eilte. Sadek, mein Bruder, du Liebling des Kalifen! Halef, mein Freund, du Gesegneter des Propheten! Sie lagen einander in den Armen und herzten sich wie ein Liebespaar. Dann aber wandte sich der Araber zu mir. Verzeih daß ich dich vergaß, tretet ein in mein Haus, es ist das Eurige. Wir folgten seinem Wunsche, er war allein und präsentierte uns allerhand Erfrischungen, denen wir fleißig zusprachen. Jetzt glaubte Halef sei die Zeit gekommen, mich seinem Freunde vorzustellen. Das ist Kara Ben Nemsi, ein großer Taleb aus dem Abendlande, der mit den Vögeln redet und im Sande lesen kann. Wir haben schon viele große Taten vollbracht. Ich bin sein Freund und Diener und soll ihn zum wahren Glauben bekehren. Der brave Mensch hatte mich einmal nach meinem Namen gefragt und wirklich das Wort Karl im Gedächtnis behalten. Da er es aber nicht auszusprechen vermochte, so machte er rasch entschlossen ein Kara daraus und setzte Ben Nemsi nachkomme der Deutschen hinzu. Wo ich mit den Vögeln geredet hatte, konnte ich mich leider nicht entsinnen. Jedenfalls sollte mich diese Behauptung ebenbürtig an die Seite des weisen Salomo stellen, der ja auch die Gabe gehabt haben soll, vollbracht haben sollten, wußte ich weiter nichts, als daß ich einmal im Gestrüppe hängen geblieben und dabei gemächlich von meinem kleinen Berber Gaule gerutscht war, der diese Gelegenheit dann benutzte, einmal mit mir Haschens zu spielen. Der Glanzpunkt der harlewschen Diplomatik war nun allerdings die Behauptung, daß ich mich von ihm bekehren lassen wolle. Er verdiente dafür eine Zurechtweisung. Daher frug ich Sadek, kennst du den ganzen Namen deines Freundes Halef? Ja. Wie lautet er? Er lautet Hatschi Halef Omar. Das ist nicht genug, er lautet Hatschi Halef Omar ben Hatschi Abu Labas ibn Hatschi Davud Al-Gossara. Du hörst also, daß er zu einer frommen verdienstvollen Familie gehört, deren Glieder alle Hatschi waren, obgleich sie die unterbrach mich Halef mit einer ganz unbeschreiblichen Pantomime des Schreckens. Sprich nicht von den Verdiensten deines Dieners, du weißt, dass ich dir stets gern gehorchen werde. Ich hoffe es, Halef, du sollst nicht von dir und mir sprechen. Frag lieber deinen Freund Sadek, wo sich sein Sohn befindet, von dem du mir gesagt hast. Hat er wirklich ich von ihm gesprochen, Effendi? frug der Araber. Allah segne dich, Halef, dass du derer gedenkst, die dich lieben. Umar ibn Sadek, mein Sohn, ist über den Schutt nach Seftimi gegangen und wird noch heute wieder kehren. Auch wir wollen über den Schutt und du sollst uns führen, meinte Halef. Ihr? Wann? Noch heute. Wohin Sidi? Nach Fett Nasser. Wie ist der Weg hinüber? Gefährlich, sehr gefährlich. Es gibt nur zwei wirklich sichere Wege hinüber, an das jenseitige Ufer, nämlich El-Toseria zwischen Tosa und Fett Nasser und Es-Suida zwischen Nefta und Sarzin. Der Weg von hier nach Fett Nasser aber ist der allerschlimmste und nur zwei gibt es, die ihn genau kennen, das bin ich und Arfan Rakedim hier in Chris. Kennt dein Sohn den Weg nicht auch? Ja, aber allein ist er ihm noch nicht gegangen, desto besser aber kennt er die Strecke nach Siftimi. Diese fällt wohl einige Zeit lang zusammen mit der nach Fett Nasser. Über zwei Drittteile Sidi. Wenn wir am Mittag aufbrechen, bis wann sind wir in Fett Nasser? Vor Anbruch des Morgens, wenn deine Tiere gut leuchtet, ja. Ist es aber dunkel, so übernachtet man auf dem Schutt, und zwar da, wo das Salz so dick ist, dass es das Lager tragen kann. Willst du uns führen? Ja, Effendi, so lass uns zunächst den Schutt besehen. Du hast noch keinen Schutt überschritten? Nein. So komm, du sollst den Sumpf des Todes sehen, den Ort des Verderbens, das Meer des Schweigens, über welches ich dich hinweg führen werde, mit sicherem Schritte. Wir verließen die Hütte und wandten uns nach Osten. Nachdem wir einen breiten, sumpfigen Rand überschritten hatten, gelangten wir an das eigentliche Ufer des Schutt, dessen Wasser vor der Salzkruste, die es deckte, nicht zu sehen war. Ich stach mit meinem Messer hindurch und fand das Salz 14 Zentimeter dick. Dabei war es so hart, dass es einen mittelstarken Mann zu tragen vermochte. Es wurde verhüllt von einer dünnen Lage von Flugsand, welcher an vielen Stellen weggeweht war, die dann in bläulich weißem Schimmer erglänzten. Noch während ich mit dieser Untersuchung beschäftigt war, ertönte hinter uns eine Stimme. Salam Alaikum, Friede sei mit Euch. Ich wandte mich um. Vor uns stand ein schlanker, krummbeiniger Beduine, dem irgendeine Krankheit oder wohl auch ein Schuss die Nase weggenommen hatte. Alaikum, antwortete Sadek. Was tut mein Bruder Arfan Rakedim hier am Schutt? Er trägt die Reisekleider? Will er fremde Wanderer über die Schoba führen? So ist es, antwortete der Gefragte. Zwei Männer sind es, die gleich kommen Fremdlinge auch über den See? Ja. Wohin? Auch nach Fidnasar. Und du sollst sie führen? Du erretzt es. Sie können gleich mit mir gehen, dann ersparst du dir die Mühe. Es sind Freunde, die mir keine Mühe machen werden. Ich weiß es, du bist geizig und gönnst mir nichts. Hast du mir nicht stets die reichsten Reisenden weggefangen? Ich fange keinen weg. Ich führe nur die Leute, welche freiwillig zu mir kommen. Warum ist Omar dein Sohn Führer nach Siftimi geworden? Ihr nehmt mir mit Gewalt das Brot hinweg, damit ich verhungern soll. Allah aber wird euch strafen und eure Schritte so lenken, dass euch der Schutt verschlingen wird. Es mochte sein, dass die Konkurrenz hier eine Feindschaft entwickelt hatte, aber dieser Mann besaß überhaupt keine guten Augen und so viel war sicher, dass ich mich ihm nicht gerne anvertraut hätte. Er wandte sich von uns und schritt am Ufer hin, wo in einiger Entfernung zwei Reiter erschienen, welche er führen sollte. Sidi, rief Halev, kennst du sie? Ich kenne sie. Wollen wir sie ruhig ziehen lassen? Er hob bereits das Gewehr zum Schusse empor. Ich hinderte ihn daran. Lass, sie werden uns nicht entgehen. Wer sind diese Männer? frug unser Führer. Mörder, antwortete Halev. Haben sie jemand aus deiner Familie oder aus deinem Stamme getötet? Nein. Hast du über Blut mit ihnen zu richten? Nein. So laß sie ruhig ziehen. Es taugt nicht, sich in fremde Händel zu mischen. Der Mann sprach wie ein echter Beduine. Er hielt es nicht einmal für nötig, die Männer, welche ihm als Mörder geschildert worden waren, mit einem Blicke zu betrachten. Auch sie hatten uns bemerkt und erkannt. Ich sah, wie sie sich beeilten, auf die Salzdecke zu kommen. Als dies geschehen war, hörten wir ein verächtliches Lachen, mit welchem sie uns den Rücken kehrten. Wir gingen in die Hütte zurück, ruhten noch bis Mittag aus, versahen uns dann mit dem nötigen Proviante und traten die gefährliche Wanderung an. Ich habe auf fremden unbekannten Strömen zur Winterszeit mit Schneeschuhen meilenweite Strecken zurückgelegt und mußte jeden Augenblick gewärtig sein einzubrechen, habe aber dabei niemals die Empfindung wahrgenommen, welche mich beschlich, als ich jetzt den heimtückischen Schutt betrat. Es war nicht etwa Furcht oder Angst, sondern es mochte ungefähr das Gefühl eines Seiltänzers sein, der nicht genau weiß, ob das Tau, welches ihn trägt, auch gehörig befestigt worden ist. Statt des Eises eine Salzdecke, das war mir mehr als neu. Der eigentümliche Klang, die Farbe, die Kristallisation dieser Kruste, das alles erschien mir zu fremd, als dass ich mich hätte sicher fühlen können. Ich prüfte bei jedem Schritte und suchte nach sicheren Merkmalen für die Festigkeit unseres Fußbodens. Stellenweise war derselbe so hart und glatt, dass man hätte Schlittschuhe benutzen können, dann aber hatte er wieder das schmutzige lockere Gefüge von niedergetautem Schnee und vermochte nicht die geringste Last zu tragen. Erst nachdem ich mich über das so Ungewohnte einigermaßen orientiert hatte, stieg ich zu Pferde, um mich nächst dem Führer auch nicht zum ersten Male einen solchen Weg zu machen, er trabte, wo Sicherheit vorhanden war, höchst Wohlgemut darauf los und zeigte dann, wenn sein Vertrauen erschüttert war, eine ganz vorzügliche Liebhaberei für die besten Stellen des oft kaum fußbreiten Pfades. Er legte dann die Ohren vor oder hinter, beschnupperte den Boden, schnaubte zweifelnd oder überlegend und trieb die Vorsicht einige Male so weit, eine zweifelhafte Stelle erst durch einige Schläge mit dem Vorderhufe zu prüfen. Der Führer schritt voran, ich folgte ihm und hinter mir ritt Halef. Der Weg nahm unsere Aufmerksamkeit so in Anspruch, dass nur wenig gesprochen würde. So waren wir bereits über drei Stunden unterwegs, als sich Sadek zu mir wandte. Nimm dich in Acht, Sidi, jetzt kommt die schlimmste Stelle des ganzen Weges. Warum schlimm? Der Pfad geht oft durch hohes Wasser und ist dabei auf eine lange Strecke so schmal, dass man ihn mit zwei Händen bedecken kann. Bleibt der Boden stark genug? Ich weiß es nicht genau, die Stärke unterliegt oft großen Veränderungen. So werde ich absteigen, um die Last zu halbieren, Sidi, ich und Meister. Ich gehorchte ihm also und blieb sitzen. Doch noch heute denke ich mit Schaudern an die zehn Minuten, welche nun folgten. Zehn Minuten nur, aber unter solchen Verhältnissen sind sie eine Ewigkeit. Wir hatten ein Terrain erreicht, auf welchem Tal und Hügel wechselte. Die wellenförmigen Erhebungen bestanden zwar aus hartem, haltbarem Salze, die Talmulden aber aus einer zähen, breiartigen sich nur einzelne schmale Punkte befanden, auf denen Mensch und Tier nur unter höchster Aufmerksamkeit und mit der größten Gefahr zu fußen vermochten. Und dabei ging mir, trotzdem ich auf dem Pferde saß, das grüne Wasser oft bis an die Oberschenkel heran, so daß die Stellen, auf denen man fußen konnte, erst unter der Flut gesucht werden mußten. Dabei war das Allerschlimmste, daß der Führer und dann wieder auch die Tiere diese Stellen erst suchen und dann probieren mußten, ehe sie sich mit dem ganzen Gewichte darauf wagen konnten. Und doch war dieser Halt so gering, so trügerisch und verräterisch, daß man keinen Augenblick zu lange darauf verweilen dürfte, wenn man nicht versinken wollte. Es war fürchterlich. Jetzt kamen wir im Pfadboot. »Zieh die, aufgepasst, wir stehen mitten im Tode«, rief der Führer. Er wandte sich während des Forttastens mit dem Gesichte nach Morgen und betete mit lauter Stimme die heilige Fatihah. »Im Namen des allbarmherzigen Gottes, Lob und Preis Gott, dem Weltenherrn, dem Allerbarmer, der da herrscht am Tage des Gerichtes, dir wollen wir dienen und zu dir wollen wir flehen, auf das du uns führest, den Weg derer, die deiner Gnade sich freuen und nicht den Weg derer über welche. Halef war hinter mir in das Gebet eingefallen, plötzlich aber verstummten beide zu gleicher Zeit. Zwischen den zwei nächsten Wellenhügeln hervor fiel ein Schoß. Der Führer warf beide Arme empor, stieß einen unartikulierten Schrei aus, trat fehl und war im nächsten Augenblick unter der Salzdecke verschwunden, die sich sofort wieder über ihm schloss. In solchen Augenblicken erhält der menschliche Geist eine Spannkraft, welche ihm eine ganze Reihe von Schlüssen, zu denen sonst Viertelstunden oder gar Stunden gehören, mit der Schnelligkeit des Blitzes und Tages und zum Bewusstsein bringt. Noch war der Schuss nicht verheilt und der Führer nicht ganz versunken, so wusste ich bereits alles. Die beiden Mörder wollten ihre Ankläger verderben. Sie hatten ihren Führer umso leichter gewonnen, als derselbe auf den Unsrigen eifersüchtig war. Sie brauchten uns gar kein Leid zu tun. Wenn sie unseren Führer töteten, waren wir unbedingt verloren. Sie lauerten also hier bei der gefährlichsten Stelle des ganzen Weges und schossen Sadek nieder. Nun brauchten sie nur zuzusehen, wie wir versanken. Dass Sadek von der Kugel in den Kopf getroffen war, merkte ich, trotz der Schnelligkeit, mit der alles geschah. Hatte die durchfahrende Kugel auch mein Pferd gestreift, oder war es der Schreck über den Schuss? Der kleine Berberhengst zuckte heftig zusammen, verlor hinten den Halt und brach ein. Sieh die, brüllte hinter mir Halef in unbeschreiblicher Angst. Ich war verloren, wenn mich nicht eins rettete. Noch während das Pferd im Versinken war und sich mit den Vorderhufen vergeblich anzuklammern suchte, stützte ich die beiden Hände auf den Sattelknopf, warf die Beine hinten in die Luft empor und schlug eine Wolte über den Kopf des armen Pferdes hinweg, welches durch den hierbei ausgeübten Druck augenblicklich unter den Salzboden gedrückt wurde. In dem Augenblick, währenddessen ich durch die Luft flog, hat Gott das inbrünstigste Gebet meines ganzen Lebens gehört. Nicht lange Worte und viele Minuten gehören zum Gebete. Wenn man zwischen Leben und Tod hindurch fliegt, gibt es keine Worte und keine Zeit zu messen. Ich bekam festen Boden, erwich aber augenblicklich unter mir, halbschon im Versinken fußte ich wieder und raffte mich empor. Ich sank und erhob mich, ich strauchelte, ich trat fehl, ich fand dennoch Grund, ich wurde hinabgerissen und kam dennoch vorwärts und ging dennoch nicht unter. Ich hörte nichts mehr, ich fühlte nichts mehr, als nur die drei Männer dort an der Salzwelle, von denen zwei mit angeschlagenem Gewehre mich erwarteten. Da, da endlich hatte ich festen Boden unter den Füßen, festen breiten Boden, zwar auch nur Salz, aber es trug mich sicher. Zwei Schüsse krachten. Gott wollte, dass ich noch leben sollte. Ich war gestolpert und niedergestürzt. Die Kugeln pfiffen an mir vorüber. Ich trug mein Gewehr noch auf dem Rücken. Es war ein Wunder, dass ich es nicht verloren hatte, aber ich dachte jetzt gar nicht an die Büchse, sondern warf mich gleich mit geballten Fäusten auf die Schurken. Sie erwarteten mich nicht einmal. Der Führer floh, der ältere der beiden wußte, dass er ohne Führer verloren sei und folgte ihm augenblicklich. Ich faßte nur den Jüngeren. Er riß sich los und sprang davon. Ich blieb hart hinter ihm. Ihm blendete die Angst und mir der Zorn die Augen. Wir achteten nicht darauf, wohin unser Lauf führte. Er stieß einen entsetzlichen heiseren Schrei aus, und ich warf mich sofort zurück. Er verschwand unter dem salzigen Giste, und ich stand kaum 30 Zoll vor seinem heimtückischen Grabe. Da ertönte hinter mir ein angstvoller Ruf. Sidi, Hilfe, Hilfe! Ich wandte mich um. Gerade an der Stelle, wo ich festen Fuß gefasst hatte, kämpfte Halef um sein Leben. Er war zwar eingebrochen, hielt sich aber an der dort zum Glücke sehr starken Salzkruste noch fest. Ich sprang hinzu, riß die Büchse herab und hielt himen. Ich hab ihn, Sidi. O Allah, Allah, Allah. Wirf die Beine empor, ich kann nicht ganz hin zu dir, halte aber fest. Er wandte seine letzte Kraft an, um seinen Körper in die Höhe zu schnellen. Ich zog zu gleicher Zeit scharf an und es gelang. Er lag auf der sicheren Decke des Sumpfes. Kaum hatte er Atem geschöpft, so erhob er sich auf die Knie und betete die 64. Sure. Alles, was im Himmel und auf Erden ist, preiset Gott, sein ist das Reich und ihm gebührt das Lob, denn er ist aller Dinge mächtig. Er, der Muselmann, betete, ich aber, der Christ, ich konnte nicht beten, ich konnte keine Worte finden, wie ich aufrichtig gestehe. Hinter mir lag die fürchterliche Salzfläche, so ruhig, so doch hatte sie unsere beiden Tiere und doch hatte sie unseren Führer verschlungen und vor uns sah ich den Mörder entkommen, der dies alles verschuldet hatte. Jede Faser zuckte in mir und es dauerte eine geraume Weile, bis ich ruhig wurde. Sidi, bist du verwundet? Nein, aber Mensch, auf welche Weise hast du dich gerettet? Ich sprang vom Pferde, gerade wie du, Effendi, und weiter weiß ich nichts, ich konnte erst dann wieder denken, als ich dort am Rande hing, aber wir sind nun dennoch verloren. Warum? Wir haben keinen Führer. O Sadek, Freund meiner Seele, dein Geist wird mir verzeihen, dass ich schuld an deinem Tode bin, aber ich werde dich rächen, das schwöre ich dir, bei dem Barthe des Propheten rächen werde ich Wir werden einen Führer haben. Wen? Omar, den Sohn Sadeks. Wie soll er uns hier finden? Hast du nicht gehört, dass er nach Seftimi gegangen ist und heute wieder zurückkehren wird? Er wird uns dennoch nicht finden, er wird uns finden. Sagte nicht Sadek, dass der Weg nach Seftimi und nach Fednassa auf zwei Drittteile ganz derselbe sei? Effendi, du gibst mir neue Hoffnung und neues Leben, ja, wir werden warten, bis Omar hier vorüber kommt. Für ihn ist es ein Glück, wenn er uns findet, er würde hier hinter uns unter gehen, da der frühere Pfad versunken ist, ohne dass er es weiß. Wir lagerten uns nebeneinander am Boden nieder. Die Sonne brannte so heiß, daß unsere Kleider in wenigen Minuten getrocknet und mit einer salzigen Kruste überzogen wurden, soweit sie nass gewesen waren. Vor Gericht Obgleich ich die Überzeugung hegte, daß der Sohn des ermordeten Führers kommen werde, konnte er doch statt über den See um denselben herum gegangen sein. Wir warteten also mit großer, ja, mit ängstlicher Spannung. Der Nachmittag verging, es waren nur noch zwei Stunden bis zum Abend. Da ließ sich eine Gestalt erkennen, welche von Osten her langsam der Stelle nahte, an welcher wir uns befanden. Sie kam näher und näher und erblickte nun auch uns. Er ist es, meinte Halef und legte die Hände wie ein Sprachrohr an den Mund. Omar Ben Sadek eile herbei! Der Gerufene verdoppelte seine Schritte und stand bald vor uns. Er erkannte den Freund seines Vaters. Sei willkommen, Halef Omar, grüßte er. Hadji Halef Omar, verbesserte Halef. Verzeih mir, die Freude, dich zu sehen, ist schuld an diesem Fehler. Du kamst nach Chris zum Vater? Ja, antwortete Halef. Wo ist er? Wenn du auf dem Schott bist, muss er in der Nähe sein. Er ist in der Nähe, antwortete Halef feierlich. Wo? Omar, Ibn Sadek, dem Gläubigen geziemt, es stark zu sein, wenn ihn das Kismet trifft. Rede, Halef, rede! Es ist ein Unglück geschehen. Ja. Welches? Allah hat deinen Vater zu seinen Vätern versammelt. Der Jüngling stand vor uns, keines Wortes mächtig. Sein Auge starrte den Sprecher entsetzt an, und sein Angesicht war furchtbar bleich geworden. Endlich gewann er die Sprache wieder, aber er benützte sie auf ganz andere Weise, als ich vermutet hatte. Wer ist dieser Sidi? frug er. Es ist Cara Ben Nemsi, den ich zu deinem Vater brachte. Wir verfolgten zwei Mörder, welche über den Vater sollte euch führen? Ja, er führte uns. Die Mörder bestachen Arfan Rakedim und stellten uns hier einen Hinterhalt. Sie schossen deinen Vater nieder. Er und die Pferde versanken in dem Sumpfe. Uns aber hat Allah gerettet. Wo sind die Mörder? Der eine starb im Salze, der andere aber ist mit dem Habir nach Fet Nasser. So ist der Pfad hier verdorben. Ja, du kannst ihn nicht betreten. Wo versank mein Vater? Dort, dreißig Schritte von hier. Omar ging so weit vorwärts, als die Decke trug, starrte eine Weile vor sich nieder und wandte sich dann nach Osten. Allah, du Gott der Allmacht und Gerechtigkeit, höre mich. Mohammed, du Prophet des Allerhöchsten, höre mich. Ihr Kalifen und Martyrer des Glaubens, hört mich. Ich, Omar Ben Sadek, werde nicht eher lachen, nicht eher meinen Bart beschneiden, nicht eher die Moschee besuchen, als bis die Gehenna aufgenommen hat den Mörder meines Vaters. Ich schwöre es. Ich war tief erschüttert von diesem Schwure, durfte aber nichts dagegen sagen. Nun setzte er sich zu uns und bat mit beinahe unnatürlicher Ruhe, erzählt, Halef folgte seinem Wunsche, als er fertig war, erhob sich der Jüngling. Kommt. Nur das eine Wort sprach er, dann schritt er voran, wieder in die Richtung zurück, aus der er gekommen war. Wir hatten bereits vorher die schwierigsten Stellen des Weges überwunden, es war keine große Gefahr mehr zu befürchten, trotzdem wir den ganzen Abend und die ganze Nacht hindurch marschierten. Am Morgen betraten wir das Ufer der Halbinsel Nifzawa und sahen Fet Nasser vor uns liegen. Was nun? frug Halef. Folgt mir nur. Dies war das erste Wort, welches ich seit gestern von ihm hörte. Er schritt auf die dem Strande zunächst gelegene Hütte zu. Ein alter Mann saß vor derselben. Salaam Alaikum Alaikum Du bist Abdullah El Hamis der Salz Verwieger? Ja. Hast du gesehen den Kabir Arfan Rakedim aus Chris? Er betrat bei Tagesanbruch mit einem fremden Manne das Land. Was taten sie? Der Kabir ruhte bei mir aus und ging dann nach Birrekeb um von da nach Chris zurück zu kehren. Der Fremde aber kaufte sich bei meinem Sohne ein Pferd und rug nach dem Wege nach Kibili. Ich danke dir, Abu El Mala. Er ging schweigend weiter und führte uns in eine Hütte, wo wir einige Datteln aßen und eine Schale Lakmi tranken. Dann ging es nach Beshni, Negua und Mansura, wo wir auf unsere Erkundigungen überall in Erfahrung brachten, sein. Von Mansura ist es gar nicht weit bis zu der großen Oase Kibili. Dort gab es damals noch einen türkischen Wekil, welcher unter der Aufsicht des Regenten von Tunis den Nivsauer verwaltete. Hierzu waren ihm zehn Soldaten zur Verfügung gestellt worden. Wir begaben uns zunächst in ein Kaffeehaus, wo Omar nicht lange Ruhe hatte. Er verließ uns, um Erkundigungen einzuziehen und kehrte erst nach einer Stunde zurück. Ich habe ihn gesehen. Wo? Beim Wekil. Beim Stadthalter? Ja, er ist sein Gast und trägt sehr prächtige Kleidung. Wenn ihr mit ihm reden wollt, so müsst ihr kommen, denn es ist jetzt die Zeit der Audienz. Mein Interesse war im höchsten Grade erregt. Ein steckbrieflich verfolgter Mörder war der Gast eines großherrlichen Stadthalters? Omar führte uns über einen freien Platz hinweg nach einem steinernen niedrigen Hause, dessen Umfassungsmauern keine Spur von Fenstern zeigten. Vor der Tür desselben standen neun Nefers, welche vor einem Onwaschi exerzierten, während der Saka zuschauend an der Tür lehnte. Wir wurden ohne Widerstand eingelassen und von einem Neger um unser Begehr befragt. Er führte uns in das Selamlük, einen kahlwendigen Raum, dessen einzige Ausstattung in einem alten Teppiche bestand, der in einer Ecke des Zimmers ausgebreitet war. Auf demselben saß ein Mann mit verschwommenen Angesichtszügen, welcher aus einer uralten persischen Huka Tabak rauchte. Was wollt ihr? frug er. Der Ton, in dem diese Frage ausgesprochen wurde, behagte mir nicht. Ich antwortete daher mit einer Gegenfrage. Wer bist du? Er sah mich in starrem Erstaunen an. Der Weg hiel. Wir wollen mit dem Gaste reden, welcher heut oder gestern bei dir angekommen ist. Wer bist du? Hier ist mein Pass. Ich gab ihm das Dokument in die Hand. Er warf einen Blick darauf, faltete es zusammen und steckte es in die Tasche seiner weiten Pumphosen. Wer ist dieser Mann? frug er dann weiter. Mein Diener. Wie heißt er? Er nennt sich Haji Halif Omar. Wer ist der andere? Er ist der Führer Omar Ben Sadek. Und wer bist du selbst? Du hast es ja gelesen. Ich habe es nicht gelesen. Es steht in meinem Passe. Er ist mit den Zeichen der Ungläubigen geschrieben. Von wem hast du ihn? Von dem französischen Gouvernement in Algier. Das französische Gouvernement in Algier gilt hier nichts. Dein Pass hat den Wert eines leeren Papiers, also wer bist du? Ich beschloss, den Namen zu behalten, welchen mir Halef gegeben hatte. Ich heiße Karaben Nemsi. Du bist ein Sohn der Nemsi? Ich kenne sie nicht. Wo wohnen sie? Vom Westen der Türkei bis an die Länder der Fransetzler und Engleteri. Ist die Oase groß, in der sie leben, oder haben sie mehrere kleine Oasen? Sie bewohnen eine einzige Oase, die aber so groß ist, dass 50 Millionen Menschen auf ihr wohnen. Allah Akbar, Gott ist groß. Es gibt Oasen, in denen es von Geschöpfen wimmelt. Hat diese Oase auch Bäche? Sie hat 500 Flüsse und Millionen Bäche. Viele von diesen Flüssen sind so groß, dass Schiffe auf ihnen fahren, die mehr Menschen fassen, als Basma oder Ramat Einwohner hat. Allah Kerim, Gott ist gnädig. Welch ein Unglück, wenn alle diese Schiffe in einer Stunde von den Flüssen verschlungen würden. An welchen Gott glauben die Nemsi? Sie glauben an deinen Gott, aber sie nennen ihn nicht Allah, sondern Vater. So sind sie wohl nicht Sunniten, sondern Schiiten? Sie sind Christen. Allah, ihr Gilik, Gott verbrenne dich, so bist du also auch ein Christ? Ja? Ein Giaur? Und du willst es wagen, mit dem Weg hilf von Kabili zu reden? Ich werde dir die Bastonade geben lassen, wenn du nicht so gleich dafür sorgst, dass du mir aus Habe ich etwas getan, was gegen die Gesetze ist, oder was dich beleidigt? Ja, ein Giaur darf sich niemals unterstehen, mir unter die Augen zu treten, also wie heißt hier dieser dein Führer? Omar Ben Sadek. Gut, Omar Ben Sadek, wie lange dienst du diesem Nemsi? Seit gestern. Das ist nicht lange. Ich will also gnädig sein und dir nur zwanzig Hiebe zu mir gewendet fuhr er fort. Und wie heißt dieser dein Diener hier? Allah Akbar, Gott ist groß, aber er hat leider dein Gedächtnis so klein gemacht, dass du dir nicht einmal zwei Namen merken kannst. Mein Diener heißt, wie ich dir bereits gesagt habe, Haji Halef Omar. Du willst mich beschimpfen, Giau, ich werde nachher dein Urteil fällen. Also, Halef Omar, du bist ein Hadjir und dienst einem Ungläubigen? Das verdient doppelte Streiche. Wie lange Zeit bist du bereits bei ihm? Fünf Wochen? So wirst du sechzig Hiebe auf die Fußsohlen erhalten und darauf fünf Tage hungern und dürsten müssen. Und du nun wieder wie war dein Name? Cara Ben Nemsi. Gut, Cara Ben Nemsi. Du hast drei große Verbrechen begangen. Welche Sidi? Ich bin kein Sidi. Du hast mich Jenabin Is oder Hasretin Is, also euer Gnaden oder euer Hoheit zu nennen. Deine Verbrechen sind folgende. Du hast erstens zwei Rechtgläubige verführt, dir zu dienen, macht fünfzehn Stockschläge. Du hast zweitens es gewagt mich in meinem Kev zu stören, macht wieder fünfzehn Stockschläge. Du hast drittens an meinem Gedächtnisse gezweifelt, macht zwanzig Stockschläge, zusammen also fünfzig Hiebe auf die Fußsohle. Und da es mein Recht ist, für jeden Richterspruch das Vergi, die Abgabe zu verlangen, so wird alles, was du besitzest und bei dir trägst, von jetzt an mir gehören. Ich konfizziere es. O Großer Jenabin Is, ich bewundere dich. Deine Gerechtigkeit ist erhaben, deine Weisheit ganz erhaben, deine Gnade noch erhabener und deine Klugheit und Schlauheit am allererhabensten, aber ich bitte dich, edler Bai von Kibili, laß uns deinen Gast sehen, ehe wir die Streiche erhalten. Was willst du von ihm? Ich vermute, daß er ein Bekannter von mir ist und möchte mich an seinem Anblick weiden. Er ist kein Bekannter von dir, denn er ist ein großer Krieger, ein edler Sohn des Sultans und ein strenger Anhänger des Koran. Er ist also nie der Bekannte eines Ungläubigen gewesen. Aber damit er sehe, wie der Wekhil von Kibili Verbrechen bestraft, werde ich ihn kommen lassen. Nicht du sollst dich an seinem Anblick weiden, sondern er soll sich an den Hieben ergötzen, welche ihr erhaltet. Er wußte, daß ihr und er hat euch sofort bei mir angezeigt. Wäre ihr nicht von selbst gekommen, so hätte ich euch holen lassen. Er hat uns angezeigt, weshalb? Das werdet ihr noch hören. Ihr sollt dann eine zweite Strafe erhalten, die noch größer ist, als die jenige, welche ich euch vorhin diktiert habe. Das war nun allerdings ein eigentümlicher, wunderlicher Verlauf, den unsere Audienz bei diesem Beamten nahm. Ein Vekil mit zehn Stück Soldaten in einer so vorgeschobenen, vergessenen Oase. Er war jedenfalls einmal nichts anderes gewesen, als höchstens Czausch oder Mülazim, und man weiß ja, was man von einem türkischen Leutnant zu halten hat. Diese Subalternen sind oder waren nichts anderes, als die Stiefelputzer und Pfeifenstopfer der höheren Schergen. Man hatte den guten Mann nach Gebili gesetzt, um ihm Gelegenheit zu geben, für sich selbst zu sorgen, und dann jedenfalls nie wieder an ihn gedacht, denn der Bei von Tunis hatte bereits alle türkischen Soldaten aus dem Lande gejagt, und die Beduinen Stämme standen nur in der Weise unter dem Schutze des Großherrn, daß er ihren Häuptlingen jährlich die ausbedungenen Ehren Burnus schickte, während sie sich ihm dadurch dankbar erwiesen, daß sie gar nicht mehr an ihn dachten. war also in Beziehung auf seinen Unterhalt auf Erpressung angewiesen, und da dies den Eingeborenen gegenüber immer eine gefährliche Sache war, so mußte ihm ein Fremder wie ich ganz gelegen kommen. Er wußte nichts von Deutschland, er kannte nicht die Bedeutung der Konsulate, er wohnte unter räuberischen Nomaden, glaubte mich schutzlos und nahm also an, ungestraft tun zu können, was ihm beliebte. Allerdings hatte es seine Richtigkeit, daß ich nur auf mich selbst angewiesen war, aber es fiel mir doch nicht ein, mich vor seiner Hoheit zu fürchten, vielmehr machte es mir Spaß, daß er uns in so genialer Unverfrorenheit mit der Bastonade beglücken wollte. Zugleich war ich neugierig, ob sein Gastfreund wirklich der von uns Gesuchte sei. Omar konnte sich ja geirrt haben, was mir allerdings nicht wahrscheinlich erschien, wenn ich in Betracht zog, dass dieser Gastfreund uns angezeigt hatte. Welches Verbrechens er uns bezüchtigt hatte, ahnte ich. Jedenfalls war er ein früherer Bekannter des Wekil und und benutzte dies, uns auf irgendeine Weise unschädlich zu machen. Der Stadthalter klatschte in die Hände und sogleich erschien ein schwarzer Diener, der sich vor ihm wie vor dem Sultan auf die Erde warf. Dieser flüsterte ihm einige Worte zu, worauf er sich entfernte. Nach einiger Zeit öffnete sich die Tür und die zehn Soldaten mit ihrem Onbashi traten ein. Sie boten einen kläglichen Anblick in ihren aus allen möglichen Fetzen zusammengesetzten Kleidern, die nicht im Mindersten einer militärischen Uniform glichen. Die meisten von ihnen waren barfuß und alle trugen Gewehre, mit denen man alles eher tun konnte als schießen. Sie warfen sich kunterbunt durcheinander vor dem Wekil nieder, der sie zunächst mit einem möglichst martialischen Blick musterte und dann seinen Befehl aussprach. Kalkin steht auf. Sie erhoben sich und der Onbashi riß seinen mächtigen Saras aus der Scheide. Kielin Siraji bildet die Reihe, brüllte er mit einer Stentor Stimme. Sie stellten sich nebeneinander und hielten die Flinten nach Belieben in den braunen Händen. Hast Dur das Gewehr über, kommandierte er nun. Die Flinten flogen empor, stießen gegeneinander, gegen die Mauer oder gegen die Köpfe der stattlichen Helden, kamen aber doch nach einiger Zeit glücklich auf die Achseln ihrer Besitzer zu liegen. »Issalam, Dur, präsentiert das Gewehr!« Wieder bildeten die Flinten einen wirren Knäuel, bei dessen Unentwirrbarkeit es kein Wunder war, daß die eine ihren Lauf verlor. Der Soldat bückte sich gemächlich nieder, hob ihn in die Höhe, betrachtete ihn von allen Seiten, hielt ihn dann gegen das Licht, um hindurch zu gucken und sich zu überzeugen, daß das Loch, aus dem Geschossenwirt noch vorhanden sei, zog dann eine Palmenfaserschnur aus der Tasche und band den desertierten Lauf behutsam auf dem Orte fest, wo er hingehörte, nämlich an den Schaft. Dann endlich brachte er die restaurierte Waffe mit höchst befriedigter Miene in die jenige Lage, welche mit dem letzten Kommandoworte vorgeschrieben war. »Sessis, Sessle, Menis, steht still und schwatzt nicht.« Bei diesem Rufe drückten sie die Lippen mit sichtlicher Kraft und Energie zusammen und ließen durch ein sehr ernsthaftes Augenzwinkern erkennen, daß es ihr unumstößlicher Wille sei, keinen Laut von sich zu geben. Sie merkten, daß sie geholt worden seien, drei Verbrecher zu bewachen und da galt es also, uns zu imponieren. Ich mußte mir wirklich Mühe geben, bei diesem sonderbaren Exerzitium ernsthaft zu bleiben und wie ich deutlich bemerkte, hatte meine heitere Laune zugleich den Erfolg, den Mut meiner beiden Begleiter zu befestigen. Und wieder öffnete sich die Türe, der Erwartete trat ein. Er war es. Ohne uns eines Blickes zu würdigen, ging er zum Teppich, ließ sich an der Seite des Wekil nieder und nahm die Pfeife aus der Hand des Schwarzen, der mit ihm eingetreten war und sie ihm anbrannte. Dann erst erhob er das Auge und musterte uns mit einer Verachtung, die gar nicht größer gedacht werden konnte. Jetzt nahm der Stadthalter das Wort. Dieser Mann ist es, den ihr sehen wolltet? Ist er ein Bekannter von dir? Ja. Du hast recht gesprochen, er ist ein Bekannter von dir. Das heißt, du kennst ihn, aber dein Freund ist er nicht. Ich würde mich auch für seine Freundschaft sehr bedanken. Wie nennt er sich? Er heißt Abu el Nasser. Das ist nicht wahr. Sein Name ist Hamd il Amassad. Giaur, wage es nicht, mich der Lüge zu ziehen, sonst erhältst du zwanzig Hebe mehr. Allerdings heißt mein Freund Hamd il Amassad, aber wisse, du Hund von einem Ungläubigen. Als ich noch als Miralay in Stambul stand, würde ich einst des Nachts von griechischen Banditen angefallen. Da kam Hamd il Amassad dazu, sprach mit ihnen und rettete mir das Leben. Seit jener Nacht heißt er Abu el Nasser, der Vater des Sieges, den niemand kann ihm widerstehen, nicht einmal ein griechischer Bandit. Ich konnte mich nicht enthalten, lachend den Kopf zu schütteln. Du willst in Stambul Miralay, also Oberst gewesen sein? Bei welcher Truppe? Bei der Garde, Sohn eines Schakals. Ich trat einen Schritt näher zu ihm heran und erhob die Rechte. Wage es noch einmal, mich zu schimpfen, so gebe ich dir eine Schiele, das heißt eine solche Ohrfeige, dass du morgen deine Nase für ein Minarett ansehen sollst. Du wärst mir der Kerl ein Oberst gewesen zu sein, so etwas darfst du wohl hier deinen Oasenhelden weismachen, nicht aber mir, verstanden? Er erhob sich mit ungewöhnlicher Schnelligkeit. Das war ihm noch nie vorgekommen, das ging ihm über alle seine Begriffe. Er starrte mich an, als ob ich ein Gespenst sei, und stotterte dann, ich weiß nicht, ob vor Wut Mensch, ich hätte sogar Navi Pasha werden können, also General Major, wenn mir die Stelle hier in Kabil nicht lieber gewesen wäre. Ja, du bist ein wahrer Ausbund von Mut und Tapferkeit. Du hast mit Banditen gekämpft, welche dein Freund mit bloßen Worten besiegte. Hörst du es? Er ist also jedenfalls ein sehr guter Bekannter von ihnen gewesen oder gar ein Mitglied ihrer Er hat auf dem Schot Gerit meinen Führer, den Vater dieses Jünglings erschossen, weil er mich verderben wollte. Er ist von mir verfolgt worden bis nach Kabil und ich finde diesen Menschen wieder als den Freund eines Mannes, der ein Oberst im Dienste des Großherrn gewesen zu sein behauptet. Ich klage ihn des Mordes bei dir an und verlange, dass du ihn gefangen nimmst. Jetzt erhob sich auch Abu el Nasser. Er rief, dieser Mensch ist ein Gjaur, er hat Wein getrunken und weiß nicht, was er redet, meinte er mit sehr geringschätzender Miene. Er mag seinen Rausch verschlafen und sich dann verantworten. Das war mir denn doch zu viel. Im Nu hatte ich ihn gepackt, hob ihn empor und warf ihn zu Boden. Er sprang auf und zog sein Messer. Hund, du hast dich an einem Gläubigen vergriffen, du musst jetzt sterben. Mit diesen Worten warf er sich mit aller Gewalt auf mich. Ich aber gab ihm einen so wohlgezielten Faustschlag, dass er niederstürzte und regungslos liegen blieb. Faßt ihn, gebot der Weghiel seinen Soldaten. Ich erwartete, dass sie mich sofort packen würden, sah aber zu meiner Verwunderung, dass es ganz anders kam. Der Unteroffizier nämlich trat vor die Fronte der Seinigen und kommandierte. Komm in, Silahlari, leg die Gewehre weg! Alle bückten sich zugleich, legten ihre Flinten auf den Boden und kehrten dann in ihre vorige Haltung zurück. Döndermex Sie machten halbe Wendung rechts und standen nun in einer Reihe hintereinander. Wie auf dem Exerzierplatze erhoben sie den linken Fuß. Der Flügelmann markierte Soll Saka Soll Saka Links Rechts Links Rechts Sie marschierten um mich herum und blieben als der Kreis gebildet war auf das Kommando des Unteroffiziers stehen. Onu Tutmin ergreift ihn! 20 Hände mit gerade 100 braunen schmutzigen Fingern streckten sich von hinten und von vorn von rechts und links nach mir aus und fassten mich am Burnus. Die Sache war zu komisch als dass ich eine Bewegung zu meiner Befreiung hätte machen mögen. Meldete der Oberst Kommandierende der tapferen Truppe »Brakinyok Onu Tekrarasad lasst ihn nicht wieder frei« gebot der Stadthalter mit strenger Miene. Die Hundertfinger krallten sich noch fester und tiefer in meinen Burnus als vorher und gerade die steife orientalische Würde mit der das alles geschah und die etwas urkomisch Marionettenhaftes hatte war schuld dass ich beinahe laut aufgelacht hätte. Während dieses Vorganges hatte sich Abu El-Nasar wieder erhoben seine Augen funkelten vor Wut und Rachgier als er zum Vekil sagte »Du wirst ihn erschießen lassen« »Ja, er soll erschossen werden. Vorher aber werde ich ihn verhören denn ich bin ein gerechter Richter und mag niemand ungehört verurteilen. Bringe deine Anklage vor.« »Dieser Giaur« begann der Mörder »ging mit einem Führer und seinem Diener über den Schutt. Er traf auf uns und stürzte meinem Gefährten in die Fluten dass dieser Elend ertrinken mußte. Warum tat er dies? Aus Rache. Wofür wollte er sich rächen? Er hat im Wadi Tarfawi einen Mann getötet. Wir kamen dazu und wollten ihn festnehmen. Er aber entwischte uns. »Kannst du deine Worte beschwören?« »Beim Barte des Propheten. Das ist genug. Hast du diese Worte vernommen?« frug er mich dann. »Ja. Was sagst du dazu?« »Dass er ein Schurke ist. Er war der Mörder und hat in seiner Anklage die Personen geradezu verdreht. Er hat geschworen und du bist ein Giaur. Ich glaube nicht dir, sondern ihm. Frage meinen Diener. Er ist mein Zeuge. Er dient einem Ungläubigen. Seine Worte gelten nichts. Ich werde den großen Rat der Oase einberufen lassen, der meine Worte und schenkst dennoch einem Giaur dein Vertrauen. Dieser Mensch ist ein Armenier und also kein Moslem, sondern ein Christ. Er hat beim Propheten geschworen. Das ist eine Niederträchtigkeit und eine Sünde, für die ihn Gott bestrafen wird. Wenn du mich nicht hören willst, so werde ich ihn beim Rat der Oase verklagen. Ein Giaur kann keinen Gläubigen verklagen und der Rat der Oase könnte ihm nicht das geringste tun, denn mein Freund besitzt ein Bu Geruldu und ist also ein Gyalgeda Padishanin, einer, der im Schatten des Großherrn steht. Und ich bin ein Gyalgeda Zenin Quirallin, einer, der im Schatten seines Königs wandelt. Auch ich habe ein Bu Geruldu. Du hast es in deiner Tasche. Es ist in der Sprache der Giaurs Zunächst aber erhaltet ihr die Bastonade. Du fünfzig, dein Diener sechzig und dein Führer zwanzig hiebe auf die Fußsohle. Führt sie hinab in den Hof, ich werde nachkommen. Ali Comyn Eleri, nehmt die Hände zurück, gebot sofort der Unteroffizier. Die hundert Finger ließen augenblicklich von mir sie wieder an sich. Birmin Hepp, Utsch, umschließt alle drei. Im Nu hatten sie mich, Halef und Omar umringt. Wir wurden hinaus in den Hof geführt, in dessen Mitte sich ein bankartiger Block befand. Seine Beschaffenheit deutete darauf hin, dass er zur Aufnahme derjenigen bestimmt sei, welche die Bastonade erhalten sollten. Weil ich selbst mich ruhig gefügt hatte, waren auch meine beiden Gefährten ohne allen Widerstand gefolgt, aber ich sah es in ihren Augen, dass sie nur auf mein Beispiel warteten, um der Posse ein Ende zu machen. Als wir eine Weile vor dem Block gehalten hatten, erschien der Wekil mit Abu el-Nasser. Der Schwarze trug den Teppich vor ihnen her, breitete ihn auf dem Boden aus und reichte, als sie sich gesetzt hatten, ihnen Feuer für ihre ausgegangenen Pfeifen. Jetzt deutete der Wekil auf mich. Bermin Onaeli, gebt ihm fünfzig. Jetzt war es Zeit. Hast du mein Bujeruldu noch in der Tasche? frug ich ihn. Ja. Gib es mir. Du wirst es niemals zurück erhalten. Warum? Dass sich kein Gläubiger daran verunreinigen kann. Du willst mich wirklich schlagen lassen? Ja. So werde ich dir zeigen, wie es ein Nemsi macht, wenn er gezwungen ist, sich Selbst Gerechtigkeit zu verschaffen. Der kleine Hof war an drei Seiten von einer hohen Mauer und an der vierten von dem Gebäude umschlossen. Es gab keinen anderen Ausgang als denjenigen, durch welchen wir eingetreten waren. Zuschauer gab es nicht, wir waren also drei gegen 13. Die Waffen hatte man uns gelassen, so erforderte es der ritterliche Gebrauch der Wüste. Der Weg hiel war völlig unschädlich, ebenso auch seine Soldaten, und nur Abu el-Nassar konnte gefährlich werden. Ich mußte ihn vor allen Dingen kampfunfähig machen. Hast du eine Schnur? frug ich Omar leise. Ja, meine Burnuss Schnur. Mache sie los. Und gegen Halef fügte ich hinzu. Du springst zum Ausgang und läßst keinen Menschen durch. Verschaffe sie dir, hatte indessen der Weg hiel geantwortet. So gleich. Mit diesen Worten sprang ich ganz plötzlich zwischen den Soldaten hindurch und auf Abu el-Nassar zu, riß ihm die Arme auf den Rücken und drückte ihm das Knie so fest auf den Nacken, dass er sich in seiner sitzenden Stellung nicht zu rühren vermochte. Binde ihn, gebot ich Omar, dieser Befehl war eigentlich überflüssig, denn Omar hatte mich sofort begriffen und war bereits dabei, seine Schnur um die Arme des Armeniers zu schlingen. Ehe nur eine Bewegung gegen uns geschehen konnte, war er gefesselt. Mein plötzlicher Angriff hatte den Wekil und seine Leibwache so perplex gemacht, dass sie mich ganz konsterniert anstaunten. Ich zog jetzt mit der Rechten mein Messer und faßte ihn mit der Linken am Genick. Er streckte vor Entsetzen die Arme und Beine von sich, als ob er bereits vollständig tot sei. Desto mehr Leben aber kam in die Soldaten. »Hajin, Aramin, Imdadi, reißt aus, bringt Hilfe!« brüllte der Onbashi, der zuerst die Sprache wiedergefunden hatte. Sein Säbel wäre ihm hinderlich geworden, er warf ihn weg und rannte dem Ausgange zu. Die anderen folgten ihm. Dort aber stand bereits der wackere Halef mit schußfertigem Gewehre. »Geri, Dorar, sie ist Bunda! Zurück, ihr bleibt hier!« rief er ihnen entgegen. Sie stutzten, wandten sich um und sprangen nach allen vier Richtungen auseinander, um Schutz in den Mauerecken zu suchen. Auch Omar hatte sein Messer gezogen und stand mit finsterem Blick bereit, es Abu el-Nasar in das Herz zu stoßen. »Bist du tot?« frug ich den Wekil. »Nein, aber du wirst mich töten?« »Das kommt auf dich an, du Inbegriff aller Gerechtigkeit und Tapferkeit, aber ich sage dir, daß dein Leben an einem dünnen Haare hängt.« »Was verlangst du von mir, Mercedes?« Noch ehe ich antwortete, erscholl der angstvolle Ruf einer Weiberstimme. Ich blickte auf und bemerkte eine dicke, kleine, weibliche Gestalt, welche vom Eingange her mit möglichster Anstrengung auf uns zugekugelt kam. »Tut! Halt!« rief sie mir kreischend zu. »Eldirme onu! Dir Benim Kotscha! Töte ihn nicht, er ist mein Mann!« Also diese dicke, runde Madame, welche unter ihrer dichten Kleiderhülle mit wahrhaft schwimmähnlichen Bewegungen auf mich zusteuerte, war die gnädige Frau Stadthalterin. Jedenfalls hatte sie von dem mit einem Holzgitter versehenen Frauengemache aus der interessanten Exekution zusehen wollen und zu ihrem Entsetzen bemerken müssen, dass dieselbe jetzt an ihrem Ehegatten vollzogen werden solle. Ich frug ihr ruhig entgegen. »Wer bist du?« »Imkari Vekilün, ich bin das Weib des Vekil«, antwortete sie. »Evet, dir, benim, avret, gül, kibilnün, ja, sie ist mein Weib, die Rose von Kibili«, bestätigte ächzend der Stadthalter. »Wie heißt sie?« »Demar im Mercina«, »ich heiße Mersina«, berichtete sie. »Ne, demar Mercina«, ja, sie heißt Mersina«, ertönte das Echo aus dem Munde des Vekil. Also sie war die Rose von Kibili und hieß Mersina, das ist Myrte. Einem so zarten Wesen gegenüber mußte ich nachgiebig sein. »Wenn du mir die Morgenröte deines Antlitzes zeigst, O Blume der Oase, von ihm nehmen«, sagte ich. Sofort flog der Jaschmak der Schleier von ihrem Angesichte. Sie hatte lange Zeit unter den Arabern gelebt, deren Frauen unverhüllt gehen, und war also weniger zurückhaltend geworden, als unter anderen Verhältnissen die Türkinnen sein müssen. Übrigens handelte es sich hier, wie sie dachte, um das kostbare Leben ihres Eheherren. Ich blickte in ein farbloses, mattes, verschwommenes Frauengesicht, welches so fett war, dass man die Augen kaum und das Stumpfnäschen beinahe gar nicht unterscheiden konnte. Madame Viquil war vielleicht vierzig Jahre alt, hatte aber die Folgen dieses Alters durch hochgemalte schwarze Augenbrauen und rot angestrichene Lippen zu paralysieren gesucht. Zwei schwarze mittels einer Kohle je auf der Mitte der Wange hervorgebrachte Punkte gaben ihr ein pittoreskes Aussehen, und als sie jetzt die Vorderarme aus der Hülle streckte, bemerkte ich, dass sie nicht bloß die Nägel, sondern auch die ganzen Hände mit Henna rot gefärbt hatte. Ich danke dir, du Sonne vom Gerit, schmeichelte ich, wenn du mir versprichst, dass der Viquil ruhig sitzen bleibt, soll ihm jetzt kein Leid geschehen. Kalachak dir, er wird sitzen bleiben, ich verspreche es dir. So mag er es deiner Lieblichkeit danken, daß ich ihn nicht zerdrücke wie eine Inchervie, eine Feige, die in der Presse liegt, um getrocknet zu werden. Senin sedah, benzemar, sedajah, didikün, deine Stimme gleicht der Stimme der Flöte. Senin göß perdalamar, nasil göß güneschün, dein Auge glänzt wie das Auge der Sonne. Ile, senin, scheckel, scheckla, scheherazade nun, benzemar, und deine Gestalt ist wie die Gestalt von scheherazade, nur dir allein bringe ich das Opfer, daß ich ihn leben lasse. Ich nahm die Hand von ihm. Er richtete sich auf, indem er erleichtert stöhnte, blieb aber gehorsam in seiner sitzenden Stellung. Sie betrachtete mich sehr aufmerksam vom Kopfe bis zu den Füßen herab und frug dann mit freundlichem Tone Wer bist du? Ich bin ein Nemsi, ein Fremdling, dessen Heimat weit drüben über dem Meere liegt. Sind eure Frauen schön? Sie sind schön, aber sie gleichen doch nicht den Frauen am Schott El Kebir. Sie nickte befriedigt lächelnd, und ich sah es ihr an, daß ich Gnade vor ihren Augen gefunden hatte. Die Nemsi sind sehr kluge, sehr tapfere und sehr höfliche Leute, das habe ich schon oft gehört, entschied sie. Du bist uns willkommen. Doch warum hast du diesen Mann gebunden? Warum fliehen unsere Soldaten vor dir? Und warum wolltest du den mächtigen Stadthalter töten? Ich habe diesen Mann gebunden, weil er ein Mörder ist. Deine Soldaten flohen vor mir, weil sie merkten, dass ich sie alle elf besiegen würde. Und den Wehkiel habe ich gebunden, weil er mich schlagen und dann vielleicht sogar zum Tode verurteilen wollte, ohne mir Gerechtigkeit zu geben. Du sollst Gerechtigkeit haben. Da wollte sich mir die Überzeugung aufdrängen, dass der Pantoffel im Oriente dieselbe zauberische Kraft besitzt wie im Abendlande. Der Wehkiel sah seine Autorität bedroht und machte einen Versuch, sie wiederherzustellen. Ich bin ein gerechter Richter und werde Susol Marsen. Du wirst schweigen, gebot sie ihm. Du weißt, dass ich diesen Menschen kenne, der sich Abu el-Nasser Vater der Sieger nennt, er sollte sich aber Abu el-Yalani Vater der Lügner nennen. Er war schuld, dass man dich nach Algier schickte, gerade als du Mülasim werden konntest. Er war schuld, dass du dann nach Tunis kamst und hier in dieser Einsamkeit vergraben wurdest. Und so oft er hier bei dir war, mußtest du etwas tun, was dir Schaden brachte. Ich hasse ihn, ich hasse ihn, und ich habe nichts dagegen, daß dieser Fremdling hier ihn tötet. Er hat es verdient. Er kann nicht getötet werden, er ist ein Gjölgeda Padishanün. Tutagiji, halte den Mund, er ist ein Gjölgeda Padishanün, das heißt, er steht im Schatten des Padishah. Dieser Fremdling aber ist ein Gjölgeda Vekilanün, das heißt, er steht im Schatten der Er erhob sich, sie wandte sich zum Gehen und er machte Miene, sich ihr anzuschließen. Das war natürlich ganz gegen meine Absicht. Halt, gebot ich, indem ich ihn nochmals beim Genick fasste. Du bleibst da. Da wandte sie sich um. Hast du nicht gesagt, daß du ihn freigeben willst? frug sie. Ja, doch unter der Bedingung, daß er an seinem Platze bleibt. Er kann doch nicht in alle Ewigkeit hier sitzen bleiben. Du hast recht, o Perle von Kibili, aber er kann jedenfalls so lange hier bleiben, bis meine Angelegenheit erledigt ist. Die ist bereits erledigt. Inwiefern? Habe ich dir nicht gesagt, daß du uns willkommen bist? Das ist richtig. Du bist also unser Gast und sollst mit den deinen so lange bei uns wohnen, bis es dir gefällig ist, uns wieder zu verlassen. Und Abu el-Nassar, den du Abu el-Yalani genannt hast? Er bleibt dein, und du kannst mit ihm machen, was du willst. Ist das wahr, Vigil? Er zögerte, eine Antwort zu geben, doch ein strenger Blick aus den Augen seiner Herrin zwang ihn zu sprechen. Ja. Du schwörst es mir? Ich schwöre muß ich, frug er Madame die Rose von Kibili. Du mußt, antwortete sie, sehr entschieden. So schwöre ich es bei Allah und dem Propheten. Nun, darf er mit mir gehen? Er darf. Du wirst nachkommen und mit uns einen Hammel mit Couscous zu speisen. Hast du einen Ort, an dem ich Abu el-Nassar sicher aufbewahren kann? Nein, binde ihn an den Stamm der Palme dort, an der Mauer. Er wird dir nicht entfliehen, denn ich werde ihn durch unsere Truppen bewachen lassen. Ich werde ihn selbst bewachen, antwortete Omar an meiner Stelle. Er wird mir nicht entfliehen, sondern mit seinem Tode das Leben meines Vaters bezahlen. Mein Messer wird so scharf sein wie mein Auge. Der Mörder hatte von dem Augenblick seiner Fesselung an nicht das kleinste Wort gesprochen, aber sein Auge glühte tückisch und unheimlich auf uns, als er uns nach der Palme folgen musste, an welcher wir ihn festbanden. Es lag wahrhaftig nicht in meiner Absicht, ihm das Leben zu nehmen, aber er war der Blutrache verfallen und ich wußte, dass keine Bitte meinerseits Omar vermocht hätte, ihn zu begnadigen. Ed dem bet dem oder wie der Türke sagt, kan kanü ödemar, das Blut bezahlt das Blut. Am liebsten wäre es mir trotz allem gewesen, wenn es ihm gelingen konnte, ohne meine Mitwissenschaft zu entwischen, aber solange ich mich auf seiner Fährte befunden hatte und solange er sich in meiner Gewalt befand, mußte ich ihn als Feind und Mörder betrachten und also auch als solchen behandeln. Gewiss war es auf alle Fälle, dass er mich nicht schonen würde, falls ich das Unglück haben sollte, in seine Hand zu fallen. Ich ließ ihn also in der Obhut Omars und begab mich mit Halef nach dem Selam Lük. Unterwegs frug mich der kleine Diener, du sagtest, dieser Mensch sei kein Moslem? Ist dies wahr? Ja, er ist ein armenischer Christ und gibt sich da, wo er es für geboten hält, für einen Mohammedaner aus. Und du hältst ihn für einen schlechten Menschen, für einen sehr schlechten. Siehst du, Effendi, daß die Christen schlechte Menschen sind? Du mußt dich zum wahren Glauben bekennen, wenn du nicht in alle Ewigkeit in der Gehenna braten willst. Und du wirst selbst so lange darin braten. Weshalb? Hast du mir Kuhm essen müssen? Ja, aber was habe ich damit zu schaffen? Du bist ein Lügner und Heuchler. Ich sieh dich? Meine Zunge redet die Wahrheit und in meinem Herzen ist kein falsch. Wer mich so nennt, wie du mich nanntest, den wird meine Kugel treffen. Du lügst, Mecker gesehen zu haben und heuchelst, ein Hadji zu sein. Soll ich das dem Vekil erzählen? Aman, Aman, verzeihe, das wirst du nicht tun an Hadji Halif Oma, dem treuesten Diener, den du finden kannst. Nein, ich werde es nicht tun, aber du kennst auch die Bedingung, unter welcher ich schweige. Ich kenne sie und ich werde mich in Acht nehmen. Doch wirst du dennoch ein wahrer Gläubiger werden, du magst nun wollen oder nicht, Es war keineswegs die freundlichste Miene, mit welcher er mich empfing. Setze dich. Ich folgte seiner Aufforderung und nahm hart neben ihm Platz, während Halif sich mit den Pfeifen zu tun machte, welche man mittlerweile in einer Ecke des Raumes bereitgestellt hatte. Warum wolltest du das Angesicht meines Weibes sehen? begann die Unterhaltung. Weil ich ist stets das Angesicht dessen zu sehen, mit dem er spricht. Ihr habt schlechte Sitten. Unsere Frauen verbergen sich, die Eurigen aber lassen sich sehen. Unsere Frauen tragen Kleider, die oben lang und unten kurz sind. Die Eurigen aber haben Gewänder, welche oben kurz und unten lang, oft auch oben und unten zugleich kurz sind. Habt ihr jemals eine unserer Frauen bei euch gesehen? Eure Mädchen aber kommen zu uns? Und weshalb? O Jazik, O Wehe! Wikil, ist das die Gastfreundschaft, welche mir von euch geboten wurde? Seit wann ist es Sitte geworden, den Gastfreund mit einer Beleidigung zu empfangen? Ich brauche weder deinen Hammel noch deinen Couscous und werde wieder hinunter gehen in den Hof. Folge mir. Effendi, verzeih mir. Ich wollte dir nur sagen, was ich dachte, aber ich wollte dich nicht beleidigen. Wer nicht beleidigen will, darf nicht stets sagen, was er denkt. Ein schwarzhafter Mann gleicht einem zerbrochenen Topfe, den niemand brauchen kann, weil er nichts bewahrt. Setze dich wieder nieder und erzähle mir, wo du Abu El-Nassar getroffen hast. Ich erstattete ihm ausführlichen Bericht von unserem Abenteuer. Er hörte schweigend zu und schüttelte Sodann den Kopf. Du glaubst also, dass er den Kaufmann in Blida ermordet hat? Ja. Du warst nicht dabei. Ich schließe es. Nur Allah allein darf schließen. Er ist allwissend und das Menschengedanke ist wie der Reiter, den ein ungehorsames Pferd dorthin trägt, wohin er nicht kommen wollte. Nur Allah darf schließen, weil er allwissend ist? O Vekil, dein Geist ist müde von den vielen Hammeln mit Couscous Su, die du gegessen hast. Eben weil Allah allwissend ist, braucht er nicht zu schließen. Wer schließt, der sucht ein Ergebnis seiner Folgerungen ohne es vorher zu kennen. Ich höre, dass du ein Taleb bist, ein Gelehrter, der viele Schulen besucht hat, denn du sprichst in Worten, die niemand verstehen kann. Und du glaubst auch, dass er den Mann im Wadi Tafawi getötet hat? Ja. Warst du dabei? Nein. So hat es dir der Tote erzählt? Vekil, die Hammel, welche du verzehrtest, hätten gewußt, dass ein Toter nicht mehr sprechen kann. Effendi, jetzt sprichst du selbst eine Unhöflichkeit. Also du warst nicht dabei und der Tote konnte es dir nicht sagen, woher also willst du wissen, dass er ein Mörder ist? Ich schließe es. Ich habe dir bereits gesagt, dass nur Allah schließen darf. Ich habe seine Spur gesehen und verfolgt und als ich ihn traf, hat er mir den Mord eingestanden. Dass du seine Spur gefunden hast, ist kein Beweis, dass er ein Mörder ist, denn mit einer Spur hat noch niemand einen Menschen erschlagen und dass er dir den Mord eingestanden hat, das macht mich nicht irre, er ist ein Kusch Schakanün, ein Spaßvogel, dessen Absicht es war, sich einen Scherz zu machen. Mit einem Morde spaßt man nicht, aber mit einem Menschen und der warst du. Und du glaubst auch endlich, dass er den Führer Sadeg erschossen hat? Ja. Du warst dabei? Allerdings. Und hast es gesehen? Sehr deutlich. Auch Haji Halif Omar ist Zeuge. Nun wohl, so hat er ihn erschossen. Aber willst du wirklich deshalb sagen, dass er ein Mörder sei? Natürlich. Sieh die Allah stärke deine Gedanken, denn du sollst gleich einsehen, dass der Mensch nicht schließen soll. Nun? Weil du Zeuge bist, dass er den Führer erschossen hat, schließest du, dass er ein Mörder sei. Das versteht sich doch ganz von selbst. Falsch! Wenn es nun eine Blutrache gewesen wäre? Gibt es in deinem Lande keine Blutrache? Nein. So sage ich dir, dass der Bluträcher niemals ein Mörder ist. Kein Richter verdammt ihn. Nur diejenigen, zu denen der Tote gehörte, haben das Recht, ihn zu verfolgen. Aber Sadek hat ihn nicht beleidigt. So wird ihn der Stamm beleidigt haben, zu welchem Sadek gehörte. Auch das ist nicht der Fall. Wikil, ich will dir sagen, dass ich meinerseits mit diesem Abu El Nassar, der eigentlich Hamd Il Amassad heißt und schon vorher wohl auch noch einen armenischen Namen getragen hat, gar nichts zu schaffen haben mag, sobald er mich in Ruhe lässt. Aber er hat den Führer Sadek erschlagen, dessen Sohn Omar Ben Sadek ist, und dieser Letztere hat also, wie du vorhin selbst erklärtest, ein doch sorge auch dafür, dass mir dieser Vater der Sieger nicht wieder begegnet, sonst rechne ich mit ihm ab. Sidi, jetzt trieft deine Rede von Weisheit. Ich werde mit Omar sprechen, der ihn freigeben soll. Du aber bist mein Gast, solange es dir gefällt. Er erhob sich und schritt nach dem Hofe. Ich wußte voraus, dass alle seine Bemühungen bei Omar vergeblich kehrte er nach einer Zeit mit finsterer Miene zurück und blieb auch schweigsam, als der am Spieße gebratene Hammel aufgetragen wurde, den die lieblichen Henna-Finger der Rose von Kabyli zubereitet hatten. Ich und Halef, wir langten wacker zu, und eben hatte mir der Wekil gesagt, dass Omar seine Mahlzeit hinaus in den Hof bekommen solle, da er nicht zu bewegen sei, von seinem Gefangenen fortzugehen, als draußen ein lauter Schrei erscholl. Ich horchte auf, und der Ruf wiederholte sich. Brä, Efendina, zu Hilfe! Dieser Ruf galt mir. Ich sprang auf und eilte hinaus. Omar lag an der Erde und balgte sich mit den Soldaten herum, der Gefangene aber war nicht zu sehen. Am anderen Ausgange aber stand der Schwarze und grinste mir mit schadenfroher Miene entgegen. Fort sieh die, dort reiten! Drei Schritte brachten mich vor das Haus und ich sah Abu El-Nassar eben zwischen den Palmen verschwinden. Er ritt ein Eilkamel, welches einen ganz famosen Schritt zu haben schien. Ich riet alles. Wekil war erfolglos im Hofe gewesen, aber er wollte Abu El-Nassar retten. Er hatte dem Schwarzen den Befehl gegeben, das Kamel bereit zu halten und den Soldaten befohlen, Omar zu halten und den Gefangenen loszuschneiden. Die elf mutigen Helden hatten hatten sich an diesen einen gewagt und der Streich war gelungen. Freilich hatten sie dieses Gelingen teuer bezahlt. Omar hatte sein Messer gebraucht und als ich den Knäuel, den die Kämpfenden bildeten, auseinander brachte, sah ich, mehrere von ihnen bluteten. Er ist fort, Sidi, keuchte der junge Führer vor Wut und Anstrengung. Ich sah es. Wohin? Dorthin. Hand die Himmelsrichtung an. Strafe du diese hier, Effendi, ich aber werde den Entflohenen nachjagen. Er saß auf einem Reitkamele. Ich werde ihn dennoch ereilen. Du hast kein Tier. Sidi, ich habe hier Freunde, welche mir ein edles Tier geben werden und Datteln und Wasserschläuche. Ehe er am Horizonte verschwindet, werde ich auf seiner Spur sein. Du wirst auch die meinige finden, wenn du mir nachkommen willst. Er eilte von Dannen. Halef hatte alles gesehen und mir auch geholfen, Omar aus den Händen der Soldaten zu befreien. Er glühte vor Zorn. Warum habt ihr diesen Menschen befreit, ihr Hunde, ihr Abkömmlinge von Mäusen und Ratten? Er hätte sicherlich seine Strafpredigt fortgesetzt, wenn nicht die Vekila auf dem Platze erschienen wäre. Sie war wieder dicht verschleiert. Was ist geschehen? frug sie mich. Deine Truppen sind über meinen Führer hergefallen. Murdach Lar, Tschab Kinlar, ihr Schurken, ihr Buben, rief sie mit dem Fuße stampfend und die roten Fäuste durch die Hülle zwängend und haben den Gefangenen befreit. Schott Schuk Ler, Dolan Dür Schler, ihr Spitzbuben, ihr und es hatte allen Anschein, als ob sie sich an ihnen vergreifen werde. Auf Befehl des Wekil fügte ich hinzu. Des Wekil? Bu Kurt, bu Yalang Tschi, bu Feidazit Klach, bu Ima Tschi di Klach, der Wurm, der Ungehorsame, der Unnütze, der Trotzkopf, meine Hand soll über ihn kommen, Ile Gert Schäki, Hemen Schimidi, und zwar sogleich in diesem Augenblick. Sie wandte sich um und ruderte in vollem Zorne nach dem Selamlük. O du beglückende Pantoffelherrschaft, dein Zepter ist ganz dasselbe im Norden wie im Süden, im Osten wie im Westen. Halef machte ein sehr befriedigtes Gesicht und meinte, sie ist der Wekil und er die Wekila und wir stehen uns hier besser im Gjölgeda Wekil Anün, im Schatten der Stadthalterin, als wenn wir ein Bujeruldu hätten und der Gjölgeda Padishanün, der Schatten des Großherrn uns beschützte. Hamdallillah, preis sei Allah, daß ich nicht so glücklich bin, der Wekil dieser Stadthalterin zu sein. Im Harem Auch ich lag auf dem weichen Divan meiner gemieteten Wohnung, schlürfte würzigen Mocker und schwelgte im Dufte des würzigen Djebeli, welcher meiner Pfeife entströmte. Die starken nach außen fensterlosen Mauern boten dem Sonnenbrand Einhalt und die aufgestellten porösen Tongefäße, durch deren Wände das Nilwasser verdunstete, machten die Atmosphäre so erträglich, daß ich von der während der Mittagszeit hier so gewöhnlichen Abspannung des Menschen wenig oder gar nichts bemerkte. Da erhob sich draußen die scheltende Stimme meines Dieners Halef Akka. Halef Akka? Ja, mein guter kleiner Halef war ein Akka, ein Herr geworden, und wer hatte ihn dazu gemacht? Spaßhafte Frage, wer denn sonst als er selbst? Wir waren über Tripolis und Kufara nach Ägypten gekommen, hatten Kairo besucht, welches der Araber schlichtweg El-Masr die Hauptstadt oder noch lieber El-Kahira die Siegreiche nennt, waren den Nil soweit es mir meine beschränkten Mittel erlaubten hinaufgefahren und hatten uns dann zum Ausruhen die Wohnung genommen, in welcher ich mich ganz wohl befunden hätte, wenn nicht mein sonst ganz prächtiger Divan und alle Teppiche sehr dicht von jenen springfertigen stechkundigen Geschöpfen heimgesucht worden wären, von welchen der alte gute Fischart dichtete und von denen man außer dem großäugigen Pulex Canis und dem rötlichen Pulex Musculi noch den allbeliebten Pulex Irritans und den wütenden Pulex Penetrans kennengelernt hat. Leider muss ich sagen, dass Ägypten nicht das Jagdgefilde des Irritans, sondern des Penetrans, also nicht ist und so brauche ich wohl nicht hinzuzufügen, dass mein Käf meine Mittagsruhe nicht ganz ohne alle Belästigung geblieben war. Also draußen erhob sich die scheltende Stimme meines Dieners Halef Agha, die mich aus meinen Träumen weckte. Was? Wie? Wen? Den Effendi, antwortete es schüchtern. Den Effendi El-Kebir, den großen Herrn und Meister willst du stören? Ich muss ihn sprechen. Was? Du musst! Jetzt in seinem Käf hat dir der Teufel Allah beschütze mich vor ihm den Kopf mit Nilschlamm gefüllt, so dass du nicht begreifen kannst, was ein Effendi, ein Hekim zu bedeuten hat, ein Mann, den der Prophet mit Weisheit speist, so dass er alles kann, sogar die Toten lebendig machen, wenn sie ihm nur sagen, woran sie gestorben sind. Ach, jawohl, ich muss es eingestehen, dass mein Halef hier in Ägypten viel, viel anders geworden war. Er war jetzt außerordentlich stolz, unendlich grob und heillos aufschneiderisch geworden, und das will im Oriente viel sagen. Im Morgenlande wird jeder Deutsche für einen großen Gärtner und jeder Ausländer für einen guten Schützen oder für einen großen Arzt gehalten. Nun war mir unglücklicherweise in Kairo eine alte, nur noch halbgefüllte homöopathische Apotheke von Wilma Schwabe in die Hand gekommen. Ich hatte hier und da bei einem fremden oder bekannten fünf Körnchen von der dreißigsten Potenz versucht, dann während der Nilfahrt meinen Schiffern gegen alle möglichen eingebildeten Leiden, eine Messerspitze Milchzucker gegeben und war mit ungeheurer Schnelligkeit in den Ruf eines Arztes gekommen, der mit dem Scheidan im Bunde stehe, weil er mit drei Körnchen Dürrahirse tote lebendig machen könne. Dieser Ruf hatte in dem Kopf meines Halef eine Gelindeart von Größenwahn erweckt, der ihn aber glücklicherweise nicht hinderte, mir der teuerste und aufmerksamste Diener zu sein. Dass er am meisten beitrug, meinen Ruhm zu verbreiten, das versteht sich ganz von selbst. Er war ganz und gar in das schmachvolle Laster des und versuchte nebenbei durch eine Grobheit zu glänzen, welche klassisch zu werden drohte. So hatte er sich unter anderem von seinem geringen Lohn eine Nilpeitsche gekauft, ohne welche er gar nicht zu sehen war. Er kannte Ägypten von früher her und behauptete, dass ohne Peitsche da gar nicht auszukommen sei, weil sie größere Wundertur als Höflichkeit und Geld, von welchem letzteren stand. Gott erhalte deine Rede, Sidi, hörte ich die bittende Stimme wieder, aber ich muß deinen Effendi, den großen Arzt aus Frankistan wirklich sehen und sprechen. Jetzt nicht! Es ist sehr notwendig, sonst hätte mich mein Herr nicht gesandt. Wer ist dein Herr? Es ist der reiche und mächtige Abraham Mamur, dem Allah tausend Jahre schenken möge, Abraham Mamur? Wer ist denn dieser Abraham Mamur? Und wie hieß sein Vater? Wer war der Vater seines Vaters und der Vater seines Vater Vaters? Von wem wurde er geboren und wo leben die, denen er seinen Namen verdankt? Das weiß ich nicht, Sidi, aber er ist ein mächtiger Herr, wie er schon sein Name sagt. Sein Name? Was meinst du? Abraham Mamur Mamur heißt Vorsteher einer Provinz und ich sage dir, daß er wirklich ein Mamur gewesen ist. Gewesen? Er ist es also nicht mehr? Nein. Das dachte ich mir. Niemand kennt ihn, selbst ich, Halef Agha, der tapfere Freund und Beschützer meines Gebieters habe noch nie von ihm gehört und noch nie die Spitze seines Tarbusch gesehen. Gehe fort, mein Herr hat keine Zeit. So sage »Kennst du nicht das Wort von dem silbernen Schlüssel, der die Stätten der Weisheit erschließt? Ich habe diesen Schlüssel bei mir. So schließe auf?« Ich horchte gespannt und vernahm das leise Klimpern von Geldstücken. »Ein Paarer? Mann, ich sage dir, daß das Loch im Schlosse größer ist als dein Schlüssel, er passt nicht, denn er ist zu klein. So muß ich ihn vergrößern? Wieder klang es draußen wie kleine Silberstücke. Ich wußte nicht, sollte ich lachen oder mich ärgern, dieser Halew Acker war ja ein ganz außerordentlich getriebener Portier geworden. Drei Paarer? Gut, so kann man wenigstens fragen, was du bei dem Effendi auszurichten hast. Er soll kommen und seine verzaubernde Medizin mitbringen. Mensch, was fällt ja ein, für drei Paarer soll ich ihn verleiten, diese Medizin wegzugeben, welche ihm in der ersten Nacht jedes Neumundes von einer weißen Fee gebracht wird? Ist das wahr? Ich, Haji Halef Omar Acker, Ben Haji Abul Abbas Ibn Haji Davud Al-Ghussara sage es, ich habe sie selbst gesehen und wenn du es nicht glaubst, so wirst du hier diese Kamchi Lama meine Nilpeitsche zu kosten bekommen. Ich glaube es, Sidi, das ist dein Glück und werde dir noch zwei Paarer geben. Gib sie her, wer ist denn krank im Hause deines Herrn? Das ist ein Geheimnis, welches nur der Effendi erfahren darf. Nur der Effendi? Schürke, bin ich nicht auch ein Effendi, der die Fee gesehen hat? Geh nach Hause, Halef Acker lässt sich nicht beleidigen. Verzeih Sidi, ich werde es dir sagen. Ich mag es nun nicht wissen, packe dich von dannen, aber ich bitte dich, packe dich, soll ich dir noch einen Paarer geben? Ich nehme nicht einen mehr, Sidi, sondern zwei. Oh, Sidi, deine Stirn leuchtet vor Güte, hier hast du die zwei Paarer. Schön, also wer ist krank? Das Weib meines Herren. Das Weib deines Herren? Frug Halef verwundert. Welche Frau? Er hat nur diese eine. Und soll Marmur gewesen sein? Er ist so reich, dass er hundert Frauen haben könnte, aber er liebt nur diese. Was fehlt ihr? Niemand weiß es, aber ihr Leib ist krank und ihre Seele ist noch kränker. Allah, Kerim, Gott ist näh dich, aber ich nicht. Ich stehe da mit der Nilpeitsche in der Hand und möchte sie dir auf den Rücken geben. Bei dem Barte des Propheten dein Mund spricht eine solche Weisheit, als wäre dir bei der Kahnfahrt der Verstand in das Wasser gefallen. Weißt du nicht, dass ein Weib gar keine Seele hat und sein oder gar noch mehr krank als ihr Leib? Ich weiß es nicht, aber so wurde mir gesagt, Sidi, laß mich hinein zu dem Effendi. Ich darf es nicht tun. Warum nicht? Mein Herr kennt den Koran und verachtet die Frauen. Die schönste Perle der Weiber ist ihm wie der Skorpion im Sande und seine Hand hat noch nie das Gewand einer Frau berührt. Er darf kein irdisches Weib lieben, sonst würde die Fee nie wieder kommen. Ich mußte das Talent Haleph Akas von Minute zu Minute mehr anerkennen, fühlte aber trotzdem große Lust ihn, seine eigene Nilpeitsche schmecken zu lassen. Jetzt ertönte die Antwort. Du mußt wissen, daß er ihr Gewand nicht berühren und ihre Gestalt nicht sehen wird. Er darf nur durch das Gitter mit ihr sprechen. Ich bewundere die Klugheit deiner Worte und die Weisheit deiner Rede. Oh Mann, merkst du denn nicht, daß er grad durch das Gitter nicht mit ihr sprechen darf? Warum? Weil die Gesundheit, welche der Effendi spenden soll, gar nicht zu dem Weibe käme, sondern am Gitter hängen bleiben würde. Geh fort! Ich darf nicht gehen, denn ich werde Hundert Schläge auf die Sohlen bekommen, wenn ich den weisen Effendi nicht bringe. Danke deinem gütigen Herrn, du Sklave eines Ägypters, daß er deine Füße mit Gnade erleuchtet. Ich will dich nicht um dein Glück betrügen. Salam Aleikum, Allah sei bei dir und lasse dir die Hundert gut bekommen. So laß dir noch eins sagen, tapferer Akka, der Herr unseres Hauses hat mehr Beutel in seiner Schatzkammer, als du jemals zählen kannst. Er hat mir befohlen, daß du auch mitkommen sollst und du wirst ein Backschisch erhalten, ein Geschenk, wie es selbst der Kedive von Ägypten nicht reicher geben würde. Jetzt endlich wurde der Mann klug und faßte meinen Halef etwas kräftiger bei dem Punkte, an welchem man jeden orientalen zu packen hat, wenn man ihn günstig stimmen soll. Der kleine Haushofmeister änderte auch sofort seinen Ton und antwortete mit hörbar freundlicherer Stimme. Allah segnet einen Mund, mein Freund, aber ein Piaster in meiner Hand ist mir lieber als zehn Beutel in einen anderen. Die Deinige aber ist so mager wie der Schakal in der Schlinge oder wie die Wüste jenseits des Dein Bruder Mensch bedenke dass du ein Sklave bist während ich als freier Mann meinen Effendi begleite und beschütze Rat meines Herzens bleibt zurück wie kann das Feld Früchte bringen wenn so wenige Tropfen Tau vom Himmel fallen hier hast du noch drei tropfen noch drei so will ich sehen ob ich den Effendi stören darf wenn dein Herr wirklich ein solches Backschisch gibt er gibt es so warte jetzt endlich also glaubte er mich stören zu dürfen der schlaue Fuchs übrigens handelte er nach der allgemeinen Unsitte so daß er einigermaßen zu entschuldigen war zumal das wenige was er für seinen Dienste von mir förderte kaum der Rede wert zu nennen war was mich bei der ganzen Angelegenheit mit Bewunderung erfüllte war der Umstand daß ich nicht zu einem männlichen sondern zu einem weiblichen Patienten verlangt wurde da aber abgesehen von den wandernden Nomaden Stämmen der Muselmann die Bewohnerinnen seiner Frauengemärcher niemals den Augen eines Fremden freigibt so handelte es sich hier jedenfalls um ein nicht mehr junges Weib daß ich vielleicht durch die Eigenschaften des Charakters und Gemütes die liebe Abraham Murs erhalten hatte Halef Aga trat ein schläfst du Sidi der Schlingel hier nannte er mich Sidi und draußen ließ er sich selbst so nennen nein was willst du draußen steht ein Mann welcher mit dir sprechen will er hat ein Boot im Nile und sagte ich müsse auch mitkommen der schlaue Bursche machte diese Schlussbemerkung nur um sich das versprochene Trinkgeld zu sichern ich wollte ihn nicht in Verlegenheit bringen und tat als ob ich nichts gehört hätte was will er es ist jemand krank ist es notwendig sehr die Seele der Kranken steht schon im Begriff die Erde zu verlassen darum mußt du eilen wenn du sie festhalten willst er war kein übler Diplomat lass den Mann eintreten er ging hinaus und schob den Boden hinein dieser verbeugte sich bis zur Erde nieder zog die Schuhe aus und wartete dann demütig bis ich ihn anreden würde tritt näher salam alaikum allah sei mit dir o herr und lasse dein ohr offen sein für die demütige bitte des geringsten deiner knechte wer bist du ich bin ein diener des großen abraham amur der aufwärts droben am flusse wohnt was sollst du mir sagen es ist großes herzeleid gekommen über das hause meines gebieters denn gusela die krone seines herzens schwindet des todes kein arzt kein fakir und kein zauberer vermochte den schritt ihrer krankheit aufzuhalten da hörte mein herr den allah erfreuen möge von dir und deinem ruhme und daß der tod vor deiner stimme flieht er sandte mich zu dir und läßt dir sagen komm und nimm den tau des verderbens von meiner blume so soll mein dank süß sein und hell wie der glanz des goldes diese beschreibung einer bejahrten frau schien mir ein wenig überschwänglich zu sein ich kenne den ort nicht an welchem dein herr wohnt ist weit von hier er wohnt am strande und sendet dir ein boot in einer stunde wirst du bei ihm sein wer wird mich zurückfahren ich komme warte draußen er nahm seine schuhe und zog sich zurück ich erhob mich warf ein anderes gewand über und griff nach meinem kästchen mit akonit sulfur pulsatilla und all den mitteln welche in einer apotheke von hundert nummern zu haben sind bereits nach fünf minuten saßen wir in dem von vier rudern bewegten kahne ich in gedanken versunken halef agha aber stolz wie ein pascher von drei ross schweifen im gürtel trug glänzenden dolch in der hand aber die unvermeidliche nilpeitsche als das beste mittel sich unter der dortigen bevölkerung achtung ehrerbietung und berücksichtigung zu verschaffen zwar war die hitze nicht angenehm aber die stromaufwärts gehende bewegung unseres fahrzeuges brachte uns mit einem kühlenden luftzuge in berührung es ging eine strecke weit andura tabak sesam und sennespflanzungen vorüber aus deren hintergrunde schlanke palmen emporragten dann folgten unbebaute flächen über welche sich ein niederes gestrüpp von mimosen und zykumoren hinstreckte endlich kam nacktes jeder vegetation bares gestein und mitten aus den wohl bereits vor jahrtausenden herumgestreuten felsblöcken erhob sich die quadratische mauer durch welche wir uns den eingang suchen mußten als wir anlangten bemerkte ich dass ein schmaler kanal aus dem flusse unter der mauer fortführte jedenfalls um die bewohner mit dem nötigen wasser zu versehen ohne dass dieselben sich außerhalb ihrer wohnung zu bemühen brauchten unser führer schritt uns voran führte uns um zwei ecken zu der dem wasser abgekehrten seite und gab an dem dort befindlichen tore ein zeichen auf welches uns bald geöffnet wurde das gesicht eines schwarzen grinste uns entgegen doch beachteten wir seine tief bis zur erde herabhängende reverenz gar nicht und schritten vorwärts an ihm vorüber architektonische schönheit durfte ich bei einem orientalischen prachtgebäude nicht erwarten und so fühlte ich mich auch nicht überrascht von der kahlen nackten fensterlosen fronte welche das haus mir zukehrte aber das klima des landes hatte dann doch einen etwas zu zerstörenden einfluss auf das alte gemäuer ausgeübt als daß ich es zur wohnung eines zarten kranken weibes hätte empfehlen mögen früher hatten zierpflanzen den schmalen raum zwischen der mauer und dem gebäude geschmückt und den bewohnerinnen eine angenehme erholung geboten jetzt waren sie längst verwelkt und verdorrt wohin das auge nur blickte fand es nichts als starre kahle öde und nur scharen von schwalben welche in den zahlreichen rissen und sprüngen des betreffenden gebäudes nisteten brachten einigermaßen leben und bewegung in die traurige tote szene der voranschreitende boote führte uns durch einen dunklen niedrigen torgang in einem kleinen hof dessen mitte ein bassin ein nahm also bis hierher führte der kanal welchen ich vorhin bemerkt hatte und der bauer des einsamen hauses war klugerweise vor allen dingen darauf bedacht gewesen sich und die seinigen reichlich mit dem zu versorgen was in dem heißen klima jener länder striche das notwendigste auch daß der ganze bau darauf gerichtet war die jährlich wiederkehrenden überschwemmungen des nils schadlos aushalten zu können in diesen hof hinab gingen mehrere hölzerne gitterwerke hinter denen jedenfalls die zum aufenthalt dienenden räume lagen ich konnte ihnen jetzt keine große zeitraubende betrachtung schenken sondern gab meinem diener einen wink mit der apotheke welche er umhängen hatte hier des dem wegweiser in das selam lück des hauses es war ein geräumiges halb dunkles und hohes zimmer durch dessen vergitterte fensteröffnungen ein wohltuend gedämpftes licht fiel durch die aufgeklebten tapeten und arabesken und ornamente hatte es einen wohnlichen anstrich erhalten und die in einer nische stehenden wasserkühl gefäße erzeugten eine recht angenehme temperatur ein geländer trennte den raum in zwei hälften deren fordere für die dienerschaft die hintere aber für den herrn und die besuchenden gäste bestimmt war den erhöhten hintergrund zierte ein breiter divan welcher von einer ecke in die andere reichte und auf dem abraham mamur der besitzer von vielen beuteln saß er erhob sich beim eintritt er blieb aber der sitte gemäß vor seinem sitze stehen da ich nicht die dort gewöhnliche fußbekleidung trug so konnte ich mich ihrer auch nicht entledigen sondern schritt unbekümmert um meine lederstiefel über die kostbaren teppiche und ließ mich an seiner seite nieder die diener brachten den unvermeidlichen kaffee und die noch notwendigeren pfeifen und nun konnte das weitere folgen mein erster blick war natürlich nach seiner pfeife gerichtet gewesen denn jeder kenner des orients weiß daß man an derselben sehr genau die verhältnisse ihres besitzers zu erkennen vermag das lange wohlriechende und mit stark vergoldetem silberdraht umsponnene Rohr hatte gewiss eine teurer aber war das bernstein mundstück welches aus zwei teilen bestand zwischen denen ein mit edelsteinen besetzter ring hervorschimmerte der mann schien wirklich viele beutel zu besitzen nur war dies kein grund mich befangen zu machen da mancher inhaber einer pfeife im werte von zehntausend piastern seinen reichtum doch nur den geknechteten untertanen entwendet oder geraubt hat lieber also einen prüfenden blick in das gesicht wo hatte ich diese züge doch nur bereits einmal gesehen diese schönen feinen und in ihrer missharmonie doch so diabolischen züge forschend scharf stechend nein förmlich durchbohrend senkt sich der blick des kleinen unbewimperten auges in den meinen und kehrt dann kalt und wie beruhigt wieder zurück glühende und entnervende leidenschaften haben diesem gesichte immer tiefer eindringende spuren eingraviert die liebe der haß die rache der ehrgeiz sind einander behilflich gewesen eine großartig angelegte natur in den schmutz des lasters hernieder zu reißen und dem äußeren des mannes jenes undefinierbare etwas zu verleihen welches dem guten und reinen ein sicheres warnungszeichen ist wo bin ich diesem manne begegnet gesehen habe ich ihn ich muss mich nur besinnen aber das fühle ich unter freundlichen umständen ist es nicht gewesen salam aleikum ertönte es langsam zwischen dem vollen prächtigen aber schwarz gefärbten barter hervor die stimme war kalt klanglos ohne leben und gemüt es konnte einem dabei ein schauer ankommen aleikum antwortete ich möge Allah balsam wachsen lassen auf den spuren deiner füße und honig träufeln von den spitzen deiner finger damit mein herz nicht mehr höre die stimme seines kummers gott gebe dir frieden und lasse mich finden das gift welches an dem leben deines glückes nagt erwiderte ich seinen gruß dann nicht einmal der arzt nach dem weibe des muselmannes fragen darf ohne den größten verstoß gegen die höflichkeit und sitte zu begehen ich habe gehört daß du ein weiser hekim seist welche medresse hast du besucht keine keine ich bin kein moslem nicht was sonst ein nemsi ein nemsi oh ich weiß die nemsi sind kluge leute sie kennen den stein der weisen und das abracadabra welches den tod vertreibt es gibt weder einen stein der weisen noch ein abracadabra er blickte mir kalt in die augen vor mir brauchst du dich nicht zu verbergen ich weiß daß die zauberer von ihrer kunst nicht sprechen dürfen und will sie dir auch gar nicht entlocken nur helfen sollst du mir wodurch vertreibst du die krankheit eines menschen durch worte oder durch einen talisman weder durch worte noch durch einen talisman sondern durch die medizin du sollst dich nicht vor mir verstecken ich glaube an dich denn trotzdem du kein moslem bist ist doch deine hand mit erfolg begabt als hätte sie der prophet gesegnet du wirst die krankheit finden und besiegen der herr ist allmächtig er kann retten und verderben und nur ihm allein gebührt die ehre doch wenn ich helfen soll so sprich diese direkte aufforderung ein wenn auch noch so unbedeutendes geheimnis seines haushaltes preiszugeben schien ihn unangenehm zu berühren trotzdem er darauf vorbereitet sein mußte doch versuchte er sofort die schwäche zu verbergen und befolgte meine aufforderung du bist aus dem lande der ungläubigen wo es keine schande ist von der zu reden welcher die tochter einer mutter ist ich fühlte mich innerlich amüsiert von der art und weise mit welcher er es zu umgehen suchte von seinem weibe zu sprechen doch blieb ich ernst und antwortete ziemlich kalt du willst daß ich dir helfen soll und beschimpfest nicht in wie fern du nennst meine heimat das land der ungläubigen ihr seid doch ungläubig wir glauben an einen gott welcher derselbe gott ist den ihr allein nennt du heißest mich von deinem standpunkte aus einen ungläubigen mit demselben rechte könnte ich dich von meinem standpunkte aus eben so nennen aber ich tue es nicht weil wir nehmen sie nie die pflicht der höflichkeit verletzen schweigen wir über den glauben der Moslem darf nicht von seinem weibe sprechen aber du erlaubst daß ich von den frauen in frankistan rede ich erlaube es wenn das weib eines franken krank ist er sah mich an als ob er eine bemerkung von mir erwarte ich winkte ihm nur in seiner rede fortzufahren also wenn sie krank ist und keine speise zu sich nimmt keine nicht die geringste weiter dem glanz ihrer augen und die fülle ihrer wangen verliert wenn sie müde ist und doch den genuß des schlafes nicht mehr kennt weiter wenn sie nur lehnend steht und langsam schleichend geht vor kälte schauert und vor hitze brennt ich höre fahre fort bei jedem geräusch erschrickt und zusammenzuckt wenn sie nichts wünscht nichts liebt nichts haßt und unter dem Schlage ihres Herzens zittert immer weiter wenn ihr atem zu sehen ist wie der des kleinen vogels wenn sie nicht lacht nicht weint nicht spricht wenn sie kein wort der freude und kein wort der klage hören läßt und ihre seufzer selbst nicht mehr vernimmt wenn sie das licht der sonne nicht mehr sehen will und in der nacht wach in den ecken kauert wieder blickte er mich an und in seinen flackernden augen war eine angst zu erkennen welche sich durch jedes der aufgezählten krankheitssymptome zu nähren und zu vergrößern schien er mußte die kranke mit der letzten trüben und also schwersten glut seines fast ausgebrannten herzens liebhaben und hatte mir ohne es zu wissen und zu wollen mit seinen Worten sein ganzes Verhältnis zu ihr verraten du bist noch nicht zu ende sagte ich wenn sie zuweilen plötzlich einen schrei ausstößt als ob ein Dolch ihr in die Brust gestoßen würde wenn sie ohne aufhören ein fremdes Wort flüstert welches Wort einen Namen Leiter wenn sie hustet und dann Blut über ihre Lippen fließt er blickte mich jetzt so starr und angstvoll an dass ich merken mußte meine Entscheidung sei ein Urteil für ihn ein befreiendes oder ein vernichtendes ich zögerte nicht ihm das letzter zu geben so wird sie sterben er saß erst einige Augenblicke so bewegungslos als habe ihn der Schlag getroffen dann aber sprang er auf und stand hoch aufgerichtet vor mir der rote feß war ihm von dem kahl geschorenen haupte geglitten die pfeife seiner hand entfallen in dem gesicht zuckte es von den widerstreitendsten gefühlen es war ein eigentümliches ein furchtbares gesicht es glich ganz jenen abbildungen des teufels wie sie der geniale stift dores zu zeichnen versteht nicht mit schweif pferdefuß und hörnern sondern mit höchster harmonie des gliederbaues jeder einzelne zug des gesichtes eine schönheit und doch in der gesamtwirkung dieser züge so abstoßend so häßlich so diabolisch sein auge ruhte mit dem ausdrucke des entsetzens auf mir der sich nach und nach in einen zornigen und dann zuletzt in einen drohenden verwandelte gjaur donnerte er mich an wie sagtest du frug ich kalt gjaur sagte ich was wagst du mir das zu sagen hund die peitsche soll dir lehren wer ich bin und dass du zu tun hast was ich dir befehle stirbt sie so stirbst auch du doch machst du sie gesund so darfst du gehen und kannst verlangen was dein herz begehrt langsam und in tiefster seelenruhe erhob auch ich mich stellte mich in meiner ganzen länge vor ihn hin und fragte weißt du was die größte schande für einen moslem ist was sie nieder auf deinen fes abraham amur was sagt der prophet und was sagt der koran dazu daß du die scham deines scheitels vor einem christen entblößest im nächsten augenblick hatte er sein haupt bedeckt und vor grimm dunkelrot im gesicht den dolch aus der scherpe gerissen du mußt sterben gyor wann jetzt sofort ich werde sterben wann es gott gefällt nicht aber wann es dir beliebt du wirst sterben bete dein antwortete ich so ruhig wie zuvor ich habe den bären gejagt und bin dem nilpferde nachgeschwommen der elefant hat meinen schuß gehört und meine kugel hat den löwen den herden würgenden getroffen danke Allah daß du noch lebst und bitte Gott daß er dein herz bezwinge du kannst es nicht denn du bist zu schwach dazu und wirst doch sterben wenn es nicht sofort geschieht das war eine neue beleidigung eine schwerere als die andere und mit einem zuckenden sprunge wollte er mich fassen fuhr aber sofort zurück denn jetzt blitzte auch in meiner Hand die Waffe die man in jenen Ländern niemals weglegen darf wir standen einander allein gegenüber denn er hatte sofort nach der Darreichung des Kaffees und der Pfeifen die Dienerschaft hinausgewinkt damit sie nichts Mit meinem wackeren Halef zusammen hatte ich nicht den mindesten Grund mich vor den Bewohnern des alten Hauses zu fürchten nötigenfalls hätten wir beide die wenigen hier wohnenden Männer zusammengeschossen aber ich ahnte zu viel von dem Schicksale der Kranken für die ich mich ungemein zu interessieren begann ich mußte sie sehen und womöglich einige Worte mit ihr sprechen willst du schießen frug er wütend auf meinen Revolver deutend ja hier in meinem Hause in meinem Divan allerdings wenn ich gezwungen werde mich zu verteidigen und es ist wahr was ich gleich vorhin dachte als du eintratest was ist wahr abraham amur dass ich dich bereits einmal gesehen habe wo ich weiß es nicht wann auch das weiß ich nicht aber das ist sicher dass es nicht im guten war gerade wie heute denn es sollte mich wundern wenn diese zusammenkunft gut enden würde du hast mich hund genannt und ich sage dir dass dir im nächsten augenblick nachdem du dieses wort noch einmal gesagt hast meine kugel im gehirn sitzen wird beachte dies wohl abraham amur ich werde meine diener rufen rufe sie wenn du ihre gott aber ein nemsi hast du schon einmal die hand eines nemsi gefühlt er lächelte verächtlich nimm dich in acht daß du sie nicht einmal zu fühlen bekommst sie ist nicht in rosenöl gebadet wie die deinige aber ich will dir den frieden deines hauses lassen lebe wohl du willst es nicht daß ich den tod bezwinge dein Wunsch mag sich erfüllen Rabbena Chaliek der herr erhalte dich ich steckte den revolver ein und schritt der türe zu bleib rief er ich schritt dennoch weiter bleib rief er gebieterischer ich hatte beinahe die türe erreicht und kehrte nicht um so stirb gjaur im nu drehte ich mich um und hatte gerade noch zeit zur seite auszuweichen sein dolch flog an mir vorüber und tief in das getäfel der wand jetzt bist du mein bube mit diesen worten sprang ich auf ihn zu faßte ihn gerade wie ich ihn erwischte riß ihn empor und schleuderte ihn an die wand er blieb einige sekunden liegen und raffte sich dann wieder empor seine Augen waren weit geöffnet die Adern seiner Stirn zum bersten geschwollen und seine lippen blau vor wut aber ich hielt ihm den revolver entgegen und er blieb eingeschüchtert vor mir halten jetzt hast du die hand eines nemsi kennengelernt wage es nicht wieder sie zu reizen mensch feigling wie nennt man das wenn einer einen arzt um hilfe bittet ihn mit worten beschimpft und dann gar hinterrücks ermorden will der Glaube welcher solche bekenner hat kann nicht viel taugen zauberer warum wenn du keiner wärst hätte dich ganz sicher mein dolch getroffen und du hättest nicht die kraft gehabt mich empor zu werfen nun wohl bin ich ein zauberer so hätte ich dir auch gusela dein weib erhalten können ich sprach den namen mit vorbedacht aus es hatte wirkung wer hat dir diesen namen genannt dein bote ein ungläubiger darf nicht den namen einer gläubigen aussprechen ich spreche nur den namen eines weibes aus welches bereits morgen tot sein kann wieder blickte er mich mit seiner eisigen starrheit an dann aber schlug er die hände vor das gesicht ist es wahr hekim dass sie bereits morgen tot sein kann es ist wahr kann sie nicht gerettet werden vielleicht sage nicht vielleicht sondern sage gewiß bist du bereit mir zu helfen wenn sie gesund wird so fordere was du willst ich bin bereit so gib mir deinen talisman oder deine medizin ich habe keinen talisman und medizin kann ich dir jetzt nicht geben warum nicht der arzt kann nur dann einen kranken heilen wenn er ihn sehen kann komm lass uns zu ihr gehen oder lass sie zu uns kommen zurück wie von einem stoße getroffen mashallah bist du toll der geist der wüste hat dein hirn verbrannt daß du nicht weißt was du forderst das weib muß ja sterben auf welchem das auge eines fremden mannes ruht sie wird noch sicherer sterben wenn ich nicht zu ihr darf ich muß den schlag ihres pulses messen und antwort von ihr hören über vieles was ihre krankheit betrifft nur gott ist allwissend und braucht niemand zu fragen du heilst wirklich nicht durch talisman nein auch nicht durch worte nein oder durch das gebet ich bete auch für die leidenden aber gott hat uns die mittel sie gesund zu machen bereits in die hand gelegt welche mittel sind es es sind blumen metalle und erden deren säfte und kräfte wir ausziehen es sind keine gifte ich vergifte keinen kranken kannst du das beschwören vor jedem richter und du mußt mit ihr sprechen ja was ich muss sie fragen nach ihrer krankheit und allem was damit zusammenhängt nach anderen dingen nicht nein du wirst mir jede frage vorher sagen damit ich sie dir erlaube ich bin es zufrieden und du mußt auch ihre hand betasten ja ich erlaube es dir auf eine ganze minute mußt du ihr angesicht sehen nein sie kann ganz verschleiert bleiben aber sie muss einige Male in dem Zimmer auf und ab gehen warum weil an dem gange und der haltung vieles zu erkennen ist was die krankheit betrifft ich erlaube es dir und werde die kranke jetzt herbeiholen das darf nicht sein warum nicht ich muß sie da sehen wo sie wohnt ich muß alle ihre Zimmer betrachten aus welchem Grunde weil es viele Krankheiten gibt die nur in unpassenden Wohnungen entstehen und das kann nur das Auge des Arztes bemerken so willst du wirklich meinen Haaren betreten ja ein Ungläubiger ein Christ ich erlaube es nicht so mag sie sterben salam aleikum Friede sei mit dir und ihr ich wandte mich zum gehen obgleich ich bereits aus der Aufzählung der Symptome gemerkt hatte dass Güsela an einer hochgradigen Gemütskrankheit leide tat ich doch als ob ich an eine bloß körperliche Erkrankung glaube denn grad weil ich vermutete daß ihr leiden die folge eines zwanges sei der sie in die gewalt dieses mannes gebracht hatte wollte ich mich so viel wie möglich über alles aufklären er ließ mich wieder bis zur tür gehen dann aber rief er halte ich ihm bleibe da du sollst die gemächer betreten ich wandte mich um und schritt ohne ihn meine genug tugen merken zu lassen wieder auf ihn zu ich hatte gesiegt und war außerordentlich zufrieden mit den Zuständnissen die er mir gemacht hatte denn sie gewährten mir mehr als wohl jemals einem europäer zugestanden worden ist die liebe des ägypters und infolgedessen also auch seine sorge musste eine sehr ungewöhnliche sein daß er sich zu solchen zugeständnissen verstand freilich konnte ich die ingrimmigste erbitterung gegen mich aus jeder seiner miene lesen denn ihm war ich ein unabweisbarer eindringling in die mysterien seiner inneren häuslichkeit und ich hegte die überzeugung daß ich ihn auch selbst in dem falle einer glücklichen heilung der kranken frau als einen unversöhnlichen feind zurücklassen werde zumal er ganz so wie ich die überzeugung hatte daß wir uns bereits einmal unter unfreundlichen umständen begegnet seien jetzt entfernte er sich um alles nötige in eigener person anzuordnen denn keiner seiner diener durfte ahnen daß er einem fremden mann zutritt in das heiligtum seines hauses gestattete er gärte erst nach einer langen weile zurück es lag ein ausdruck fester trotziger entschlossenheit um seinen zusammengekniffenen mund und mit einem blicke voll versteckt bleiben sollenden aber doch hervorbrechenden hasses instruierte er mich du sollst zu ihr gehen du versprachst es bereits und ihre zimmer sehen natürlich auch sie selbst verschleiert und eingehüllt und mit ihr sprechen das ist notwendig ich erlaube dir viel unendlich viel aber bei der seligkeit aller himmel und bei den qualen aller höllen sobald du ein wort sprichst welches ich nicht wünsche oder das geringste tust was dir nicht von mir erlaubt wurde stoße ich sie nieder du bist stark und wohl bewaffnet darum wird mein dolch nicht gegen dich sondern gegen sie gerichtet sein ich schwöre es dir bei allen surat des koran und bei allen kalifen deren andenken Allah segnen möge er hatte mich also doch kennengelernt und dachte sich daß ihm diese versicherung mehr nützen werde als die prahlerischsten übrigens war es mir ja gar nicht in den sinn gekommen ihn in seinen rechten zu kränken nur konnte ich mich bei seinem verhalten je länger desto weniger einer ahnung entschlagen daß in seinem verhältnisse zu der kranken irgendein dunkler punkt zu finden sei ist es zeit frug ich komm wir gingen er schritt voran und ich folgte ihm zunächst kamen wir durch einige fast in trümmern liegende räume in denen allerlei nächtliches getier sein wesen treiben mochte dann betraten wir ein gemach welches als vorzimmer zu dienen schien und nun folgte der raum der allem anscheine nach als eigentliches frauengemach benutzt wurde alle die umherliegenden kleinigkeiten waren solche wie sie von frauen gesucht und gern benutzt werden das sind die zimmer welche du sehen wolltest siehe ob du den dämon der krankheit in ihnen zu finden vermagst meinte abraham amur mit einem halbspöttischen lächeln und das gemach nebenan die kranke befindet sich darin du sollst es auch sehen aber ich muss mich vorher überzeugen ob die sonne ihr angesicht verhüllt hat und vor dem auge des fremden wage ja nicht mir nachzufolgen sondern warte ruhig bis ich wiederkomme er trat hinaus und ich war allein also da draußen befand sich gysela dieser name bedeutet wörtlich die schöne dieser umstand und das ganze verhalten des ägypters brachte meine frühere vermutung daß es sich um eine ältere person handle ins wanken ich ließ mein auge durch den raum schweifen es war hier ganz dieselbe einrichtung getroffen wie in dem zimmer des hausherrn das geländer der divan die nische mit dem kühl gefäßen nach kurzer zeit erschien abraham wieder hast du die räume geprüft frug er mich ja nun es läßt sich nichts sagen bis ich bei der kranken gewesen bin so komm er fendi aber laß dich noch einmal warnen schon gut ich weiß ganz genau was ich zu tun habe wir traten in das andere gemach in weite gewänder gehüllt stand eine frauengestalt tief verschleiert an der hinteren wand des zimmers nichts war von ihr zu sehen als die kleinen in samt pantoffeln steckenden füße ich begann meine fragen deren enthaltsamkeit den ägypter vollständig befriedigte ließ sie eine kleine bewegung machen und bat sie endlich mir die hand zu reichen fast wäre ich trotz der ernsten situation in eine laute heiterkeit ausgebrochen die hand war nämlich so vollständig in ein dickes tuch gebunden daß es ganz und gar unmöglich war auch nur die lage oder form eines fingers durch dasselbe zu erkennen sogar der arm war war in derselben weise verhüllt ich wandte mich zu abraham mamur diese bandagen müssen entfernt werden warum ich kann den puls nicht fühlen entferne die tücher gebot er ihr sie zog den arm hinter die hüllen zurück und ließ dann ein zartes händchen erscheinen an dessen goldfinger ich einen sehr schmalen reifen erblickte welcher eine perle trug abraham beobachtete meine bewegungen mit gespannte aufmerksamkeit während ich meine drei finger an ihr handgelenk legte neigte ich mein ohr tiefer um den puls nicht bloß zu fühlen sondern auch zu hören täuschte ich mich nicht da wehte es leise leise fast unhörbar durch den schleier kurtar senizaji rette seniza bist du fertig frug jetzt abraham indem er rasch näher trat ja was fehlt ihr sie hat ein großes ein tiefes leiden das größte welches es gibt aber ich werde sie retten diese letzten vier worte richtete ich mit langsamer betonung mehr an sie als an ihn wie heißt das übel es hat einen fremden namen den nur die ärzte verstehen wie lange dauert es bis sie gesund wird das kann bald aber auch sehr spät geschehen je nachdem ihr mir gehorsam seid worin soll ich dir gehorchen du musst ihr meine medizin regelmäßig verabreichen das werde ich tun sie muss einsam bleiben und vor allem ärger behütet werden das soll geschehen ich muss täglich mit ihr sprechen dürfen du weshalb um meine mittel nach dem befinden der kranken einrichten zu können ich werde dir selbst sagen wie sie sich befindet das kannst du nicht weil du das befinden eines kranken nicht zu beurteilen vermagst was hast du denn mit ihr zu sprechen nur das was du mir erlaubst und wo soll es geschehen hier in diesem raume gerade wie heute sage es genau wie lange du kommen musst wenn ihr mir gehorcht so ist sie von heute an in fünf tagen von ihrer krankheit frei so gebe ihr die medizin ich habe sie nicht hier sie befindet sich unten im hofe bei meinem diener so komm ich wandte mich gegen sie um mit dieser bewegung einen stummen abschied von ihr zu nehmen sie hob unter der hülle die hände wie bittend empor und wagte die drei silben ey Allah mit gott sofort aber fuhr er herum schweig du hast nur zu sprechen wenn du gefragt wirst abraham Ich gab Ignatia nebst den nötigen Vorschriften und machte mich dann zum Gehen bereit. Wann wirst du morgen kommen? Um dieselbe Stunde. Ich werde dir wieder einen Kahn senden. Wie viel verlangst du für heute? Nichts. Wenn die Kranke gesund ist, magst du mir geben, was dir beliebt. Er griff dennoch in die Tasche, zog eine reich gestickte Börse hervor, nahm einige Stücke und reichte sie Halef hin. Hier nimm du. Der wackere Halef Agha griff mit einer Miene zu, als ob es sich um eine große Gnadenbezeugung gegen den Ägypter handele, und meinte, das Bakshisch ungesehen, in seine Tasche senkend, Wir gingen von dem Ägypter bis in den Garten begleitet, wo uns ein Giener, die in der Mauer befindliche Türe öffnete. Als wir uns allein befanden, griff Halef in die Tasche, um zu sehen, was er erhalten hatte. Drei Goldzechinene Fendi. Der Prophet segne Abraham Amur und lasse sein Weib so lange als möglich krank bleiben. Haji Halef Oma. Sidi, willst du mir nicht einige Zechinen gönnen? Doch, noch mehr ist einem Kranken die Gesundheit zu gönnen. Wie oft gehst du noch, ehe sie gesund wird? Noch fünfmal vielleicht. Fünfmal drei macht fünfzehn Zechinen. Wenn sie gesund wird, vielleicht noch fünfzehn Zechinen. Macht dreißig Zechinen. Ich werde forschen, ob es hier am Nil noch mehr kranke Frauen gibt. Wir legten bei dem Kahn an, wo uns die Ruderer bereits erwarteten. Unser voriger Führer saß am Steuer und als wir eingestiegen waren, ging es flott den Strom hinab, schneller natürlich als aufwärts, sodass wir nach einer halben Stunde unser Ziel erreichten. Wir legten ganz in der Nähe einer der Habie an, welche während unserer Abwesenheit am Ufer vor Anker gegangen war. Ihre Taue waren befestigt, ihre Segel eingezogen, und nach dem frommen muhammedanischen Gebrauche lud der Reis, der Schiffskapitän, seine Leute zum Gebet ein. »Hay el al-Salah, aufrüstet euch zum Gebete!« Ich war schon im Fortgehen begriffen gewesen, wandte mich aber schnell wieder um. Diese Stimme kam mir außerordentlich bekannt vor. Hatte ich recht gehört, war dies wirklich der alte Hassan, den sie Abu el-Reisan, Vater der Schiffsführer, nannten? Er war in Kufara, wo er einen Sohn besucht hatte, mit mir und Halef zusammengetroffen und mit uns nach Ägypten zurückgekehrt. Wir hatten einander außerordentlich liebgewonnen, und ich war überzeugt, daß er sehr erfreut sein werde, mich hier wiederzufinden. Ich wartete daher, bis das Gebet beendet war, und rief dann zum Deck empor. »Hasan el-Reisan! Ohio!« Sofort reckte er sein altes, gutes, bärtiges Gesicht herab und frug. »Wer ist? Oh Allah Akbar! Gott ist groß, ist das nicht mein Sohn, der Nemsi Karah Effendi?« »Er ist es, Abu Hassan. Komm herauf, mein Sohn, ich muß dich umarmen.« Ich stieg empor und wurde von ihm auf das Herzlichste bewillkommnet. »Was tust du hier?« frug er mich. »Ich ruhe aus von der Reise, und du? Ich komme mit meinem Schiffe von Dongola, wo ich eine Ladung Sannesblätter eingenommen habe. Ich bekam ein Leck und mußte also hier anlegen.« »Wie lange bleibst du hier?« »Nur morgen noch. Wo wohnest du?« »Dort rechts, in dem alleinstehenden Hause.« »Hast du einen guten Wirt?« »Er ist der Sheikh El-Belet des Ortes, ein Mann, mit dem ich sehr zufrieden bin. Du wirst diesen Abend bei mir sein, Abu Hassan?« »Ich werde kommen, wenn deine Pfeifen nicht zerbrochen sind. Ich habe nur die eine, du mußt also die Deinige mitbringen, aber du wirst den köstlichsten Jebeli rauchen, den es je gegeben hat.« »Ich komme gewiß. Bleibst du noch lange hier?« »Nein, ich will nach Kairo zurück.« »So fahre mit mir, ich lege in Bulak an.« Bei diesem Anerbieten kam mir ein Gedanke. »Hassan, du nanntest mich deinen Freund.« »Du bist es. Fordere von mir, was du willst, so soll es dir werden, wenn ich es habe oder kann. Ich möchte dich um etwas sehr Großes bitten.« »Kann ich es erfüllen?« »Ja.« »So ist es dir schon voraus. Gewährt, was ist es?« »Das sollst du am Abend erfahren, wenn du mit mir Kaffee trinkst.« »Ich komme und...« »Doch, mein Sohn, ich vergaß, dass ich bereits geladen bin.« »Wo?« »In demselben Hause, in welchem du wohnst.« »Bei dem Sheikh El Belet?« »Nein, sondern bei einem Manne aus Istanbul, der zwei Tage mit mir gefahren und hier ausgestiegen ist. Er hat dort eine Stube für sich und einen Platz für seinen Diener gemietet.« »Was ist er?« »Ich weiß es nicht. Er hat es mir nicht gesagt.« Aber sein Diener konnte es sagen. Der Kapitän lachte, was sonst seine Angewohnheit nicht war. »Dieser Mensch ist ein Schelm, der alle Sprachen gehört hat und doch von keiner sehr viel lernte. Er raucht, pfeift und singt den ganzen Tag und gibt, wenn man ihn fragt, Antworten, welche heute wahr und morgen unwahr sind. Ehe gestern war er ein Türke, gestern ein Montenegriner, heute ist er ein Druse und Allah weiß es, was er morgen und übermorgen sein wird. »So wirst du also nicht zu mir kommen?« »Ich komme, nachdem ich eine Pfeife mit dem anderen geraucht habe. Allah behüte dich, ich habe noch zu arbeiten.« Halef war bereits vorausgegangen. Ich folgte jetzt nach und streckte mich in meiner Wohnung angekommen auf den Divan, um mir das heutige Erlebnis zurechtzulegen. Dies sollte mir aber nicht gelingen, denn bereits nach kurzer Zeit trat mein Wirt zu mir herein. »Salaam aleyküm.« »Aleyküm.« »Effendi, ich komme, um deine Erlaubnis zu holen.« »Wozu?« »Es ist ein fremder Sidi zu mir gekommen und hat mich um eine Wohnung gebeten, die ich ihm auch gegeben habe.« »Wo liegt diese Wohnung?« »Droben.« »So stört mich der Mann ja gar nicht. Tue, was dir beliebt, Sheikh.« »Aber dein Kopf hat viel zu denken, und er hat einen Diener, der sehr viel zu pfeifen und zu singen scheint.« »Wenn es mir nicht gefällt, so werde ich es ihm verbieten.« Der besorgte Wirt entfernte sich, und ich war wieder allein, sollte aber doch zu keinem ruhigen Nachdenken kommen, denn ich vernahm die Schritte zweier Menschen, welche der eine vom Hofe her und der andere von außen her kommend gerade an meiner Tür zusammentrafen. »Was willst du hier? Wer bist du?« frug der eine. Ich erkannte an der Stimme Halef, meinem kleinen Diener. »Wer bist denn du zunächst, und was willst du in diesem Hause?« frug der andere. »Ich, ich gehöre in dieses Haus,« meinte Halef, sehr entrüstet. »Ich auch.« »Wer bist du?« »Ich bin Hamzat al-Jerbaya.« »Und ich bin Hadji Halef Omar Aka.« »Ein Aka?« »Ja, der Begleiter und Beschützer meines Herrn.« »Wer ist dein Herr?« »Der große Arzt, der hier in dieser Stube wohnt.« »Ein großer Arzt? Was kuriert er denn?« »Alles.« »Alles? Mache mir nichts weiß. Es gibt nur einen einzigen, der alles kurieren kann.« »Wer ist das?« »Ich.« »So bist du auch ein Arzt?« »Nein, ich bin auch ein Beschützer meines Herrn.« »Wer ist dein Herr?« »Das weiß man nicht. Wir sind erst vorhin in dieses Haus gezogen.« »Ihr konntet draußen bleiben.« »Warum?« »Weil ihr unhöfliche Männer seid und keine Antwort gebt, wenn man fragt. Willst du mir sagen, wer dein Herr ist?« »Ja.« »Nun?« »Er ist, er ist mein Herr, aber nicht dein Herr.« »Schlingel!« Nach diesem letzten Worte hörte ich, daß mein Halef sich höchst indigniert entfernte. Der andere blieb unter dem Eingange stehen und pfiff. Dann begann er leise vor sich hin zu brummen und zu summen. Nachher kam eine Pause und darauf fiel er mit halblauter Stimme in ein Lied. Ich wäre vor freudiger Überraschung beinahe aufgesprungen, denn der Text der beiden Strophen, welche er sang, lautete in dem Arabisch, dessen er sich bediente und welches in Algerien gesprochen wird. Und diese arabischen Verse, welche sich sogar ganz prächtig reimten, klingen in unserem guten Deutsch nicht anders als »Was kraucht nur dort im Busch herum? Ich glaub, es ist Napoleon.« »Was hat er nur zu krauchen dort? Frisch auf, Kameraden, jagt ihn fort.« »Wer hat nur dort im offenen Feld die roten Hosen hingestellt?« »Was haben sie zu stehen dort? Frisch auf, Kameraden, jagt sie fort.« Auch die Melodie war ganz und gar dieselbe, Note für Note und Ton für Ton. Ich sprang, als er die zweite Strophe beendet hatte, zur Tür, öffnete dieselbe und sah mir den Menschen an. Er trug weite blaue Pumphosen, eine ebensolche Jacke, Lederstifletten und einen Fes auf dem Kopfe. War also eine ganz gewöhnliche Erscheinung, nur das schien mir ungewöhnlich, daß er bemerkte, wie ich ihn vom Kopf bis zu Fuß fixierte und dennoch ungeniert weitersang. »Hum Jebroku ve Jeradu, Vibil, Medafe, Jadiribu, Mabalhadik, Elkaraka, Oczuhum, Mitteles, Zoba, Nabulion, Nabulion, Araagunut, Ak Iudibun. Als er geendet hatte, stemmte er die Fäuste in die Hüften, stellte sich, als ob er sich aus mir nicht das Mindeste mache vor mich hin und frug, »Gefällt es dir, Effendi?« »Sehr, woher hast du das Lied?« »Selbstgemacht.« »Sage das einem anderen, aber nicht mir. Und die Melodien?« »Selbstgemacht erst recht, Lügner.« »Effendi, ich bin Hamsat al-Jerbaya und lasse mich nicht schimpfen.« »Du bist Hamsat al-Jerbaya und dennoch ein großer Schlingel, diese Melodie kenne ich.« »So hat sie einer gesungen oder gepfiffen, der sie von mir gehört hat.« »Und von wem hast du sie gehört? Von niemand?« »Du bist unverbesserlich, wie es scheint. Diese Melodie gehört zu einem deutschen Liede.« »O Effendi, was weißt du von Deutschland?« »Das Lied heißt »Was kraucht nur dort im Busch herum? Ich glaub, es ist« »Hurjes, wat is mich denn dat?« unterbrach er mich mit jubelndem Tone. »Sind Sie man vielleicht ein Deutscher?« »Versteht sich.« »Wirklich? Ein deutscher Effendi? Woher denn, wenn ich fragen darf, Herr Hekimwaschi?« »Aus Sachsen.« »In Sachse. Da sollte man doch gleich vor Fred nen Ofen einreißen. Und Sie sind man wohl in Türke geworden?« »Nein, Sie sind ein Preuße?« »Dat versteht sich, ein Preuße aus dem Jütterbock.« »Wie kommen Sie hierher?« »Auf der Bahn per Schiff, per Pferd und Kamel und auch mit der Beene.« »Was sind Sie ursprünglich?« »Balbier ungefähr. Es erfiel mir nicht mehr der Heme. Und da jüng ich in die weite Welt, bald hierhin, bald dorthin, bis endlich hierher.« »Sie werden mir das alles erzählen müssen. Wem aber dienen Sie jetzt?« »Es ist ein konstantinopolitanischer Kaufmannssohn und hießt Isla Ben Maflay. Hat schauderhaftes Geld, dat Kerlchen.« »Was tut er hier?« »Wies ich's. Er sucht was.« »Was denn?« »Wird wohl vielleicht ein Frauenzimmer sein?« »Ein Frauenzimmer? Das wär doch sonderbar. Wird aber doch wohl zutreffen.« »Was sollte es für ein Frauenzimmer sein? Ne Montenegrinerin, ne Zenica oder Zenica oder wie dat ausgesprochen wird.« »Was? Zenica heißt sie?« »Ja.« »Wissen Sie das gewiß?« »Versteht sich. Erstens hat er ein Bild von ihr. Zweitens tut er stets. Halt! Er klatscht oben. Herr Fende, ich muss rauf.« Ich setzte mich nicht wieder nieder, sondern es trieb mich in dem Zimmer auf und ab. Zwar mußte mir dieser Barbier aus Jüterbock, der sich so poetisch Hamzat el-Jerbaya nannte, höchst interessant sein, noch weit mehr aber war meine Teilnahme für seinen Herrn erwacht, der hier am Nile eine Montenegrinerin suchte, welche den Namen Zenica führte. Unglücklicherweise aber kamen einige Fellas, welche Kopfschmerz oder Leibweh hatten und denen meine Zauberkörner helfen sollten. Sie saßen nach orientalischer Sitte eine ganze Stunde bei mir, ehe ich nur erfahren konnte, was ihnen fehlte, und als ich sie abgefertigt hatte, blieben sie am Platze, bis es ihnen selbst beliebte, die Audienz abzubrechen. So wurde es Abend. Der Kapitän kam und stieg nach oben, ließ aber seinen schlürfenden Schritt nach einer halben Stunde wieder vernehmen und trat bei mir ein. Halef servierte den Tabak und den Kaffee und zog sich dann zurück. Kurze Zeit später hörte ich ihn mit dem Jüterbocker Türken zanken. »Ist dein Leck ausgebessert?«, frug ich Hassan. »Noch nicht. Ich konnte für heute nur das Loch verstopfen und das Wasser auspumpen. Allah gibt morgen wieder einen Tag.« »Und wann fährst du ab?« »Übermorgen früh.« »Dann würdest du mich mitnehmen?« »Meine Seele würde sich freuen, dich bei mir zu haben.« »Wenn ich nun noch jemand mitbrächte?« »Meine Dahabie hat noch viel Platz. Wer ist es?« »Kein Mann, sondern ein Weib.« »Ein Weib? Hast du dir eine Sklavin gekauft, Effendi?« »Nein, sie ist das Weib eines anderen.« »Der auch mitfahren wird.« »Nein.« »So, hast du sie ihm abgekauft?« »Nein.« »Er hat sie dir geschenkt?« »Nein, ich werde sie ihm nehmen.« »Allah, Kerim, Gott ist gnädig, du willst sie ihm nehmen, ohne dass er es weiß?« »Vielleicht.« »Mann, weißt du, was das ist?« »Nun?« »Eine Chikarma, eine Entführung.« »Allerdings.« »Eine Chikarma, welche mit dem Tode bestraft wird.« »Ist dein Geist dunkel und deine Seele finster geworden, daß du in das Verderben gehen willst?« »Nein, die ganze Angelegenheit ist noch sehr fraglich. Ich weiß, du bist mein Freund und kannst schweigen. Ich werde dir alles erzählen.« »Öffne die Pforte deines Herzens, mein Sohn, ich höre.« Ich erstattete ihm Bericht über mein heutiges Abenteuer, und er hörte mir mit Aufmerksamkeit zu. Als ich fertig war, erhob er sich. »Stehe auf, mein Sohn, nimm deine Pfeife und folge mir.« »Wohin?« »Das sollst du sogleich sehen.« Ich ahnte, was er beabsichtigte, und folgte ihm. Er führte mich hinauf in die Wohnung des Kaufmannes. Der Diener desselben war nicht anwesend, daher traten wir ein, nachdem wir uns zuvor durch ein leichtes Hüsteln angemeldet hatten. Der Mann, welcher sich erhob, war noch jung. Er mochte vielleicht 26 Jahre zählen. Der kostbare Tschibuk, aus welchem er rauchte, sagte mir, daß der Jüterbocker mit seinem schauderhaftes Jeld wohl recht haben könne. Er war eine interessante, sympathische Erscheinung, und ich sagte mir gleich in der ersten Minute, daß ich ihm mein Wohlwollen schenken könnte. Der alte Abu El-Reisan nahm das Wort. »Das ist der Großhändler Isla Ben Mavlay aus Stambul, und das hier ist Effendi Cara Ben Nemsi, mein Freund, den ich liebe.« »Seid mir beide willkommen und setzt euch,« erwiderte der junge Mann. Er machte ein sehr erwartungsvolles Gesicht, denn er mußte sich sagen, daß der Kapitän jedenfalls einen guten Grund haben müsse, mich so ohne weiteres bei ihm einzuführen. »Willst du mir eine Liebe erzeigen, Isla Ben Mavlay?«, frug der alte. »Gern sage mir, was ich tun soll.« »Erzähle diesem Manne die Geschichte, welche du mir vorhin erzählt hast.« In den Zügen des Kaufmannes drückte sich Staunen und Missmut aus. »Hassan El-Reisan,« meinte er, »du gelobtest mir schweigen und hast doch bereits geplaudert.« Frage meinen Freund, ob ich ein Wort erzählt habe. »Warum bringst du ihn denn herauf und begehrst, daß ich auch zu ihm reden soll?« »Du sagtest zu mir, ich solle während meiner Fahrt da, wo ich das abends anlegen muß, die Augen offen halten, um mich nach dem zu erkundigen, was dir verloren ging. »Ich habe meine Augen und meine Ohren bereits schon geöffnet und bringe dir hier diesen Mann, der dir vielleicht Auskunft geben kann.« Isla sprang, die Pfeife fortwerfend, mit einem einzigen Rucke empor. »Ist's wahr? Du könntest mir Auskunft erteilen?« »Mein Freund Hassan hat kein Wort zu mir gesprochen, und ich weiß daher auch gar nicht, worüber ich dir Auskunft geben könnte.« »Burch, du zuerst?« »Effendi, wenn du mir sagen kannst, was ich zu hören wünsche, so werde ich dich besser belohnen, als ein Pascha es könnte.« »Ich begehre keinen Lohn.« »Rede.« »Ich suche eine Jungfrau, welche Seniza heißt.« »Und ich kenne eine Frau, welche sich denselben Namen gegeben hat.« »Wo? Wo, Effendi, rede schnell!« »Magst du mir nicht vorher die Jungfrau beschreiben?« »Oh, sie ist schön wie die Rose und herrlich wie die Morgenröte. Sie duftet wie die Blüte der Reseda, und ihre Stimme klingt wie der Gesang der Huoris.« »Ihr Haar ist wie der Schweif des Pferdes, Gilgia, und ihr Fuß ist wie der Fuß von Delila, welche Samson verriet.« »Ihr Mund träufelt von Worten der Güte, und ihre Augen...« »Ich unterbrach ihn durch eine Bewegung meines Armes.« »Isla ben Maffley, das ist keine Beschreibung, wie ich sie verlange. Sprich nicht mit der Zunge eines Bräutigams, sondern mit den Worten des Verstandes. Seit wann ist sie dir verloren gegangen?« »Seit zwei Monaten.« »Hatte sie nicht etwas bei sich, woran man sie erkennen kann?« »Oh, Effendi, was sollte es sein?« »Ein Schmuck vielleicht? Ein Ring? Eine Kette?« »Ein Ring! Ein Ring, ja! Ich gab ihr einen Ring, dessen Gold so dünn war wie Papier, aber er trug eine schöne Perle.« »Ich habe ihn gesehen.« »Wo? Effendi, oh, sage es schnell! Und wann?« »Heute. Vor wenigen Stunden.« »Wo?« »In der Nähe dieses Ortes, nicht weiter als eine Stunde von hier.« Der junge Mann kniete bei mir nieder und legte mir seine beiden Hände auf die Schultern. »Ist es wahr? Sagst du keine Unwahrheit? Täuschest du dich nicht?« »Es ist wahr. Ich täusche mich nicht.« »So komm, erhebe dich. Wir müssen hin zu ihr.« »Das geht nicht.« »Es geht. Es muss gehen. Ich gebe dir tausend Piaster, dreitausend Piaster, wenn du mich zu ihr führst.« »Und wenn du mir hunderttausend Piaster gibst, so kann ich dich heute nicht zu ihr bringen.« »Wann sonst? Morgen? Morgen ganz früh?« »Nimm deine Pfeife auf. Brenne sie an und setze dich. Wer zu schnell handelt, handelt langsam. Wir wollen uns besprechen.« »Effendi, ich kann nicht. Meine Seele zittert.« »Brenne deine Pfeife an.« »Ich habe keine Zeit dazu. Ich muss.« »Wohl.« »Wenn du keine Zeit zu geordneten Worten hast, so muss ich gehen.« »Bleibe. Ich werde alles tun, was du willst.« Er setzte sich wieder an seinen Platz und nahm aus dem Becken eine glimmende Kohle, um den Tabak seiner Pfeife in Brand zu stecken. »Ich bin bereit, nun sprich,« forderte er mich dann auf. »Heute schickte ein reicher Ägypter zu mir, zu ihm zu kommen, weil sein Weib krank sei.« »Sein Weib?« »So ließ er mir sagen.« »Du gingst?« »Ich ging.« »Wer ist dieser Mann?« Er nennt sich Abraham Mamur und wohnt aufwärts, von hier in einem einsamen, halb verfallenen Hause, welches am Ufer des Nils steht. »Es wird von einer Mauer umgeben?« »Ja.« »Wer konnte dies ahnen? Ich habe alle Städte, Dörfer und Lager am Nile abgeforscht, aber ich dachte nicht, dass dieses Haus bewohnt werde.« »Ist sie wirklich sein Weib?« »Ich weiß es nicht, aber ich glaube es nicht.« »Und krank ist sie?« »Sehr.« »Valahi, bei Gott, er soll es bezahlen, wenn ihr etwas Böses widerfährt.« »In welcher Krankheit leidet sie?« »Ihre Krankheit liegt im Herzen. Sie hasst ihn. Sie verzehrt sich in Sehnsucht, von ihm fortzukommen und wird sterben, wenn es nicht bald geschieht.« »Nicht er, aber sie hat dir das gesagt?« »Nein, ich habe es beobachtet.« »Du hast sie gesehen?« »Ja.« »Belauscht?« »Nein, er führte mich in seine Frauenwohnung, damit ich mit der Kranken sprechen könne.« »Er selbst unmöglich.« »Er liebt sie.« »Allah strafe ihn.« »Und fürchtete, daß sie sterben werde, wenn er mich wieder fortschickte.« »So sprachst du auch mit ihr?« »Ja, aber nur die Worte, welche er mir erlaubte.« »Aber sie fand Zeit, mir leise zuzuflüstern, rette Zenica.« »Sie trägt also diesen Namen obgleich, er sie Gisela nennt.« »Was hast du ihr geantwortet?« »Dass ich sie retten werde.« »Effendi, ich liebe dich.« »Dir gehört mein Leben.« »Er hat sie geraubt und entführt.« »Er hat sie durch Betrug an sich gerissen.« »Komm, Effendi, wir wollen gehen.« »Ich muß wenigstens das Haus sehen, in welchem sie gefangen gehalten wird.« »Du wirst hier bleiben.« »Ich gehe morgen wieder hin zu ihr.« »Ich gehe mit, Sidi.« »Du bleibst hier.« »Kennt sie den Ring, welchen du am Finger trägst?« »Sie kennt ihn sehr gut.« »Willst du mir ihn anvertrauen?« »Gern, aber wozu?« »Ich spreche morgen wieder mit ihr und werde es so einzurichten wissen, dass sie den Ring zu sehen bekommt.« »Sidi, das ist vortrefflich. Sie wird sogleich ahnen, dass ich in der Nähe bin. Aber dann?« »Erzähle du zunächst das, was ich wissen muß.« »Du sollst alles erfahren, Herr. Unser Geschäft ist eines der größten in Istanbul.« »Ich bin der einzige Sohn meines Vaters und während er den Bazar verwaltet und die Diener beaufsichtigt, habe ich die notwendigen Reisen zu unternehmen.« »Ich war sehr oft auch in Skutari und sah Senica, als sie mit einer Freundin auf dem See spazieren fuhr.« »Ich sah sie später wieder.« »Ihr Vater wohnt nicht in Skutari, sondern auf den Schwarzen Bergen. Sie kam aber zuweilen herunter, um die Freundin zu besuchen.« »Als ich vor zwei Monaten wieder an jenen See reiste, war die Freundin mit ihrem Manne verschwunden und Senica dazu.« »Wohin?« »Niemand wußte es.« »Auch ihre Eltern nicht?« »Nein, ihr Vater, der tapfere Osko, hat die Tschernagora verlassen, um nach seinem Kinde zu suchen, soweit die Erde reicht.« »Ich aber mußte nach Ägypten, um Einkäufe zu machen. Auf dem Nile begegnete ich einem Dampfbote, welches aufwärts fuhr.« »Als der Sandal, auf welchem ich war, an ihm vorüberlenkte, hörte ich drüben meinen Namen nennen. Ich blickte hinüber und erkannte Senica, welche den Schleier vom Gesicht genommen hatte, damit ich sie erkennen sollte. Neben ihr stand ein schöner, finsterer Mann, der ihr den Jaschmak sofort wieder überwarf. Weiter sah ich nichts. Seit dieser Stunde habe ich ihre Spur verfolgt. »Du weißt also nicht genau, ob sie ihre Heimat freiwillig oder gezwungen verlassen hat.« »Freiwillig nicht.« »Kanntest du den Mann, der neben ihr stand?« »Nein.« »Das ist wunderbar. Oder hast du dich in der Person geirrt? Vielleicht ist es eine andere gewesen, die ihr ähnlich sieht?« »Hätte sie dann gerufen und die Hände nach mir ausgestreckt, Effendi?« »Das ist wahr.« »Sidi, du hast ihr versprochen, sie zu retten?« »Ja.« »Wirst du dein Wort halten?« »Ich halte es, wenn sie es wirklich ist.« »Du willst mich nicht mitnehmen? Wie kannst du da erkennen, ob sie es ist?« »Dein Ring wird mir die Überzeugung geben.« »Und wie wirst du sie dann aus dem Hause bringen?« »Indem ich dir sage, auf welche Weise du sie holen kannst.« »Ich werde sie holen, darauf kannst du dich verlassen.« »Und dann?« »Hassan El Reysan? Wärest du bereit, sie in deiner Dahabie aufzunehmen?« »Ich bin bereit, obgleich ich den Mann nicht kenne, bei dem sie sich befindet.« »Er nennt sich Mamur, wie ich dir gesagt habe.« »Wenn er wirklich ein Mamur, der Beherrscher einer Provinz gewesen ist, so ist er mächtig genug, uns zu verderben, wenn er uns ergreift«, meinte der Kapitän mit ernster Miene.« »Eine Tschigarma wird mit dem Tode bestraft.« »Mein Freund Karabenemsi, du wirst morgen sehr klug und vorsichtig handeln müssen.« »Was mich selbst betraf, so dachte ich weniger an die Gefahr als vielmehr an das Abenteuer selbst.« Natürlich stand es fest, daß ich keine Hand rühren würde, wenn Abraham Mamur ein wirkliches Recht auf die Kranke geltend machen könnte. Wir besprachen uns noch lange über das bevorstehende Ereignis. Eine Entführung Ich ließ den Sänger hereinkommen, um mich ein Weilchen mit ihm zu unterhalten, und fand in ihm einen recht gutmütigen, aber leichtsinnigen Burschen, den ich trotz aller Landsmannschaft sicherlich nicht mit meinem braven Halef vertauscht hätte. Ich ahnte damals nicht, unter was für bösen Verhältnissen ich später mit ihm zusammentreffen würde. Am Vormittage besuchte ich den Abu El-Reizan auf seinem Schiffe, und als ich kaum das Mittagsmahl verzehrt hatte, erschien das Boot, welches mich abholen sollte. Halef hatte schon längst fleißigen Ausguck nach demselben gehalten. »Effendi, fahre ich mit?«, frug er. Ich schüttelte mit dem Kopfe und antwortete scherzend. »Heute brauche ich dich nicht.« »Wie? Du brauchst mich nicht?« »Nein.« »Wenn dir nun etwas begegnet?« »Was soll mir begegnen?« »Du kannst in das Wasser fallen.« »So schwimme ich.« »Oder Abraham Mamur kann dich töten.« »Ich habe es ihm angesehen, dass er dein Freund nicht ist.« »So könntest du mir auch nicht helfen.« »Nicht? Siti, Halef Aka ist der Mann, auf den du dich allzeit verlassen kannst.« »So komm.« Es war ihm natürlich sehr, um sein Bakschisch zu tun. Der Weg wurde ganz in derselben Weise zurückgelegt, doch war ich heute natürlich aufmerksamer auf alles, was mir von Nutzen sein konnte. Im Garten, den wir durchschreiten mußten, lagen mehrere starke und ziemlich lange Stangen. Sowohl das Außen- wie auch das Innentor wurden immer mit breiten, hölzernen Riegeln verschlossen, deren Konstruktion ich mir genau merkte. Einen Hund sah ich nirgends, und von dem Bootssteuerer erfuhr ich, daß außer dem Herrn, der Kranken und einer alten Wärterin, elf Fellas zu dem Hause gehörten und nachts auch in demselben schliefen. Der Herr selbst schlief stets auf dem Divan seines Selamlück. Als ich dort eintrat, kam er mir mit einer sichtlich freundlicheren Miene entgegen, als diejenige war, mit welcher er mich gestern entlassen hatte. »Sei mir willkommen, Fendi, du bist ein großer Arzt.« »So?« »Sie hat bereits gestern schon gegessen.« »Ah!« »Sie hat mit der Wärterin gesprochen.« »Freundlich?« »Freundlich und viel.« »Das ist gut. Vielleicht ist sie bereits in weniger als fünf Tagen vollständig gesund. Und heute früh hat sie sogar ein wenig gesungen.« »Das ist noch besser. Ist sie schon lange dein Weib?« Sogleich verfinsterte sich sein Gesicht. »Die Ärzte der Ungläubigen sind sehr neugierig. Wißbegierig nur, aber diese Wißbegierde rettet vielen das Leben oder die Gesundheit, denen eure Ärzte nicht helfen könnten.« »Hat eine Frage wirklich notwendig?« »Sehr.« »Sie ist noch ein Mädchen, obgleich sie mir gehört.« »So ist die Hilfe sicher.« Er führte mich wieder nur bis in das Zimmer, in welchem ich gestern warten mußte und in welchem ich auch heute zurückblieb. Ich sah mich genauer um. Fenster gab es nicht. Die Lichtöffnungen waren vergittert. Das hölzerne Gitterwerk war so angebracht worden, dass man es öffnen konnte, indem man ein langes, dünnes Riegelstäbchen herauszog. Schnell entschlossen zog ich es heraus und steckte es so hinter das Gitter, daß es nicht bemerkt werden konnte. Kaum war ich damit fertig, so erschien Abraham wieder. Hinter ihm trat Zenitha ein. Ich ging auf sie zu und legte ihr meine Fragen vor. Unterdessen spielte ich wie im Eifer für die Sache mit dem Ringe, den mir Isla mitgegeben hatte, und ließ ihn dabei aus den Fingern gleiten. Er rollte hin bis an ihre Füße. Sie bückte sich schnell und hob ihn auf. Sofort aber trat Abraham auf sie zu und nahm ihr ihn aus der Hand. So schnell das ging, sie hatte doch Zeit gehabt, einen Blick auf den Ring zu werfen. Sie hatte ihn erkannt, das sah ich an ihrem Zusammenzucken und an der unwillkürlichen Bewegung ihrer Hand nach ihrem Herzen. Nun hatte ich für jetzt weiter nichts mehr hier zu tun. Abraham frug, wie ich sie gefunden habe. Gott ist gut und allmächtig, antwortete ich. Er sendet den seinen Hilfe oft, ehe sie es denken. Wenn er es will, so ist sie morgen bereits gesund. Sie mag die Medizin nehmen, die ich ihr senden werde, und mit Vertrauen warten, bis ich wiederkomme. Heute entließ sie mich, ohne ein Wort zu wagen. Im Selam Lück harrte Halef bereits mit der Apotheke. Ich gab nichts als ein Zuckerpulver, wofür der kleine Agar ein noch größeres Backschisch als gestern erhielt. Dann ging es wieder stromabwärts zurück. Der Kapitän erwartete mich bereits bei dem Kaufherrn. »Hast du sie gesehen?« rief mir dieser entgegen. »Ja.« »Erkannte sie den Ring?« Sie erkannte ihn. »So weiß sie, dass ich in der Nähe bin.« Sie ahnte es. »Und wenn sie meine Worte richtig deutet, so weiß sie, dass sie heute Nacht errettet wird.« »Aber wie?« »Hassan El-Reizan, bist du mit deinem Lecke fertig?« »Ich werde fertig bis zum Abend.« »Bist du bereit, uns aufzunehmen und nach Kairo zu bringen?« »Ja.« »So hört mich. In das Haus führen zwei Türen, welche aber von innen verriegelt sind. Durch sie können wir nicht eindringen, aber es gibt noch einen zweiten Weg, wenn er auch schwierig ist. »Isla Ben-Maflej, kannst du schwimmen?« »Ja.« »Gut. Es führt einen Kanal aus dem Nil unter den Mauern hinweg nach einem Bassin, welches in der Mitte des Hofes sich befindet. Kurz nach Mitternacht, wenn alles schläft, treffen wir dort ein, und du dringst durch den Kanal und das Bassin in den Hof. Die Türe, welche du sofort finden wirst, ist durch einen Riegel verschlossen, der sehr leicht zurückzuschieben ist. Indem du öffnest, kommst du in den Garten, dessen Türe auf gleiche Weise sich öffnen lässt. Sobald die Türen offen sind, trete ich ein. Wir holen eine Stange aus dem Garten und lehnen sie an die Mauer, um zu dem Gitter empor zu steigen, hinter welchem die Frauengemächer liegen. Ich habe es bereits von innen geöffnet. Und dann? Was dann geschehen soll, muss sich nach den Umständen richten. Wir fahren mit einem Boote bis an Ort und Stelle, wo unsere erste Arbeit sein muss, das Boot Abraham Mamurs zu versenken, sodass er uns nicht folgen kann. Unterdessen macht der Reis seine Dahabie segelfertig. Ich nahm einen Stift zur Hand und zeichnete den Riß des Hauses auf ein Blatt Papier, sodass Isla Ben Maflay vollständig orientiert war, wenn er heute Abend aus dem Bassin stieg. Der Tag verging vollends unter den notwendigen Vorbereitungen. Der Abend kam, und als es Zeit wurde, rief ich Halef herein und gab ihm die nötigen Weisungen für das bevorstehende Abenteuer. Halef packte rasch unsere Habseligkeiten zusammen. Die Wohnungsmiete war schon vorausbezahlt. Ich begab mich zu Hassan, und Halef kam sehr bald mit den Sachen nach. Das Schiff war bereit zur Fahrt und brauchte nur noch vom Ufer gelöst zu werden. Nach einiger Zeit stellte sich auch Isla mit seinem Diener ein, der von ihm unterrichtet worden war, und nun stiegen wir in das lange, schmale Boot, welches zur Dahabie gehörte. Die beiden Diener mußten rudern, und ich lenkte das Steuer. Es war eine jener Nächte, in denen die Natur in so tiefem Vertrauen ruht, als gäbe es auf dem ganzen weiten Erdenrunde kein einziges drohendes Element. Die leisen Lüfte, welche mit dem Schatten der Dämmerung gespielt hatten, waren zur Ruhe gegangen, die Sterne des Südens lächelten freundlich aus dem tiefblauen Dunkel des Himmels herab, und die Wasser des ehrwürdigen Stromes fluteten ruhig und lautlos dahin in ihrer breiten Bahn. Diese Ruhe herrschte auch in meinem Innern. Obgleich es schwer scheint, dies zu glauben, es war nichts Leichtes, was wir zu vollbringen gedachten. Aber man bebt ja nur vor einem Ereignisse, ist dasselbe jedoch einmal angebahnt oder gar bereits eingetreten, so hat man mit den Chancen abgeschlossen und kann ohne innere Kämpfe handeln. Eine nächtliche Entführung wäre vielleicht gar nicht notwendig gewesen, wir hätten vielmehr Abraham Mamur vor Gericht angreifen können, aber wir wußten ja nicht, wie die Verhältnisse lagen und welche rechtlichen und unrechtlichen Mittel ihm zu Gebote standen, sein Anrecht auf Zenitzer geltend zu machen. Nur von ihr erst konnten wir erfahren, was wir wissen mußten, um gegen ihn aufzutreten, und das konnten wir nur dann erfahren, wenn es uns gelang, sie hinter seinem Rücken in unsere Hände zu bekommen. Nach einer kleinen Stunde hoben sich die dunklen Umrisse des Gebäudes aus ihrer grauen, steinigen Umgebung hervor. Wir legten eine kurze Strecke unterhalb der Mauer an, und ich stieg zunächst ganz allein aus, um zu rekognizieren. Ich fand in der ganzen Umgebung des Hauses nicht die geringste Spur von Leben, und auch innerhalb der Mauern schien alles in tiefster Ruhe zu liegen. Am Kanale lag das Boot Abrahims mit den Rudern. Ich stieg ein und brachte es neben uns am Kahn. Hier ist das Boot, sagte ich zu den beiden Dienern. Fahrt es ein wenig abwärts, füllt es mit Steinen und laßt es sinken. Die Ruder aber können wir gebrauchen. Wir nehmen sie in unser Boot herein, welches ihr nachher nicht anhängen laßt, sondern so bereit haltet, daß wir abstoßen können, sobald wir einsteigen. Ich verließ das Boot und wir schlichen zum Kanale, dessen Wasser blickten uns nicht sehr einladend entgegen. Ich warf einen Stein hinein und erkannte dadurch, daß der Kanal nicht tief sei. Isla zog seine Kleider aus und stieg hinein. Das Wasser reichte ihm bis an das Kinn. Wird es gehen? Frug ich ihn. Mit dem Schwimmen besser als mit dem Gehen. Der Kanal hat so viel Schlamm, daß er mir fast bis an die Knie reicht. Bist du noch entschlossen? Ja. Bringe meine Kleider mit zum Tore. Heidi, woll an. Er hob die Beine empor, stieß die Arme aus und verschwand unter der Maueröffnung, durch welche das Wasser führte. Ich verließ die Stelle nicht sofort, sondern ich wartete noch eine Weile, da es ja sehr leicht möglich war, daß etwas Unvorhergesehenes geschehen konnte, was meine Gegenwart wünschenswert erscheinen ließ. Ich hatte das Richtige getroffen, denn eben wollte ich mich wenden, als der Kopf des Schwimmers in der Öffnung wieder erschien. Du kehrst zurück? Ja, ich konnte nicht weiter. Warum? Herr Fendi, wir können Sennitzer nicht befreien. Nein, weshalb nicht? Die Mauer ist zu hoch. Es würde auch nichts helfen, wenn sie niedriger wäre, denn das Haus ist fest verschlossen. Und der Kanal auch. Verschlossen? Ja. Womit? Mit einem starken Holzgitter. Konntest du es nicht entfernen? Es widersteht aller meiner Kraft. Wie weit ist der Ort von hier? Das Gitter muß sich grad bei der Grundmauer des Hauses befinden. Ich werde einmal nachsehen. Ziehe dich an, halte meine Kleider und erwarte mich hier. Ich warf nur das Obergewand ab und stieg in das Wasser. Mich auf den Rücken legend, schwamm ich vorwärts. Der Kanal war auch im Garten nicht offen, sondern mit steinernen Platten bedeckt. Als ich nach meiner Berechnung das Haus erreicht haben müßte, stieß ich an das Gitter. Es war so breit und hoch wie der Kanal selbst, bestand aus starken, gut eingefügten Holzstangen und war mit eisernen Klammern an die Mauer befestigt. Die Vorrichtung hatte jedenfalls den Zweck, Tiere wie etwa Ratten, Wassermäuse und so weiter vom Bassin fernzuhalten. Ich rüttelte daran, es gab nicht nach, und ich mußte einsehen, daß es im Ganzen nicht zu entfernen sei. Ich faßte einen einzelnen Stab mit beiden Händen, stemmte die hoch emporgezogenen Kniehüben und drüben gegen die Mauer, ein Ruck aus allen Kräften, und die Stange zerbrach. Jetzt war eine Bresche da, und in der Zeit von zwei Minuten hatte ich noch vier Stäbe herausgerissen, so daß eine Öffnung entstanden war, durch welche ich mich zwängen konnte. Sollte ich zurückkehren, um Isla das Weitere zu überlassen? Nein, denn das wäre Zeitverschwendung gewesen. Ich befand mich nun einmal im Wasser und kannte ja auch die Örtlichkeit genauer als er. Ich passierte also die Öffnung, welche ich mir gemacht hatte, und schwamm weiter fort in dem Wasser, welches durch den aufgewühlten Schlamm ganz dick war. Als ich mich nach meiner ungefähren Berechnung unter dem inneren Hofe befinden mußte, senkte sich plötzlich die Wölbung bis auf die Oberfläche des Wassers herunter, und ich wußte nun, daß ich mich in der Nähe des Passants befand. Der Kanal glich von hier aus nur noch einer Röhre, welche so vollständig mit Wasser gefüllt war, daß die zum Atmen nötige Luft fehlte. Die noch übrige Strecke mußte ich also unter Wasser durchkriechen oder tauchend durchschwimmen, was nicht nur höchst unbequem und anstrengend, sondern auch mit größter Gefahr verbunden war. Wie nun, wenn sich ein zweites unvorhergesehenes Hindernis in den Weg stellte und ich auch nicht so weit zurückkehren konnte, um den nötigen Atem zu holen? Oder wenn ich beim Emportauchen bemerkt wurde? Es war doch immerhin möglich, daß sich jemand in dem Hofe befand. Diese Bedenken durften mich nicht irre machen. Ich sog die Lunge voll Atem, bog mich unter das Wasser und schob mich halb schwimmend und halb gehend mit möglichster Schnelligkeit vorwärts. Eine ziemliche Strecke legte ich so zurück, und schon verspürte ich den eintretenden Luftmangel, als ich mit der Hand wirklich an ein neues Hindernis stieß. Es war, wie ich fühlte, ein aus einem durchlöcherten Blech bestehendes Siebgitter, welches die ganze Lichte der Kanalröhre einnahm und jedenfalls sozusagen als Seier oder Filter des schlammigen, trüben Wassers dienen sollte. Bei dieser Entdeckung bemächtigte sich eine wirkliche Ängstlichkeit meiner. Zurück konnte ich nicht mehr, denn, ehe ich die Stelle zu erreichen vermochte, wo die höhere Wölbung des Kanals mir gestattet hätte, emporzutauchen und Atem zu schöpfen, war ich jedenfalls schon erstickt. Und doch schien das ziemlich starke Siebwerk sehr haltbar befestigt zu sein. Hier gab es freilich nur zwei Fälle. Entweder es gelang mir, hindurchzukommen, oder ich mußte Elend ertrinken. Es war kein Augenblick zu verlieren. Ich stemmte mich gegen das Blech. Vergebens. Ich drückte und preßte mit aller Gewalt dagegen, doch ohne Erfolg. Und wenn ich hindurchkam und hinter ihm nicht sofort das Basin sich befand, so war ich dennoch verloren. Ich hatte nur noch Luft und Kraft für eine Sekunde. Es war mir, als wolle eine fürchterliche Gewalt mir die Lunge zerbersten und den Körper zersprengen. Noch eine letzte, die allerletzte Anstrengung. Herrgott im Himmel, hilf, daß es mir gelingt. Ich fühle den Tod mit nasser, eisiger Hand nach meinem Herzen greifen, er packt es mit grausamer, unerbittlicher Faust und drückt es vernichtend zusammen. Die Pulse stocken, die Besinnung schwindet. Die Seele sträubt sich mit aller Macht gegen das Entsetzliche. Eine krampfhafte, tödliche Expansion dehnt die erstarrenden Sehnen und Muskeln aus. Ich höre keinen Krach, kein Geräusch, aber der Kampf des Todes hat vermocht, was dem Leben nicht gelingen wollte. Das Sieb weicht, und es geht aus den Fugen. Ich fuhr empor, ein langer, langer, tiefer Atemzug, der mir augenblicklich das Leben wiederbrachte. Dann tauchte ich wieder unter, es konnte ja jemand im Hofe sein und meinen Kopf bemerken, der gerade in der Mitte der kleinen Wasserfläche sichtbar geworden war. Am Rande derselben kam ich vorsichtig wieder auf und blickte mich um. Es schien kein Mond, aber die Sterne des Südens verbreiteten ein genügendes Licht, um alle Gegenstände unterscheiden zu können. Ich stieg aus dem Bassin und wollte mich leise an die Mauer schleichen, als ich ein leises Knacken vernahm. Ich blickte empor zu den Gittern, hinter denen die Frauengemächer lagen. Hier rechts über mir war die Stelle, an welcher ich den Riegelstab entfernt hatte, und links davon bemerkte ich eine Spalte in der Vergitterung desjenigen Zimmers, in welches ich nicht hatte treten dürfen. Es war jedenfalls das Schlafzimmer Zenitzers. War sie wach geblieben, um mich zu erwarten? Kam das Knacken von dem Gitter, welches sie auch in ihrer Stube geöffnet hatte? War dies der Fall, so hatte sie mich aus dem Wasser steigen sehen und sich jetzt wieder zurückgezogen, da sie mich unmöglich erkennen konnte. Ich schlich näher und legte die Hände rund um den Mund. »Seniza«, flüsterte ich leise. Da wurde die Spalte größer und ein dunkles Köpfchen erschien. »Wer bist du?« hauchte es herab. »Der Hegim, welcher bei dir war.« »Du kommst mich zu retten.« »Ja, du hast es geahnt und meine Worte verstanden.« »Ja, bist du allein?« »Isla Ben Maflai ist draußen.« »Ach, er wird getötet werden.« »Von wem?« »Von Abraham.« »Er schläft nicht des Nachts.« »Er wacht, und die Wärterin liegt in dem Raum neben mir.« »Halt, halt, horch!« »O, fliehe, schnell!« Dort hinter der Tür, welche zum Selamlück führte, ließ sich ein Geräusch vernehmen. Die Spalte oben schloss sich, und ich eilte augenblicklich zum Bassin zurück. Dort war der einzige Ort, wo ich Zuflucht finden konnte. Vorsichtig, damit das Wasser keine Wellen werfen sollte, die mich verraten hätten, glitt ich hinein. Kaum war dies geschehen, so öffnete sich die Tür, und es erschien die Gestalt Abrahims, der langsam und spähend den Hof umschritt. Ich stand bis zum Munde im Wasser, und mein Kopf war hinter der Einfassung des Bassins verborgen, so daß mich der Ägypter nicht gewahr werden konnte. Dieser überzeugte sich, daß das Tor noch verschlossen sei, und verschwand, nachdem er die Runde vollendet hatte, wieder in dem Selamlück. Jetzt stieg ich wieder aus dem Wasser, glitt zum Tore, schob den Riegel zurück und öffnete. Ich stand im Garten. Rasch eilte ich quer über denselben Hinweg, um nun auch das Mauertor zu öffnen, und dann wollte ich um die Ecke biegen, Isla Ben Maffley zu holen, als dieser eben erschien. »Hamdulelah! Preis sei Gott, Effendi! Es ist dir gelungen!« »Ja, aber ich kämpfte mit dem Tode.« »Gib mir mein Gewand!« Hose und Weste trieften mir vor Wasser. Ich warf nur die Jacke darüber, um nicht in meinen Bewegungen gehindert zu sein. Ich sprach bereits mit Zenica. »Ist es wahr, Effendi?« Sie hatte mich verstanden und erwartete uns. »Oh, komm, schnell, schnell, warte noch!« Ich ging in den Garten, um eine der Stangen zu holen, welche ich gleich bei meiner ersten Anwesenheit bemerkt hatte. Dann traten wir in den Hof. Die Spalte oben im Gitterwerke hatte sich bereits wieder geöffnet. »Senica, mein Stern, mein«, rief Isla mit unterdrückter Stimme, als ich emporgezeigt hatte. Ich unterbrach ihn. »Um alles in der Welt still, hier ist keine Zeit zu Herzensgrüßen. Du schweigst, und nur ich rede.« Dann wandte ich mich empor zu ihr. »Bist du bereit, mit uns zu gehen?« »Oh, ja.« »Durch die Zimmer geht es nicht?« »Nein.« »Aber drüben, hinter den hölzernen Säulen, liegt eine Leiter.« »Ich hole sie.« Wir brauchten also weder die Stange noch den mitgebrachten Strick. Ich ging und fand die Leiter. Sie war fest. Als ich sie angelehnt hatte, stieg Isla empor. Ich schlich unterdessen nach der Tür zum Selamlück, um zu horchen. Es dauerte einige Zeit, ehe ich die Gestalt des Mädchens erscheinen sah. Sie stieg herab, und Isla unterstützte sie dabei. In dem Augenblicke, in welchem sie den Boden erreichten, erhielt die Leiter einen Stoß. Sie schwankte und stürzte mit einem lauten Krach zu Boden. »Flieh, schnell, nach dem Bote!« warnte ich. Sie eilten nach dem Tore, und zu gleicher Zeit hörte ich Schritte hinter der Tür. Abraham hatte das Geräusch vernommen und kam herbei. Ich musste den Fliehenden den Rückzug decken und folgte ihnen also mit nicht zu großer Schnelligkeit. Der Ägypter bemerkte mich, sah auch die umgestürzte Leiter und das geöffnete Gitter. Er stieß einen Schrei aus, der von allen Bewohnern des Hauses gehört werden musste. »Zur Sitz, Adjut, Dieb, Räuber, Halt! Herbei, herbei, ihr Männer, ihr Leute, ihr Sklaven, Hilfe!« Mit diesen laut gebrüllten Worten sprang er hinter mir her. Da der Orient keine Betten nach Art der Unseren kennt, und man meist in den Kleidern auf dem Divan schläft, so waren die Bewohner des Hauses alsbald auf den Beinen. Der Ägypter war hart hinter mir. Am Außentore blickte ich mich um. Er war nur zehn Schritte von mir entfernt, und dort, an dem inneren Tore, erschien bereits ein zweiter Verfolger. Draußen bemerkte ich nach rechts Isla Ben Malflay, Mizenitzer fliehen, ich wandte mich also nach links. Abraham ließ sich täuschen. Er sah nicht sie, sondern nur mich, und folgte mir. Ich sprang um die eine Ecke in der Richtung nach dem Flusse zu, oberhalb des Hauses, während unser Boot unterhalb desselben lag. Dann rannte ich um die zweite Ecke, das Ufer entlang. »Halt, Bube, ich schieße!« erscholl es hinter mir. Er hatte also die Waffen bei sich gehabt. Ich eilte weiter. Traf mich seine Kugel, so war ich tot oder gefangen, denn hinter ihm folgten seine Diener, wie ich aus ihrem Geschrei vernahm. Der Schuß krachte. Er hatte im Laufen gezielt. Statt dabei stehen zu bleiben, das Geschoss flog an mir vorüber. Ich tat, als sei ich getroffen und warf mich zur Erde nieder. Er stürzte an mir vorbei, denn er hatte nun das Boot bemerkt, in welches Isla eben Mizenitzer einstieg. Gleich hinter ihm sprang ich wieder auf. Mit einigen weiten Sprüngen hatte ich ihn erreicht, packte ihn im Nacken und warf ihn nieder. Das Geschrei der Felata erscholl, aber jetzt hinter mir. Sie waren mir sehr nahe, da ich mit dem Niederwerfen Zeit und Raum verloren hatte, aber ich erreichte den Kahn und sprang hinein. Sofort stieß Halef vom Ufer, von welchem wir bereits mehrere Bootslängen entfernt waren, als die Verfolger dort ankamen. Abraham hatte sich wieder emporgerafft. Er überblickte die ganze Situation. »Geri«, brüllte er, »Geri, Erke Kler, zurück, zurück, ihr Männer! Geri, Dogur, Kajika, zurück nach dem Bote!« Alle wandten sich um in der Richtung nach dem Kanale, wo ihr Kahn gelegen hatte. Abraham kam zuerst an und stieß einen Schrei der Wut aus. Er sah, dass das Boot verschwunden war. Wir hatten unterdessen die ruhigeren Gewässer des Ufers verlassen und das schneller strömende Wasser erreicht. Halef und der Barbier aus Jüterbock ruderten, auch ich nahm eines der aus dem Boote Abrahims genommenen Ruder. Isla tat dasselbe, und so schoss unser Kahn sehr schnell stromabwärts. Es wurde kein Wort gesprochen. Unsere Stimmung war nicht danach, in Worte gefasst zu werden. Während des ganzen Abenteuers war doch eine längere Zeit vergangen, so daß jetzt bereits sich der Horizont rötete und man die nebellosen Wasser des Niles weithin zu überblicken vermochte. Noch immer sahen wir Abraham mit den Seinigen am Ufer stehen, und weiter oben erschien ein Segel, welches in dem Morgenrot erglühte. »Ein Sandal!« meinte Halef. »Ja, es war ein Sandal, eine jener lang gebauten, stark bemannten Barken, welche so schnell segeln, daß sie fast mit einem Dampfer um die Wette gehen. Er wird den Sandal anrufen und uns auf demselben verfolgen,« sagte Isla. »Hoffentlich ist der Sandal ein Kauffahrer, der nicht auf ihn hört.« »Wenn Abraham dem Reis eine genügende Summe bietet, wird dieser sich nicht weigern.« »Auch in diesem Falle würden wir einen guten Vorsprung gewinnen.« »Ehe der Sandal anlegt und der Reis mit Abraham verhandelt hat, vergeht einige Zeit.« »Auch muß sich Abraham, ehe er an Bord gehen kann, mit allem versehen, was zu einer längeren Reise notwendig ist, da er nicht wissen kann, welche Ausdehnung die Verfolgung haben wird.« Das Segel entschwand jetzt unseren Blicken, und wir machten eine so schnelle Fahrt, daß wir nach kaum einer halben Stunde die Dahabie zu Gesicht bekamen, welche uns weitertragen sollte. Der alte Abu El-Reisan lehnte an der Brüstung des Sternes. Er sah, daß eine weibliche Person im Boote saß, und wußte also, daß unser Unternehmen gelungen sei. Wenigstens gelungen bis zu diesem Augenblick. »Legt an!« rief er. »Die Treppe ist niedergelassen!« Wir stiegen an Bord, und das Boot wurde am Steuer befestigt. Dann ließ man die Seile gehen und zog die Segel auf. Das Fahrzeug drehte den Schnabel vom Land ab, der Wind legte sich in das Leinen, und wir strebten der Mitte des Stromes zu, welcher uns nun abwärts trug. Ich war zum Reichsgetreten. »Wie ging es?« frug er mich. »Sehr gut. Ich werde es dir erzählen, doch sage mir vorher, ob ein guter Sandal dein Fahrzeug einholen könnte.« »Werden wir verfolgt?« »Ich glaube es nicht, doch es ist möglich.« »Meine Dahabie ist sehr gut, aber ein guter Sandal holt jede Dahabie ein.« »So wollen wir wünschen, daß wir unverfolgt bleiben.« Ich erzählte nun den Hergang unseres Abenteuers und ging dann nach der Kajüte, um meine noch immer feuchten Kleider zu wechseln. Sie war in zwei Teile geteilt, einen kleinen und einen größeren. Der erstere war für Senica und der letztere für den Kapitän, Isla Ben Maffley, und mich bestimmt. Es waren vielleicht zwei Stunden seit unserer Abfahrt vergangen, als ich oberhalb unseres Schiffes die Spitze eines Segels bemerkte, welches sich immer mehr vergrößerte. Als der Rumpf sichtbar wurde, erkannte ich den Sandal, welchen wir in der Früh gesehen hatten. »Siehst du das Schiff?« frug ich den Reis. »Allah, Akbar, Gott ist groß, und deine Frage ist auch groß,« antwortete er mir. »Ich bin ein Reis und sollte ein Segel nicht sehen, welches so nahe hinter dem Einigen steuert.« »Ob es ein Fahrzeug des Kedive ist?« »Nein.« »Woraus erkennst du dies?« »Ich kenne diesen Sandal sehr genau.« »Ah, er gehört dem Reis Khalid Ben Mustafa.« »Kennst du diesen Khalid?« »Sehr, aber wir sind keine Freunde.« »Warum?« »Ein ehrlicher Mann kann nicht der Freund eines Unehrlichen sein.« »Hm, so ahnt mir etwas.« »Was?« »Dass sich Abraham Amur an seinem Bord befindet.« »Werden es sehen.« »Was wirst du tun, wenn der Sandal sich an die Dahabie legen will?« »Ich muß es zugeben.« »Das Gesetz sagt es so.« »Und wenn ich es nicht zugebe?« »Wie wolltest du dies anfangen?« »Ich bin der Reis meiner Dahabie und habe nach den Vorschriften des Gesetzes zu handeln.« »Und ich bin der Reis meines Willens.« »Jetzt trat Isla zu uns.« »Ich wollte ihm keine zudringliche Frage vorlegen, aber er begann selbst.« »Karaben Nemsi, du bist mein Freund, der beste Freund, den ich gefunden habe.« »Soll ich dir erzählen, wie Senica in die Hände des Ägypters gekommen ist?« »Ich möchte es sehr gern hören, doch zu einer solchen Erzählung gehört die Ruhe und Sammlung, welche wir jetzt nicht haben können.« »Du bist unruhig? Weshalb?« »Er hatte das hinter uns segelnde Fahrzeug noch nicht bemerkt.« »Dreh dich um und ziehe diesen Sandal.« Er wandte sich um. »Ist Abraham an Bord?« »Ich weiß es nicht, aber es ist sehr leicht möglich, weil der Kapitän ein Schurke ist, der sich von Abraham erkaufen lassen wird.« »Woher weißt du, dass er ein Schurke ist?« »Abu El Rezan sagt es.« »Ja,« bestätigte dieser, »ich kenne diesen Kapitän und kenne auch sein Schiff. Selbst wenn es weiter entfernt wäre, würde ich es an seinem Segel erkennen, welches dreifach ausgebössert und zusammengefliegt ist.« »Was werden wir tun?« »frug Isla.« »Zunächst abwarten, ob Abraham sich an Bord befindet.« »Und wenn er da ist?« »So kommt er nicht zu uns herüber.« Unser Schiffsführer prüfte den Fortgang des Sandal und denjenigen, den wir selbst machten, und meinte dann, »er kommt uns immer näher.« »Ich werde eine Triketta beisetzen lassen.« Dies geschah, aber ich merkte bereits nach einigen Minuten, daß die Entscheidung dadurch höchstens verzögert, nicht aber aufgehoben werde.« Der Sandal kam uns immer näher. Endlich war er nur noch eine Schiffslänge von uns entfernt und ließ das eine Segel fallen, um seine Schnelligkeit zu vermindern. »Wir sahen Abraham Mamur auf dem Deck stehen.« »Er ist da,« sagte Isla. »Wo steht er?« frug der Reis. »Ganz vorne am Buge.« »Isa?« »Karabernemsi, was tun wir? Sie werden uns ansprechen, und wir müssen ihnen antworten.« »Wer hat nach deinen Gesetzen zu antworten?« »Ich, der Inhaber meiner Dahabie.« »Merke auf, was ich dir sage, Abu El-Reisan. Bist du bereit, mir dein Schiff von hier bis Kahira zu vermieten?« »Der Kapitän sah mich erstaunt an, begriff dann aber gleich, was ich für einen Zweck verfolgte.« »Ja,« antwortete er. »Dann bin ich also der Inhaber?« »Ja.« »Und du als Reis mußt tun, was ich will?« »Ja.« »Und bist für nichts verantwortlich?« »Nein.« »Gut, rufe deine Leute zusammen.« Auf seinen Ruf kamen alle herbei. »Ihr Männer, ich sage euch, dass dieser Effendi, welcher Kara Ben-Nemsi heißt, unsere Dahabie von hier bis nach Kahira gemietet hat,« erklärte ihnen der Kapitän. »Ist es nicht so?« »Ja, es ist so,« bestätigte ich. »Ihr könnt mir also bezeugen, dass ich nicht mehr Herr des Schiffes bin?«, frug er die Leute. »Wir bezeugen es.« »So geht an eure Plätze. Das aber müßt ihr wissen, dass ich die Leitung des Schiffes behalte, denn Kara Ben-Nemsi hat es mir befohlen.« Sie entfernten sich, sichtlich befremdet über die sonderbare Mitteilung, welche ihnen geworden war. Mittlerweile war der Sandal in gleiche Linie mit uns gekommen. Der Kapitän desselben, ein alter, langer, sehr hagerer Mann mit einer Reiherfeder auf dem Tarbusch, trat an die Bordung und frug herüber. »Oh, da hab' ihr! Welcher Reis?« Ich neigte mich vor und antwortete. »Reis Hassan.« »Hassan Abu el-Reisan?« »Ja.« »Schön, kenne ihn,« antwortete er mit schadenfroher Miene. »Ihr habt ein Weib an Bord.« »Ja.« »Gebt es heraus.« »Khalid Ben-Mustafa, du bist verrückt.« »Wird sich finden. Wir werden bei euch anlegen.« »Das werden wir verhindern.« »Wie willst du dies anfangen?« »Das will ich dir sofort zeigen. Merke auf die Feder an deinem Tarbusch.« »Ich erhob sehr schnell die Büchse, welche ich, ohne dass er sie gesehen hatte, bereitgehalten hatte, zielte und drückte los.« »Die Feder flog herab.« »Selbst das entsetzlichste Unglück hätte den würdigen Ben-Mustafa nicht so in Aufregung versetzen können wie dieser Warnungsschuss.« »Er fuhr so hoch in die Luft, als beständen seine hageren Gliedmaßen aus elastischem Gummi, hielt sich den Kopf mit beiden Händen und floh hinter den Mast.« »Jetzt weißt du, wie ich schieße, Ben-Mustafa,« rief ich hinüber. »Wenn dein Sandal noch eine einzige Minute bei uns Backseids fährt, so schieße ich dir nicht die Feder vom Tarbusch, sondern die Seele aus dem Leibe. Darauf kannst du dich verlassen.« Diese Drohung hatte eine augenblickliche Wirkung. Er eilte an das Steuer, riß es aus den Händen dessen, der es bisher regiert hatte, und drehte ab. In zwei Minuten befand sich der Sandal in einer solchen Entfernung von uns, daß ihn meine Kugel nicht erreichen konnte. »Jetzt sind wir für den Augenblick sicher,« meinte ich. »Er wird nicht wieder so nahe kommen,« stimmte Hassan bei. »Aber er wird uns auch nicht aus dem Auge lassen, bis wir irgendwo an das Ufer legen, wo er die Hilfe des Gesetzes in Anspruch nehmen wird.« »Die fürchte ich nicht.« »Ich auch nicht, seit das Schiff dir gehört. Ich fürchte etwas anderes.« »Was?« »Das da.« Er deutete mit der Hand hinaus auf das Wasser, und wir verstanden sogleich, was er sagen wollte. Schon seit einiger Zeit hatten wir bemerkt, daß die Wogen mit größerer Gewalt und Schnelligkeit vorwärts strebten als vorher, und die jetzt felsig gewordenen Ufer einander immer näher traten. Wir näherten uns nämlich einer jener Stromschnellen, welche mehr oder weniger Gefahr drohend für den Schiffer dem Verkehr auf dem Nile fast unüberwindliche Hindernisse entgegenstellen. Jetzt mußte die Feindschaft der Menschen schweigen, damit sich die ungeteilte Aufmerksamkeit aller auf das drohende Element richten konnte. Die Stimme des Reis tönte laut schallend über das Deck. »Blickt auf, ihr Männer! Der Schellal kommt! Der Katarakt! Tretet zusammen und betet die heilige Fatia!« Die Leute folgten seinem Gebote und begannen. »Behüte uns, o Herr, von dem von dir gesteinigten Teufel!« »Im Namen des Allbarmherzigen!« intonierte der Reis. Darauf fielen die anderen ein und beteten die Fatia, die erste Sure des Koran. Ich muß gestehen, daß dieses Gebet auch mich ergriff, aber nicht aus Furcht vor der Gefahr, sondern aus Ehrfurcht vor der tief im Herzen wurzelnden Religiosität dieser halbwilden Menschen, welche nichts tun und beginnen, ohne sich dessen zu erinnern, der in dem Schwachen mächtig ist. »Wohl an, ihr jungen Männer, ihr mutigen Helden! Geht an eure Plätze!« »Gebot nun der Führer!« »Der Strom hat uns ergriffen!« Das Kommando eines Nilschiffes läuft nicht so ruhig und exakt ab wie die Führung eines europäischen Fahrzeuges. Das heiße Blut des Südens rollt durch die Adern und treibt in der Gefahr den Menschen von dem Extreme der ausschweifendsten Hoffnung herab auf dasjenige der tiefsten Niedergeschlagenheit und Verzweiflung. Alles schreit, ruft, brüllt, heult, betet oder flucht im Augenblicke der Gefahr, um im nächsten Momente, wenn diese Gefahr vorübergegangen ist, noch lauter zu jubeln, zu pfeifen, zu singen und zu jauchzen. Dabei arbeitet ein jeder mit Anspannung aller seiner Kräfte und der Schiffsführer springt von einem zum anderen, um jeden anzufeuern, tadelt die Säumigen in Ausdrücken, wie sie nur ein Araber sich auszusinnen vermag und belohnt die anderen mit den süßesten, zärtlichsten Namen, unter denen sich das Wort »Held« am meisten wiederholt. Hassan hatte sich auf das Passieren der Stromschnelle vorbereitet und Reservemannschaft eingenommen. Jedes Ruder war doppelt besetzt und am Steuer standen drei Barkenführer, welche jeden Fußbreit des Stromes hier an dieser gefährlichen Stelle kannten. Mit furchtbarer Gewalt rauschten die Wogen jetzt über die von dem Wasser kaum bedeckten Felsblöcke, die Wellen stürzten schäumend über das Deck und der Donner des Katarakts übertäubte jedes auch das lauteste Kommandowort. Das Schiff stöhnte und krachte in allen Fugen, die Ruder versagten ihre Dienste und dem Steuer vollständig ungehorsam tobte die Dahabie durch die kochenden Wasser. Da treten die schwarzen glänzenden Felsen vor uns eng zusammen und lassen nur noch ein Tor offen, welches kaum die Breite unseres Schiffes besitzt. Die Wogen werden förmlich durch dasselbe hindurch gepresst und stürzen sich in einem dicken, mächtigen Strahle nach unten, in ein Becken, welches übersehet ist von haarscharfen und nadelspitzen Steinblöcken. Mit Sausenderhast schießen wir dem Tore zu, die Ruder werden eingezogen, jetzt, jetzt sind wir im furchtbaren Loche, dessen Wände uns zu beiden Seiten so nahe sind, daß wir sie mit den Händen erreichen können. Als wolle es uns hinaustreiben in die Luft, so schleudert uns die rasende Gewalt der Strömung über die sprühenden, gischtspritzenden Kämme des Falles hinaus und wir stürzen hinab in den Schlund des Kessels. Es brodelt, spritzt, rauscht, tobt, donnert und brüllt um uns her. Da packt es uns wieder mit unwiderstehlicher Macht und reißt uns eine schief abfallende Ebene hinab, deren Wasserfläche glatt und freundlich vor uns liegt, aber grad unter dieser Glätte die gefährlichste Tücke birgt, denn wir schwimmen nicht, nein, wir fallen, wir stürzen mit rapider Vehemenz die abschüssige Bahn hinab. Und Allah, Kerim, Gott ist gnädig, ertönt jetzt so schrill Hassans Stimme, daß sie gehört werden kann. Allah, il Allah, an die Ruder, an die Ruder, ihr Jünglinge, ihr Männer, ihr Helden, ihr Tiger, Panther und Löwen, der Tod liegt vor euch, seht ihr es denn nicht? Amal, Amal, ay Allah, Amal, Macht, macht, bei Gott, macht, ihr Hunde, ihr Feiglinge, ihr Schurken und Katzen, arbeitet, arbeitet, ihr Wackeren, ihr Guten, ihr Helden, ihr Unvergleichlichen, Erprobten und Auserwählten. Wir schießen einer Schere zu, welche sich grad vor uns öffnet und uns im nächsten Augenblicke vernichten wird. Die Felsen sind so scharf und der Fall des Stromes ist so reißend, daß von dem Schiffe keine Hand groß von Holz beisammen bleiben kann, wie es scheint. Allah, ja, Satir, o du Bewahrer, Hilf, links, links, ihr Hunde, ihr Geier, ihr Rattenfresser, ja, es verdauer links, links mit dem Steuer, ihr Braven, ihr Herrlichen, ihr Väter aller Helden, Allah, Allah, Maschallah, Gott tut Wunder, ihm sei Dank. Das Schiff hat den fast übermenschlichen Anstrengungen gehorcht und ist vorübergeflogen. Für einige Augenblicke befinden wir uns im ruhigen Fahrwasser und alles stürzt sich auf die Knie, um dem Allmächtigen zu danken. »Yeshetu inu la il laha ilala«, tönt es jubelnd über das Deck hin, »bezeuge, daß es nur einen Gott gibt. »Salem, aleina, barktak, begnadige uns mit deinem Segen.« Da kommt es hinter uns hergeschossen, wie von der Sehne eines Bogens geschnellt. Es ist der Sandal, welcher dieselben Gefahren hinter sich hat wie wir. Seine Schnelligkeit ist jetzt wieder größer als die unsrige und er muß daher an uns vorüber, aber das offene Fahrwasser ist so schmal, daß wir nur mit Mühe auszuweichen vermögen und fast Bord an Bord rauscht er vorüber. Am Maste lehnt Abraham Mamur, die Rechte hinter sich versteckend. Mir gerade gegenüber reißt er die verborgen gehaltene, lange arabische Flinte an die Wange. Ich werfe mich nieder. Die Kugel pfeift über mir hinweg und im nächsten Augenblick ist der Sandal uns weit voran. Alle haben den Mordversuch gesehen, aber niemand hat Zeit zur Verwunderung oder zum Zorne, denn die Strömung packt uns wieder und treibt uns in ein Labyrinth von Klippen. Da erschallt vor uns ein lauter Schrei. Der Sandal wurde von der Macht des Schellal an einen Felsen geworfen, die Schiffer schlagen die Ruder in die Flut und das nur leicht beschädigte Fahrzeug schießt, von den Wogen wieder gefaßt, befreit davon. Aber bei dem Stoße ist ein Mensch über Bord gefallen. Er hängt im Wasser, sich verzweiflungsvoll an die Klippe klammernd. Ich ergreife einen der vorhandenen Dattelbaststricke, eile an das Seitenbord und werfe ihn dem Bedrohten zu. Er faßt danach, ergreift ihn, wird emporgezogen. Es ist Abraham Amur. Sobald er das Verdeck glücklich erreicht hatte, schüttelte er das Wasser aus seinen Kleidern und stürzte dann mit geballten Fäusten auf mich zu. »Hund, du bist ein Räuber und Betrüger!« Ich erwartete ihn stehenden Fußes und meine Haltung bewirkte, daß er vor mir stehen blieb, ohne seine Fäuste in Anwendung zu bringen. »Abrahim Amur, sei höflich, denn du befindest dich nicht in deinem Hause. Sagst du nur noch ein Wort, welches mir nicht gefällt, so lasse ich dich an den Mast binden und durchpeitschen.« Die größte Beleidigung für einen Araber ist ein Schlag und die zweitgrößte ist die Drohung, ihn zu schlagen. Abraham machte eine Bewegung, bezwang sich aber augenblicklich. »Du hast mein Weib an Bord«, rief er. »Nein.« »Du sagst mir nicht die Wahrheit.« »Ich sage sie, denn die, die ich an Bord habe, ist nicht dein Weib, sondern die Verlobte dieses jungen Mannes, welcher neben dir steht.« Er stürzte auf die Kajüte zu, dort aber trat ihm Halef entgegen. »Abrahim Amur, ich bin Haji Halef Omar, bin Haji Abul Abbas. Dieses hier sind meine zwei Pistolen, und ich werde dich niederschießen, sobald du irgendwo hingehen willst, wohin zu gehen, mein Herr dir verbietet.« Mein kleiner Halef machte ein Gesicht, dem der Ägypter es ansehen konnte, daß es ihm mit dem Schießen ernst sei. Er wandte sich daher ab und schnaubte. »So werde ich euch verklagen, sobald ihr an das Land geht, um eure Hilfsmatrosen abzusetzen.« »Tue es. Bis dahin bist du aber nicht mein Feind, sondern mein Gast, solange du dich friedlich benimmst.« Die Stromschnelle war in ihren gefährlichen Stellen glücklich durchschifft, und wir konnten uns nun mit der nötigen Muße unserer Angelegenheit zuwenden. »Willst du uns jetzt erzählen, auf welche Weise Zenitza in die Hand dieses Menschen geraten ist?« frug ich Isla. »Ich will sie holen,« antwortete er. »Sie mag es euch selbst erzählen.« »Nein, sie mag in der Kajüte bleiben, denn ihr Anblick würde den Ägypter erbittern und zum Äußersten reizen. Sage uns vor allen Dingen, ob sie Muhammedanerin oder Christin ist. Sie ist eine Christin. Von welcher Konfession? Von der, welche ihr Griechisch nennt. Sie ist nicht seine Frau geworden? Er hat sie gekauft. Ah, ist es möglich? Ja, die Montenegrinerinnen gehen nicht verschleiert. Er hat sie in Skutari gesehen und ihr gesagt, er liebe sie und sie solle sein Weib werden. Sie aber hat ihn ausgelacht. Dann ist er in die Tschernagora zu ihrem Vater gekommen und hat eine große Summe geboten, um sie von ihm zu kaufen. Dieser jedoch hat ihn zur Türe hinausgeworfen. Dann hat er den Vater der Freundin bestochen, bei welcher Zenit so oft zu Besuch war und dieser ist auf den Handel eingegangen. Wie? Dieser Mensch hat sie für seine Sklavin ausgegeben, hat sie an Abraham Amor verkauft und ihm eine Schrift darüber ausgehändigt, in welcher sie für eine zirkassische Sklavin gilt. Ah, darum ist also diese Freundin mit ihrem Vater so plötzlich verschwunden. Nur darum. Er hat sie dann auf ein Schiff gebracht und ist mit ihr erst nach Zypern und dann nach Ägypten gefahren. Das Übrige ist euch bekannt. Wie hieß der Mann, der sie verkaufte? Frug ich unwillkürlich. Barut el-Amasat El-Amasat? El-Amasat, dieser Name kommt mir sehr bekannt vor. Wo habe ich ihn gehört? War dieser Mensch ein Türke? Nein, sondern ein Armenier. Ein Armenier? Ah, jetzt wußte ich es. Hamt el-Amasat, jener Armenier, welcher uns auf dem Schotjerit verderben wollte und dann aus Kebili entfloh. War es derselbe? Nein, denn die Zeit stimmte nicht. Weißt du nicht, frug ich Isla, ob dieser Barut el-Amasat einen Bruder hat? Nein, Senitsa weiß es auch nicht. Ich habe sie nach dieser Familie sehr genau befragt. Da kam der Diener Hamt el-Jeribaya herbei und wandte sich an mich. Herr Fendim, ich habe sie was zu sagen. Sprich! Wie heißt dieser ägyptische Tunisjud? Abraham Mamur. So, das will also in Mamur ihr Wesen sein? Allerdings? Dat lassen sie sich man nur nicht weismachen, denn ich kenne diesen Menschen besser als ihr mir. Ah, wer ist er? Ich habe ihn gesehen, als ihn, der die Bastonade kriegte und weil es die erste Bastonade war, so habe ich es mir sehr eingehend nach ihm erkundigt. Nun, wer und was ist er? Er war bei die persische Gesandtschaft Attaché oder so etwas und hat ihn Geheimnis verraten oder so ungefähr. Er hat totgemacht werden sollen, aber weil er Gönner gehabt hat, so ist es bei der Absetzung mit Bastonade geblieben. Sein Name ist Davud Arafim Daß der Barbier aus Jüterbock diesen Mann kannte, war ein ganz staunenswerter Zufall und nun fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich hatte ihn gesehen und zwar in Isfahan auf dem Al-Maidan-Schar, wo er auf ein Kamel gebunden wurde, um als Gefangener nach Konstantinopel geschafft zu werden. Mein Weg führte mich damals eine kurze Strecke mit derselben Karawane und so kam es, daß er auch mich gesehen und sich jetzt wieder meiner erinnert hatte. Ich danke dir, Hamsat, für diese Mitteilung, behalte sie aber jetzt noch für dich. Nun war mir nicht im Mindesten mehr Bange bei dem Gedanken, daß Abraham mich verklagen werde. Ich weiß nicht, wie es kam, aber ich konnte die Vermutung nicht zurückweisen, daß er mit Barut El-Amasat, welcher Zeniza an ihn verkauft hatte, nicht erst durch das Mädchen bekannt geworden war. Abraham war ein degradierter Beamter, ein Gefangener gewesen und hatte sogar die Bastonade erhalten. Jetzt trat er als Mamur auf und besaß ein Vermögen. Dies waren Umstände, welche mir sehr zu denken gaben. Ich zog es vor, die Mitteilung des Barbiers jetzt noch niemand zu sagen, damit Abraham nicht merke, daß er durchschaut worden sei. Am nächsten Landeplatze mußten die oberhalb der Stromschnelle auf die Dahabie genommenen Schiffer wieder an das Land gesetzt werden. Unser Fahrzeug wandte sich daher dem Ufer zu. Werden wir Anker werfen oder nicht? Frug ich den Reis. Nein, ich lenke sofort um, wenn die Männer das Schiff verlassen haben. Warum? Um die Polizei zu vermeiden. Und Abraham wird mit den Schiffern an das Ufer gebracht. Ich fürchte die Polizei nicht. Du bist ein Fremdling im Lande und stehst unter deinem Konsul. Man kann dir also nichts tun. Ah! Dieser letzte Ausruf galt einem Bote, welches mit bewaffneten, finster blickenden Männern besetzt war. Es waren Kawassen Polizisten. Du wirst wohl nicht sofort umlenken, meinte ich zu Hassan. Und doch, wenn du es befiehlst. Ich hab nur dir zu gehorchen. Ich befehle es nicht. Ich möchte im Gegenteil die hiesige Polizei einmal kennenlernen. Das Boot legte bei uns an und alle seine Insassen stiegen an Bord, noch ehe wir das Ufer erreicht hatten. Die Bemannung des Sandal war hier auch gelandet, hatte erzählt, daß Abraham im Schelal ertrunken sei und auch von dem Frauenraube berichtet. So dann war, wie wir später erfuhren, der alte Reis Khalid ben Mustafa eilenden Fußes zum Richter gelaufen und hatte eine so wohl gesetzte Rede gehalten über mich, den ungläubigen Mörder, Aufrührer, Räuber und Empörer, dass ich eigentlich sehr zufrieden sein mußte, nur mit dem Hängen oder Säcken davon zu kommen. Da die Gerechtigkeit jener Länder von der wichtigen Erfindung der Aktenstöße noch keine Notiz genommen hat, so wird in Rechtsfällen überaus schnell und summarisch verfahren. Wer ist der Reis dieses Schiffes? frug der Anführer der Kawassen. Ich. Wie heißest du? Hassan Abu el-Raisan. Hast du auf deinem Schiffe einen Effendi, einen Hekim, der ein Ungläubiger ist? Da steht er und heißt Karabeln Nemsi. Und ist hier auf deinem Schiffe auch ein Weib namens Gysela? Sie ist in der Kajüte. Wohl an, ihr seid meine Gefangenen allesamt und folgt mir zum Richter, während ich das Schiff von meinen Leuten bewachen lasse. Die Dahabier legte an und ihre ganze Den Mus Iden zum Städtli hinaus. Der Sachbet Bay oder Polizeidirektor saß mit seinem Sekretär bereits unserer Ankunft gewärtig. Er trug die Abzeichen eines Bimbashi, eines Majors oder Befehlshabers von tausend Mann, hatte aber trotzdem weder ein kriegerisches noch ein übermäßig intelligentes Aussehen. Wie die ganze Bemannung des Sandal, so hatte auch er, Abraham Amur, für ertrunken gehalten und empfing den vom Tode Auferstandenen mit einem Respekte, der ganz das Gegenteil von dem Blick war, den er uns zuwarf. Wir wurden in zwei Lager geteilt, hüben die Bemannung des Sandal mit Abraham und einigen seiner Diener, die er mitgenommen hatte, und drüben die Leute von der Dahabie, mit Zenitza, Isla und mir, nebst Halef und dem Barbier. »Befühlst du eine Pfeife, Herr?« frug der Sachbet Bay den vermeintlichen Mamur. »Lasse sie bringen.« Er erhielt sie nebst einem Teppich, um sich darauf niederzusetzen. Dann begann die Verhandlung. »Hoheit, sage mir deinen von Allah gesegneten Namen.« »Er lautet Abraham Mamur.« »So bist du ein Mamur in welcher Provinz?« »In En-Nassar.« »Du bist der Ankläger. Sprich, ich höre zu und werde richten.« »Ich klage an diesen Gyaur, der ein Hekim ist, der Chikarma. Ich klage an den Mann, der neben ihm steht, der Chikarma. Ich klage an den Führer der Dahabie, der Mithilfe beim Frauenraube. Wie weit die Diener dieser beiden Männer und die Matrosen der Dahabie beteiligt sind, das magst du bestimmen, o Bimbashi.« »Erzähle, wie der Raub vollendet wurde.« Abraham erzählte. Als er geendet hatte, wurden seine Zeugen verhört, was die Folge hatte, daß ich von dem Reis des Sandals, Herrn Khalid ben Mustafa, auch noch des Mordversuches bezüchtigt wurde. In den Augen des Sachbet Bey leuchtete der Blitz, als er sich nun zu mir wandte. »Gyaur, wie ist dein Name?« »Karabenemsi.« »Wie heißt deine Heimat?« »Germanistan.« »Wo liegt diese Handvoll Erde?« »Handvoll?« »Hm, Bimbashi, du beweisest, daß du sehr unwissend bist.« »Hund!« fuhr er auf mich. »Was willst du sagen?« »Germanistan ist ein großes Land und hat zehnmal mehr Einwohner als ganz Ägypten. Du aber kennst es nicht. Du bist überhaupt ein schlechter Geograf und darum lässest du dich von Abraham Mamur belügen.« »Wage es, noch so ein Wort zu sagen, und ich lasse dich mit dem Ohre an die Wand nageln.« »Ich wage es. Dieser Abraham sagt, er sei der Mamur der Provinz En-Nassar. Mamurs gibt es nur in Ägypten.« »Liegt En-Nassar nicht in Ägypten, Gyaur?« »Ich bin selbst dort gewesen und kenne den Mamur wie meinen Bruder, ja, wie mich selbst.« »Du lügst.« »Nagelt ihn fest!«, gebot der Richter. Ich zog den Revolver und Halef, der dies sah, seine Pistolen. »Bimbashi, ich sage dir, daß ich erst den niederschießen werde, der mich anrührt, und dann dich. Du lügst, ich sage es noch einmal. En-Nassar ist eine ganz kleine, geringe Oase zwischen Humr und Tigert im Lande Tripolis. Dort gibt es keinen Mamur, sondern einen armen Sheikh. Er heißt Mamra ibn Alef Abusin, und ich kenne ihn sehr genau. »Ich könnte mit dir Komödie spielen und dir erlauben, noch weiter zu fragen, aber ich will es kurz machen. Wie kommt es, daß du die Kläger stehen lässest, während der Angeklagte der Verbrecher sitzen darf und sogar die Pfeife von dir bekommt?« Der gute Mann sah mich ganz verdutzt an. »Wie meinst du das, Gyaur?« »Ich warne dich, mich mit diesem Worte zu beschimpfen. Ich habe einen Pass bei mir, und auch einen Itzin Gittisch, des Vizekönigs von Ägypten. Dieser aber, mein Gefährte, ist aus Istanbul. Er hat ein Bujeruldu des Großherrn und ist also ein Gyalgeda Padishanün.« »Zeig die Scheine her!« Ich gab ihm den meinigen, und Isla legte ihm den seinigen vor. Er las sie und gab sie uns dann mit verlegener Miene zurück. »Sprich weiter!« Diese Aufforderung bewies mir, daß er nicht wußte, was er tun sollte. Ich nahm also wieder das Wort. »Du bist ein Sachbet Bey und ein Bimbashi und weißt doch nicht, was deines Amtes ist.« »Wenn du ein Handschreiben des Großherrn liesest, so mußt du es vorher an Stirn, Auge und Mund drücken, und alle Anwesenden auffordern, sich zu verbeugen, als ob seine Herrlichkeit selbst zugegen wäre. Ich werde dem Kedive und dem Großvisier in Istanbul erzählen, welche Achtung du ihnen erweisest.« Das hatte er nicht erwartet. Er war so erschrocken, daß er die Augen aufriß und den Mund öffnete, ohne ein Wort zu sagen. Ich aber fuhr fort. Du wolltest wissen, was ich vorhin mit meinen Worten meinte. Ich bin der Ankläger und muß stehen, und dieser ist der Angeklagte und darf sitzen. »Wer klagt ihn an?« »Ich. Dieser, dieser und wir alle.« Abraham staunte, aber er sagte noch nichts. »Wessen klagst du ihn an?« frug der Sachbet Bey. »Der Chikerma, desselben Verbrechens, dessen er uns anklagte.« Ich sah es, daß Abraham unruhig wurde. Der Richter gebot mir, »Sprich!« »Du dauerst mich, Bimbashi, daß du eine solche Trauer erleben mußt.« »Welche Trauer?« »Dass du einen Mann verurteilen mußt, den du so gut kennst wie deinen Bruder, ja, wie dich selbst. Du bist sogar bei ihm in En-Nasar gewesen und weißt genau, daß er ein Mamur ist. Ich aber sage dir, daß auch ich ihn kenne. Er heißt Davut Arafim, war Beamter des Großherrn in Persien, wurde aber abgesetzt und bekam sogar die Bastonade.« Jetzt erhob sich Abraham vom Boden. »Und, Sachbet Bey, dieser Mann hat den Verstand verloren.« »Sachbet Bey, höre mich weiter. Dann wird es sich zeigen, wessen Kopf besser ist und fester sitzt, der meine oder der seine.« »Rede!« Dieses Weib hier ist eine Christin, eine freie Christin aus Karadach. Er hat sie geraubt und mit Gewalt nach Ägypten entführt. Hier mein Freund ist ihr rechtmäßiger Verlobter und darum ist er nach Ägypten gekommen und hat sie sich wieder geholt. »Du kennst uns, denn du hast unsere Legitimationen gelesen. Ihn aber kennst du nicht. Er ist ein Frauenräuber und Betrüger. Lass dir seine Legitimation zeigen. Oder ich gehe zum Kedive und sage, wie du Gerechtigkeit übst in dem Amte, welches er dir gegeben hat.« »Ich bin von dem Kapitän des Sandal des Mordversuches angeklagt. Frage diese Männer. Sie alle haben es gehört, dass ich ihm die Feder vom Tarbus schießen wollte, und ich habe sie getroffen. Der, welcher sich einen Mamur nennt, aber hat im Ernste und in der Absicht, mich zu töten, auf mich geschossen. Ich klage ihn an. Nun entscheide.« Der brave Mann befand sich natürlich in einer großen Verlegenheit. Er konnte doch seine Worte und Taten nicht dementieren, fühlte aber sehr wohl, dass ich ihm Rechte sei, und so entschloss er sich zu tun, was eben nur ein Ägypter zu tun vermag. »Das Volk solle hinaus und in seine Häuser gehen,« gebot er. »Ich werde mir die Sache überlegen und am Nachmittage das Gericht halten. Ihr alle aber seid meine Gefangenen.« Die Kavassen trieben die Zuschauer mit Stockschlägen hinaus. So dann wurde Abraham Mamur mit der Mannschaft des Sandal gefangen abgeführt, und schließlich schaffte man auch uns fort, nämlich in den Hof des Gebäudes, in welchem wir uns ungestört bewegen durften, während einige Kavassen, im Ausgange postiert, uns zu bewachen schienen. Nach einer Viertelstunde aber waren sie verschwunden. Ich ahnte, was der Sachbet Bey beabsichtigte, und trat zu Isla ben Mafley, welcher neben Zenitza am Brunnen saß. »Denkst du, dass wir heute unseren Prozess gewinnen werden?« »Ich denke gar nichts. Ich überlasse alles dir,« antwortete er. »Und wenn wir ihn gewinnen, was wird mit Abraham geschehen?« »Nichts. Ich kenne diese Leute. Abraham wird dem Bimbashi Geld geben oder einen der kostbaren Ringe, die er an den Fingern trägt, und der Bashi wird ihn laufen lassen.« »Wünschest du seinen Tod?« »Nein. Ich habe Zenitza gefunden, das ist mir genug.« »Und wie denkt deine Freundin darüber?« Zenitza antwortete selbst. »Effendi, ich war sehr unglücklich. Jetzt aber bin ich frei. Ich werde nicht mehr an ihn denken.« Das befriedigte mich. Jetzt galt es nur noch, den Abu El-Reizan zu befragen. Er erklärte mir rundweg, daß er sehr froh sei, mit heiler Haut davon zu kommen, und so machte ich mich beruhigt an das Rekognizieren. Ich schritt durch den Ausgang hinaus auf die Straße. Die heiße Tageszeit war eingetreten, und ich sah keinen Menschen auf der Straße. Es war klar, daß der Sachbet Bay wünschte, daß wir uns selbst rationieren und nicht auf seine Entscheidung warten möchten. Ich kehrte daher in den Hof zurück, teilte den Leuten meine Absicht mit und forderte sie auf, mir zu folgen. Sie taten es, und kein Mensch trat unserem Tun entgegen. Als wir die Dahabie erreichten, ergab es sich, daß sie von den Kavassen verlassen worden war. Ein Freund und Bewunderer der Ladung, welche aus Sennesblättern bestand, hätte ganz ungestört eine Annexion vornehmen können. Der Sandal lag nicht mehr am Ufer. Er war verschwunden. Jedenfalls hatte der würdige Khalid Ben Mustafa noch eher, als wir die Absicht des Richters begriffen, und sich mit Schiff und Bemannung davon gemacht. Wo aber befand sich Abraham Mamur? Dies zu erfahren, wäre uns nicht gleichgültig gewesen, denn es war nicht nur möglich, sondern sehr wahrscheinlich, daß er uns im Auge behalten werde. Ich wenigstens hatte die Ahnung, ihn früher oder später wieder einmal zu treffen. Die Dahabie lichtete den Anker, und wir setzten unsere unterbrochene Fahrt fort, mit dem wohltuenden Bewusstsein, einer sehr schlimmen Lage glücklich entronnen zu sein. Abu Zeif Als nun Moses seine Hand ausstreckte über das Meer, nahm es der Herr durch einen starken Ostwind hinweg während der Nacht, und machte das Meer trocken, und die Wasser teilten sich voneinander. Und die Kinder Israels gingen hinein, mitten in das Meer, auf dem Trockenen, und das Wasser stand wie Mauern, ihnen zur rechten und zur linken. Und die Ägypter folgten, und gingen hinein, ihnen nach, alle Rosse des Pharao, und Wagen, und Reiter, mitten in das Meer. Als nun die Morgenwache kam, blickte der Herr auf das Heer der Ägypter aus der Feuersäule und aus der Wolke, und machte einen Schrecken in ihrem Heere, und stieß die Räder von ihren Streitwagen und stürzte sie um, mit Ungestüm. Da sprachen die Ägypter, Lasset uns fliehen vor Israel, der Herr streitet für sie wieder die Ägypter. Aber der Herr sprach zu Moses, Strecke deine Hand aus über das Meer, damit das Wasser wieder herfalle über die Ägypter und ihre Wagen und über ihre Reiter. Da streckte Moses seine Hand aus über das Meer, und das Meer kam wieder, vormorgens, in seinen Strom, und die Ägypter flohen ihm entgegen. Also stürzte sie der Herr mitten in das Meer. Daß das Wasser wiederkam, und bedeckte Wagen und Reiter und alle Macht des Pharao, die ihnen nachgezogen war, in das Meer, sodass kein einziger von ihnen übrig blieb. Die Kinder Israels aber gingen trocken durch das Meer, und das Wasser stand ihnen gleich Mauern zur Rechten und zur Linken. Also half der Herr Israel an diesem Tage von der Hand der Ägypter, und sie erblickten die Ägypter tot an dem Ufer des Meeres. Und die Hand des Herrn war mächtig, die er den Ägyptern gezeigt hatte, und das Volk Israel fürchtete den Herrn und glaubte an ihn, und an seinen Knecht Moses. An diese Stelle im zweiten Buch Moses, Kapitel 14, Vers 19 bis 31, mußte ich denken, als ich im Tale Hirot gegen Baal-Sephon mein Kamel anhielt, um das Auge über die glitzernden Fluten des Roten Meeres schweifen zu lassen. Es kam auch über mich etwas von jener Furcht, welche sein Anblick in den Herzen der Kinder Israels erweckt hatte. Ich fühlte nicht ein Grauen vor jenem Elemente, welches leider noch immer keine Balken hat, sondern es überlief mich jene heilige andächtige Scheu, welche jeder Gläubige fühlt, sobald er einen Ort betritt, von dem ihm die biblische Geschichte erzählt, daß hier der Fuß des Ewigen gerastet und hier die Hand des Unendlichen gewaltet habe. Es war mir, als höre ich jene Stimme, welche einst dem Sohne des Amram und der Jochebed zugerufen hatte, »Mose, Mose, tritt nicht herzu, sondern ziehe deine Schuhe aus, denn der Ort, darauf du stehst, ist ein heiliges Land.« Hinter mir also lag das Land des Osiris und der Isis, das Land der Pyramiden und der Sphinxe, das Land, in welchem das Volk Gottes das Joch der Knechtschaft getragen und die Felsen des Mokatam zum Bau jener Wunderwerke zusammengeschleppt hatte, welche noch heute das Staunen des Nilreisenden erregen. Im Schilfe des altehrwürdigen Stromes dort hatte die Königstochter das Knäblein gefunden, welches berufen war, ein Volk von Sklaven zu befreien und ihm in den Zehngöttlichen Geboten ein Gesetz zu geben, welches nach Jahrtausenden noch die Grundlage aller Gesetze und Gebote bildet. Vor mir, da zu meinen Füßen, funkelten die Fluten des Arabischen Golfs im glühenden Strahle der Sonne. Diese Fluten hatten einst der Stimme Jehova Sabaots gehorchend zwei Mauern gebildet, zwischen denen die Geknechteten des Landes Gosen den Weg zur Freiheit gefunden hatten, während das riesige Volk ihrer Unterdrücker und Verfolger einen schauervollen Untergang fand. Das waren dieselben Fluten, in denen später auch der Sultan Kebir, Napoleon Bonaparte, beinahe umgekommen wäre. Und gegenüber dem Birkit Pharaon, dem See des Pharao, wie die Araber den Ort nennen, an welchem die beiden Wassermauern über die Ägypter zusammenschlugen, erhebt sich der Felsenstock des Sinai, des berühmtesten Berges der Erde, gewaltig und den Zeiten trotzend, gleich dem unter Donner und Blitz über ihm erschollenen »Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine fremden Götter haben neben mir.« Es war nicht die Örtlichkeit allein, es war noch vielmehr die Geschichte derselben, deren Eindruck ich nicht von mir zu weisen vermochte, wenn ich es auch gewollt hätte. Wie oft hatte ich lauschend und mit stockendem Atem auf dem Schoße meiner alten, guten, frommen Großmutter gesessen, wenn sie mir erzählte von der Erschaffung der Welt, dem Sündenfalle, dem Brudermorde, der Sintflut, von Sodom und Gomorra, von der Gesetzgebung auf dem Sinai. Sie hatte mir die kleinen Hände gefaltet, damit ich ihr mit der nötigen Andacht das zehnfache »Du sollst« nachsprechen möge. Jetzt lag die irdische Hülle der Guten schon längst unter der Erde, und ich hielt gegenüber dem Orte, welcher mir von ihr in so lebendigen Farben gezeichnet worden war, obgleich nur ihr geistiges Auge ihn gesehen hatte, und es drängte sich mir die Wahrheit des Dichterwortes auf. »Ganz anders jene heiligen Geschichten, die nur das Buch der Bücher kann berichten, in dem vom Geiste sie verzeichnet stehen, nur ihnen darfst du festen Glauben schenken, und tief in ihren Zauber dich versenken, denn Gottes Odem fühlst du daraus wehen.« Der Glaube trägt eine festere Überzeugung in sich als das stolzeste Gebäude menschlicher Logik. Sie zu geben vermag, das war es, was ich in jener Stunde so recht lebhaft fühlte und erkannte, und ich hätte wohl noch lange in ernstes Sinnen versunken hier auf meinem Kamele halten und hinüberblicken können, wenn mich nicht die Stimme meines Wackeren Halef gestört hätte. »Hamdelela, preis sei Gott, daß die Wüste vorüber ist! Sieh, die hier ist Wasser, steige herab von dem Tiere und labe dich im Bade, so wie ich es jetzt tun werde!« Da trat einer der beiden Beduinen, welche uns geführt hatten, zu mir heran, und erhob warnend die Hand. »Tue es nicht, Effendi!« »Warum?« »Weil hier Melek el-Nevd, der Engel des Todes, wohnt. Wer hier in das Wasser geht, der wird entweder ertrinken oder den Keim des Sterbens mit sich fortnehmen. Jeder Tropfen dieser See ist eine Träne der hunderttausend Seelen, die hier umgekommen sind, weil sie Sidnamusa und die Seinigen töten wollten. Hier eilt jedes Boot und jedes Schiff vorüber, ohne anzuhalten. Denn Allah, den die Hebräer Jehuwa nannten, hat diesen Ort verflucht. »Ist es wirklich so, dass hier kein Schiff anhält?« »Ja.« »Ich wollte hier ein Fahrzeug erwarten, welches mich aufnehmen sollte.« »Es soll dich nach Suez bringen. Wir werden dich führen, und du sollst auf unseren Kamelen schneller hinkommen als auf einem Schiff.« »Ich will nicht nach Suez, sondern nach Thor.« »Dann musst du allerdings fahren, aber hier wird dich kein Fahrzeug aufnehmen. Erlaube, dass wir dich noch eine Strecke nach Süden begleiten, bis wir einen Ort erreichen, an welchem keine Geister wohnen und wo ein jedes Schiff gern anhalten wird, um dich aufzunehmen.« »Wie lange haben wir dann noch zu reiten?« »Nicht ganz dreimal die Zeit, welche von den Franken eine Stunde genannt wird.« Um an das Rote Meer zu gelangen, hatte ich nicht den gewöhnlichen Weg von Kairo nach Suez eingeschlagen. Die zwischen den beiden Städten liegende Wüste verdient den Namen Wüste schon längst nicht mehr. Früher war sie gefürchtet, sowohl wegen ihres vollständigen Wassermangels, als auch wegen der räuberischen Beduinen, die auf der öden Strecke ihr Wesen trieben. Jetzt ist das anders geworden, und dies war der Grund, dass ich mich weiter südwärts gehalten hatte. Ein Ritt durch die Einöde hatte für mich mehr Interesse als eine Reise auf gebahnten Wegen. Deshalb wollte ich jetzt auch Suez vermeiden, welches mir doch nur das bieten konnte, was ich bereits gesehen und kennengelernt hatte. Während unseres Rittes tauchten die beiden kahlen Höhen des Chekheim und des Daat vor uns auf, und als rechts von uns der hohe Gipfel des Jebel Garib sichtbar wurde, hatten wir das Grab Pharaos hinter uns. Das Rote Meer bildete zu unserer Linken eine Bucht, in welcher ein Fahrzeug vor Anker lag. Es war eine jener Barken, welche man auf dem Roten Meere mit dem Namen Sambuk bezeichnet. Sie war ungefähr 60 Fuß lang und 15 Fuß breit und hatte eines jener kleinen Hinterdecke, unter denen gewöhnlich ein Verschlag angebracht ist, welcher den Kapitän oder die vornehmen Passagiere beherbergt. So ein Sambuk hat, außer den Riemen, denn er wird auch gerudert, zwei dreieckige Segel, von denen das eine so weit vor dem anderen steht, dass es vom Winde angeschwellt ganz über das Vorderteil des Schiffes ragt und dort eine Art halbkreisförmigen Ballon bildet, wie man sie auf antiken Münzen und auf alten Fresken zu sehen pflegt. Man kann getrost annehmen, dass die Fahrzeuge dieses Seestriches in Beziehung auf Bauart, Führung und Takelung noch ganz dieselben sind, wie sie im grauen Altertume hier gesehen wurden und dass die heutigen Seeleute noch dieselben Buchten und Ankerplätze besuchen, welche bereits belebt waren zur Zeit, als Dionysos seinen berühmten Zug nach Indien unternahm. Die Küstenschiffe des Roten Meeres sind gewöhnlich aus jenem indischen Holze gebaut, welches die Araber Satsch nennen und das sich mit der Zeit im Wasser dermaßen verhärtet, dass es unmöglich ist, einen Nagel einzuschlagen. Von einer Feulnis dieses Holzes ist niemals die Rede und so kommt es, dass man Sambuks zu sehen bekommt, welche ein Alter von beinahe 200 Jahren erreichen. Die Schifffahrt des arabischen Busens ist eine sehr gefährliche. Deshalb wird während der Nacht niemals gesegelt, sondern an jedes Fahrzeug sucht sich beim Nahen des Abends eine sichere Ankerstelle. Der vor uns liegende Sambuk hatte dasselbe getan. Er war mittels des Ankers und eines Taues befestigt und lag ohne Bemannung an der Küste. Die Schiffer hatten den Bord verlassen und saßen oder lagen an einem kleinen Wasser, welches sich in das Meer ergoss. Derjenige, welcher etwas abseits von ihnen in gravitätischer Haltung auf einer Matte saß, mußte der Kapitän oder der Eigner des Fahrzeuges sein. Ich sah es ihm sofort an, dass er kein Araber, sondern ein Türke war. Der Sambuk zeigte die Farben des Großherrn und die Bemannung trug türkische Uniformen. Keiner der Männer rührte sich von seinem Platze, als wir uns nahten. Ich ritt bis hart an den Anführer heran, hob die Rechte zur Brust empor und grüßte ihn absichtlich nicht in türkischer, sondern in arabischer Sprache. »Gott schütze dich! Bist du der Kapitän dieses Schiffes?« Er richtete die Augen mit stolzem Aufschlage zu mir empor, musterte mich sehr eingehend und sehr lange und antwortete endlich, »Ich bin es.« »Wohin geht dein Sambuk?« »Überall hin.« »Was hast du geladen?« »Verschiedenes.« »Nimmst du auch Passagiere auf?« »Das weiß ich nicht.« »Das war mehr als einsilbig, das war grob.« Daher schüttelte ich den Kopf und meinte in mitleidigem Tone, »Du bist ein Kelleh, ein Unglücklicher, den der Koran dem Mitleide der Gläubigen empfiehlt. Ich bedauere dich.« Er sah mich mit einem halb zornigen, halb überraschten Blick an. »Du bedauerst mich? Du nennst mich einen Unglücklichen? Warum?« »Allah hat deinem Munde die Gabe der Sprache verliehen, aber deine Seele ist stumm.« »Wende dich nach der Qibla und bitte Gott, dass er ihr die Sprache wiedergebe, sonst wird sie einst unfähig sein, in das Paradies zu kommen.« Er lächelte verächtlich und legte die Hand an den Gürtel, in welchem zwei riesige Pistolen steckten. »Schweigen ist besser als Schwatzen. Du bist ein Schwätzer. Der Vergi Baschi Murad Ibrahim aber zieht es vor, zu schweigen.« »Wergi Baschi? Oberzolleinnehmer? Du bist ein großer und jedenfalls auch ein berühmter Mann, aber du wirst mir trotzdem Antwort geben, wenn ich die frage.« »Du willst mir drohen?« »Ich sehe, dass ich recht gedacht habe. Du bist ein Arab-Jahane.« »Die Araber vom Stamme Jehane sind am Roten Meere als Schmuggler und Räuber bekannt.« Der Zolleinnehmer hielt mich für einen solchen. Das war der Grund seines abstoßenden Benehmens gegen mich. »Fürchtest du dich vor den Beni Jehane?«, frug ich ihn. »Fürchten? Murad Ibrahim hat sich noch niemals gefürchtet.« So stolz sein Auge bei diesen Worten leuchtete, lag doch in seinem Gesicht etwas, was mich an seinem Mute zweifeln ließ. »Und wenn ich nun ein Jehane wäre?« »Ich würde dich nicht fürchten. Natürlich, du hast zwölf Gemitai Fasiler bei dir und acht Diener, während bei mir nur drei Männer sind. Aber ich bin kein Jehane. Ich gehöre gar nicht zu den Beni Arab, sondern ich komme aus dem Abendlande.« »Aus dem Abendlande? Du trägst doch die Kleidung eines Beduinen und redest die Sprache der Araber.« »Ist dies verboten?« »Nein. Bist du ein Fransitz oder ein Ingli?« »Ich gehöre zu den Nemsi.« »Ein Nemtche«, meinte er, mit geringschätziger Miene. »So bist du ein Bostanchi oder ein Basirgian?« »Keines von beiden.« »Ich bin ein Jasmakchi.« »Ein Schreiber?« »O Jasik, o Wehe, und ich habe dich für einen Tapf von Beduinen gehalten.« »Es ist ein Schreiber.« »Ein Schreiber ist kein Mann.« »Ein Schreiber ist ein Mensch, welcher Federn ist und Tinte trinkt.« »Ein Schreiber hat kein Blut, kein Herz, keinen Mut, kein...« »Halt!« »Underbrach ihn da mein Diener.« »Murat Ibrahim, siehst du, was ich hier in meiner Hand halte?« Er war abgestiegen und stellte sich mit der Nilpeitsche vor den Türken. Dieser zog die Brauen finster zusammen, antwortete aber doch die Peitsche. »Schön. Ich bin Hadji Halef Omar ben Hadji Abul Abbas ibn Hadji Dawud Al-Gossara. Dieser Sidi ist Kara ben Nemsi, der sich vor keinem Menschen fürchtet. Wir haben die Sahara und ganz Ägypten durchwandert und haben große Heldentaten verrichtet. »Man wird von uns erzählen in allen Kaffeehäusern und auf allen Kirchhöfen der Welt. Und wenn du es wagst, noch ein einziges Wort zu sagen, welches meinem Effendi nicht gefällt, so wirst du diese Peitsche kosten, obgleich du ein Wergi Baschi bist und viele Männer hier bei dir hast.« Diese Drohung hatte eine außerordentlich rasche Wirkung. Die beiden Beduinen, welche bis hierher meine Begleiter gewesen waren, wurden vom Schreck über die Kühnheit Halefs um einige Schritte zurückgeworfen. Die Matrosen und übrigen Begleiter des Türken sprangen auf und griffen zu den Waffen, und der Baschi hatte sich mit derselben Schnelligkeit erhoben. Er griff nach seinem Pistol, aber Halef hielt ihm schon die Mündung seiner eigenen Waffe auf die Brust. »Ergreift ihn!«, gebot der Baschi, indem er selbst jedoch sein Pistol vorsichtig sinken ließ. Die guten Leute behielten zwar ihre drohenden Gesichter bei, aber keiner wagte es, Hand an Halef zu legen. »Weißt du, was es heißt, einem Wergi Baschi mit der Peitsche zu drohen?«, frug der Türke. »Ich weiß es«, antwortete Halef. »Einem Wergi Baschi mit der Peitsche drohen, heißt sie ihn auch wirklich kosten lassen, wenn er es wagt, in der Weise weiter zu sprechen, wie er gesprochen hat. Du bist ein Türke, ein Sklave des Großherrn, ich aber bin ein freier Araber.« Ich ließ mein Kamel niederknien, stieg ab und zog meinen Pass hervor. »Murat, Ibrahim, du siehst, dass wir uns noch weniger vor euch fürchten als ihr vor uns. Du hast einen sehr großen Fehler begangen, denn du hast einen Effendi beleidigt, der im Gyalgeda Padishanin steht.« »Im Schutze des Großherrn, den Allah segnen möge. Wen meinst du?« »Mich? Dich? Du bist ein Nemtche, also, ein Gyaur.« »Du schimpfest«, unterbrach ich ihn. »Du bist ein Ungläubiger, und von den Gyaurs steht im Koran, »O ihr Gläubigen, schließt keine Freundschaft mit solchen, die nicht zu eurer Religion gehören. Sie lassen nicht ab, euch zu verführen, und wünschen nur euer Verderben. Wie kann also ein Ungläubiger im Schutze des Großherrn stehen, welcher der Schirm der Gläubigen ist?« »Ich kenne die Worte, welche du sagst. Sie stehen in der dritten Sure des Koran, im Surat Amran. Aber öffne deine Augen und beuge dich in Demut nieder vor dem Bujeruldu des Padishah. Hier ist er.« Er nahm das Pergament, drückte es an die Stirn, Augen und Brust, verbeugte sich bis zur Erde und las es. Dann gab er es mir zurück. »Warum hast du es mir nicht gleich gesagt, daß du ein Arkadar des Sultans bist? Ich hätte dich nicht Gyaur genannt, obgleich du ein Ungläubiger bist. Sei mir willkommen, Effendi. Du heißest mich willkommen und schändest mit demselben Atemzuge meinen Glauben? Wir Christen kennen die Gesetze der Höflichkeit und der Gastfreundschaft besser als ihr. Wir nennen euch nicht Gyaurs, denn unser Gott ist es, den ihr Allah nennt. Das ist nicht wahr. Wir haben nur Allah. Ihr aber habt drei Götter, einen Vater, einen Sohn und einen Geist. Wir haben doch nur einen Gott, denn Vater, Sohn und Geist sind eins. Ihr sagt, Allah il Allah, Gott ist Gott. Und unser Gott sagt, ich bin ein stärker, einiger Gott. Euer Koran sagt im zweiten Surat, er ist der Lebendige, der Ewige. Ihn ergreift nicht Schlaf, nicht Schlummer. Sein ist, was im Himmel und auf Erden ist. Unsere heilige Bibel sagt, Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist alles offen und entdeckt vor seinen Augen. Er hat die Erde gegründet und die Himmel sind seiner Hände Werk. Ist das nicht ganz dasselbe? Na, euer Kitab ist gut, aber euer Glaube ist falsch. Du irrst. Euer Koran sagt, die Gerechtigkeit besteht nicht darin, dass ihr euer Gesicht nach Osten oder Westen richtet beim Gebet, sondern der ist gerecht, der an Gott glaubt, an den jüngsten Tag, an die Engel, an die Schrift und die Propheten und mit Liebe von seinem Vermögen gibt, den Anverwandten, den Weisen, Armen und Pilgern, ja, jedem, der ihn darum bittet, der Gefangene erlöset, sein Gebet verrichtet, an seinen Verträgen festhält, geduldig Not und Unglück erträgt. Der ist gerecht, der ist wahrhaftig gottesfürchtig. Unser heiliges Buch gebietet uns, du sollst Gott lieben über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Gebietet uns unser Glaube nicht ganz dasselbe, was euch der Eurige befiehlt? Ihr habt dies erst aus dem Koran in euer Kitab abgeschrieben. Wie ist dies möglich, da unser Kitab über 2000 Jahre älter ist als euer Koran? Du bist ein Effendi, und ein Effendi muss immer Gründe und Beweise finden, selbst wenn er Unrecht hat. Woher kommst du? Aus dem Lande Gibt, dort im Westen. Und wo willst du hin? Nach Thor hinüber. Und dann? Nach Manastür auf dem Jebel Sinai. So mußt du über das Wasser? Ja. Wohin fährst du? Auch nach Thor. Willst du mich mitnehmen? Wenn du gut bezahlst und dafür sorgst, dass wir uns mit dir nicht verunreinigen? Habe keine Sorge. Wie viel verlangst du? Für alle vier und die Kamele? Nur für mich und meinen Diener Haji Halef. Diese beiden Männer werden mit ihren Kamelen wieder umkehren. Womit willst du bezahlen? Mit Geld oder mit etwas anderem? Mit Geld. Willst du Speise von uns nehmen? Nein, ihr gebt uns nur das Wasser. So bezahlst du für dich zehn und für diesen Haji Halef acht Misri. Ich lachte dem braven Manne gerade ins Gesicht. Es war echt türkisch für die kurze Fahrt und einige Schlücke Wasser, achtzehn Misri, also beinahe vierunddreißig Taler, zu verlangen. Du fährst einen Tag bis ungefähr zur Bucht von Nayazat, wo dein Schiff zur Nacht vor Anker geht? Frug ich. Ja. Dann sind wir des Mittags in Thor. Ja, warum fragst du? Weil ich dir für diese kurze Fahrt nicht achtzehn Misri geben werde. So wirst du hier zurückbleiben und mit einem anderen fahren müssen, der noch mehr verlangen wird. Ich werde weder zurückbleiben noch mit einem anderen fahren. Ich fahre mit dir. So gibst du die Summe, welche ich verlangt habe. Höre, was ich dir sage. Diese beiden Männer haben mir ihre Tiere geliehen und mich zu Fuße begleitet von El Kahira für vier Maria Theresienthaler. Bei der Hatsch wird jeder Pilger für einen Maria Theresienthaler über das Meer gesetzt. Ich werde dir für mich und meinen Diener drei Taler geben. Das ist genug. So bleibst du hier. Mein Sambuk ist kein Frachtschiff. Er gehört dem Großherrn. Ich habe die Sekar einzusammeln und darf keinen Passagier an Bord nehmen. Aber wenn er 18 Misri bezahlt, dann darfst du. Gerade weil dein Sambuk dem Großherrn gehört, wirst du mich aufnehmen müssen. Blicke noch einmal hier in das Bjuruldu. Hier stehen die Worte »Heb im Dat, Vermek, Zahilik, Ichin, Meshgul, Ejerche, Akchesiz« »Alle Hilfe leisten, für Sicherheit, Bedacht sein, selbst ohne Bezahlung.« »Hast du das verstanden?« »Einen Privatmann müßte ich bezahlen, einen Beamten brauche ich nicht zu bezahlen. Ich gebe dir freiwillig diese drei Taler. Bist du nicht einverstanden, so wirst du mich umsonst mitnehmen müssen.« Er sah sich in die Enge getrieben und begann, seine Forderung zu mäßigen. Endlich nach langer Debatte hielt er mir die Hand entgegen. »So mag es sein. Du bist im Gjölgeda-Padischanün und ich will dich für drei Taler mitnehmen. Gib sie her. Ich werde dich bezahlen, wenn ich in Thor das Schiff verlasse.« »Effendi, sind die Nessera alle so geizig wie du?« »Sie sind nicht geizig, aber vorsichtig. Erlaube, dass ich mich an Bord begebe. Ich werde nicht am Lande, sondern auf dem Schiffe schlafen.« Ich bezahlte meine Führer, welche, sobald sie außerdem noch ein Backschisch erhalten hatten, ihre Kamele bestiegen und trotz der vorgerückten Tageszeit ihren Rückweg antraten. Dann stieg ich mit Halef an Bord. Ich befand mich nicht im Besitze eines Zeltes. Während des Rittes durch die Wüste hat man ebenso wie von der Hitze des Tages auch von der unverhältnismäßigen Kälte der Nächte zu leiden. Wer arm ist und kein Zelt hat, schmiegt sich bei der Nacht an sein Kamel oder an sein Pferd, um sich während der Ruhe an demselben zu wärmen. Ich hatte jetzt kein Tier mehr, und da die Nachtkühle hier am Wasser jedenfalls strenger war als im Innern des Landes, so zog ich es vor, hinter dem Verschlage auf dem Hinterteile des Sambuk-Schutz zu suchen. »Sidi«, frug mich Halef, »habe ich es recht gemacht, daß ich diesem Vergi Baschi die Peitsche zeigte?« »Ich will dich nicht tadeln.« »Aber warum sagst du jedem, daß du ein Ungläubiger bist?« »Darf man sich fürchten, die Wahrheit zu sagen?« »Nein, aber du bist ja bereits auf dem Wege, ein Gläubiger zu werden. Wir sind auf dem Wasser, welches die Franken Bar-el-Hamra, das Rote Meer, nennen. Dort liegt Medina und weiter nach rechts Mekka, die Städte des Propheten. Ich werde alle beide besuchen. Und du? Was wirst du tun?« Er sprach die Frage offen aus, welche ich mir während der letzten Tage bereits heimlich vorgelegt hatte. »Dem Christen, welcher sich nach Mekka oder Medina wagt, droht der Tod«, so steht es in den Büchern zu lesen. Ist es wirklich so schlimm? Muss man hingehen und sagen, daß man ein Christ sei? Ist nicht vielleicht ein Unterschied zu machen zwischen einer ruhigeren Zeit und jenen Tagen, an welchen die großen Pilgerkarawanen eintreffen und der Fanatismus einen Siedepunkt erreicht? Ich hatte oft gelesen, daß ein Ungläubiger keine Moschee betreten dürfe und war dann später in verschiedenen Moscheen selbst gewesen. Konnte es mit dem Betreten der heiligen Städte nicht ähnlich sein? Ich hatte überhaupt den Orient in vielen, vielen Beziehungen ganz anders und zwar nüchterner gefunden, als man sich ihn gewöhnlich vorzustellen pflegt, und konnte gar nicht recht glauben, daß ein kurzer, vielleicht nur stundenlanger Besuch in Mekka wirklich so furchtbar gefährlich sei. Der Türke hatte mich für einen Beduinen gehalten, es stand sehr zu vermuten, daß auch andere dieselbe Meinung von mir hegen würden, und dennoch konnte ich zu keinem Entschluß kommen. Das weiß ich jetzt nicht, antwortete ich dem kleinen Halef. Du wirst mit mir nach Mekka gehen, Sidi, und vorher in Tschida den rechten Glauben annehmen. Nein, das werde ich nicht. Ein Ruf am Lande unterbrach die Unterhaltung. Der Türke hatte seinen Leuten das Abendgebet befohlen. »Effendi«, meinte Halef, »die Sonne steigt hinter die Erde hinab, erlaube, daß ich bete.« Er ließ sich auf die Knie nieder und betete. Seine Stimme mischte sich mit dem Unisono der betenden Türken. Noch war dasselbe kaum verklungen, so ließ sich eine andere Stimme vernehmen. Sie scholl hinter dem Felsenriffe hervor, welches die Aussicht nach der Nordseite des Meeres verschloss. »An Allah haben wir volle Genüge, und herrlich ist er, der Beschützer. Es gibt keine Macht und keine Gewalt, außer bei Gott, dem Hohen, dem Großen. O unser Herr, iya Allah, o gern Verzeihender, o Allgütiger, iya Allah, Allah hu!« Diese Worte wurden mit einer tiefen Bassstimme intoniert, jedoch dem Namen Allah gab der Betende allemal einen Ton, welcher eine Quinte höher lag. »Ich kannte diese Worte und diese Töne«, so pflegen die heulenden Dervische zu beten. Die Türken hatten sich erhoben und sahen nach der Richtung, aus welcher die Stimme erscholl. Jetzt kam ein kleines, kaum sechs Fuß langes und vier Fuß breites Floß zum Vorschein, auf welchem ein Mann kniete, welcher ein Paddelruder führte, und dazu im Takte sein Gebet abrief. Er trug um den roten Tarbusch einen weißen Turban, und weiß war auch seine ganze übrige Kleidung. Dies war ein Zeichen, daß er zur Fakir-Sekte, der Kaderige, gehöre, welche meist aus Fischern und Schiffern besteht und von Abdelkader el-Ghilani gestiftet wurde. Als er den Sambuk erblickte, stutzte er einen Augenblick, dann aber rief er »La, iya Allah«. »Iya Allah«, antworteten die anderen im Chore. Er hielt auf das Fahrzeug zu, legte sein Floß an und stieg an Bord. Wir, nämlich Halef und ich, befanden uns nicht allein an Bord. Der Kyrek-Tschi war uns gefolgt, und an diesen wandte sich der Dervisch. »Gott schütze dich!« »Mich und dich«, lautete die Antwort. »Wie befindest du dich?« »Sowohl wie du.« »Wem gehört dieser Sambuk?« »Seiner Herrlichkeit, dem Großherrn, welcher der Liebling Allahs ist.« »Und wer führt ihn?« »Unser Effendi, der Vergi-Bashi-Murat Ibrahim.« »Und was habt ihr geladen?« »Wir haben keine Fracht, wir fahren von Ort zu Ort, um den Zoll einzunehmen, welchen der Großscherif von Mekka anbefohlen hat.« »Haben die Gläubigen reichlich gegeben?« »Es ist keiner zurückgeblieben, denn wer Almosen gibt, dem vergilt es Allah doppelt.« »Wohin fahrt ihr von hier?« »Nach Thor.« »Das werdet ihr morgen nicht erreichen.« »Wir werden Amras Neiazat anlegen. Wo willst du hin?« »Nach Chida.« »Auf diesem Floß?« »Ja, ich habe ein Gelübde getan, nur auf meinen Knien nach Mekka zu fahren.« »Aber bedenke die Bänke, die Riffe, die Untiefen, die bösen Winde, die es hier gibt, und die Haifische, welche dein Floß umschwärmen werden.« »Allah ist der Alleinstärke, er wird mich schützen.« »Wer sind diese beiden Männer?« »Ein Gie...« »Ein Nemsi mit seinem Diener.« »Ein Ungläubiger? Wo will er hin?« »Nach Thor.« »Erlaube, dass ich meine Datteln hier verzehre. Dann werde ich weiterfahren.« »Gefällt es dir nicht, die Nacht bei uns zu bleiben?« »Ich muss weiter.« »Das ist sehr gefährlich.« »Der Gläubige hat nichts zu fürchten. Sein Leben und sein Ende ist im Buche verzeichnet.« Er setzte sich nieder und zog eine Handvoll Datteln hervor. Ich hatte den Eingang zu dem Verschlage verriegelt gefunden und mich über das Geländer gelehnt. Da die beiden Sprechenden eine ziemliche Strecke von mir entfernt waren und ich sehr angelegentlich in das Wasser zu blicken schien, so mochten sie denken, daß ich ihre Unterhaltung nicht verstünde. Der Derwisch frug. »Ein Nemtsche ist dieser? Ist er reich?« »Nein.« »Woher weißt du dies?« »Er gibt nur den sechsten Teil dessen, was wir für die Fahrt verlangten. Aber er besitzt einen Juruldu des Großherrn.« »So ist er sicher ein sehr vornehmer Mann. Hat er viel Gepäck bei sich?« »Gar keins, aber viele Waffen.« »Ich habe noch keinen Nemtsche gesehen, aber ich habe gehört, daß die Nemtsi sehr friedliche Leute sind. Er wird die Waffen nur tragen, um damit zu prunken.« »Doch, jetzt bin ich fertig mit meinem Male. Ich werde weiterfahren. Sage deinem Herrn Dank, daß er einem armen Fakir erlaubt hat, sein Schiff zu betreten.« Einige Augenblicke später kniete er wieder auf seinem Floß. Er ergriff das Ruder, führte es im Takte und sang dazu sein »Ja Allah, Allah Hu«. Dieser Mensch hatte einen eigentümlichen Eindruck auf mich gemacht. Warum hatte er das Schiff bestiegen und nicht am Ufer angelegt? Warum hatte er gefragt, ob ich reich sei und während der ganzen Unterhaltung das Deck mit einem Blick gemustert, dessen Schärfe er nicht vollständig verbergen konnte? Ich hatte äußerlich nicht den mindesten Grund zu irgendeiner Befürchtung, und dennoch kam mir in der Seele dieser Mann verdächtig vor. Ich hätte schwören mögen, daß er gar kein Dervisch sei. Als er für das bloße Auge unverfolgbar war, richtete ich mein Fernrohr nach ihm. Obgleich in jenen Gegenden die Dämmerung sehr kurz ist, war es doch noch hell genug, ihn durch die Gläser zu erkennen. Er kniete nicht mehr, wie sein angebliches Gelübde ihm doch vorgeschrieben hätte, sondern er hatte sich bequem niedergesetzt und das Floß halb gewendet. Er ruderte der jenseitigen Küste zu. Hier war jedenfalls etwas nicht richtig im Staate Dänemark. Halef stand neben mir und beobachtete mich. Er schien sich damit zu beschäftigen, meine Gedanken zu erraten. »Siehst du ihn noch, Sidi?«, frug er mich. »Ja.« »Er denkt, daß wir ihn nicht mehr sehen können, und rudert dem Lande zu.« »So ist es. Woraus vermutest du dies?« »Nur Allah ist allwissend, aber auch Halef hat scharfe Augen.« »Und was haben diese Augen gesehen?« »Dass dieser Mann weder ein Dervisch noch ein Fakir war.« »Aha?« »Ja, Sidi. Oder hast du jemals gesehen und gehört, daß ein Dervisch von dem Orden Kaderige, die Litanei der Havlajüb, redet und singt?« »Das ist richtig, aber weshalb sollte er sich für einen Fakir ausgeben, wenn er keiner ist?« »Das muß man zu erraten suchen, Effendi. Er sagte, daß er auch während der Nacht fahren werde. Warum tut er es nicht?« Da unterbrach der Steuermann unser Gespräch. Er trat herzu und frug, »Wo wirst du schlafen, Effendi?« »Ich werde mich in den Tachterperde legen.« »Das geht nicht.« »Warum?« »Weil dort das Geld aufbewahrt wird.« »So wirst du uns Teppiche besorgen, um uns hineinzuhüllen, und wir schlafen hier auf dem Verdeck.« »Du sollst sie haben, Sidi. Was würdest du tun, wenn Feinde zu dem Schiffe herankämen?« »Welche Feinde, meinst du?« »Räuber.« »Gibt es hier Räuber?« »Die Jeheine wohnen hier in der Nähe. Sie sind berüchtigt als die größten Chirsitzler weit und breit, und kein Schiff, kein Mensch ist vor ihnen sicher.« »Ich denke, euer Herr, der Vergi Baschi Murad Ibrahim, ist ein Held, ein tapferer Mann, der sich vor keinem Menschen fürchtet, auch vor keinem Räuber, vor keinem Jeheine.« »Das ist er, aber was vermerk er, und was vermögen wir alle gegen Abu Saif, den Vater des Säbels, der gefährlicher und schrecklicher ist als der Löwe in den Bergen oder der Haifisch im Meere?« »Abu Saif? Ich kenne ihn nicht, ich habe ihn noch niemals von ihm gehört.« »Weil du ein Fremdling bist. Zur Weidezeit bringen die Jeheine ihre Herden nach den beiden Inseln Libna und Jebel Hassan und lassen nur wenig Männer bei ihnen. Die anderen aber gehen auf Raub und Diebstahl aus. Sie überfallen die Barken und nehmen entweder alles, was sie darauf finden, oder erpressen sich ein schweres Lösegeld.« »Und was tut die Regierung dagegen?« »Welche?« »Steht ihr denn nicht im Gjölgeda-Padischanün?« »Der reicht nicht bis zu den Jeheine. Dies sind freie Araber, welche der Großscherif von Mekka beschützt.« »So helft euch selbst. Fangt die Räuber.« »Effendi, du sprichst, wie ein Franke redet, der dies nicht versteht. Wer kann Abu Saif fangen und töten?« »Er ist doch nur ein Mensch.« »Aber er besitzt die Hilfe des Scheidan.« »Er kann sich unsichtbar machen. Er kann die Luft und das Meer durchfliegen. Er wird weder durch einen Säbel noch durch ein Messer noch durch eine Kugel verwundet. Aber sein Säbel ist falschemisch. Er dringt durch Türen und Mauern und schneidet mit einem Hiebe gleich hundert und noch mehr Feinden Leib und Seele auseinander.« »Den möchte ich sehen.« »O wehe, wünsche das nicht, Effendi. Der Teufel sagt es ihm, daß du ihn sehen willst, und dann kannst du dich darauf verlassen, daß er kommen wird. Ich gehe, um dir die Teppiche zu holen. Dann lege dich schlafen und bete vorher zu deinem Gott, daß er dich bewahre vor allen Gefahren, die dir drohen.« »Ich danke dir für deinen Rat, aber ich bete gewöhnlich vor dem Schlafengehen.« »Er brachte uns die Decken, in welche wir uns hüllten, und wir schliefen sehr bald ein, da wir von unserem Ritt ermüdet waren.« Während der Nacht hatten einige Matrosen sowohl am Lande die Schlafhänden als auch an Bord das Geld bewacht. Am Morgen versammelten sich alle auf dem Schiff. Der Anker wurde gehoben, das Seil gelöst, man stellte die Segel, und der Sambuk steuerte südwärts. Einer der beiden Ruderer erhob sich und rief »Sambuk, wohin?« »Nach Tor.« »Wir auch. Wollt ihr uns mitnehmen?« »Bezahlt ihr?« »Gern.« »So kommt an Bord.« Das Schiff legte bei, und die vier Personen stiegen an Bord, während das Boot ins Schlepptau genommen wurde. Dann setzte der Sambuk seine Fahrt fort. Der Vergibaschi begab sich in die Kajüte, jedenfalls um für die Frauen Platz zu machen. Dann wurden dieselben den Blicken der Männer entzogen. Sie mußten an mir vorüber. Als Europäer brauchte ich mich nicht abzuwenden, und so bemerkte ich zu meiner Verwunderung, daß keine Atmosphäre von Parfum sie umgab. Denn die Frauen des Morgenlandes pflegen sich so zu parfümieren, daß man den Geruch bereits aus einer beträchtlichen Entfernung verspürt. Ein Odeur allerdings fiel mir auf, ein Odeur, der sich wie ein unsichtbarer Schweif hinter ihnen herzog, nämlich jener jedem Orientalen bekannte Geruch, welcher halb vom Kamele und halb von dem unfermentierten Rasertabak stammt, den viele Beduinen zu rauchen pflegen, und welcher auf die Geruchs- und Geschmacksnerven ganz dieselbe Wirkung hat, wie Weiland der Inhalt der französischen Seegrasmatratzen, den aus Mangel an Besserem während des letzten Krieges so mancher deutsche Held in seine Pfeife stopfte. Ich empfand ganz den Eindruck, als seien zwei Kameltreiber an mir vorübergegangen, wenigstens war es gewiß, daß der berühmte persische Dichter Hafiz Shems-ed-Din Mohammed auf diese beiden Grazien nicht seine Verse »Wenn deiner Locken Wohlgerüche ums Grab mir wehen, dann sprießen tausend Blumen aus meinem Hügel auf« gesungen hätte. Ich sah ihnen auch sehr aufmerksam nach, bis sie hinter der Türe des Verschlages verschwunden waren, konnte aber weiter nichts Besonderes bemerken. Vielleicht hatten sie eine lange Kamelreise hinter sich, so daß die Ausdünstungen des Wüstenschiffes nicht leicht aus ihren Kleidern zu bringen waren. Ihre beiden Begleiter sprachen erst längere Zeit mit dem Steuermanne und dem Baschi, dann suchte der eine, mich zu entern. »Ich höre, daß du ein Franke bist, Effendi,« frug er mich. »Ja«, »So bist du hier unbekannt?« »Ja«, »Bist du ein Nemtche?« »Ja«, »Haben die Nemsi auch einen Padishah?« »Ja«, »Und Paschas?« »Ja«, »Du bist wohl kein Pascha?« »Nein, aber ein berühmter Mann.« »Pek Bilahi, bei Gott, sehr«, »Du kannst schreiben?« »Pene Güzel, und wie schön«, »Auch schießen?« »Dahaei«, noch besser. »Du wirst wohl mit diesem Sambuk nach Thor fahren?« »Ja«, »Du gehst noch weiter nach dem Süden?« »Ja«, »Bist du mit den Ingli bekannt?« »Ja«, »Hast du Freunde unter ihnen?« »Ja«, »Das ist sehr gut. Bist du stark?« »Korkulu, fürchterlich! Ars Lanscha, wie ein Löwe. Soll ich es dir beweisen?« »Nein, Effendi.« »Und doch, denn deine Neugierde ist größer, als die Geduld eines Menschen sein kann. Packe dich und komme nicht wieder.« Ich faßte ihn, drehte ihn in die passende Richtung und gab ihm einen Stoß, daß er weit über das Deck hinschoß und dann dasselbe mit seinem Bauche begrüßte. Aber im Nu war er wieder auf. »Vaisanna, wehe dir! Du hast einen Gläubigen beleidigt, du mußt sterben!« Er riß seinen Handschar heraus und stürzte auf mich zu. Sein Begleiter folgte ihm mit gezückter Waffe. Schnell zog ich Halef, die harte Nilpeitsche, aus dem Gürtel, um mit derselben die Angreifer zu salutieren. Aber es sollte gar nicht so weit kommen, denn in diesem Augenblick öffnete sich die Tür des Verschlages und es erschien eine der Frauen. Sie erhob stumm die Hand und zog sich dann zurück. Die beiden Araber hemmten ihre Schritte und gingen lautlos beiseite. Aber ihre Blicke sagten mir, daß ich von ihnen nichts Gutes zu erwarten habe. Die Türken hatten dem Vorgang mit großem Gleichmute zugesehen. Wäre auf dem Schiff jemand getötet worden, so hätte es ja sein Kismet nicht anders mit sich gebracht. Was mich betrifft, so hatten mich die unnützen Fragen dieses Menschen sehr inharmisch gebracht. Aber waren sie wirklich so unnütz? Hatten sie nicht vielleicht einen verborgenen Zweck? Der Orientale ist kein Schwätzer. Am allerwenigsten aber verliert er seine Worte an einen Unbekannten, von dem er sogar nur das weiß, daß er ein Giaur ist. Ich hatte mich im Humor des Ärgers für einen berühmten Mann und für einen großen Schützen ausgegeben. Warum wollte er wissen, ob ich ein Pascha, ein berühmter Mann, ein Schreiber, ein guter Schütze sei? Was konnte es ihm nützen zu wissen, ob ich weiter nach Süden wolle und unter den Engländern Freunde habe? Warum hatte er bei der Bejahung dieser letzten Frage gesagt, das ist sehr gut? Und zu was konnte es ihm dienen, zu erfahren, ob ich stark und kräftig sei? Und überdies hatte er seine Fragen in der Weise an mich gerichtet, wie sie ein Oberer an seinen Untergebenen, ein Untersuchungsbeamter an einen Angeschuldigten richtet. Am auffälligsten dabei war aber der augenblickliche Gehorsam, den sowohl er als sein Begleiter dem Winke des Weibes leisteten. Das war hier, wo die Frau tief unter dem Manne steht und für das öffentliche Leben nicht die mindeste Selbstbestimmung besitzt, gewiß sehr ungewöhnlich, vielleicht sogar verdächtig. »Sidi«, meinte Halef, welcher nicht von meiner Seite gewichen war, »Hast du ihn gesehen? Wen oder was? Den Bart. Den Bart? Welchen Bart? Den das Weib hatte. Das Weib? Hatte das Weib einen Bart? Sie hatte den Jaschmak nicht doppelt wie vorher, sondern einfach über dem Gesichte, und so habe ich den Bart gesehen. Schnurrbart? Vollbart. Sie ist kein Weib, sondern ein Mann. Soll ich es dem Baschi sagen? Ja, aber so, dass es niemand hört. Er ging. Jedenfalls hatte er sich nicht geirrt, denn ich wußte, dass ich seinen scharfen Augen trauen könne, und unwillkürlich brachte ich diesen neuen Umstand mit dem Dervisch in Verbindung. Ich sah Halef mit dem Baschi reden. Dieser schüttelte den Kopf und lachte. Er glaubte es nicht. Der Erste revante sich mit einer höchst aufgebrachten Miene von ihm ab und kehrte zu mir zurück. »Sidi, dieser Baschi ist so dumm, dass er sogar mich für dumm hält.« »Wieso?« »Und dich für noch dümmer als mich.« »Haha!« »Er sagt, dass ein Weib niemals einen Bart habe und dass ein Mann niemals die Kleidung eines Weibes anlegen werde.« »Sidi, was hältst du von diesen Frauen, welche Vollbärte tragen? Vielleicht sind es Jehane?« »Ich vermute es.« »So müssen wir die Augen offen halten, Sidi.« »Das ist das Einzige, was wir tun werden, und dazu gehört vor allen Dingen, dass wir unser Misstrauen und unsere Aufmerksamkeit zu verbergen suchen. Halte dich abseits von mir aber so, dass wir einander stets beispringen können.« Er entfernte sich eine ziemliche Strecke, und ich ließ mich auf den Teppich nieder. Dann beschäftigte ich mich mit Einträgen in mein Tagebuch, behielt aber dabei sowohl den Verschlag als auch die beiden Araber immer im Auge. Es war mir, als hätte ich alle Augenblicke ein unangenehmes Ereignis zu erwarten, dennoch aber verging der Tag, ohne dass irgendetwas Bedenkliches eingetreten wäre. Der Abend dämmerte bereits, als wir in einer kleinen Bucht vor Anker gingen, welche gebildet wird durch eine hufeisenförmige Krümmung des Jebel Nayazet, der zur großen Granitkette des Sinai gehört. Die Küste war sehr schmal, denn nur wenige Schritte vom Ufer entfernt stiegen die tief zerklüfteten Felsen steil zum Himmel empor. Der Ankerplatz bot aus diesem Grunde vollständige Sicherheit gegen die Winde, ob aber heute auch gegen andere Störungen? Ich hätte gern einige der nächsten Klüfte und Felsenspalten untersucht, leider aber war der Abend bereits da, ehe die Türken das Land betreten hatten, um wie gewöhnlich Feuer anzuzünden. El Mogreb und eine Stunde später El Aschia, die beiden Abendgebete, halten feierlich die steilen Bergwände empor. Wer hier vielleicht verborgen war, mußte unsere Anwesenheit hören, selbst wenn er unser Feuer nicht gesehen hätte. Wie gestern hatte ich es vorgezogen, die Nacht auf dem Fahrzeuge zuzubringen und mit Halef ausgemacht, daß wir abwechselnd wachen wollten. Später kamen einige der Matrosen wieder an Bord, um die Wache zu übernehmen, und da traten auch die beiden Frauen aus dem Verschlage, um an Deck die frische Abendluft zu genießen. Sie hatten sich auch jetzt doppelt verschleiert, dies konnte ich bemerken, weil die Sterne des Südens einen solchen Glanz verbreiteten, daß es nicht schwer war, das ganze Verdeck zu überblicken. Sie kehrten aber bald wieder zu ihrem Verschlage zurück, dessen Türe ich mit meinen Augen beobachten konnte, obgleich ich diesmal im Vorderteile des Fahrzeuges lag. Halef schlief ungefähr fünf Schritte von mir entfernt. Als Mitternacht herankam, weckte ich ihn heimlich und flüsterte, »Hast du geschlafen?« »Ja, Sidi.« »Jetzt schlafe du.« »Ich kann mich auf dich verlassen?« »Wie auf dich selbst?« »Wecke mich bei der geringsten Ursache zum Verdachte.« »Das werde ich tun, Sidi.« Ich hüllte mich fester in den Teppich und schloß die Augen. Ich wollte schlafen, aber es gelang mir nicht. Ich sagte in Gedanken das Einmaleins auf. Es half nicht. Da griff ich zu dem Mittel, welches sicher stets den Schlaf bringt. Ich verdrehte die geschlossenen Augen so, daß die Pupillen ganz nach oben zu stehen kamen und bemühte mich, an gar nichts zu denken. Der Schlummer kam und »Halt!« »Was war das?« Ich wickelte den Kopf aus der Decke und spähte zu Harlef hinüber. Auch er mußte aufmerksam geworden sein, denn er hatte sich wie horchend halb emporgerichtet. Ich hörte jetzt nichts mehr, aber als ich das Ohr wieder auf das Deck legte, welches einen besseren Schallleiter als die Luft bildete, vernahm ich das seltsame Geräusch wieder, welches mich aufgeweckt hatte, trotzdem es überaus leise war. »Hörst du etwas, Harlef?« flüsterte ich. »Ja, Sidi, was ist es?« »Ich weiß es nicht.« »Ich auch nicht.« »Horch!« Ein leises, ganz leises Plätschern ertönte jetzt vom Hinterteiler her. Draußen am Lande war das Feuer erloschen. »Harlef, ich gehe auf einige Minuten nach dem Hinterdeck, bewache meine Waffen und Kleider.« Von den drei Türken, welche wieder an Bord gekommen waren, lagen zwei schlafend am Boden. Der dritte hatte sich niedergekauert und schlief jedenfalls auch. Es war denkbar, dass ich von der Kajüte aus beobachtet wurde, daher mußte ich die möglichste Vorsicht anwenden. Ich ließ sowohl die Büchse und den Stutzen liegen und legte sowohl den Turban als auch den Haik ab, welche mich durch ihre weiße Farbe verraten hätten. Dann schmiegte ich mich hart an den Boden, gewann den Rand des Deckes und kroch langsam an demselben hin, bis ich die Stelle erreichte, wo am äußersten Backbord eine Art Hühnersteige auf die Decke des Verschlages und zum Steuerruder führte. Ich stieg hinauf, katzenartig leise. Darauf kam's ja an. Es gelang, und nun kroch ich bis hinter an den Ruderwinkel. Ah, das sonderbare Geräusch war erklärt. Das Boot, welches die beiden Frauen gebracht und welches der Sambuk in Schlepptau genommen hatte, war von dem Inneren des Verschlages aus so scharf angeholt worden, daß es gerade unter dem einen Fenster lag, welches sich am breiten Hinterteile des Fahrzeuges befand. Durch diese Fensterluke wurde soeben, als ich vorsichtig von oben herab lugte, ein kleiner, aber nicht leichter Gegenstand an einem Seile herabgelassen, dessen Reibung an dem Lukenrande jenen Ton hervorbrachte, den man allerdings nur dann wahrnehmen konnte, wenn man das Ohr hart auf die Bretter des Verdeckes legte. Unten in dem Boote befanden sich drei Männer, welche den Gegenstand in Empfang nahmen und dann warteten, bis das Seil wieder emporgezogen und ein zweites Paket herabgelassen wurde. Die Sache war mir natürlich sofort klar. Was in dem Boote aufgestaut wurde, war das Geld des Vergi Baschi, das heißt der Ertrag der Steuer, welche er eingesammelt hatte, und ich hatte keine Zeit, weiter zu vermuten. »Alargar ist hier nicht! Aufgeschaut, wir sind verraten!« rief eine tiefe Stimme vom hohen Ufer her, wo man das Verdeck überblicken konnte. Zu gleicher Zeit krachte ein Schuss, und eine Kugel bohrte sich hart neben mir in die Planke. Ein zweiter Schuss blitzte drüben auf, ein dritter, die Kugeln flogen glücklicherweise an mir vorüber, und ich durfte mich ihnen nicht länger aussetzen. Ich sah nur noch, daß das Tau unten gekappt und das Boot fortgerudert wurde. Dann sprang ich vom Verschlage gleich auf das Deck hinab. In demselben Augenblick öffnete sich die Türe der Kajüte, und ich bemerkte zweierlei, nämlich, daß an der hinteren Seite derselben zwei Bretter entfernt, und daß durch diese Lücke eine Anzahl Männer unbemerkt vom Wasser aus eingestiegen waren. Die Frauen sah ich nicht, aber neun Männer stürzten sofort auf mich los. »Halef, herbei!« rief ich laut. Ich hatte gar keine Zeit gehabt, eine Waffe zu ziehen, drei hatten mich um den Leib gefasst und sorgten dafür, daß ich nicht in den Gürtel langen konnte. Drei sprangen Halef entgegen, und die anderen gaben sich Mühe, die Fäuste zu erhaschen, mit denen ich mich verteidigte. Draußen am Lande krachten Schüsse und ertönten Flüche und Hilferufe, und dazwischen hörte man die Kommandos jener tiefen Bassstimme, welche ich vorhin wiedererkannt hatte. Es war die Stimme des Dervischs. »Es ist der Nemtche! Tötet ihn nicht, sondern fangt ihn!« gebot einer von denen, welche mich umfasst hielten. Ich suchte mich loszureißen, es ging nicht. Sechs gegen einen, da krachte ein Pistolenschuß, nicht weit von mir. »Zuhilfe, Sidi! Ich bin verwundet!« rief Halef. Ich machte einen gewaltigen Ruck und riß meine Dränger einige Schritte mit mir fort. »Betäubt ihn!« erscholl eine keuchende Stimme. Ich wurde wieder fester gepackt und erhielt trotz meiner verzweifelten Gegenwehr einige Schläge über den Kopf, die mich niederstreckten. Es toste mir in den Ohren wie eine wilde Brandung. Mitten durch den Donner derselben hörte ich Gewehre knallen und Stimmen schallen. Dann war es mir, als würde ich an Händen und Füßen zusammengeschnürt und fortgeschleift, und endlich empfand ich gar nichts mehr. Als ich erwachte, fühlte ich einen wüstenpochenden Schmerz in meinem Hinterkopf und es dauerte eine geraume Zeit, bis es mir gelang, mich auf das Vorgefallene zu besinnen. Um mich her war es völlig dunkel, aber ein lautvernehmliches Sog ließ mich vermuten, daß ich mich in dem Kielraume eines Fahrzeuges befände, welches in schneller Fahrt begriffen wäre. Die Hände und die Beine waren mir so fest gebunden, daß ich kein Glied rühren konnte. Zwar schnitten mir die Fesseln nicht in das Fleisch, denn sie bestanden nicht aus Stricken oder Riemen, sondern aus Tüchern, aber sie verhinderten mich, die Schiffsratten von mir abzuwehren, welche meine Personen einer sehr genauen Untersuchung unterwarfen. Es verging eine lange, lange Zeit, ohne daß sich in meiner Lage etwas änderte. Endlich hörte ich das Geräusch von Schritten, konnte aber nichts sehen. Meine Fesseln wurden gelöst, und eine Stimme gebot mir, »Stehe auf und geh mit uns.« Ich erhob mich. Sie führten mich aus dem Kielraum durch ein halbdunkles Zwischendeck nach oben. Unterwegs untersuchte ich meine Kleider und fand ebenso zu meiner Überraschung wie Beruhigung, daß man mir außer den Waffen nicht das Mindeste abgenommen hatte. Als ich das Verdeck betrat, bemerkte ich, daß ich mich auf einer kleinen, sehr scharf auf dem Kiel gebauten Barke befand, welche zwei dreieckige und ein trapezisches Segel hatte. Die Takelung erforderte auf diesem an Stürmen, Böen, Riffen und untiefen, reichen Meere einen Kapitän, der seine Sache aus dem Grunde verstand und ebenso viel Mut wie Kaltblütigkeit besitzen mußte. Das Fahrzeug war um das Dreifache bemannt, als notwendig gewesen wäre und hatte auf dem Vorderdecke eine Kanone, welche aber so von Kisten, Ballen und Fässern maskiert war, daß sie von einem anderen Schiff aus gar nicht bemerkt werden konnte. Die Mannschaft bestand aus lauter wettergebräunten Männern, von denen jeder seinen Gürtel mit Schuss, Hieb und Stichwaffen gespickt hatte. Auf dem Hinterdecke saß ein Mann in roten Hosen, grünem Turban und blauem Kaftan. Seine lange Weste war reich mit Gold gestickt und in dem Basora-Schal, der ihm als Gürtel diente, funkelten kostbare Waffen. Ich erkannte in ihm sofort den Dervisch. Neben ihm stand der Araber, welchen ich auf dem Sambuk zu Boden geschleudert hatte. Ich wurde vor die beiden geführt. Der Araber musterte mich mit rachgierigem, der Dervisch mit verächtlichem Blick. »Weißt du, wer ich bin?« frug mich der Dervisch. »Nein, aber ich vermute es.« »Und, wer bin ich?« »Du bist Abu Saif.« »Ich bin es.« »Knie nieder vor mir, Gyao.« »Was fällt dir ein?« »Steht nicht im Koran geschrieben, dass man nur Allah allein anbeten soll?« »Das gilt nicht für dich, denn du bist ein Ungläubiger. Ich befehle dir, niederzuknien, um deine Demut zu bezeugen.« »Noch weiß ich nicht, ob du Ehrfurcht verdienst, und selbst wenn ich es erfahren hätte, würde ich dir meine Achtung auf eine andere Weise bezeigen.« »Gyao, du kniest, oder ich schlage dir den Kopf ab.« Er hatte sich erhoben und faßte seinen krummen Säbel. Ich trat noch einen Schritt näher an ihn heran. »Meinen Kopf? Bist du wirklich Abu Saif oder bist du ein Henker?« »Ich bin Abu Saif und halte mein Wort. Nieder mit dir, oder ich lege dir den Kopf vor die Füße.« »Ware deinen eigenen Kopf.« »Gyao.« »Korkakji.« »Was?« zischte er. »Einen Korkakji? Korkakji, einen Feigling nennst du mich.« »Warum griffst du den Sambuk des Nachts an? Warum hülltest du deine Chasusler in Weiberkleider? Warum zeigst du hier Mut, wo du von den Deinigen umgeben und beschützt wirst? Ständest du allein mir gegenüber, so würdest du anders mit mir reden.« »Ich bin Abu Saif, der Vater des Säbels, und zehn Männer deiner Sorte vermöchten nichts gegen meine Klinge.« »Aferhin, brav so. So muß man reden, wenn man sich zu handeln fürchtet.« »Zu handeln?« »Sind diese Zehn zur Stelle?« »Wäre dies der Fall, so wollte ich dir im Augenblick beweisen, daß ich die Wahrheit gesagt habe.« »Die Zehn sind nicht nötig, es genügt einer.« »Wolltest du vielleicht dieser eine sein?« »Ha! Du würdest es nicht erlauben.« »Warum nicht?« »Weil du dich fürchtest.« »Du tötest mit dem Munde, nicht aber mit dem Säbel.« Ich hatte einen verstärkten Ausfall seines Zornes auf diese Wörter erwartet, sah mich aber getäuscht. Er verbarg diesen Grimm hinter einer kalten, tödlichen Ruhe, nahm seinem Nachbar den Säbel vom Gürtel und reichte ihn mir. »Hier, nimm und verteidige dich. Aber ich sage dir selbst, wenn du die Fertigkeit Aframs und die Stärke Kelats hättest, so würdest du beim dritten Hiebe eine Leiche sein.« Ich nahm den Säbel. Es war eine eigentümliche Situation, in der ich mich befand. Der Vater des Säbels mußte nach orientalischen Begriffen ein ausgezeichneter Fechter sein, aber ich wußte, daß der Orientale durchschnittlich ein ebenso schlechter Fechter als schlechter Schütze ist. Mit der Fertigkeit Aframs und der Stärke Kelats war es wohl nicht gar so weit her. Ich hatte noch mit keinem Orientalen nach den Regeln der Fechtkunst die Klinge gekreuzt und wenn mir auch der Darge reichte an der halben und ganzen Schwere, also der Parierung dünne und an der halben und ganzen Schwäche so starke und schwere Säbel ziemlich ungewohnt war, so hatte ich dennoch große Lust, dem Vater des Säbels die Überlegenheit der europäischen Waffenführung zu beweisen. Die ganze Bemannung des Schiffes war uns nahe getreten und in allen Minen spiegelte sich die Überzeugung, daß ich wirklich bei dem dritten Hiebe des Abu Saif ein toter Mann sein werde. Er drang so schnell, wild und regellos auf mich ein, daß ich keinen Moment Zeit hatte, Position zu nehmen. Ich parierte seine unreine Winkelquart und versuchte mir sofort eine Blöße zu verschaffen. Zu meinem Erstaunen aber ging er bei meinem Zirkelhieb ganz prachtvoll unter meiner Klinge durch. Er traversierte und gab eine Finte. Sie gelang ihm nicht. Nun traversierte ich ebenso und schlug Espadon. Mein Hieb kam zum Sitzen, obgleich es meine Absicht nicht war, ihn sehr zu verletzen. Voll Wut darüber vergaß er sich, trat zurück und gab ihm Sprunge abermals Winkelquart. Ich trat einen halben Schritt vor, setzte mit harter Festigkeit in die Linie ein und die Waffe flog ihm aus der Hand und über Bord in das Wasser. Ein Schrei erscholl ringsum her, ich aber trat zurück und senkte die Waffe. Er stand vor mir und starrte mich an. Abu Saif, du bist ein sehr geschickter Fechter. Diese meine Worte brachten ihn wieder zu sich, aber ich sah gegen meine Erwartung nicht das Zeichen des Grimmers, sondern nur der Überraschung in seinem Angesicht. Mensch, du bist ein Ungläubiger und hast doch Abu Saif besiegt. Du hast es mir leicht gemacht, denn dein Fechten ist kein edles und überlegtes. Mein zweiter Hieb kostete dich Blut und mein dritter nahm dir die Waffe. Ja, ich bin gar nicht zum dritten Hieb gekommen, während dein dritter mich töten sollte. Hier hast du den Säbel, ich bin in deiner Hand. Diese freilich gewagte Appellation an seinen Edelmut hatte einen guten Erfolg. Ja, du bist in meiner Gewalt, du bist mein Gefangener, aber du hast dein Schicksal in deiner eigenen Hand. Inwiefern? Wenn du tust, was ich von dir verlange, so wirst du bald wieder frei sein. Was soll ich tun? Du wirst mit mir fechten? Ja? Und es mich so lehren, wie es bei den Nemsi gelehrt wird? Ja. Du wirst dich, solange du auf meinem Schiffe bist, von keinem fremden Auge sehen lassen? Gut. Und das Deck auf meinen Befehl sofort verlassen, wenn ein anderes Fahrzeug in Sicht kommt? Ja. Du wirst mit deinem Diener kein Wort sprechen? Wo ist er? Hier, auf dem Schiffe. Gebunden? Nein, er ist krank. Er hat eine Wunde? Er ist am Arm verwundet und hat ein Bein gebrochen, dass er sich nicht erheben kann. So kann ich dir das verlangte Versprechen nicht geben. Mein Diener ist mein Freund, den ich pflegen muss. Du wirst mir dies erlauben. Ich erlaube es nicht, aber ich verspreche dir, dass er gut verpflegt wird. Das genügt mir nicht. Wenn er das Bein gebrochen hat, so muss ich es ihm einrichten. Es ist wohl hier keiner, welcher das versteht. Ich selbst verstehe es. Ich bin so gut wie ein Tscher Ha. Ich habe ihm seine Wunde verbunden und auch sein Bein geschient. Er hat keine Schmerzen mehr und ist mit mir zufrieden. Ich muss dies aus seinem Munde erfahren. Ich beteuere es dir, bei Allah und dem Propheten. Willst du mir nicht versprechen, nicht mit ihm zu reden, so werde ich dafür sorgen, dass du ihn nicht zu sehen bekommst. Aber ich habe noch mehr von dir zu verlangen. Fördere. Du bist ein Christ und wirst dich hüten, einen der meinen zu verunreinigen. Gut. Du hast Freunde unter den Inglis. Ja. Sind es große Leute? Es sind Paschas unter ihnen. So werden lösen? Das war ja etwas ganz Neues. Also er wollte mich nicht töten, sondern sich meine Freiheit bezahlen lassen. Wie viel verlangst du? Du hast nur wenig Gold und Silber bei dir. Du kannst dich nicht selbst loskaufen. Also er hatte meine Taschen doch untersucht. Was ich in den Ärmeln meiner türkischen Jacke eingenäht hatte, war von ihm nicht gefunden worden. Es wäre allerdings zum Lösegeld auch zu wenig gewesen. Daher antwortete ich, ich habe nichts, ich bin nicht reich. Ich glaube es, obgleich deine Waffen ausgezeichnet sind und du Instrumente bei bei dir fürst, welche ich gar nicht kenne. Aber du bist vornehm. Na, und berühmt. Na, du hast es diesem hier auf dem Sambuk gesagt. Ich habe Spaß gemacht. Nein, du hast im Ernst gesprochen. Wer so stark ist und den Säbel so zu führen, weiß, wie du, der kann nichts anderes sein als ein großer Sabit, für den sein Padishah gern ein gutes Lösegeld geben wird. Mein König wird meine Freiheit nicht mit Geld bezahlen, er wird sie umsonst von dir fordern. Ich kenne keinen König, der Nemsi. Wie also will er mit mir reden und mich zwingen, dich freizulassen? Er wird es durch seinen Elchi tun. Auch diesen Amrach Der Gesandte ist in Stambul beim Großherrn. Ich habe einen Bu Geruldi, das ihr hier Bjeruldu nennt, und bin also einer, der in dem Schatten des Sultans steht. Er lachte. Hier gilt der Padishah nichts, hier hat nur der Groß Scherif von Mekka zu gebieten, und ich bin mächtiger als diese beiden. Ich werde weder mit deinem König noch mit seinem Gesandten über dich verhandeln. Mit wem sonst? Mit den Inglis. Warum mit diesen? Weil sie dich auswechseln sollen. Gegen wen? Gegen meinen Bruder, der sich in ihrer Hand befindet. Er hat mit seiner Barke eines ihrer Schiffe angegriffen und ist von ihnen gefangen genommen worden. Sie haben ihn nach Eden geschafft und wollten ihn töten. Nun aber werden sie ihn für dich freilassen müssen. Vielleicht irrst du dich, ich gehöre nicht zu den Inglis. Sie werden mich wohl in deinen Händen lassen und deinen Bruder töten. So stirbst du auch. Du kannst schreiben und wirst einen Brief an sie anfertigen, den ich ihnen übergeben lasse. Machst du den Brief gut, so werden sie dich auswechseln. Machst du ihn sehr, du hast noch viele Tage Zeit. Wie viele? Wir haben ein böses Meer vor uns, aber ich werde, so viel es angeht, auch des Nachts fahren. Wenn uns der Wind günstig bleibt, sind wir in vier Tagen in Chida. Von da bis in die Gegend von Sana, wo ich mein Schiff verbergen werde, haben wir beinahe ebenso weit. Du hast also eine volle Woche Zeit, über dein Schreiben nachzudenken, dann erst von Sana aus werde ich den Boten abgehen lassen. Ich werde den Brief schreiben. Und du versprichst mir keinen Fluchtversuch zu unternehmen? Das kann ich dir nicht versprechen. Er sah mir einige Zeit lang ernst in das Gesicht. Allah Akbar, Gott ist groß, und ich habe es nicht geglaubt, dass unter den Christen auch ehrliche Leute sind. Also du willst mir entfliehen? Ich werde jede Gelegenheit dazu benutzen. So werden wir auch nicht fechten. Du könntest mich erschlagen und in das Wasser springen, um dich durch Schwimmen zu retten. Kannst du schwimmen? Ja. Bedenke, dass hier im Wasser viele Fische sind, die dich fressen würden. Ich weiß es. Ich werde dich streng bewachen lassen. Der Mann hier neben mir wird stets an deiner Seite sein. Du hast ihn beleidigt. Er wird dich nicht aus den Augen lassen, bis du entweder frei oder gestorben bist. »Was wird in diesen beiden Fällen mit meinem Diener werden?« Ihm wird nichts geschehen. Zwar hat er eine große Sünde begangen, da er der Diener eines Ungläubigen ist, aber er ist weder ein Türke noch ein Gyaur. Er wird seine Freiheit mit dir oder nach deinem Tode erhalten. Jetzt kannst du auf dem Deck bleiben. Sobald es dir dein Wächter aber gebietet, gehst du hinab, wo du in deine Kammer eingeschlossen wirst. Er wandte sich ab, und ich war also entlassen. Ich schritt zunächst nach dem Vorderdeck und ging dann längs des Regelings spazieren. Als ich ermüdet war, legte ich mich auf eine Decke nieder. Stets blieb der Araber in meiner Nähe, so dass es sich immer in einer Entfernung von fünf bis sechs Schritten von mir befand. Das war ebenso überflüssig wie für mich unangenehm. Kein Mensch weiter schien sich um mich zu bekümmern, kein Mensch sprach ein Wort zu mir. Man reichte mir schweigend mein Wasser, mein Couscous und einige Datteln. Sobald ein Fahrzeug uns ansegelte, mußte ich hinunter in meine Kammer, oben erscheinen durfte und am Abend wurde die Türe verriegelt und mit allerlei Gerümpel verbarrikadiert. Wieder frei Wir waren ungefähr, da wir eine sehr schnelle und glückliche Fahrt gemacht hatten, in der Gegend zwischen Cebel Eub und Cebel Kelaya angekommen, von wo an die Küste bis Cedah immer niedriger und flacher wird. Es war zur Zeit der Dämmerung. Im Norden stand eine Seltenheit, ein kleines schleierartiges Wölkchen am Himmel, welches Abu Saif sehr besorgt betrachtete. Die Nacht brach herein und ich mußte unter Deck gehen. Da war es jetzt schwüler noch als gewöhnlich und diese Schwüle steigerte sich von Viertelstunde zu Viertelstunde. Ich war um Mitternacht noch nicht dumpfes Brausen, Donnern und Rollen, welches mit Sturmeseile näher kam und unser Schiff erfasste. Ich fühlte, daß es mit dem Vorderteile tief in die Fluten tauchte, sich aber wieder erhob und dann mit verdoppelter Geschwindigkeit dahinschoß. Es ächzte und stöhnte in allen Fugen, die Mastenfüße krachten in ihrer Verkeilung und auf dem Decke rannte die Bemannung unter ängstlichen Rufen, Jammern und Beten hin und her. Dazwischenhinein tönten die lauten, besonnenen Kommandorufe des Führers. Es war auch notwendig, daß dieser seine Kaltblütigkeit nicht aufgab. Nach meiner ungefähren Berechnung nahten wir uns der Höhe von Rabbech, welches von den Arabern Rabber genannt wird, und von da an südwärts gibt es eine Anzahl von Klippen und Korallenbänken, welche der Schifffahrt selbst bei Tage sehr gefährlich sind. Dort liegt auch die Insel Gauat, und zwischen ihr und Ras Hatiba ragen zwei Korallenklippen empor, zwischen denen die Durchfahrt bei Sonnenlicht und ruhigem Wetter mit den größten Gefahren verbunden ist, und deshalb bereiten sich die Schiffer, ehe sie dieser Stelle nahen, immer durch Gebet vor. Der Ort wird Om El Hablain genannt, Ort der beiden Seile, ein Name, welcher auf die Art und Weise hindeutet, in welcher man früher sich vor der Gefahr zu sichern suchte. Auf diese Durchfahrt trieb uns der Orkan mit rasender Schnelligkeit zu. Eine Landung vorher war unmöglich. Ich hatte mich von meinem Lager erhoben, aber wenn das Schiff auf eine Klippe rannte, war ich doch verloren, da meine Kammer verschlossen war. Da war es mir, als hörte ich mitten im Brausen der Elemente ein Geräusch vor meiner Tür. Ich trat näher und horchte. Ich hatte mich nicht getäuscht, man entfernte die Verrammelung und die Tür wurde geöffnet. Sidi, wer ist da? Hamdelela, preis sei Gott, der mich den richtigen Ort gleich finden ließ. Kennst du nicht die Stimme deines Treuen Halef? Halef, unmöglich, der kann es nicht sein, der kann nicht gehen. Warum nicht? Weil er verwundet ist und ein Bein gebrochen hat. Ja, verwundet bin ich, Sidi, von einer Kugel am Arme, aber nur sehr leicht. Das Bein habe ich nicht gebrochen. So hat Abu Saif mich belogen? Nein, sondern ich habe ihn getäuscht. Ich mußte mich verstellen, um meinem guten Sidi helfen zu können. Nun habe ich drei Tage mit den Schienen am Beine unten im Raume gelegen und des Nachts habe ich sie entfernt und bin auf Kundschaft ausgekrochen. Wackera Halef, das werde ich dir nicht vergessen. Ich habe auch Verschiedenes erfahren. Was? Abu Saif wird eine Strecke vor Tschida anlegen, um nach Mekka zu pilgern. Er will dort beten, dass sein Bruder wieder frei werde. Mehrere von seinen Mannen gehen mit. Vielleicht ist es uns da möglich zu entkommen. Ich werde sehen. Das wird also morgen sein. Deine Waffen sind in seiner Kammer. Kommst du morgen Abend wieder, wenn wir in dieser Nacht nicht umkommen? Ich komme, Sidi. Aber die Gefahr, Halef. Heute ist es so finster, dass mich niemand sehen konnte, und nach uns zu schauen, haben sie keine Zeit, Sidi. Morgen aber wird Allah helfen. Hast du Schmerzen in deiner Wunde? Nein. Was ist mit dem Sambuk geschehen? Ich lag in zu Geld genommen, welches nun in der Oder des Kapitäns liegt und die Bemannung angebunden. Nur uns zwei hat man mitgenommen, damit du den Bruder Abu Seifs befreien sollst. Das weißt du? Ich habe Gespräche belauscht. Und die Barke in jener Nacht? Sie lag nicht weit von uns hinter den Klippen vor Anker und hatte auf uns gewartet. Hayer Ola. Gute Nacht, Sidi. Gute Nacht. Er ging hinaus, schob den Riegel vor und brachte auch die Verbarrikadierung wieder an Ort und Stelle. Ich hatte während dieses Besuches den Orkan ganz und gar vergessen, der ganz unerwartet ebenso schnell sich legte, als er gekommen war. Und wenn die See auch noch lange hoch ging, wie ich aus den Bewegungen des Schiffes merkte, so vermutete ich doch, daß nun heller Himmel geworden sei, der die Gefahr eines Schiffbruches bedeutend verminderte. Ich schlief ruhig ein. Als ich erwachte, lag das Schiff still. Meine Tür war geöffnet, draußen aber stand mein Wächter. Willst du hinauf? frug er mich. Ja. Du kannst nur bis zum Degri oben bleiben. Ich kam an Deck und fand bereits alle Spuren des Sturmes verwischt. Das Schiff lag in einer sehr schmalen, tief in das Land einschneidenden Bucht vor Anker. Die Segel waren abgenommen und die beweglichen Masten umgelegt worden, so daß das Fahrzeug weder vom Meere noch vom Lande aus, welches wüst und unbewohnt erschien, leicht gesehen werden konnte. Bis gegen Mittag blieb ich an Deck, ohne etwas Ungewöhnliches bemerken zu können, dann aber ließ mich Abu Saif zu sich kommen. Er befand sich nicht an Deck, sondern in seiner Kajüte, in welcher ich alle meine Waffen an der Wand hängen sah. Auch die Patronenkapsel war da und außerdem sah ich mehrere große Ketschikise am Boden liegen, welche jedenfalls Pulver enthielten. Ein Sandik stand offen, den Abu Saif bei meinem Eintritt sofort verschloss. Dennoch hatte ich Zeit genug gehabt, zu bemerken, daß er lauter Ketschuhwal enthielt, in denen sich wahrscheinlich die von dem Sambuk geraubten Gelder befanden. Nemtse, ich habe ein kurzes mit dir zu reden. Sprich, verweigerst du mir noch immer das Versprechen, keinen Fluchtversuch zu unternehmen. Ich bin kein Lügner und sage dir daher aufrichtig, daß ich fliehen werde, sobald sich mir eine Gelegenheit dazu bietet. Du wirst keine solche Gelegenheit finden, aber du zwingst mich strenger mit dir zu verfahren, als ich werde zwei Tage lang nicht an Bord sein. Du darfst während dieser Zeit deine Kammer nicht verlassen und wirst mit gebundenen Händen unten liegen. Das ist hart, ja, aber du trägst selbst die Schuld. Ich muss mich fügen. So kannst du gehen. Merke dir jedoch, dass ich Befehl geben werde, dich sofort zu töten, wenn du den Versuch machst, deine Fesseln wegzunehmen. Wärest dich bitten, mein Freund zu sein. Du bist ein Giau, aber ich hasse und verachte dich nicht. Ich hätte deinem Versprechen Glauben geschenkt. Du willst es aber nicht geben und so musst du nun die Folgen tragen. Geh jetzt nach unten. Ich wurde unter Deck geführt und dort eingeschlossen. Es war eine Pein, bei der da unten herrschenden Glut gefesselt liegen zu müssen, aber ich fügte mich da rein, trotzdem mein Wächter seiner Rachsucht dadurch Genüge geschehen ließ, dass er mir weder Speise noch Trank brachte. Ich hoffte auf Halef und zwar mit einer Spannung, wie ich sie so groß noch selten empfunden hatte. Meine Lage wurde dadurch, dass ich mich im Dunkeln befand natürlich nicht verbessert. Ich hatte El Aser, El Mogreb und El Aschia abbeten hören. Dann war eine lange, lange Zeit vergangen und es mußte weit über Mitternacht sein, als ich endlich draußen vor meiner Tür ein leises Geräusch vernahm. Ich horchte angestrengt, vermochte aber nichts mehr zu hören. Sprechen durfte ich auf keinen Fall, vielleicht war es auch bloß eine Ratte gewesen. Es blieb eine Weile ruhig, dann hörte ich Schritte nahen, denen jenes leise Rauschen folgte, welches entsteht, wenn ein Teppich oder eine Matte auf den Boden gebreitet wird. Was war das? Jedenfalls hatte mein Wächter sich vorgenommen, vor meiner Tür die übrige Nacht zuzubringen. Nun war es aus mit meiner Hoffnung, denn wenn Halef ja noch kam, so Aber horch! Was war das? Es gehörte die ganze Schärfe meines Gehörs dazu, um zu bemerken, daß der Holzriegel an meiner Tür langsam, langsam zurückgeschoben wurde. Einige Sekunden nachher hörte ich einen harten Schlag. Ein Geräusch, als wenn jemand vom Boden empor wolle und doch nicht könne, ein kurzes ersticktes Stöhnen und dann erklang es draußen halblaut. Sidi, komm, ich Ich kann dir nicht helfen, die Hände sind mir gebunden. Bist du an die Wand gebunden? Nein, hinaus zu dir kann ich. So komm, die Tür ist offen. Als ich hinaustrat, fühlte ich, daß der Araber unter krampfhaften Zuckungen am Boden lag. Halef kniete auf ihm und hatte ihm mit den Händen den Hals zugeschnürt. Fühle in seinen Gürtel, ob warte. Ich zog mit meinen hart am Gelenk gebundenen Händen das Messer hervor, nahm den Griff fest zwischen die Zähne und sägte mir die Fesseln in zwei. Geht es Sidi? Ja, jetzt habe ich die Hände frei, Gott sei Dank, daß er noch nicht tot ist. Sidi, er hätte es verdient und dennoch soll er leben. Wir binden ihn, geben ihm einen Knebel so wird er durch die Nase stöhnen und uns verraten. Ich nehme sein Turban Tuch auseinander und wickle es ihm um das Gesicht. Lass jetzt ein wenig locker, so dass er Atem bekommt. So, hier ist der Knebel, hier sein Gürtel, um Hände und Füße zu binden, laß den Hals los und halte seine Beine. So, fertig, nun hinein mit ihm. Ich atmete tief auf, als ich die Tür hinter dem Gefangenen verriegelt hatte und nun mit Halef an der Treppe stand. Was nun, Sidi? frug er mich. Wie kam das alles jetzt? Sehr einfach. Ich kroch aus dem Raum empor und horchte. Wenn sie dich entdeckt hätten. Sie bewachten mich nicht, weil sie denken, dass ich mich nicht regen kann. Da hörte ich, daß der Vater des Säbels mit zwölf Männern zunächst nach Tschida gegangen ist. Er hat viel Geld mitgenommen, um es dem Großscherif in Mekka zu bringen. Dann vernahm ich, daß der Araber, welcher dich bewacht, an deiner Tür schlafen werde. Er hasst dich und er hätte dich längst getötet, wenn er sich nicht vor Abu Saif fürchten müßte. Wenn ich zu dir wollte so, mußte ich ihm zuvor kommen und so bin ich über das Deck gekrochen, ohne daß ich bemerkt wurde. Du hast mich das in der Wüste gelehrt und kaum war ich da, so kam er auch. Ah, das also warst du, ich hatte es gehört. Als er sich gelegt hatte, habe ich ihn beim Halse genommen, das übrige weißt du, Sidi. Ich danke dir, Haleph. Wie sieht es oben aus? Sehr gut. Als ich über das Deck schlich, waren sie im Begriff ihren Affion anzubrennen. Ihr Gebieter ist fort, da dürfen sie es wagen. So nimm die Waffen dieses Mannes zu dir. Sie sind besser als die jenigen, welche du vorher hattest. Jetzt komm, ich gehe voran. Während wir nach oben schlichen, konnte ich Abu Saif dem Großscherif ein Geschenk bringen wollte, welches doch ein Bruchteil dessen war, was er ihm erst geraubt hatte. Als ich den Kopf aus der Luke streckte, verspürte ich jenen Duft, der in der Nähe jeder Opiumkneipe zu bemerken ist. Die Männer lagen regungslos auf dem Vordeck umher. Es war nicht zu erkennen, ob sie schliefen oder nur in regungsloser Lage den Rausch des betäubenden Giftes erwarten wollten. Glücklicherweise war der Weg nach der Kajüte frei. Wir krochen ganz auf den Boden niedergeduckt in dieser Richtung weiter und gelangten glücklich an die Tür. Dank der orientalischen Sorglosigkeit hatte dieselbe kein Schloss. Die Angeln konnten auch nicht knarren, weil sie einfach aus einem Stücke Leder bestanden, welches oben und unten an Tür und Pfosten aufgenagelt war. Ich öffnete nur so weit, als nötig war, um hineinzukriechen, und als wir uns im Innern befanden, zog ich die Tür wieder zu. Nun fühlte ich mich so sicher und frei, als ob ich mich daheim in meiner Stube befunden hätte. Hier hingen meine Waffen, und fünf Schritte davon war der Bord des Schiffes, von welchem ein Sprung genügte, um an das Land zu kommen. Die Uhr, den Kompass, das Geld hatte ich bei mir. Was soll ich mitnehmen? fragte Halef. Eine von den Decken, welche ich dort in der Ecke liegen sah. Wir brauchen sie notwendig. Ich nehme auch eine. Weiter nichts? Nein. Aber ich habe erlauscht, dass sich hier viel Geld befindet. Das liegt dort im Sandik. Wir lassen es liegen, denn es gehört uns nicht. Was? Sidi? Du willst kein Geld mitnehmen? Du willst diesen Räubern das Geld lassen, welches wir so notwendig brauchen? Willst du ein Dieb werden? Nein. Ich? Haci Alef Omar Ben Haci Abul Abbas Iben Haci Davud Al Gossara ein Dieb? Sidi, das sollte mir ein anderer sagen. Hast du mir nicht selbst befohlene Manne, der unten in der Kammer liegt, die Waffen wegzunehmen? Hast du mir nicht befohlen, in diese Decken zu greifen? Das ist kein Diebstahl. Wir sind durch die Räuber um unsere Decken und um deine Waffen gekommen und haben also das Recht, uns zu entschädigen. Unser Geld aber haben wir noch. Nein, Sidi, das meinige haben sie genommen. Hattest du viel? Hattest du mir nicht alle zwei Wochen drei Maria Theresienthaler gegeben? Ich hatte sie alle noch. Nun sind sie weg und ich werde mir nehmen, was mir gehört. Er trat an den Kasten. Sollte ich ihn hindern? In gewisser Beziehung hatte er Recht. Wir befanden uns in Umständen, unter denen wir uns unser Recht selbst zu wahren hatten. Wo konnten wir Abu Saif auf Rückgabe des geraubten Geldes verklagen? Ich mußte zu sehr sparen, als daß ich meinem Diener das Geraubte aus meiner Tasche hätte ersetzen können, und überdies hätte ein weiterer Streit mit Halef uns nur aufgehalten oder gar in Gefahr gebracht. Ich begnügte mich also mit dem Einwande Der Sandik wird verschlossen sein. Er trat hinzu, visitierte und sagte dann Ja, es ist ein Schloss daran und der Schlüssel fehlt, aber ich werde dennoch öffnen. Nein, das wirst du nicht. Wenn du das Schloss aufsprengst, so gibt es einen Krach, der uns verrät. Sidi, du hast recht, ich werde mir meine Thaler doch nicht holen können. Komm, wir wollen gehen. Bei dem Tone, in welchem er diese Worte sprach, bedauerte ich fast, dass er auf Ersatz verzichten mußte. Ein anderer Araber hätte es nicht getan, davon war ich überzeugt, und das brachte mich zu dem Versprechen, Halef, du sollst die Theresienthaler noch einmal von mir bekommen. Ist es wahr, Sidi? Ja. So lass uns gehen. Wir verließen die Kajüte und erreichten glücklich den Rand des Fahrzeuges. Der Abstand zwischen ihm wie man bei dem nächtlichen Sternenlicht bemerken konnte. Kommst du hinüber, Halef? frug ich besorgt. Ich wußte, dass er ein guter Springer war, hier aber konnte man keinen Anlauf nehmen. Pass auf, Sidi! Er erhob sich, setzte den Fuß auf den Regeling und stand im nächsten Augenblick drüben am Ufer. Ich folgte ihm sofort. Hamdelelah, Gott sei Dank, jetzt aber was nun? Wir gehen nach Tscheda. Weißt du den Weg? Nein. Oder hast du eine Harsch da, welche dir den Weg zeigt? Auch nicht, aber wir brauchen uns nur nach Süden zu halten. Abu Seif hat zu Fuß hin wandern müssen. Das ist ein sicheres Zeichen, dass die Stadt nicht sehr weit von hier liegt. Lass uns vor allen Dingen erst nach den Waffen sehen. Wir zogen uns hinter ein nahes Euphorbien gesträucht zurück, welches uns genügend verbarg, denn es war nicht die kleine arabische, sondern die hohe ostindische Art. Meine Gewehre waren geladen. Man hatte jedenfalls mit dem Revolver und dem Henry Stutzen nicht umzugehen verstanden und sich über den schweren Bären Töter höchstlich wundern müssen. Der Araber ist ein langes leichtes Gewehr gewohnt und es gibt ganze Stämme, welche noch mit Flinten der ältesten seltsamsten Konstruktionen bewaffnet sind. Nachdem wir uns überzeugt hatten, dass unsere Flucht nicht bemerkt worden war, machten wir uns auf den unbekannten Weg. Wir mussten so viel wie möglich der Küste folgen und diese hatte zahlreiche größere oder kleinere Einbuchtungen, welche zu umgehen waren, so dass wir nur langsam vorwärts kamen. Dazu war der Boden trotz der Nähe des Meeres sehr dicht mit Kolloquinten und Aloen bewachsen, welche das Gehen außerordentlich beschwerlich machten. Endlich graute der Tag und der Marsch ging leichter und schneller vor sich. Man konnte in die Ferne blicken und unterscheiden, welche Richtung man einzuschlagen hatte, um eine Krümmung der Küste abzuschneiden und es war vielleicht vormittags acht Uhr, als wir die Minaree einer Stadt vor uns erblickten, welche mit einer hohen, ziemlich gut erhaltenen Mauer umgeben war. Wollen wir fragen, ob dies Tschida ist, Zidi? frug Halef. Wir waren bereits seit einer Stunde Arabern begegnet, ohne sie anzureden. Nein, das ist ganz sicher Tschida. Und was beginnen wir dort? Ich werde mir zunächst den Ort ansehen. Und ich auch. Weißt du, dort Eva, die Mutter aller lebendigen, begraben liegt? Ja. Als Adam sie begraben hatte, beweinte er sie vierzig Tage und vierzig Nächte. Dann ging er nach Selandip, wo er starb und nun auch begraben liegt. Das ist eine Insel, von der nur die Gläubigen etwas wissen. Du irrst, Halef. Diese Insel hieß bei ihren Bewohnern Sinhala Dvipa, woraus ihr in eurer Sprache Selandip gemacht habt. Sinhala Dvipa heißt Löweninsel, sie gehört den Christen, den Inglis, und ich selbst bin bereits zweimal dort gewesen. Er blickte mich erstaunt an. Aber unsere Taleb sagen doch, dass jeder Ungläubige stirbt, der die Insel Adams betreten will. Bin ich gestorben? Nein, aber du bist ein Liebling Allahs, abgleich du den wahren Glauben nicht hast. Ich will dir noch ein Beispiel sagen. Nicht wahr? Jeder Ungläubige muss sterben, der die heiligen Städten von Mekka und Medina betritt. Ja, aber es gibt dennoch Christen, welche dort gewesen sind. Ist das wahr? Ja, sie haben getan, als ob sie Muslimin seien. Dann mussten sie unsere Sprache und unsere Gebräuche verstehen. Sie verstanden sie. Er blickte mir ängstlich forschend in das Angesicht. Sidi, du verstehst das auch. Willst du nach Mekka? Würdest du mich mitnehmen? Nein, Sidi, denn ich würde in der tiefsten Gehenna gebraten werden. Würdest du mich verraten, wenn du mich dort säst? Effendi mache mich nicht traurig. Ich müsste dich verraten und könnte es doch vielleicht nicht. Ich würde nicht mehr leben können. Ich sah ihm an, dass dies seine volle Überzeugung war. Es wäre grausam gewesen, ihn länger zu versuchen und in Angst zu halten. Halef, du hast mich lieb? Lieber als mich selbst, Sidi, glaube mir das. Ich glaube es. Wie lange willst du noch mit mir reisen? Solange du willst. Ich gehe mit dir, soweit die Erde reicht, ob gleich du ein Christ bist. Aber ich weiß, dass du noch zum rechten Glauben kommen wirst, denn ich werde dich bekehren, du magst wollen oder nicht. Das kann bloß ein Hadji sagen. Oh Sidi, ich werde nun wirklich einer sein. Da ist Chida, wo ich das Grab Evas besuchen werde. Dann gehe ich nach Mekka, werde in Arafah verweilen, mich in Mina rasieren lassen und alle heiligen Gebräuche mitmachen. Wirst du mich bis dahin in Chida erwarten? Wie lange wirst du in Mekka sein? Sieben Tage. Du wirst Hadj auch gültig, da sie doch nicht in den Wahlfahrtsmonat fällt? Sie ist gültig. Sie, hier ist das Tor. Wie mag es heißen? Es ist wohl das nördliche Tor, das Bab el Medina. Wirst du mir eine Bitte erfüllen? Ja, denn ich weiß, dass du mir nichts befiehlst, was ich nicht tun darf. Du sollst dir keinem Menschen sagen, dass ich Moslem sei. Ja. Aber wirst du mir nun auch eine Bitte erfüllen? Welche? Ich muss mir in Mekka das Aziz Kumash kaufen und viele Geschenke und Almosen geben. Sei unbesorgt, du sollst deine Theresienthaler noch heute erhalten. Die kann ich vielleicht nicht brauchen, denn sie werden im Lande der Ungläubigen geprägt. So werde ich dir dieselbe Summe in Piastern geben. Hast du Piasta? Noch nicht, aber ich werde sie von einem Saraf holen. Ich danke dir, Sidi. Werde ich genug haben, um auch nach Medina gehen zu können? Ich denke es, wenn du sparsam bist. Die Reise dorthin wird dich nichts kosten. Warum? Ich reite mit. Nach Medina Sidi, frug er in bedenklichem Tone. Ja, ist dies verboten? Der Weg dorthin steht dir Diener hinein darfst du nicht. Wenn ich nun in Jumbo auf dich warte, das ist schön, Sidi, das geht. So sind wir also einig. Und wohin gehst du dann? Zunächst nach Medina Salia. Herr, dann bist du des Todes. Weißt du nicht, dass dies die Stadt der Geister ist, die keinen Sterblichen bei sich dulden? Sie werden mich dulden müssen. Es ist ein sehr geheimnisvoller Ort. Man erzählt sich wunderbare Sachen von ihm und darum muß ich ihn sehen. Du wirst ihn nicht sehen, denn die Geister werden uns den Weg versperren. Aber ich werde dich nicht verlassen und wenn ich mit dir sterben sollte, ich bin dann ein wirklicher Hadji, dem der Himmel immer offen steht. Und wohin willst du dann? Entweder nach Sinai, Jerusalem und Und wirst mich mitnehmen? Ja. Wir waren beim Tore angelangt. Dort gab es außerhalb der Mauern eine Menge zerstreut stehender Hütten aus Stroh oder Palmenblättern, in denen arme Hadesi oder noch ärmere Holz- und Gemüsehändler wohnten. Ein zerlumpter Kerl rief mich an. Tai bin Effendi, sei ja kai frellak, bist du gesund Effendi? Wie geht es dir und wie ist dein Befinden? Ich blieb stehen. Im Orient muss man immer Zeit haben, einen Gruß zu erwidern. Ich danke dir, ich bin gesund, es geht mir gut und mein Befinden ist vortrefflich, aber wie geht es dir, du Sohn eines tapferen Vaters und wie laufen deine Geschäfte, du Erbe vom frömmsten Stamme der Muslimim? Ich gebrauchte diese Chida gilt trotzdem, es seit neuerer Zeit von den Christen besucht werden darf, für eine heilige Stadt und die heiligen Städte haben das Vorrecht, dieses Zeichen zu tragen. Vier Tage nach der Geburt eines Kindes werden ihm auf jedem Backen drei und an jeder Schläfe zwei Schnitte beigebracht, deren Narben für das ganze Leben bleiben. Das ist das Meshale. Deine Worte sind Sahari, sie duften wie die Benad El Janet, antwortete der Mann. Auch mir geht es gut und ich bin zufrieden mit dem Geschäfte, welches ich treibe. Es wird auch dir nützlich sein. Welches Geschäft hast du? Ich habe drei Tiere stehen, meine Söhne sind Hamari und ich helfe ihnen. Hast du sie zu Hause? Ja, Sidi, soll ich dir zwei Esel holen? Was soll ich dir bezahlen? Wohin willst du reiten? Ich bin hier fremd und will mir eine Wohnung suchen. Er musterte mich mit einem eigentümlichen Blick. Ein Fremder und zu Fuße, das musste ihm auffällig sein. Sidi, frug er, willst du dahin, wohin ich deine Brüder geleitet habe? Welche Brüder? Es kamen gestern um die Zeit des Morgreb 13 Männer zu Fuße, so wie du, die habe ich in dem großen Kahn geführt. Das war jedenfalls Abu Saif mit den seinen gewesen. Das waren keine Brüder von mir. Ich will meine Wohnung in keinem Kahne und in keinem Funduk, sondern in einem Privathause nehmen. Amadi Bacht, welch ein Glück, ich weiß ein Haus, wo du eine Wohnung finden kannst, die beinahe für einen Prinzen zu schön ist. Was forderst du, wenn wir auf deinen Eseln hinreiten? Zwei Piaster. Das waren ungefähr zwanzig Pfennige pro Mann. Hole die Tiere. Er stieg nun mit gravitätischem Schritte von Dannen und brachte hinter einer Unfriedigung zwei Esel hervor, die so klein waren, dass sie mir beinahe zwischen den Beinen durchlaufen konnten. Werden sie uns tragen können? Siedi, einer von ihnen würde uns alle drei tragen können. Das war übertrieben, jedoch mein Tier tat nicht im Mindesten, als ob ich ihm zu schwer sei. Vielmehr schlug es sofort, nachdem ich es bestiegen hatte, einen sehr muntern Trab an, welcher allerdings gleich im Inneren der Stadtmauer unterbrochen wurde. Tut, rief nämlich eine schnarrende Stimme von der Seite her, tut vermei is aktsche, halt, gebt Geld. In einem halb verfallenen Gemäuer zu meiner Rechten befand sich ein viereckiges Loch, in diesem Loche befand sich ein Kopf, auf dem Gesicht dieses Kopfes befand sich eine fürchterliche Brille, und in dieser Brille befand sich nur ein Glas. Unter diesem Glase erblickte ich eine riesige Nase und zeitwärts nach unten von der Nase aus gerechnet eine große Öffnung, aus welcher die Worte wahrscheinlich gekommen waren. Wer ist das? frug ich unseren Führer. Der Rajal Elbab, er nimmt die Steuern für den Großherrn ein. Ich drängte mein Eselein bis vor das Loch und nahm, um mir einen Spaß zu machen, den Pass heraus. Was willst du? Geld. Hier. Ich hielt ihm das großherrliche Möhür vor das Auge, welches nicht durch ein Glas geschützt war. Lutf Tsenabin, Verzeihung euer Gnaden. Die Öffnung unter der Nase klappte zu, das Gesicht verschwand und gleich darauf sah ich eine hagere Gestalt seitwärts über einige Mauersteine springen. Sie trug eine alte abgeschabte Janitscharenuniform, weite blaue Beinkleider, rote Strümpfe, eine grüne Jacke und auf dem Kopfe eine weiße Mütze mit einem herabhängenden Sacke. Es war der wackere Rajal Elbab. Warum reist er aus? frug ich den Führer. Du hast einen Bujaruldi und brauchst nichts zu geben. Er hat dich also beleidigt und fürchtet deine Rache. Wir ritten weiter und gelangten nach fünf Minuten vor das Tor eines Hauses, welches eine Seltenheit in muhammedanischen Ländern vier große vergitterte Fenster nach der Straße zu hatte. Hier ist es Wem gehört das Haus? Dem Djevatshi Tamaru. Er hat mir Auftrag gegeben. Wird er zu Hause sein? Ja. So kannst du zurückkehren. Hier hast du noch ein Backschisch. Unter vielen Dankes Worten setzte sich der Mann auf einen seiner Esel und ritt von Dannen. Ich trat mit Halef in das Haus und wurde von einem Schwarzen nach dem Garten gebracht, in welchem sich sein Herr befand. Diesem trug ich mein Anliegen vor und sofort führte er mich in das Haus zurück und zeigte mir eine Reihe von Gemächern, welche leer standen. Ich mietete zwei auf eine Woche und hatte dafür zwei Talaris, was als eine sehr anständige Bezahlung angesehen werden musste, zu entrichten. Dafür wurde ich aber auch nicht ausgefragt. Ich nannte nur Nachmittags ging ich, um mir die Stadt anzusehen. Tschida ist eine ganz hübsche Stadt und es scheint mir, als ob sie ihren Namen Tschida heißt die Reiche nicht ganz mit Unrecht führte. Sie ist nach drei Seiten von einer hohen dicken Mauer umgeben, welche Türme trägt und von einem tiefen Graben beschützt wird. Nach dem Meere zu wird sie durch ein Vor und mehrere Batterien verteidigt. Die Mauer hat drei Tore, das Bab el Medina, das Bab el Jemen und das Bab el Mekka, welches das schönste ist und zwei Türme hat, deren Zinnen von zierlich durchbrochener Arbeit sind. Die Stadt zerfällt in zwei Hälften, in die Nisw von Syrien und von Jemen. Sie hat ziemlich breite, nicht sehr schmutzige Straßen und viele hübsche freie Plätze. Auffallend ist es, dass es hier sehr viele Häuser gibt, welche nach außen hin Fenster haben. Sie sind meist mehrere Stockwerke hoch, von guter Bauart und haben hübsche Burgentüren, Balkons und Söller. Der Bazar läuft in der ganzen Länge der Stadt mit dem Meere parallel und mündet in viele Seiten Straßen. Auf ihm sieht man Araber und Beduinen, Felata, Händler aus Basra, Bagdad, Maskat und Makala, Ägypter, Nubier, Abessinier, Türken, Syrer, Griechen, Tunesier, Tripolitaner, Juden, Indier, Malayen, alle in ihrer Nationaltracht. Sogar einem Christen kann man zuweilen begegnen. Hinter der Mauer beginnt, wie bei den meisten Ortschaften Arabiens, sofort die Wüste und dort stehen die Hütten jener Leute, welche in der Stadt selbst keinen Platz finden. Nicht weit von der Kaserne, welche in der Nähe des Babel Medina liegt, befindet sich der Kirchhof, auf welchem das Grab unserer Stammmutter gezeigt wird. Dieses ist sechzig Meter oder beinahe neunzig preußische Ellen lang und trägt auf seiner Mitte eine kleine Moschee. Dass es in Tschida von Bettlern wimmelt, ist nicht zu verwundern, den größten Beitrag dazu liefert Indien. Während die armen Pilger aus anderen Ländern sich Arbeit suchen, um sich das Reisegeld zur Rückkehr zu verdienen, ist der Indier zu träge dazu. Wer einem jeden geben wollte, würde bald selbst ein Bettler sein. Vom Kirchhofe weg ging ich nach dem Hafen und schritt langsam am Wasser hin. Ich dachte über die Möglichkeit nach, Mecker sehen zu können und merkte kaum, dass es immer einsamer um mich wurde. Da plötzlich, ist's möglich oder nicht, erklang es vom Wasser her. Jetzt geh ich zum Säuler und kauf mir an Strick, bin's Dirndl am Buckel, drog's überall mit. Ein Xandl aus der Heimat, hier in Chida? Ich blickte mich um und sah einen Kahn, in welchem zwei Männer saßen. Der eine war ein Eingeborener. Seine Hautfarbe und seine Kleidung bezeichneten ihn als einen Hat-Haremi. Gewiß gehörte ihm der Kahn. Der andere stand aufrecht in dem kleinen Fahrzeuge und bildete eine ganz wunderbare Figur. Er hatte einen blauen Turban auf, trug rote türkische Pumphosen einen europäischen Rock von etwas veraltetem Schnitt. Ein gelbseidernes Tuch war um den Hals geschlungen und aus diesem Tuche stachen rechts und links zwei Jebel Pambuk Besi von der Sorte hervor, welche in der lieben Heimat den Namen Vater Mörder zu tragen pflegt. Um die sehr umfangreiche Taille hatte der Mann einen Saras geschlungen, dessen Scheide so dick war, dass man konnte. Dies war der Sänger. Er hatte bemerkt, dass ich vor Überraschung stehen geblieben war und mochte denken, einen sangesfrohen Beduinen vor sich zu haben, denn er hielt die linke Hand an den Mund, drehte sich noch besser nach rechts herum und sang Das war eine Freude für mich, viel größer noch wie damals, als der Jüterbocker Hamzat El Djarbaya mich im Hause am Nil mit seinem Liede überrascht hatte. Auch ich legte die Hand an den Mund. »Türkü, Jagür, Durmak, sing weiter«, rief ich hinüber. Ob er mich verstanden hatte, wußte ich nicht, aber er ließ sich sofort nochmals hören. »Zwischen deiner und meiner ist er weite gossen, burwanst mi net moxt, konnt's des bleiben lassen.« Jetzt mußte ich den Jodler auch probieren. »Zwischen deiner und meiner ist er enge gossen, burwanst mi gern hast, konnt's herrudern lassen.« Da stieß er einen lauten Jucheza aus, riß den Turban vom Haupte, den Saras aus der Scheide und schwenkte Turban und Säbel hoch in der Luft. Dann brachte er diese an Ort und Stelle und griff das Steuer und lenkte dem Ufer zu. Ich war ihm entgegen gegangen. Er sprang ans Land, blieb aber doch ein wenig verblüfft stehen, als er mich näher betrachtete. »Ein Türke, der Deutsch reden kann?« frug er zweifelhaft. »Nein, sondern ein Deutscher, der ein bisschen Türkisch probiert.« »Also wirklich, ich wollte meinen Ohren nicht trauen, aber Sie sehen wahrhaftig wie ein Araber aus. Darf ich fragen, was Sie sind?« »Ein Schriftsteller. Und Sie?« »Ein, ein, ein, hm, Violinist, Komiker, Schiffskoch, Privatsekretär, Bookkeeper, Ehemann, Merchant, Witwer, Rentier und jetzt Tourist nach Hause zu.« Er brachte das mit einer so überwältigenden Grandetzer vor, dass ich lachen mußte. »Da haben Sie allerdings viel erfahren. Also nach Hause wollen Sie?« »Ja, nämlich nach Triest, wenn ich nicht etwa unterwegs mich anders besinne. Und Sie? Ich sehe die Heimat wohl erst nach einigen Monaten wieder. Was tun Sie hier in Tschida? »Nichts. Und Sie? Nichts. Wollen wir einander helfen? Natürlich, wenn es Ihnen nämlich recht ist. Das versteht sich. Haben Sie eine Wohnung? Ja, schon seit vier Tagen. Und ich seit ungefähr so vielen Stunden. Also sind Sie noch nicht eingerichtet. Darf ich Sie zu mir einladen? Freilich. Für wann? Für jetzt gleich? Kommen Sie. Es ist gar nicht weit. Er griff in die Tasche und lohnte seinen Bootsmann ab. Dann schritten wir nach dem Hafen zurück. Unterwegs wurden nur allgemeine Bemerkungen ausgetauscht, bis wir an ein einstöckiges Häuschen kamen, in welches er trat. Es wurde durch den Eingang in zwei Hälften geteilt. Er öffnete die Tür zur rechten Seite und wir traten in ein kleines Gemach, dessen einziges Möbel aus einem niederen hölzernen Gerüste bestand, über welches eine lange Matte ausgebreitet war. Das ist meine Wohnung. Willkommen. Nehmen Sie Platz. Wir schüttelten einander nochmals die Hände und ich setzte mich auf das Serer, während er in einen nebenanliegenden Raum trat und einen großen Koffer öffnete, der in demselben stand. Bei einem solchen Gaste darf ich meine Herrlichkeiten doch nicht schonen, rief er mir zu. Passen Sie auf, was ich Ihnen bringe. Es waren allerdings lauter Herrlichkeiten, die er mir vorsetzte. Hier ein Topf mit Apfelschnitten, gestern Abend in der Kaffeemaschine gekocht. Es ist das Beste, was man in dieser Hitze genießen kann. Hier zwei Pfannkuchen, dort in der Tabaksbüchse gebacken, jeder einen. Dann noch ein restenglisches Weizenbrot, ein bisschen altbacken, geht aber noch. Dazu diese halbe Bombay-Wurst, riecht vielleicht ein wenig, tut aber nichts. In dieser Flasche ist echter alter Kognak, wenn auch kein Wein, aber immer besser als Wasser. Ein Glas habe ich nicht mehr, ist aber auch nicht notwendig. Nachher in dieser Büchse schnupfen Sie? Leider nein. Schade, er ist ausgezeichnet, aber Sie rauchen? Gern. Hier, es sind nur noch elf Stück, die teilen wir, Sie Zähne und ich eine. Oder umgekehrt? Geht nicht. Wollen es abwarten. Und dort in dieser Blechkapsel, was haben Sie da? Raten Sie? Zeigen Sie mal her. Er gab mir die Kapsel und ich roch daran. Käse? Erraten, leider fehlt die Butter. Nun langen Sie zu, ein Messer haben Sie jedenfalls, hier ist auch eine Gabel. Wir aßen mit Lust. Ich bin ein Sachse, sagte ich und nannte ihm meinen Namen. Sie sind in Triest geboren? Ja, ich heiße Martin Albani, mein Vater war seines Zeichens ein Schuster. Ich sollte etwas besseres werden, nämlich ein Kaufmann, hielt es aber lieber mit meiner Geige als mit den Ziffern und so weiter. Ich bekam eine Stiefmutter, na, Sie wissen, wie es dann herzugehen pflegt. Ich hatte den Vater sehr lieb, wurde aber mit einer Presnitzer Harfenistengesellschaft bekannt und schloss mich ihr an. Wir gingen nach Venedig, Mailand und tiefer ins Italien hinunter, endlich gar nach Konstantinopel. Kennen Sie diese Art Leute? Na gewiß, sie gehen oft weit über See. Erst spielte ich Violine, dann avancierte ich zum Komiker. Leider aber hatten wir Unglück und ich war froh, dass ich auf einem Bremer Kauffahrer eine Stelle fand. Mit diesem kam ich später nach London, von wo aus ich mit einem Engländer nach Indien segelte. In Bombay wurde ich krank in das Hospital geschafft. Der Verwalter desselben war ein tüchtiger Mann, aber kein Held im Schreiben und Rechnen. Er engagierte mich, als ich wieder gesund geworden war. Später kam ich zu einem Händler als Buchführer. Er starb am Fieber und ich heiratete seine Witwe. Wir lebten kinderlos und glücklich bis zu ihrem Tode. Jetzt sehnte ich mich nach der Heimat zurück. Zu ihrem Vater? Auch er lebt nicht mehr, hat aber Gott sei Dank keine Not gelitten. Seit ich mich wohl stand haben wir einander oft geschrieben. Nun habe ich mein Geschäft verkauft und fahre langsam der Heimat zu. Der Mann gefiel mir. Er gab sich so wie er war. Reich konnte er wohl nicht genannt werden. Er machte auf mich den Eindruck eines Mannes, der gerade so viel hat, als er braucht und der damit auch herzlich zufrieden ist. Warum fahren sie nicht direkt nach Triest? Ich mußte in Maskat und Aden einige Ziffern in Ordnung bringen. So haben sie sich also doch noch an die Ziffern gewöhnt. Freilich, lachte er, und nun, pressant sind meine Angelegenheiten nicht, ich bin mein eigener Herr. Was tut es, wenn ich mir das rote Meer besehe? Sie tun es ja auch? Allerdings, wie lange werden sie hier bleiben? Bis ein mir passendes Fahrzeug hier anliegt. Haben sie nicht geglaubt, einen Bayern oder Tiroler in mir zu finden, als sie mich singen hörten? Ja, aber doch fühle ich mich nicht etwa enttäuscht, wir sind ja trotzdem Landsleute und freuen, uns einander getroffen zu haben. Wie lange werden sie hier bleiben? Mein Diener pilgert nach Mekka. Ich werde wohl eine Woche auf ihn warten müssen. Das freut mich, so können wir einander länger haben. Ich stimme bei, aber zwei Tage werden wir uns vielleicht doch entbehren müssen. Wieso? Ich hätte fast Lust, auch einmal nach Mekka zu gehen. Sie? Ich denke, für Christen ist das verboten. Allerdings, aber kennt man mich? Das ist richtig. Sie sprechen das Arabische? Ja, so viel ich für meine Küche brauche. Und sie wissen auch, wie sich die Pilger zu benehmen haben? Auch das? Doch ist gewiss, dass mein Benehmen nicht genau das der Pilger sein würde. Wollte ich ihren Gebräuchen folgen, mich den vorgeschriebenen Zeremonien unterwerfen und gar zu Allah beten und seinen Propheten anrufen, so würde dies gewiss eine Versündigung gegen unseren heiligen Glauben sein. Sie würden innerlich doch anders denken. Das macht die Schuld nicht geringer. Darf man der Wissenschaft nicht ein Opfer bringen? Doch, aber kein solches. Übrigens bin ich gar kein Mann der Wissenschaft. Sollte ich Mecker je erreichen, so hat es nur den Wert, dass ich es gesehen habe und unter Bekannten einmal davon erzählen kann. Ich möchte behaupten, dass man die Stadt des Propheten zu besuchen vermag, auch ohne seinen Christen Glauben dadurch zu verleugnen, dass man den Pilger spielt. Wohl nicht? Glauben sie, Mecker nur von Pilgern besucht wird? Man sollte allerdings meinen, dass auch Kaufleute hinkommen, diese aber werden doch auch die heiligen Orte besuchen und dort beten. Man wird sie aber nicht darüber kontrollieren. Ich rechne 16 Wegstunden von hier bis Mekka. Man reitet sie sehr gut in acht Stunden. Hätte ich ein Bisharin Hejin, so würde ich bloß vier Stunden brauchen. Ich komme dort an, steige in irgendeinem Kahn ab, durchwandere ernsten langsamen Schrittes die Stadt und besehe mir das Heiligtum. Dazu brauche ich nur wenige Stunden. Ein jeder wird mich für einen Moslem halten und ich kann ruhig wieder zurückkehren. Das klingt ganz ungefährlich, aber gewagt ist es dennoch. Ich habe gelesen, dass ein Christ höchstens bis auf neun Meilen an die Stadt heran darf. Dann dürften wir ja auch nicht in Chida sein, wenn nicht etwa nur englische Meilen gemeint sind. Auf dem Wege von hier nach Mekka liegen elf Kaffeehäuser. Ich will getrost wagen, in allen bis zum neunten einzukehren und dabei auch sagen, dass ich ein Christ betreten zu lassen. Ich werde den Versuch wagen. Ich hatte mich in die Sache selbst so hineingesprochen, dass jetzt wirklich mein Entschluß feststand, nach Mekka zu reisen. Ich brachte diesen Gedanken heim in meine Wohnung, schlief mit demselben ein und erwachte auch mit ihm. Halef brachte mir den Kaffee. Ich hatte Wort gehalten und ihm sein Geld bereits gestern gegeben. Sidi, Wann erlaubst du mir nach Mekka zu gehen? Frug er mich. Hast du Chidda bereits ganz gesehen? Noch nicht, aber ich werde bald fertig sein. Wie wirst du reisen? Mit einem Delil? Nein, denn der kostet zu viel. Ich werde warten, bis mehrere Pilger beisammen sind und dann auf einem Mietkamele reiten. Du kannst abreisen, sobald du willst. Delils sind nämlich diejenigen Beamten, welche die fremden Pilger zu führen und darauf zu sehen haben, dass diese keine Vorschrift versäumen. Unter den Pilgern befinden sich sehr viele Frauen und Mädchen. Da aber den unverheirateten Frauenzimmern das Betreten der Heiligtümer verboten ist, so machen die Delils ein Geschäft daraus, sich gegen Bezahlung mit ledigen Pilgerinnen, die sie von Chidda abholen, zu den Scheidebrief zu geben. Halef hatte kaum meinen Raum verlassen, so hörte ich draußen eine Stimme sagen. Ist ein Herr zu Hause? Dem Arabli, sprich Arabisch, antwortete Halef auf die deutsch gesprochene Frage. Arabli? Das kann ich nicht, mein Junge. Höchstens könnte ich dich mit einem bisschen Türkisch traktieren, aber warte, ich werde mich gleich selbst anmelden, denn jedenfalls steckt er da hinter der Tür. Es war Albani, dessen Stimme jetzt erklang. Juchaira sassa und wannst willst will i ah und wannst willst so moch auf, denn deswegen bin i da. Er schien den Text seiner Schnaderhüpfelnden Verhältnissen anzupassen. Gewiss stand Halef vor Erstaunen ganz starr da draußen und wenn ich nicht antwortete, so geschah es seinetwegen. Er sollte noch etwas hören. Es dauerte auch gar nicht lange, so fuhr der Triester fort. Soldat bin i gern und da kenn i mich aus, doch steh i nicht gern schild wach in fremder Leut Haus. Und als und auch diese zarte Erinnerung keine Folge hatte, drohte er Und a frischer Burb bin i drum lass dir mal sagen, wenn du nicht gleich jetzt auf machst, du ist dürdel zerschlagen. So weit durfte ich es denn doch nicht kommen lassen. Ich erhob mich also und öffnete ihm die Tür. Aha, lachte er. Es hat also geholfen. Ich dachte beinahe, sie werden schon nach Mekka abgegangen. Psst, mein Diener darf nichts davon wissen. Oh, Entschuldigung, raten Sie einmal, mit welcher Bitte ich komme. Mit dem Verlangen nach Revanche für ihre gestrige Gastfreundschaft? Tut mir leid, ich kann nötigenfalls mit etwas Munition, aber nicht mit Proviant dienen, wenigstens nicht mit einem so seltenen, wie ihre Speisekarte zeigte. Pah, aber ich habe wirklich eine Bitte oder vielmehr eine Frage. Sprechen Sie? Wir sprachen gestern wenig über ihre Erlebnisse, aber ich vermute, dass sie Reiter sind? Ich reite allerdings ein wenig. Nur Pferd oder auch Kamel? Beides, sogar auch Esel, wozu ich erst gestern gezwungen war. Ich habe noch nie auf dem Rücken eines Kameles gesessen. Nun hörte ich heute früh, dass es ganz in der Nähe einen Devetschi gibt, bei dem man für ein Billiges die Möglichkeit erhält, einmal den Beduinen spielen zu können. Ah, sie wollen einen Spazierritt riskieren. Das ist es. Sie werden aber eine Art von Seekrankheit bekommen. Tut nichts, gegen welche nicht einmal eine Dosis Kerosoth Hilfe leistet. Ich bin darauf gefasst, die Küste des Roten Meeres bereist und nicht auf einem Darf ich Sie einladen, mich zu begleiten? Ich habe Zeit. Wo wollen Sie hin? Mir gleich vielleicht eine Streiferei um Chida herum. Ich bin dabei. Wer besorgt die Kamele? Sie oder ich? Natürlich ich. Wollen Sie Ihren Diener mitnehmen? Wie Sie es bestimmen? Man weiß hierzulande niemals, was einem begegnen kann und ein Diener ist hier im Orient eigentlich niemals überflüssig. So geht er mit. Wann soll ich kommen? In einer Stunde. Gut. Aber erlauben Sie mir eine Bemerkung. Untersuchen Sie, ehe Sie das Kamel besteigen, den Sattel und die Decke genau. Eine solche Vorsicht ist stets am Platze, da man sonst sehr leicht Bekanntschaft mit jenen sechsfüßigen Baschi Bosuchs macht, die der Orientale mit dem lieblich klingenden Namen Bid bezeichnet. Bid? Ich bin kein Licht in den orientalischen Sprachen, aber ein wenig Latein haben Sie getrieben? Allerdings? So meine ich das Tierchen, dessen deutscher Name mit lateinischen Lettern geschrieben, mit dem deutschen Worte Lob übersetzt werden muss. Ah, ist es gar so arg? Zuweilen sehr. Ich habe in Ungarn gehört, dass man diese Schmarotzer mit dem Worte Bergleute bezeichnet, jedenfalls, weil sie von oben nach unten arbeiten. Bei einem Kamelrit nun haben sie es mit den Bergleuten der Araber und mit den Bergleuten der Kamele zu tun. Ein Glück ist es nur, dass die Ersteren eine so rührende Treue für ihre Herren und Meister besitzen und folglich es eine eigene Decke unter, welche sie nach dem Ritt dem nächsten Pastetenbäcker geben, der sie für wenige Borbi in seinem Ofen ausbrennen wird. Nicht übel. Nehmen wir Waffen mit? Das versteht sich. Ich zum Beispiel bin zu dieser Vorsicht gezwungen, da ich jeden Augenblick hier oder in der Umgebung Feinde treffen kann. Sie? Ja, ich. Ich befand mich in der Gefangenschaft eines Seeräubers, dem ich erst gestern früh entflohen bin. Er ist auf dem Wege nach Mekka und kann sich sehr leicht noch hier in Jeddah befinden. Das ist ja ganz erstaunlich. Er war ein Araber? Ja. Ich kann ihm nicht einmal mit einer Anzeige beikommen, ob gleich mein Leben keinen Pfennig wert ist, sobald wir uns begegnen sollten. Und davon haben Sie mir gestern nichts gesagt? Warum sollte ich davon sprechen? Man hört und liest jetzt sehr oft, dass das Leben immer nüchterner werde und es gar keine Abenteuer mehr gebe. Vor nur wenigen Wochen sprach ich mit einem viel gereisten Gelehrten, welcher geradezu die Behauptung aufstellte, man könne die alte Welt von Hammerfest bis zur Kapstadt und von England bis nach Japan durchreisen, ohne nur eine Spur von dem zu erleben, widersprach ihm nicht, aber ich bin überzeugt, dass es nur auf die Persönlichkeit des Reisenden und auf die Art und Weise der Reise ankommt. Eine Reise per Entreprise oder mit dem Rundreise Billier wird sehr zahm sein, selbst wenn sie nach Celebes oder zu den Feuerländern gehen sollte. Ich ziehe das Pferd und das Kamel den Posten und Bahnen, das Kanoe dem Auch reise ich lieber nach Timbuktu oder Tobolsk als nach Nizza oder Helgoland. Ich verlasse mich auf keinen Dolmetscher und auf keinen Bädecker. Zu einer Reise nach Mursuk steht mir weniger Geld zur Verfügung als mancher braucht, um von Prag aus die Kaiserstadt Wien eine Woche lang zu besuchen und habe mich über den Mangel an Abenteuern niemals zu beklagen gehabt. Wer mit großen Mitteln die Atlas Länder oder die West Staaten Nordamerikas besucht, dem stehen eben diese Mittel im Wege. Wer aber mit leichter Tasche kommt, der wird bei den Beduinen Gastfreundschaft suchen und sich nützlich machen, drüben im Wilden Westen aber sich sein Brot schießen und mit hundert Gefahren kämpfen müssen. Ihm wird es nie an Abenteuern fehlen. Wollen wir wetten, daß uns nachher bei unserem Ritt ein Abenteuer passieren wird? Mag es auch nur ein kleines sein? Die Recken früherer Zeiten zogen aus, um Abenteuer zu suchen. Die jetzigen Helden reisen als Touristen, Sommerfrischler, Bäderbummler oder Kirmesgäste. Sie erleben ihre Abenteuer unter dem Regenschirme, an der Table d' d' bei einer imitierten Sennerin, am Spieltische Sie machen mich wirklich neugierig. Ja, verstehen Sie mich wohl, Sie nennen es vielleicht ein Abenteuer, wenn Sie in dem Dschungel zwei Tiger begegnen, welche sich auf Leben und Tod bekämpfen. Ich nenne es ein ebenso großes Abenteuer, wenn ich am Waldes rande auf zwei Ameisen Völker stoße, deren Kampf nicht bloß in Beziehung auf Mut und Körperanstrengung eine Hunden oder Gotenschlacht zu nennen ist, sondern uns auch solche Beispiele von Aufopferung, Gehorsam und strategischer oder taktischer Berechnung und Liss zeigt, dass wir darüber bass erstaunen müssen. Gottes Allmacht zeigt sich herrlicher in diesen winzigen Tieren als in jenen beiden Tigern, die ihnen bloß deshalb größer erscheinen, weil sie sich vor ihnen fürchten. Doch gehen Sie jetzt und bestellen Sie die Kamele, damit wir zur Zeit der größten Hitze eine Quelle finden. Ich gehe, aber halten Sie auch Wort in Beziehung auf das Abenteuer? Ich halte es. Er ging. Ich hatte ihm diese Rede mit Vorbedacht gehalten, denn zu einem Erstlingsritt auf dem Kamele gehört unbedingt eine in das romantische hinüberklingende Seelenstimmung. Als ich nach Dreiviertelstunden mit Halef in Albanis Wohnung trat, starrte derselbe in Waffen. Kommen Sie, der Devetschi lauert bereits. Oder wollen wir erst etwas genießen? Frug er mich. Nein. So nehmen wir uns Proviant mit. Ich habe hier diese ganze Tasche voll. Sie wollen ein Abenteuer haben und nehmen Proviant mit? Weg damit. Wenn uns hungert, so suchen wir uns einen Duar. Dort finden wir Datteln, Mehl, Wasser und vielleicht auch ein wenig Chekir. Chekir? Was ist das? Kuchen aus gemahlenen Heuschrecken gebacken. Sieh! Da schmeckt ganz vortrefflich. Wer Austern, Weinbergschnecken, Vogelmäster, Froschschenkel und verfaulte Milch mit Käsemaden isst, für den müssen Heuschrecken eine Delikatesse sein. Wissen Sie, wer lange Zeit Heuschrecken mit wildem Honig gegessen hat? Ich glaube, das ist ein Mann in der Bibel gewesen. Allerdings und zwar ein sehr hoher und heiliger Mann. Haben Sie eine Decke? Hier. Gut. Wie lange haben Sie die Kamele zur Verfügung? Für den ganzen Tag. Mit Begleitung des Devetschi oder eines seiner Leute? Ohne Begleitung. Das ist gut. Zwar haben Sie in diesem Fall Kaution legen müssen, dafür aber befinden wir uns umso wohler und ungestörter. Kommen Sie. Der Kamelverleiher wohnte im zweiten Hause von ihm. Ich sah es dem Manne sofort an, dass er kein Araber, sondern ein Türke war. In seinem Hofe standen drei Kamele, über welche man hätte weinen mögen. Wo ist dein Stall? Frug ich ihn. Dort. Er deutete nach einer Mauer, welche den Hof in zwei Teile schied. Öffne die Tür. Warum? Weil ich sehen will, ob sich noch Gemali darin befinden. Es sind solche darin. Zeige sie mir. Er mochte mir doch nicht recht trauen, daher öffnete er und ließ mich einen Blick in die andere Abteilung werfen. Dort lagen acht der schönsten Reitkamele. Ich trat näher und betrachtete sie. Deveci, wie viel zahlt dir dieser Hasretin für die drei Kamele, welche du uns gesattelt hast? Fünf Mabubzechenen für alle drei. Und für einen solchen Preis bekommen wir diese Lasttiere mit wunden Beinen und Füßen? Schau her, du kannst durch ihre Seiten blicken. Ihre Lefzen hängen auf die Seite, wie hier dein zerrissener Jeckenärmel und ihre Höcker, sie haben keinen Höcker, sie haben eine weite Reise hinter sich, sie sind ganz abgezehrt und kraftlos, so dass sie kaum den Sattel tragen können. Und wie sehen diese Sättel aus? Schau her, Mann, was marschiert auf dieser Decke, spute dich und gib uns andere Kamele und andere Decken und andere Sättel. Er sah mich halb misstrauisch und halb zornig an. Wer bist du, dass du mir einen solchen Befehl geben magst? Blicke her, siehst du diesen Bujeruldi des Großherrn? Soll ich ihm erzählen, dass du ein Betrüger bist und deine armen Tiere zu Tode Schindest? Schnell sattel dort die drei Hetschin, die braunen rechts und das Graue in der Ecke, sonst wird dir meine Peitsche Hände machen. Ein Beduine hätte sofort zur Pistole oder zum Messer gegriffen, dieser Mann aber war ein Türke. Er beeilte sich meinem Befehle, Folge zu leisten, und bald lagen seine drei besten Kamele mit sehr reinlichem Sattelzeug vor uns auf den Knien. Ich wandte mich an Halef. Jetzt zeige diesem Sidi, wie er aufzusteigen hat. Er tat es und ich trat dann dem Kamel, welches Albani tragen sollte, auf die zusammengezogenen Vorderbeine. Passen Sie auf, sobald Sie den Sattel berühren, geht das Hedgin in die Höhe, und zwar vorn zuerst, so dass sie nach hinten geworfen werden. Dann erhebt es sich hinten und sie stoßen nach vorn. Diese beiden Stöße müssen Sie durch die entgegengesetzte Bewegung Ihres Körpers unschädlich zu machen suchen. Ich will es versuchen. Er faßte an und schwang sich auf. Sofort erhob sich das Tier, trotzdem ich meinen Fuß nicht von seinen Beinen genommen hatte. Der gute Schnader Hüpfelsänger flog nach hinten, fiel aber nicht, weil er sich vorn fest anklammerte. Doch jetzt schnellte das Kamel sich hinten in die Höhe und da er die Hände noch immer vorn hatte, so flog er ganz regelrecht aus dem Sattel und über den Kopf des Kameles hinweg herunter in den Sand. Potztausend, das Ding ist gar nicht so leicht, meinte er, indem er sich erhob und die Achsel rieb, mit welcher er aufgestoßen war. Aber hinauf muss ich doch bringen sie das Tier wieder zum Knien. Reh, auf diesen Zuruf legte es sich wieder. Der zweite Versuch gelang, obgleich der Reiter zwei derbe Stöße auszuhalten hatte, ich musste dem Verleiher noch einen Verweis geben. Der Wetschi, kannst du ein Djemel reiten? Ja, Herr. Und auch lenken? Ja. Nein, du kannst es nicht, denn du weißt ja nicht einmal, daß ein Metrek dazugehört. Verzeihe, Herr. Er gab einen Wink und die Stäbchen wurden herbeigebracht. Jetzt stieg auch ich auf. Wir machten nun allerdings ganz andere Figuren, als es der Fall gewesen wäre, wenn wir uns mit den abgetriebenen Lastkamelen begnügt hätten. Unsere jetzigen Sättel waren sehr hübsch und mit Troddeln und bunter Stickerei verziert und die Decken so groß, daß sie die Tiere ganz bedeckten. Wir ritten hinaus auf die Straße. Wohin? frug ich Albani. Das überlasse ich Ihnen. Gut, also zum Bab el-Medina hinaus. Mein neuer Bekannter zog die Blicke der uns Begegnenden auf sich. Seine Kleidung war zu auffällig. Ich lenkte daher durch mehrere Seiten Straßen und brachte uns nach einigen Umwegen glücklich zum Tore hinaus. Dort ritten wir im Schritte durch die Ansiedelungen der Nubier und Habeschaner und gelangten dann sofort in die Wüste, welche sich ohne einen Pflanzenübergangsgürtel bis direkt an das Weichbild aller Städte des Hejas erstreckt. Bis hierher hatte sich Albani sehr leidlich im Sattel gehalten. Nun aber fielen unsere Kamele ganz freiwillig in jenen Bärentrott, der ihre gewöhnliche Gangart ist und durch welchen jeder Neuling in die eigentümliche Lage versetzt wird, die Seekrankheit kennenzulernen, auch ohne einen Tropfen Salzwasser gesehen zu haben. Während der ersten Schritte lachte er über sich selbst. Er besaß nicht das Geschick, durch eigene Bewegungen die Stöße zu mildern, welche ihm sein Tier erteilte. Er schwankte herüber, hinüber, nach hinten und nach vorn. Seine lange arabische Flinte war ihm im Wege und sein riesiger Saras schlug klirrend an die Seite des Kameles. Er nahm ihn also zwischen die Beine, schnalzte mit den Fingern und sang. »Mei Sabel klippert, mei Sabel klappert, mei Sabel macht mir halt müh, und das Kamel wickelt, das Kamel wackelt, das Kamel ist ein Sakrisch Vieh. Da gab ich meinem Tiere einen leichten Schlag auf die Nase, es stieg empor und schoss dann vorwärts, daß der Sand mehrere Ellen hoch hinter mir aufwirbelte. Die beiden anderen Kamele folgten natürlich, und nun war es mit dem Singen aus. Albani hatte den Lenkstab in der linken und die Flinte in der rechten Faust und gebrauchte diese beiden Gegenstände als Balancestangen, in dem er die Arme in der Luft herumwirbelte, um das Gleichgewicht zu erhalten. Er bot einen komischen Anblick dar. Hängen Sie das Schießeisen über und halten Sie sich mit den Händen am Sattel fest, rief ich Ihr verwünschtes Viehzeug an. Ich verkomme ja mit ihm. Ja, aber das meine gerend ihm wie besessen nach. Halten Sie es an. Mit was denn? Mit dem Fuß und dem Zügel. Den Fuß, den bringe ich ja gar nicht in die Höhe und den Zügel den habe ich nicht mehr. So müssen Sie warten bis das Tier von selber steht. Aber ich habe gar keinen Atem mehr. So machen Sie den Mund auf. Es ist Luft genug da. Ich wandte mich wieder vorwärts und horchte nicht mehr auf seine Interjektionen. Er befand sich in guten Händen der Halef an seiner Seite ritt. Wir hatten nach kurzer Zeit eine kleine Boden Anschwellung hinter uns und nun breitete sich die offene Ebene vor uns aus. Albani schien sich nach und nach im Sattel zurecht zu finden, er klagte nicht mehr. So hatten wir in der Zeit von einer Stunde vielleicht zwei deutsche Meilen zurückgelegt, als als vor uns die Gestalt eines einzelnen Reiters auftauchte. Er war wohl eine halbe Meile von uns entfernt und ritt dem Anschein nach ein ausgezeichnetes Kamel, denn der Raum verschwand förmlich zwischen ihm und uns und nach kaum zehn Minuten hielten wir einander gegenüber. Er trug die Kleidung eines wohlhabenden Beduinen und hatte die Kapuze seines Burnos weit über das Gesicht gezogen. als unsere drei zusammen. Salam Alaikum, Friede sei mit dir, grüßte er mich, während er die Hand entblößte, um die Verhüllung zu entfernen. Alaikum, antwortete ich, welches ist dein Weg hier in der Wüste? Seine Stimme hatte weich geklungen, fast wie die Stimme eines Weibes. Seine Hand war zwar braun, aber klein und zart, und als er jetzt die Kapuze entfärmte, erblickte ich ein vollständig bartloses Angesicht, aus welchem mich zwei große braune Augen lebhaft musterten. Es war kein Mann, sondern eine Frau. Mein Weg ist überall, antwortete sie. Wohin führt dich der Deinige? Ich komme von Chida, will mein Tier ausreiten und dann wieder nach der Stadt zurückkehren. Ihr Angesicht verfinsterte sich, und ihr Blick schien misstrauisch zu werden. So wohnest du in der Stadt? Nein, ich bin fremd in derselben. Du bist ein Pilger? Was sollte ich antworten? Ich hatte die Absicht gehabt, hier für einen Mohammedaner zu gelten, aber da ich direkt befragt wurde, so fiel es mir nicht ein, mit einer Lüge zu antworten. Nein, ich bin kein Hadji. Du bist fremd in Tschida und kommst doch nicht her, um nach Mekka zu gehen? Entweder warst du früher in der heiligen Stadt oder du bist kein Recht Gläubiger. Ich war noch nicht in Mekka, denn mein Glaube ist nicht der Eurige. Bist du ein Jude? Nein, ich bin ein Christ. Und diese beiden? Dieser ist ein Christ wie ich und dieser ist ein Moslem, der nach Mekka gehen will. Da hältte sich ihr Gesicht plötzlich auf und sie wandte sich an Halef. Wo ist deine Heimat, Fremdling? Im Westen, weit von hier, hinter der großen Wüste. Hast du ein Weib? Er erstaunte gerade so wie ich über diese Frage, welche auszusprechen ganz gegen die Sitten des Orients war. Er antwortete Nein, Bist du der Freund oder der Diener dieses Effendi? Ich bin sein Diener und sein Freund. Da wandte sie sich wieder zu mir. Sidi, komm und folge mir. Wohin? Bist du ein Schwätzer oder fürchtest du dich vor einem Weibe? Pah, vorwärts. Sie wandte ihr Kamel und ritt auf derselben Spur zurück, welche die Füße des Tieres vorher im Sande zurückgelassen hatten. Ich hielt mich an ihrer Seite und die anderen beiden blieben hinter uns. Nun frug ich zu Albani zurück. Hatte ich nicht recht mit dem Abenteuer, welches ich ihnen vorher sagte? Albani sann statt der Antwort. Das Derndl ist sauber vom Fuß bis zum Kopf, nur am Holz hat es ein Pinkel, das heißt man an Kropf. Das Weib war allerdings nicht mehr jugendlich und die Strahlen der Wüstensonne sowie die Strapazen und Entbehrungen hatten ihr Angesicht gebräunt und demselben bereits Furchen eingegraben. Aber einst war sie gewiß nicht häßlich gewesen, das sah man ihr heute noch sehr deutlich an. Was führte sie so ganz allein in die Wüste? Warum hatte sie den Weg nach Tschida eingeschlagen und kehrte nun mit uns zurück? Warum war sie sichtlich erfreut gewesen, als sie hörte, daß Halef nach Mecca gehen wolle? Und warum sagte sie nicht, wohin sie uns führen werde? Sie war mir ein Rätsel. Sie trug eine Flinte und an ihrem Gürtel einen Jettagan. Ja, in den Sattelriemen des Kameles hatte sie sogar einen jener Wurfspieße stecken, welche in der Hand eines gewandten Arabers so gefährlich sind. Sie machte ganz den Eindruck einer selbstständigen furchtlosen Amazone und dieses letztere Wort war ganz am Platze, da solche kriegerische Frauen in manchen Gegenden des Orients öfter zu sehen sind, als im Abendlande, wo dem Weibe doch eine freiere Stellung gewährt ist. Was ist das für eine Sprache? frug sie, als sie die Antwort Albanis hörte. Die Sprache der Deutschen. So bist du ein Nemtje? Ja. Die Nemtje müssen tapfere Leute sein. Warum? Der tapferste Mann war der Sultan El-Khebir und dennoch haben ihn die Nemtje Shimakler, die Nemtje Memlektler und die Moskowler besiegt. Warum werde ich von deinem Auge so scharf betrachtet? Sie hatte also von Napoleon und von dem Ausgang der Freiheitskriege gehört. Sie hatte sicher eine nicht gewöhnliche Vergangenheit hinter sich. Verzeihe mir, wenn mein Auge dich beleidigt hat, antwortete ich. Ich bin nicht gewohnt, in deinem Lande ein Weib so kennenzulernen wie dich. Ein Weib, welches Waffen trägt, welches Männer tötet, welches sogar seinen Stamm regiert? Hast du nicht von Gehalje gehört? Gehalje? frug ich mich besinnend. War sie nicht vom Stamme Begum? Ich sehe, dass du sie kennst. Sie war der eigentliche Scheik ihres Stammes und schlug in der Schlacht bei Taraba die Truppen des Mehmet Ali, welche Tunsun Bey kommandierte? So ist es. Siehst du nun, dass auch ein Weib sein darf wie ein Mann? Was sagt der Koran dazu? Der Koran? frug sie mit einer Gebärde der Geringschätzung. Der Koran ist ein Buch. Hier habe ich meinen Itagan, meinen Tüfenk und meinen Djerit. Woran glaubst du? An das Buch oder an die Waffen? An die Waffen. Du siehst also, dass ich kein Gyaur bin, denn ich denke ganz dasselbe, was du denkst. Glaubst du auch noch viel viel mehr aber an das Kitab Asis der Christen. Ich kenne es nicht, aber deine Waffen sehe ich. Das war nun allerdings ein Kompliment für mich, da der Araber gewohnt ist, den Mann nach den Waffen zu beurteilen, welche erträgt. Sie fuhr fort. Wer hat mehr Feinde getötet, du oder dein Freund? Kam es auf die Waffen an, so mußte Albani allerdings bedeutend tapferer sein als ich, dennoch war ich überzeugt, dass der gute Triester mit seinem Saras gewiss noch keinem Menschen gefährlich geworden sei. Ich antwortete aber ausweichend. Ich habe mit ihm noch nicht darüber gesprochen. Wie viele Male hast du eine Intikam gehabt? Noch nie. Mein Glaube verbietet mir selbst meinen Feind zu das Gesetz. Aber wenn jetzt Abu Saif käme und dich töten wollte? So würde ich mich wehren und ihn im Notfall töten, denn die Notwehr ist hier erlaubt. Aber du sprichst vom Vater des Säbels. Kennst du ihn? Ich kenne ihn. Auch du nennst seinen Namen? Hast du von ihm gehört? Ich habe nicht bloß von Abu Saif gehört, sondern ihn gesehen. Sie wandte sich mit einer raschen Bewegung zu mir herum. Gesehen? Wann? Vor noch nicht vielen Stunden. Und wo? Zuletzt auf seinem Schiffe. Ich war sein Gefangener und bin ihm gestern entflohen. Wo ist sein Schiff? Ich deutete die Richtung an, in der ich es noch vermuten musste. Dort liegt es in einer Bucht versteckt. Und er ist darauf? Nein, er ist in Mekka, um dem Großscherif ein Geschenk zu bringen. Der Großscherif ist nicht in Mekka, sondern in Taif. Ich habe dir eine große Botschaft zu verdanken, komm! Sie trieb ihr Gemell zu größerer Eile an und lenkte nach einiger Zeit nach rechts ein, wo eine Reihe von Bodenerhebungen am Horizonte sichtbar wurde. Als wir näher kamen, bemerkte ich, dass dieser Höhenzug aus dem selben schönen grauen Granit bestand, wie ich ihn später bei Mekka wiederfand. In einer Talmulde standen einige Zelte. Sie deutete mit der Hand auf dieselben und meinte, dort wohnen sie. Wer? Die Beni Küfr, vom Stamme der Ateibe. Ich denke, die Ateibe wohnen in El Salale, Tale und dem Wadi El Nobejad. Du bist recht berichtet, aber komm, du sollst alles erfahren. Vor den Zelten lagen wohl an die dreißig Kamele, nebst einigen Pferden am Boden und eine Anzahl dürrer, struppiger Wüstenhunde erhob bei unserem Nahen ein wütendes Geheul, infolgedessen die Insassen der Zelte hervortraten. Sie hatten ihre Waffen ergriffen und zeigten ein sehr kriegerisches Aussehen. Wartet hier, ließ ihr Kamel niederknien, stieg ab und trat zu den Männern. Mein Gespräch mit ihr war weder von Albani noch von Halef vernommen worden. Sidi, frug Halef, zu welchem Stamme gehören diese Leute? Zum Stamme Ateibe. Ich habe von ihm gehört, zu ihm zählen die tapfersten Männer dieser Wüste und keine Pilgerkarawane ist vor ihren Kugeln sicher. Sie sind die größten Feinde der Jehene, zu denen Abu Saif gehört. Was will das Weib von uns? Ich weiß es noch nicht. So werden wir es erfahren. Aber halte deine Waffen bereit, Sidi. Ich traue ihnen nicht, denn es sind Ausgestoßene und Verfluchte. Woran erkennst du dies? Weißt du nicht, dass alle Bedawis, welche in der Gegend von Mekka wohnen, die Tropfen von den Wachslichtern, die Asche von dem Räucherholze und den Staub von der Türschwelle der Kaba sammeln und sich damit die Stirn einreiten? Diese Männer hier aber haben nichts an ihren Stirnen. Sie dürfen nicht nach Mekka und nicht zur Kaba. Sie sind verflucht. Aus welchem Grunde kann man sie ausgestoßen haben? Das werden wir vielleicht von ihnen erfahren. Unterdessen hatte die Frau einige Worte zu den Männern gesprochen, worauf einer von ihnen sich uns näherte. Er war ein Greis von ehrwürdigem Aussehen. Allah segne eure Ankunft. Steigt ab und tretet in unsere Zelte. Ihr sollt unsere Gäste sein. Diese letztere Versicherung gab mir die Überzeugung, dass wir keinerlei Gefahr bei ihnen zu fürchten hatten. Hat der Araber einmal das Wort Misafir ausgesprochen, so darf man ihm vollständiges Vertrauen schenken. Wir stiegen von unseren Tieren und wurden in eines der Zelte geführt, wo wir uns auf dem Serer niederließen und mit einem frugalen Male bewirtet wurden. Während wir aßen, ward kein Wort gesprochen, dann aber wurde uns je ein Beri gereicht und während wir den scharfen Tombak-Tabak rauchten, der wohl aus Bagdad oder Basra stammte, begann die Unterhaltung. Dass wir nur einen Beri erhielten, war ein sicherer Beweis, dass diese Leute keine Reichtümer besaßen. In der Gegend der heiligen Stadt raucht man nämlich aus dreierlei Pfeifensorten. Die erste und kostbarste Sorte ist der Kedra. Er ruht gewöhnlich auf einem Dreifuß, besteht aus gediegenem, schön ziseliertem und ist mit einem langen Schlauch versehen, welcher Leye genannt wird und je nach dem Reichtume des Besitzers mit Edelsteinen oder anderem Schmucke geziert ist. Aus dem Kedra raucht man meist nur den köstlichen Tabak von Shiraz. Die zweite Art der Pfeifen ist der Shishé. Er ist dem Kedra ziemlich ähnlich, nur etwas kleiner und weniger kostbar. Die dritte und gewöhnlichste Sorte besteht aus einer mit Wasser gefüllten Kokosschale, in welcher der Kopf und statt des Schlauches ein Rohr befestigt wird. Es waren über zwanzig Männer in dem Zelte. Der Alte, welcher uns begrüßt hatte, führte das Wort. Ich bin der Sheikh El-Urdi und habe mit dir zu reden, Sidi. Die Sitte verbietet den Gast mit Fragen zu quälen, aber ich werde dich dennoch nach einigem fragen müssen. Erlaubst du es mir? Ich erlaube es. Du gehörst zu den Nessara? Ja, ich bin ein Christ. Was tust du hier im Lande der Gläubigen? Ich will dieses Land und seine Bewohner kennenlernen. Er machte ein sehr zweifelvolles Gesicht. Und wenn du es kennengelernt hast, was tust du dann? Ich kehre in meine Heimat zurück. Allah Akbar, Gott ist groß und die Gedanken der Nessara sind unerforschlich. Du bist mein Gast und ich werde glauben, was du sagst. Ist dieser Mann dein Diener? Er deutete dabei auf Halef. Er ist mein Diener und mein Freund. Mein Name ist Malek. Du hast mit Bindsheik Malek gesprochen. Sie sagte mir, daß dein Diener nach Mecca gehen wolle, um ein Haji zu werden. Sie hat dir das Rechte gesagt. Du wirst auf ihn warten, bis er zurückkehrt? Ja. Wo? Ich weiß es noch nicht. Du bist ein Fremdling, aber du kennst die Sprache der Gläubigen. Weißt du, was ein Delil ist? Ein Delil ist ein Führer, welcher das Gewerbe treibt, den Pilgern die heiligen Orte und die Merkwürdigkeiten von Mekka zu zeigen. Du weißt es, aber ein Delil betreibt auch noch ein anderes Geschäft. Es ist den ledigen Frauen verboten, die heilige Stadt zu betreten. Wenn nun eine Jungfrau nach Mekka will, so geht sie nach Chida und vermählt sich der Form nach mit einem Delil. Er bringt sie als sein Weib nach Mekka, wo sie die Verrat und die Watschieb erfüllt. Wenn dieses geschehen ist, gibt er sie wieder los. Sie bleibt eine Jungfrau und er wird für seine Mühe bezahlt. Auch dies weiß ich. Die Einleitung des alten Sheikh machte mich neugierig. Welche Absichten leiteten ihn, die Pilgerfahrt Halefs mit dem Amte eines sofort erfahren, denn ohne jeden Übergang bat er Erlaube deinem Diener für die Zeit seiner Hatsch ein Delil zu sein. Das war überraschend. Wozu? frug ich ihn. Das werde ich dir sagen, nachdem du die Erlaubnis ausgesprochen hast. Ich weiß nicht, ob er darf. Die Delils sind Beamte, welche jedenfalls von der Behörde eingesetzt werden. Wer will ihm verbieten, eine Jungfrau zu heiraten und sie nach der Pilgerfahrt wieder freizugeben? Das ist richtig. Was mich betrifft, so gebe ich meine Erlaubnis gern, wenn du denkst, dass sie erforderlich ist. Er ist ein freier Mann, du musst dich an ihn selbst wenden. Es war ein förmlicher Genuß, das Gesicht meines guten Halef zu beobachten. Er war ganz verdutzt. Willst du es tun? Frug ihn der Alte. Darf ich das Mädchen vorher sehen? Der Sheikh lächelte ein wenig und antwortete dann, warum willst du sie vorher sehen? Ob sie alt ist oder jung, ob schön oder hässlich, das ist ganz gleichgültig, denn du wirst sie nach der Hatsch doch wieder freigeben. Sind die Benat el Arab wie die Töchter der Türken, welche sich nicht sehen lassen dürfen? Die Töchter der Araber brauchen ihr Gesicht nicht zu verbergen, du sollst das Mädchen sehen. Auf seinen Wink erhob sich einer der Anwesenden vom Boden und verließ das Zelt. Nach kurzer Zeit trat er mit einem Mädchen ein, dessen Ähnlichkeit mit der Amazone mich erraten ließ, Mutter desselben sei. Das ist sie, blicke sie an, sagte der Sheikh. Halef machte von dieser Erlaubnis einen sehr ausgiebigen Gebrauch. Die vielleicht fünfzehnjährige, aber bereits vollständig erwachsene, dunkeläugige Schöne schien ihm zu gefallen. Wie heißest du, frug er sie. Hanne, antwortete sie. Dein Auge glänzt wie nur El Kamar. Deine Wangen leuchten wie Sahari, deine Lippen glühen wie Roman und deine Wimpern sind schattig wie die Blätter von El Semt. Mein Name lautet Halef 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 Ben Haji Abul Abbas Ibn Haji Davud Al Gosar und wenn ich kann, so werde ich deinen Wunsch erfüllen. Die Augen meines Halef leuchteten auch, aber nicht bloß wie nur El Kamar, sondern wie nur Esh Shems. Seine Sprache trieb poetische Blüten, vielleicht stand er am Rande desselben Abgrundes, welcher die Haji-Hoffnungen seines Vaters und Großvaters Weiland Abul Abbas und Davud Al-Gosara verschlungen hatte. Der Abgrund der Liebe und der Ehe. Das Mädchen entfernte sich wieder und der Sheikh frug ihn Wie lautet dein Entschluß? Frage meinen Herrn, wenn er nicht abrät, werde ich deinen Wunsch erfüllen. Dein Herr hat bereits gesagt, dass er dir die Erlaubnis gibt. So ist es, stimmte ich bei. Aber sage uns nun auch, warum dieses Mädchen nach Mekka soll und warum sie sich nicht in Tschida einen Delil sucht. Kennst du Ahmed Isset Pasha? Den Gouverneur von Mekka? Ja, du musst ihn kennen, denn jeder Fremdling, der Tschida betritt, stellt sich ihm vor, um seinen Schutz zu erhalten. Er wohnt also in Tschida? Ich bin nicht bei ihm gewesen, ich brauche nicht den Schutz eines Türken. Du bist zwar ein Christ, aber du bist ein Mann. Der Schutz des Pascha ist nur gegen hohen Preis zu erhalten. Ja, er wohnt nicht in Mekka, wohin er eigentlich gehört, sondern in Tschida, weil dort der Hafen ist. Sein Gehalt beträgt über eine Million Piaster, aber er weiß sein Einkommen bis auf das Fünffache zu bringen. Ihm muss jeder zahlen, sogar der Schmuggler und der Seeräuber, und darum eben wohnt er in Tschida. Man sagte mir, dass du Abu Saif gesehen hast. Ich habe ihn gesehen. Nun, dieser Räuber ist ein guter Bekannter des Pascha. Nicht möglich. Warum nicht? Was ist urteilhafter, einen Dieb zu töten oder ihn leben zu lassen, um eine Rente von ihm zu beziehen? Abu Saif ist ein Jehene. Ich bin ein Ateibe. Diese beiden Stämme leben in Todfeindschaft, dennoch wagte er es, sich an unser Duar zu schleichen und mir meine Tochter zu rauben. Er zwang sie, sein Weib zu sein, aber sie entkam ihm einst und brachte mir ihre Tochter mit zurück. Du hast beide gesehen, mit meiner Tochter bist du angekommen und die ihrige war soeben hier im Zelte. Seit jener Zeit suche ich ihn, um mit ihm abzurechnen. Einmal habe ich ihn gefunden, das war im Seratsch des Stadthalters. Dieser schützte den Räuber und ließ ihn entkommen, während ich später einmal sandte mich der Sheikh meines Stammes mit diesen Männern hier nach Mekka, um meine Opfergabe nach der Kaaba zu bringen. Wir lagerten nicht weit von der Pforte El-Ramah. Da sah ich Abu Saif mit einigen seiner Leute kommen. Er wollte das Heiligtum besuchen. Der Zorn übermannte mich. Ich ergriff ihn, trotzdem bei der Kaaba jeder Streit verboten ist. Ich wollte ihn nicht töten, sondern ihn nur zwingen, mir zu folgen, um draußen vor der Stadt mit ihm zu kämpfen. Er wehrte sich und seine Männer halfen ihm. Es entspann sich ein Kampf, der damit endete, dass die Eunuchen herbeieilten und uns gefangen nahmen. Ihm aber und den Seinigen die Freiheit ließen. Zur Strafe wurden uns die heiligen Orte verboten. Unser ganzer Stamm wurde verflucht des Fluches wiederledigt zu werden. Nun sind wir geächtet, aber wir werden uns rächen und diese Gegend verlassen. Du bist ein Gefangener von Abu Seif gewesen? Ja, erzähle es. Ich gab ihm einen kurzen Bericht über das Abenteuer. Weißt du den Ort genau, an welchem sein Schiff verborgen liegt? Ich würde ihn selbst bei Nacht wiederfinden. Willst du uns hin führen? Ihr werdet die Jehene töten? Ja. So verbietet mir mein Glaube euer Führer zu sein. Du darfst dich nicht rächen? Nein, denn unsere Religion gebietet uns selbst unsere Feinde zu lieben. Nur die Behörde hat das Recht den Bösen zu bestrafen und ihr seid keine Richter. Deine Religion ist lieblich. Wir aber sind keine Christen und werden den Feind bestrafen, weil er beim Richter Schutz finden würde. Du hast mir den Ort beschrieben und ich werde das Schiff auch ohne deine Hilfe entdecken. Nur versprich mir, dass du die Jehene nicht warnen willst. Ich werde sie nicht warnen, denn ich habe keine Lust, ihr Gefangener noch einmal zu sein. So sind wir einig. Wann wird Halef antwortete der Diener an meiner Stelle. Du kannst morgen gehen. So lass ihn gleich bei uns bleiben, bat der Sheikh. Wir werden ihn so weit an die Stadt begleiten, als wir ihr nahen dürfen und ihn dir dann zurück bringen. Da kam mir ein Gedanke, dem ich sofort Ausdruck gab. Darf ich mit euch ziehen und bei euch auf ihn warten? Ich bemerkte sofort, dass dieser Wunsch allgemeine Freude erregte. »Herr Fendi, ich sehe, dass du die Ausgestoßenen nicht verachtest,« antwortete der Sheikh, »du sollst uns willkommen sein. Du bleibst gleich hier bei uns und hilfst uns am Abend die Evelyn Mar schließen? Das geht nicht. Ich muss zuvor nach Jeddah zurück, um meine Geschäfte abzuschließen. Mein Wirt muss wissen, wo ich mich befinde. So werde ich dich bis vor die Tore der Stadt begleiten. Auch sie darf ich nicht betreten, denn sie ist eine heilige Stadt. Wann willst du reiten? Sogleich, wenn es dir beliebt. Ich brauche nur wenig Zeit, um wieder mit dir zurückzukehren. Soll ich dir einen Kadhi oder Mullah mitbringen für den Abschluss der Verheiratung? Wir brauchen weder einen Kadhi noch einen Mullah. Ich bin der Sheikh meines Lagers und was vor mir geschieht hat Kraft und Gültigkeit. Aber ein Pergament oder ein Papier magst du mir bringen, auf welches wir den Vertrag niederschreiben. Das Möhür und Gemetsch habe ich. In kurzer Zeit standen die Kamele bereit. Wir stiegen auf. Die kleine Truppe bestand außer uns dreien aus dem Sheikh, seiner Tochter und fünf Ateibe. Ich folgte dem Alten ohne Einrede, obgleich ich bemerkte, dass er nicht den geraden Weg einschlug, sondern sich mehr rechts nach dem Meere zuhielt. Albani hatte jetzt nicht mehr so viel Not wie vorher, sich auf seinem Kamele zu halten und die langen Beine der Tiere warfen den Weg förmlich hinter uns. Da hielt der Sheikh an und deutete mit der Hand seitwärts. Weißt du, was da drüben liegt, Effendi? Was? Die Bucht, in welcher das Schiff des Räubers liegt, habe ich es erraten. Du kannst denken, aber du sollst mich nicht fragen. Er hatte ganz richtig geraten und schwieg. Wir ritten weiter. Nach einiger Zeit zeigten sich zwei kleine Punkte am Horizonte, gerade in der Richtung auf Chida zu. Wie es schien, kamen sie uns nicht entgegen, sondern verfolgten eine Richtung, welche sie nach der soeben erwähnten Bucht bringen mußte. Es waren Fußgänger, wie ich durch das Fernrohr erkannte. Das mußte hier in der Wüste auffallen, und es lag der Gedanke nahe, dass sie zu den Leuten von Abu Seif gehörten. Es war sehr zu vermuten, dass mein Wächter dem Kapitän unsere Flucht hatte melden lassen, und in diesem Falle konnten diese beiden Männer die jetzt zurückkehrenden Boten sein. Auch Malek hatte sie erkannt und beobachtete sie scharf. Dann wandte er sich zu seinen Leuten und flüsterte ihnen eine Weisung zu. Sofort wandten sich drei von ihnen in der Richtung zurück, aus welcher wir gekommen waren. Ich durchschaute die Absicht. Malek vermutete ganz dasselbe wie ich und wollte die Männer in seine Gewalt bekommen. Um dies zu bewirken, musste er ihnen den Weg nach der Bucht abschneiden, aber so, dass sie es nicht merkten. Daher schob er seine drei Männer nicht schräg vor, sondern er ließ sie scheinbar zurückkehren und dann, sobald sie aus dem Gesichtskreis der Betreffenden verschwunden waren, einen Bogen schlagen. Während wir anderen unseren Weg fortsetzten, frug er, Effendi, willst du ein wenig auf uns warten oder reitest du nach der Stadt, wo du uns am Tore finden wirst? Du willst diese Männer sprechen und ich werde bei dir bleiben, bis du mit ihnen geredet hast. Es sind vielleicht Jehene. Ich denke es auch. Deine drei Männer schneiden sie vom Schiffe ab, reite du hier schief hinüber und ich will mit Halef unsere bisherige Richtung fortsetzen, damit es ihnen nicht einfällt, nach Tschida zurück zu fliehen. Dein Rat ist gut, ich folge ihm. Er bog ab und ich gab Albani einen Wink, sich ihm anzuschließen. Dieser hatte es so leichter, da ich mit Halef den schärfsten Galopp einschlagen mußte. Wir zwei flogen in gleicher Linie mit den Verfolgten waren hinter ihren Rücken ein. Sie merkten erst jetzt unsere Absicht und zögerten. Hinter sich hatten sie mich mit Halef, seitwärts von ihnen kam Malek auf sie zu und nur der Weg vor ihnen schien noch frei zu sein. Sie setzten ihn mit verdoppelter Eile fort, waren aber doch noch nicht weit gekommen, als die drei Ateibä vor ihnen auftauchten. Trotzdem es ihnen in dieser Entfernung nicht möglich gewesen war, einen von uns zu erkennen, mussten sie doch Feinde in uns vermuten und versuchten uns im schnellsten Laufe zu entkommen. Es gab eine Möglichkeit dazu, sie waren bewaffnet. Wenn sie sich teilten, so mussten wir dies auch tun, und dann war es einem sicher zielenden kaltblütigen Fußgänger nicht ganz unmöglich, es mit zwei und auch drei Kamelreitern aufzunehmen. Sie aber kamen auf diesen Gedanken entweder nicht, oder es fehlte ihnen an Mut, denselben auszuführen. Sie blieben beisammen und wurden von uns zu ganz gleicher Zeit umringt. Ich erkannte sie auf der Stelle. Es waren wirklich zwei von den Schiffsleuten. Woher kommt ihr? frug sie der Sheikh. Von Chidda antwortete der eine. Wohin wollt ihr? In die Wüste, um Trüffel zu suchen. Trüffel suchen? Ihr habt weder Tiere noch Karbe bei euch. Wir wollen nur erst sehen, ob diese Schwämme hier wachsen, dann holen wir die Karbe. Von welchem Stamme seid ihr? Wir wohnen in der Stadt. Das war nun allerdings sehr frech gelogen, denn diese Männer mussten ja wissen, dass ich sie kannte. Auch Halef ärgerte sich über ihre Dreistigkeit. Er lockerte seine Peitsche und meinte, glaubt ihr etwa, dass dieser Effendi und ich blind geworden sind? Ihr seid Schurken und Lügner, ihr seid Jehene und gehört zu Abu Saif. Wenn ihr es nicht gesteht, wird euch meine Peitsche sprechen lehren. Was geht es euch an, wer wir sind? Ich sprang vom Kamele, ohne es niederknien zu lassen, und nahm die Peitsche aus Halefs Hand. Lasst euch nicht verlachen, ihr Männer. Hört, was ich euch sage. Was diese Krieger vom Stamme der Ateibä mit euch haben und von euch wollen, das geht mich nichts an. weiter zu befürchten, tut ihr es aber nicht, so werde ich euch mit dieser Peitsche in der Art zeichnen, dass ihr euch nie wieder vor einem freien, tapferen Ibn Arab sehen lassen könnt. Mit Schlägen drohen ist eine der größten Beleidigungen für einen Beduinen. Die beiden griffen auch sofort nach ihren Messern. Wir würden dich töten, ehe du zu schlagen vermagst, drohte der eine. Ihr habt wohl noch nicht erfahren, wie mächtig eine Peitsche aus der Haut des Nilpferdes ist, sobald sie sich in der Hand eines Franken befindet. Sie schneidet so scharf wie ein Iktagan, sie fällt schwerer nieder als eine Keule und sie ist schneller als eine Kugel aus euren Taban Schab. Seht ihr denn nicht, dass die Waffen aller dieser Männer auf euch gerichtet sind? Lasst also eure Messer im Gürtel und antwortet. Ihr seid zu Abu Seif gesandt worden. Ja, klang es zögernd, da sie bemerkten, dass kein entrinnen war. Um ihm zu sagen, dass ich euch entkommen bin? Ja. Wo habt ihr ihn getroffen? In Mekka. Wie seid ihr so schnell nach Mekka und wieder zurück gekommen? Wir haben uns in Jida Kamele gemietet. Wie lange bleibt Abu Seif in der heiligen Stadt? Nur kurze Zeit, er will nach Taif, wo sich der Sheriff Emir befindet. So bin ich jetzt mit euch fertig. Sidi, du willst diese Räuber entkommen lassen? rief Halef. Ich werde sie erschießen, damit sie keinem mehr schaden können. Ich habe ihnen mein Wort gegeben und das wirst du mit mir halten, folge mir. Ich stieg wieder auf und ritt davon. Halef folgte mir. Albani aber blieb noch zurück. Er hatte seinen langen Saras gezogen, doch hatte ich zu ihm das gute Vertrauen, dass diese energische Pantomime sehr unschädlicher Natur sein werde. Er blieb auch wirklich sehr gelassen auf seinem Kamele sitzen, als die Atebe absprangen, um die Djehene zu bewältigen. Es gelang dies, nachdem einige unschädliche Messerstöße gewechselt worden waren. Die Gefangenen wurden je an ein Kamel gebunden und die Reiter derselben wandten sich zurück, um die Gefangenen in das Lager zu schaffen. Die anderen folgten uns. Du hast sie begnadigt, Sidi, aber sie werden dennoch sterben, meinte Halef. Ihr Schicksal ist nicht meine und auch nicht deine Sache. Bedenke, was du heute werden sollst. Ein Bräutigam muss versöhnlich sein. Sidi, würdest du den Delil bei dieser Hanne machen? Ja, wenn ich ein Moslem wäre. Herr, du bist ein Christ, ein Franke, mit dem man von diesen Dingen reden kann. Weißt du, was die Liebe ist? Ja, die Liebe ist eine Kolloquinte. Wer sie ist, bekommt Bauchgrimmen. Oh, Sidi, wer wird die Liebe mit einer Kolloquinte vergleichen? Allah möge deinen Verstand erleuchten und dein Herz erwärmen. Ein gutes Weib ist wie eine Pfeife von Jasmin und wie ein Beutel, dem nimmer der Tabak mangelt. Und die Liebe zu einer Jungfrau, die ist, die ist wie der Turban auf einem kahlen Haupte und wie die Sonne am Himmel der Wüste. Ja, und als die Stadt in Sicht kam, ließ der Sheikh seine Tiere halten. Er hatte zwei ledige Kamele mitgenommen, welche uns bei unserer Rückkehr tragen sollten. Hier werde ich warten, Sidi, sagte er. Welche Zeit wird vergehen, bis du wieder kommst? Ich werde zurück sein, ehe die Sonne einen Weg zurückgelegt hat, der so lang ist wie deine Lanze. Und das Tirsche oder Kjahat wirst du nicht vergessen? Nein, ich werde auch Murek und ein Kalem mitbringen. Tue es. Allah schütze dich, bis wiedersehen. Die Ateibä hockten sich neben ihre Kamele nieder und wir drei ritten in die Stadt. Nun, war das kein Abenteuer? frug ich Albani. Allerdings, und was für eines, es hätte ja beinahe Mord und Totschlag gegeben, ich hielt mich wirklich zum Kampf bereit. Ja, sie hatten ganz das Aussehen eines rasenden Roland, mit dem nicht gut Kirschen essen ist. Wie ist ihnen der Ritt bekommen? Anfangs haben sie mich bedeutend in Trab gebracht, dann aber ging es leidlich, ich lobe mir ein gutes deutsches Canapé. Sie wollen mit diesen Arabern gehen? So werden wir uns wohl nicht wiedersehen. Wahrscheinlich, da sie ja die nächste Gelegenheit zur Abreise benutzen wollen. Doch habe ich so viele Beispiele eines ganz unerwarteten Zusammentreffens erlebt, dass sich ein Wiedersehen zwischen uns nicht für unmöglich halte. Diese Worte sollten sich später wirklich erfüllen. Für jetzt aber nahmen wir, nachdem wir dem Kamelverleiher seine Tiere zurückgebracht hatten, einen so herzlichen Abschied, wie es Landsleuten ziemt, die sich in der weiten Ferne getroffen haben. Dann begab ich mich mit Halef nach meiner Wohnung, um meine Habseligkeiten zusammenzupacken und mich von Tamaru, dem Wirt, zu verabschieden. Ich hatte nicht geglaubt, dass ich seine Wohnung so bald aufgeben würde. Auf zwei gemieteten Eseln ritten wir wieder zur Stadt hinaus. Dort wurden die harrenden Kamele bestiegen. In Mekka Als wir in der Nähe des Lagers anlangten, ritt Halef zu mir heran. Sedi, frug er, wie sind die Gebräuche deines Landes? Hat dort einer, der sich ein Weib nimmt, die Braut zu beschenken? Das tut wohl ein jeder, bei uns und auch bei euch. Ja, auch im Chesirat el-Arab und in dem ganzen Scharki ist das Sitte, aber da Hanne nur zum Schein für einige Tage meine Frau werden soll, so weiß ich nicht, ob ein Geschenk erforderlich ist. Ein Geschenk ist eine Höflichkeit, welche wohl immer angenehme Gefühle erregt. Ich an deiner Stelle würde höflich sein. Aber was soll ich ihr geben? Ich bin arm und auch gar nicht auf eine Hochzeit vorbereitet. Meinst du, dass ich ihr vielleicht mein Adeschlik verehre? Er hatte sich nämlich in Kairo ein kleines Döschen aus Papiermaschee gekauft und verwahrte darin die Zündhölzer. Das Ding hatte für ihn einen großen Wert, weil er dem Händler das Zwanzigfache für die Dose bezahlt hatte, die kaum dreißig Pfennige wert war. Die Liebe brachte ihn zu dem heroischen Entschluß, seinem kostbaren Besitztume zu entsagen. Gibt es ihr? antwortete ich ernsthaft. Gut, sie soll es haben, aber wird sie mir es auch wiedergeben, wenn sie meine Frau nicht mehr ist? Sie wird es behalten. Allah Kerim, Gott ist gnädig, er wird mich nicht um das meinige kommen lassen. Was soll ich tun, Sidi? Wenn dir das Adeschlik so lieb ist, so gib ihr etwas anderes. Was denn? Ich habe weiter nichts, ich kann ihr doch weder meinen Leben. So gib ihr nichts. Er schüttelte sehr besorgt den Kopf. Auch dies geht nicht an, Sidi. Sie ist meine Braut und muss irgendetwas erhalten. Was sollen die Ataybä von dir denken, wenn dein Diener ein Weib nimmt, ohne es zu beschenken? Ah, der Schlaukopf fand sich also bewogen, an meinen Ehrgeiz und infolgedessen natürlich auch an meinen Beutel zu appellieren. Preis sei Allah, der dein Gehirn erleuchtet, Halef. Mir geht es aber ebenso wie dir. Ich kann deiner Braut weder meinen Haik noch meine Jacke noch meine Büchse schenken. Allah ist gerecht und barmherzig, Effendi. Er bezahlt für jede Gabe tausendfältige Zinsen. Trägt dein Kamel nicht auch ein Ledersäckchen, in welchem du Dinge verborgen hast, die eine Braut und wenn ich dir etwas davon geben wollte, würde ich es wieder bekommen, wenn Hanne nicht mehr dein Weib ist? Du musst es wieder fordern. Das ist nicht Sitte bei uns Franken. Aber weil du mir tausendfältige Zinsen in Aussicht stellst, so werde ich nachher das Säckchen öffnen und sehen, ob ich etwas für dich finde. Da richtete er sich erfreut im Sattel empor. Sidi, du bist der weiserste und beste Effendi, den Allah erschaffen hat. Deine Güte ist breiter als die Sahara und deine Wohltätigkeit länger als der Nil. Dein Vater war der berühmteste und der Vater deines Vaters der erhabenste Mann unter allen Leuten im Königreich in Nimsistan. Deine Mutter war dich schönste der Rosen und die Mutter deiner Mutter die lieblichste und die Kinder deiner Kinder zahllos wie die Tropfen des Meeres. Es war ein Glück, dass wir jetzt das Lager erreichten, sonst hätte seine Dankbarkeit mich noch mit allen Töchtern der Samoyeden, Tungusen, Eskimos und Papuas verheiratet. Was das Ledersäckchen betrifft, welches er erwähnt hatte, so enthielt es allerdings Verschiedenes, was sich ganz vortrefflich zu einem Geschenk für ein Beduinenmädchen eignete. Der Kaufmannssohn Isla Ben Maflay nämlich, hatte, als unsere Nilfahrt beendet war und wir voneinander in Kairo schieden, es sich nicht nehmen lassen, mich mit einer Sammlung von Dingen auszurüsten, die auf meinen weiteren Wanderungen als Geschenke dienen konnten, um mir dadurch Gefälligkeiten zu erwerben. Es waren lauter Gegenstände, welche nicht viel Platz wegnahmen und dabei an sich zwar keinen allzu großen Wert besaßen, bei den Bewohnern der Wüstenländer aber zu den größten Seltenheiten gehörten. Während unserer Abwesenheit war eines der Zelte geräumt und für mich hergerichtet worden. Als ich von demselben Besitz genommen hatte, öffnete ich den Ledersack und nahm ein Medaillon hervor, unter dessen Glasdeckel ein kleines Teufelchen sich künstlich bewegte. Es war ganz auf dieselbe Weise gearbeitet wie zum Beispiel die Manschettenknöpfe mit künstlichen Schildkröten und hing an einer Kette von Glasfacetten, die bei Licht oder Feuerschein in allen Regenbogenfarben funkelten. Der Schmuck hätte in Paris gewiß nicht mehr als zwei Franc gekostet. Ich zeigte ihn Halef. Er warf einen Blick darauf und fuhr erschrocken zurück. Maschallah, Wunder Gottes, das ist ja der Scheitan, den Gott verfluchen möge. Sidi, wie bekommst du den Teufel in deine Gewalt? La ilah ilah Allah wie Muhammad Resul Allah. Behüte uns, Herr, vor dem dreimal gesteinigten Teufel, denn nicht ihm, sondern dir allein wollen wir dienen. Er kann dir nichts tun, denn er ist fest eingeschlossen. Er kann nicht heraus? Wirklich nicht? Nein. Kannst du mir das bei deinem Barte versichern? Bei meinem Barte. So, zeig einmal her, Sidi. Aber wenn es ihm gelingt, herauszukommen, so bin ich verloren, und meine Seele komme über dich und deine Väter. Er faßte die Kette sehr vorsichtig mit den äußersten Fingerspitzen, legte das Medaillon auf den Erdboden und kniete nieder, um es genau zu betrachten. Wallahi, billahi, talahi, bei Allah, es ist der Scheitern. Siehst du, wie er das Maul aufreißt und die Zunge hervorstreckt? Er verdreht die Augen und wackelt mit den Hörnern, er ringelt den mit? Das kann er nicht, es ist ja nur eine künstlich verfertigte Figur. Eine künstliche Figur von Menschenhänden gemacht? Er Fendi, du täuschest mich, damit ich Mut bekommen soll. Der kann den Teufel machen, kein Mensch, kein Gläubiger, kein Christ und auch kein Jude. Du bist der größte Taleb und der kühnste Held, welchen die Erde trägt, denn du hast den Scheitern bezwungen und in dieses enge Zindan gesperrt. Hamdelillah, denn nun ist die Erde sicher vor ihm und seinen Geistern und alle Nachkommen des Propheten können jauchzen und sich freuen über die Qualen, die er hier auszustehen hat. Warum zeigst du mir diese Kette, Sidi? Du sollst sie deiner Braut zum Geschenk machen. Ich diese Kette, welche kostbarer ist als alle Diamanten im Throne des großen Mogul? Wer diese Kette besitzt, der wird berühmt unter allen Söhnen und Töchtern der Gläubigen. Willst du sie wirklich verschenken? Ja. So sei gütig Sidi und erlaube, daß ich sie für mich behalte. Ich werde dem Mädchen doch lieber mein Feuerzeug geben. Nein, du gibst ihr diese Kette, ich befehle es dir. Dann muß ich gehorchen, aber wo hast du sie und die anderen Sachen gehabt, ehe du sie gestern in das Säckchen tatest? Von Kajira bis hierher ist eine gefährliche Gegend und darum habe ich diese Kostbarkeiten in den Beinen meiner Schalvars bei mir getragen. Sidi, deine Klugheit und Vorsicht geht noch über die List des Teufels, den du gezwungen hast, in deinen Schalvars zu wohnen. Wann soll ich Hanne die Kette geben? Sobald sie dann Weib geworden ist. Sie wird die berühmteste sein unter allen Benad El Arab, denn alle Stämme werden erzählen und rühmen, dass sie den Scheitan gefangen hält. Darf ich auch die anderen Schätze sehen? Es kam nicht dazu, denn der Scheik schickte jetzt und ließ mich und Halef zu sich bitten. Wir fanden in seinem Zelte alle Ateibä versammelt. Sidi, hast du ein Pergament mitgebracht? frug Malek. Ich habe Papier, welches so gut ist wie Pergament. Willst du den Vertrag schreiben? Wenn du es wünschest, ja. So können wir beginnen. Halef, an dem diese Frage gerichtet war, nickte und zugleich erhob sich einer der anwesenden Männer, um ihn zu fragen, wie lautet dein voller ganzer Name? Ich heiße Halef Omar Ben Hadji Abul Abbas Ibn Hadji Davud Al-Gossara. Aus welchem Lande stammest du? Ich stamme aus dem Garbi, wo die Sonne hinter der großen Wüste untergeht. Zu welchem Stamme gehörst du? Der Vater meines Vaters, welche beide Allah segnen möge, bewohnte mit dem berühmten Stamme der Uelat Selim und Uelat Buseba, den großen Dscherbel Schuchschum. Der Frager, welcher jedenfalls ein Verwandter der Braut war, wandte sich nun an den Scheik. Wir Wir alle kennen dich, O tapferer, o wackerer, o weiser und gerechter. Du bist Haji Malek Ifandi Ibn Ahmed Hadid el-Eini ben Abul Ali el-Besami Abu Shehab Abdul Latif el-Hanifi, ein Scheik des tapferen Stammes der Beni Ateibe. Hier dieser Mann ist ein Held vom Stamme Uelat Selim und Uelat Buseba, welcher auf den Bergen wohnt, die bis zum Himmel reichen und Jebel Schuchschum heißen. Er führt den Namen Halef Omar Ben Haji Abu Labas Ibn Haji Davud Al-Gosara und ist der Freund eines großen Frankistan, den wir als Gast in unserem Zelte aufgenommen haben. Du hast eine Tochter, ihr Name ist Hane. Ihr Haar ist wie Seide, ihre Haut ist wie Öl und ihre Tugenden sind rein und glänzend wie die Flocken des Schnees, die auf dem Gebirge wehen. Halef Omar begehrt sie zum Weibe. Sage O Sheikh, was du dazu zu sagen hast. Der Angeredete und antwortete dann Du hast gesprochen, mein Sohn. Setze dich nun und höre auch meine Rede. Dieser Halef Omar ben Haji Abul Abbas ibn Haji Davud Al-Gosara ist ein Held, dessen Ruhm schon vor Jahren bis zu uns gedrungen ist. Sein Arm ist unüberwindlich, sein Lauf gleicht dem der Gazelle. Sein Auge hat den Blick des Adlers. Er wirft den Dscherit mehrere hundert Schritte weit, seine Kugel trifft stets sicher und sein Handschar hat das Blut schon vieler Feinde gesehen. Dazu hat er den Koran gelernt und ist im Rate einer der klügsten und erfahrensten. Dazu hat ihn dieser gewaltige bei den Franken seiner Freundschaft für wert gehalten. Warum sollte ich ihm meine Tochter verweigern, wenn er bereit ist, meine Bedingungen zu erfüllen. Welche Bedingungen stellst du ihm? frug der vorige Sprecher. Das Mädchen ist die Tochter eines mächtigen Sheikh, daher kann er sie um keinen gewöhnlichen Preise haben. Ich fordere eine Stute, fünf Reitkamele, zehn Lastkamele und fünfzig Schafe. Bei diesen Worten machte Halef ein Gesicht, als ob er diese fünfzig Schafe, zehn Last und fünf Reitkamele samt der Stute soeben mit Haut und Haar verschlungen habe. Woher sollte er diese Tiere nehmen? Glücklicherweise fuhr der Sheikh fort. Dafür gebe ich ihr eine Morgengabe von einer Stute, fünf Reitkamele, zehn Lastkamele und fünfzig Schafen. Eure Weisheit wird da einsehen, dass es ganz unnötig ist, bei so trefflichen Verhältnissen den Preis und die Morgengabe gegenseitig auszuwechseln. Nun aber verlange ich, dass er morgen früh beim Fagr eine Wallfahrt nach Mekka antrete, bei welcher er sein Weib mitzunehmen hat. Sie verrichten dort die heiligen Gebräuche und kehren dann sofort zu uns zurück. Er hat sein Weib als Jungfrau zu behandeln und sie nach seiner Rückkehr wieder abzutreten. Für diesen Dienst erhält er ein Kamel und einen Sack voll Datteln. Hat er aber sein Weib nicht als eine Fremde betrachtet, so erhält er nichts und wird getötet. Ihr seid Zeugen, dass ich dieses bestimme. Der Redeführer drehte sich zu Halef um. Du hast es gehört. Wie lautet deine Antwort? Es war dem Gefragten anzusehen, dass ihm ein gewisser Punkt nicht recht passte, nämlich das Verlangen, sein Weib wieder herzugeben. Er war jedoch klug, sich in die gegenwärtigen Umstände zu schicken und antwortete »Ich nehme diese Bedingungen an.« »So mache die Schrift, Effendi,« bat der Scheik. »Mache sie zweimal, nämlich einmal für mich und das zweite Mal für ihn.« Ich folgte dem Verlangen und las dann das Geschriebene vor. Es erhielt die Zustimmung des Scheiks, welcher auf jedes Exemplar Wachs tropfen ließ und den Knauf seines Dolches als Petschaft gebrauchte, nachdem er und Halef unterzeichnet hatten. Damit waren die Formalitäten erfüllt und die unerlässlichen Hochzeitsfestlichkeiten konnten beginnen. Sie waren, da es sich nur um eine Scheinverheiratung handelte, sehr bescheidener Art. Es wurde ein Hammel geschlachtet und ganz gebraten. Während er an einem Spieße über dem Feuer briht, hielt man ein Scheingefecht, bei welchem aber nicht geschossen wurde, ein Umstand, dessen Grund nicht schwer zu erraten war. Als die Nacht hereinbrach, begann das Mahl. Nur die Männer aßen, und erst als wir satt waren, bekamen die Frauen die Überreste. Bei dieser Gelegenheit mußte auch Hanne erscheinen. Dies benutzte Halef und erhob sich von seinem Platze. Die Szene aber, welche nun folgte, lässt sich nicht beschreiben. Der in dem Medaillon eingesperrte Teufel war ein Wunder, welches über alle ihre Begriffe ging. All mein Bemühen, ihnen die Mechanik zu erklären, half nichts. Sie glaubten mir nicht, und zwar ganz besonders deshalb, weil der Scheitern doch lebendig war. Ich ward als der größte Held und Zauberer gepriesen, aber das Ende war, nicht bekam. Der gefangene Scheitern war ein Wunder von so unendlicher Wichtigkeit, dass nur der Scheik selbst für würdig gehalten wurde, die unvergleichliche Kostbarkeit aufzubewahren. Natürlich erst, nachdem ich ihm mit aller Feierlichkeit versichert hatte, dass es dem Teufel niemals gelingen werde, zu entkommen und Unheil anzurichten. Mitternacht war nahe, als ich mich in das Zelt zurückzog, um zu schlafen. Halef leistete mir Gesellschaft. Sidi, muß ich alles halten und erfüllen, was du heute niedergeschrieben hast? ließ er sich hören. Ja, du hast es ja versprochen. Es verging eine Weile, dann klang es sehr kleinlaut. Würdest du dein Weib auch wieder hergeben? Nein. Und dennoch sagst du, dass ich mein Versprechen zu halten habe. Allerdings, wenn ich mir ein Weib nehme, so verspreche ich nicht, es wieder herzugeben. Oh, Sidi, warum hast du mir nicht gesagt, dass ich es ebenso machen soll? Bist du ein Knabe, das du eines Vormundes bedarfst? Und wie kann ein Christ einen Moslem im Heiraten unterweisen? Ich glaube, dass du Hanne behalten möchtest. Du hast es erraten. So willst du mich also verlassen? Dich, Sidi, äh, oh. Er räusperte sich verlegen, kam aber zu keiner Antwort. Ein unverständliches Brummen und später einige Seufzer waren alles, was ich zu hören bekam. Er warf sich von einer Seite auf die andere. Es war klar, dass sein Wohlgefallen an dem Mädchen mit seiner Anhänglichkeit zu mir in lebhaften Zwiespalt gekommen war. Ich mußte ihn sich selbst überlassen und schlief bald ein. Mein Schlaf war so fest, daß mich erst ein lautes Kamel Getrappel erweckte. Ich erhob mich und trat vor das Zelt. Im Osten erhellte sich bereits der Horizont und da drüben, wo die Bucht lag, war er hellrot gefärbt. Es gab dort einen Brand und die Vermutung, welche bei diesem Anblick in mir aufstieg, wurde bestätigt. Durch das im Lager herrschende Rege Leben. Die Männer waren fort gewesen und kehrten jetzt zurück. Sie und ihre Kamele reich mit Beute beladen. Auch die Tochter des Shakes hatte sich ihnen angeschlossen und als sie vom Kamele stieg, bemerkte ich, daß ihr meinte nach der Feuerwolke deutend, siehst du, daß wir das Schiff gefunden haben? Sie schliefen, als wir kamen und sind nun zu den Hunden ihren Vätern versammelt. Du hast sie getötet und das Schiff beraubt. Beraubt? Was meinst du mit diesem Worte? Gehört nicht dem Sieger das Eigentum des Besiegten? Wer will uns streitig machen, was wir gewonnen haben? Die Zekka, welche Abu Saif geraubt hat, gehört dem Scherif Emir. Dem Scherif Emir, der uns ausgestoßen hat. Selbst wenn das Geld ihm gehörte, würde er es nicht wieder erhalten. Aber glaubst du wirklich, daß es die Zekka war? Du bist belogen worden. Nur der Scherif hat das Recht, diese Steuer einzusammeln und dies wird er niemals durch einen Türken tun lassen. Der Türke, welchen du für einen Zoll Einnehmer gehalten hast, war entweder ein Schmuggler oder ein Zöllner des Pascha von Ägypten, den Allah erschlagen wolle. Du hasst ihn. Dies tut jeder freie Araber. Hast du nicht von den Gräueltaten gehört, welche zur Zeit der Wachabiten hier geschahen? Mag das Geld dem Pascha gehören oder dem Scherif, es bleibt mein. Doch die Zeit des Fagern hat. Mache dich bereit, uns zu folgen, wir können hier nicht länger bleiben. Wo wirst du dein Lager aufschlagen? Ich werde es an einem Orte errichten, von welchem aus ich die Straße zwischen Mekka und Tschida beobachten kann. Abu Seif darf mir nicht entgehen. Hast du auch die Gefahren berechnet, welche dir drohen? Meinst du, dass ein Ateib sich vor Gefahren fürchtet? Nein, aber selbst der mutigste Mann muss zugleich auch vorsichtig sein. Wenn dir Abu Seif in die Hände fällt und du ihn tötest, so musst du dann augenblicklich diese Gegend verlassen. Du wirst dann vielleicht das Kind deiner Tochter verlieren, welches sich zu dieser Zeit mit Halef in Mekka befindet. Ich werde Halef sagen, wo er uns in diesem Falle zu suchen hat. Hanne muss nach Mekka, ehe wir fortgehen. Sie ist unter uns die einzige Person, welcher noch nicht in der heiligen Stadt war, und später ist es ihr vielleicht unmöglich dahin zu kommen. Deshalb habe ich mich schon lange nach einem Delil für sie umgesehen. Hast du dich entschieden, wohin du ziehen wirst? Wir ziehen in die Wüste Ernaman nach Maskat zu, und dann senden wir vielleicht einen Boten nach Elfrat zu den Beni Shamar oder zu den Beni Obeide, um uns in ihren Stamm aufnehmen zu lassen. Der kurzen Dämmerung folgte der Tag. Die Sonne berührte den Horizont und die Araber, welche noch nach dem vergossenen Blut rochen, knieten nieder zum Gebet. Bald darauf waren die Zelte abgebrochen und der Zug setzte sich in Bewegung. Jetzt, da es vollständig hell war, sah ich erst, welche Menge von Gegenständen sich die Ateibä vom Schiffe angeeignet hatten. Sie waren durch diesen Überfall mit einem Male zu wohlhabenden Leuten geworden. Aus diesem Grunde herrschte eine ungewöhnliche Munterkeit unter ihnen. Ich hielt mich etwas zurück. Ich war verstimmt, weil ich mich die unschuldige Ursache von dem Untergange der Jehene nennen mußte. Ich konnte mir allerdings keinen Vorwurf machen, aber es galt doch immer das Gewissen zu befragen, ob ich mich nicht vielleicht hätte anders verhalten können. Auch machte mir die Nähe Mekkas viel zu schaffen. Da lag sie, die Heilige, die Verbotene. Sollte ich sie meiden, oder sollte ich es wagen, sie zu besuchen? Ich zuckte in allen Gliedern nach ihr hin und dennoch mußte ich die Bedenklichkeiten, welche dagegen aufstiegen, ernstlich berücksichtigen. Was hatte ich davon, wenn der Besuch gelang? Ich konnte sagen, daß ich in Mekka gewesen sei, weiter nichts, und wurde ich entdeckt, so war mein Tod unvermeidlich, und was für ein Tod. Aber hier konnte ein Überlegen und Abwägen der Gründe zu nichts führen, und ich beschloss mich, nach den eintretenden Verhältnissen zu richten. Ich hatte dies so oft getan und war immer glücklich dabei gewesen. Um so wenig wie möglich Begegnungen zu haben, machte der Sheikh einen Umweg. Er erlaubte keine Ruhepause, bis der Abend hereinbrach. Wir befanden uns in einer engen Schlucht, welche von steilen Granitwänden eingefaßt war, zwischen Mahlkessel gelangten, aus dem es keinen zweiten Ausweg zu geben schien. Hier stiegen wir ab. Die Zelte wurden errichtet, und die Frauen zündeten ein Feuer an. Heute gab es eine sehr reichliche und mannigfaltige Mahlzeit, die natürlich aus der Schiffsküche stammte. Dann kam der von allen ersehnte Augenblick der Beute Verteilung. Da ich damit nichts zu schaffen hatte, so verließ ich die anderen und machte die Runde um den Talkessel. An einer Stelle dünkte es mich, als ob man hier doch emporsteigen könne, und ich versuchte es. Die Sterne leuchteten hell. Es gelang. Nach vielleicht einer Viertelstunde stand ich oben auf der Höhe des Berges und hatte einen freien Blick nach allen Seiten. Dort unten im Süden sah es aus wie eine Reihe kahler Berge, über welche sich jener weißliche Schimmer erhob, welchen am Abend die Lichter größerer Städte empor zu strahlen pflegen. Dort lag Mekka. Unter mir vernahm ich die lauten Stimmen der Ateibä, welche sich um ihren Anteil an der Beute stritten. Es dauerte eine geraume Zeit, bis ich zu ihnen zurückkehrte. Der Scheik empfing mich mit den Worten, Fendi, warum bist du nicht bei uns geblieben? Du musst von allem, was wir auf dem Schiffe fanden, deinen Teil erhalten? Ich? Du irrst. Ich bin nicht dabei gewesen und habe also auch nichts zu bekommen. Hätten wir die Jehane gefunden, wenn du uns nicht begegnet wärst? Du bist unser Führer gewesen, ohne es zu wollen, und darum sollst du erhalten, was dir gebührt. Ich kenne deinen Glauben zu wenig und darf ihn aus dem Grunde nicht beschimpfen, weil du mein Gast bist, aber er ist falsch, wenn er dir verbietet, Beute zu nehmen. Die Feinde sind tot und ihr Fahrzeug ist zerstört. Sollen wir diese Sachen, die uns so notwendig sind, verbrennen und zerstören? Wir wollen uns nicht streiten, aber behaltet, was ihr habt. Wir behalten es auch er schon das Seinige bekommen hat. Gebt es ihm. Der kleine Halef Omar floss von Dank über. Er hatte einige Waffen und Kleidungsstücke erhalten und außerdem einen Beutel mit Silbermünzen. Er ließ nicht ab, ich mußte ihm dieselben vorzählen, um Zeuge zu sein, dass er heute ein außerordentlich reicher Mann geworden sei. Die Summe bestand allerdings in ungefähr 800 Piastern und reichte hin, einen armen Araber glücklich zu machen. Mit diesem Geld kannst du mehr als fünfzig Mal die Kosten bestreiten, welche du in Mekka haben wirst, bemerkte der Sheikh. Wann soll ich zur heiligen Stadt gehen? frug ihn Halef. Morgen zwischen Früh und Mittag. Ich war noch niemals dort. Wie habe ich mich zu verhalten? Das will ich dir sagen. Es ist die Pflicht eines jeden Pilgers nach seiner Ankunft unverzüglich nach El Hamran zu gehen. Du reitest also nach dem Beit Allah, lässt vor dem Selben die Kamele halten und trittst ein. Dort findest du ganz sicher einen Metovev, der dich führen und in allem unterrichten wird. Nur musst du ihn vorher und nicht später um den Preis befragen, weil du sonst betrogen wirst. Sobald du die Kaaba erblickst, verrichtest du zwei Rikat mit den dabei vorgeschriebenen Gebeten, zum Dank dafür, dass du die heilige Stätte glücklich erreicht hast. Dann gehst du zu dem Mamba und ziehst die Schuhe aus. Diese bleiben dort stehen und werden bewacht, denn es ist im Beit Allah nicht wie in anderen Moscheen erlaubt, die Schuhe in der Hand zu behalten. Dann beginnt das Tovaf, der Gang um die Kaaba, welcher siebenmal wiederholt werden muß. Nach welcher Seite? Nach rechts, so daß die Kaaba dir stets zur Linken bleibt. Die ersten drei Gänge werden mit schnellen Schritten getan. Warum? Zum Andenken an den Propheten. Es hatte sich das Gerücht verbreitet, daß er sehr gefährlich erkrankt sei, und um dieses Gerücht zu widerlegen, rannte er dreimal schnell um die Kaaba herum. Die folgenden Gänge geschehen langsam. Die Gebete kennst du, welche dabei gesprochen werden müssen. Nach einem jeden Umlaufe wird der heilige Stein geküßt. Zuletzt, wenn das Tovaf beendet ist, drückst du die Brust an die Tür der Kaaba, bereitest die Arme aus und bittest Allah laut um Vergebung aller deiner Sünden. Dann bin ich fertig? Nein, du hast nun seitwärts zu El Majem zu gehen und vor dem Mekam Ibrahim zwei Rikat zu verrichten. Dann begibst du dich zum heiligen Brunnen Semsem und trinkst nach einem kurzen Gebete so viel Wasser daraus als dir beliebt. Ich werde dir einige Flaschen mitgeben, welche du mir füllen und mitbringen magst, denn das heilige Wasser ist ein Mittel gegen alle Krankheiten des Leibes und der Seele. Das ist die Zeremonie an der Kaaba. Was folgt dann? Nun kommt der Sai, der Gang von Safa nach Merua. Auf dem Hügel Safa stehen drei offene Bogen. Dort stellst du dich hin, wendest das Angesicht nach der Moschee, erhebst die Hände gen Himmel und bittest Allah um Beistand auf dem heiligen Wege. Dann gehst du sechshundert Schritt weit nach dem Altan von Merua. Unterwegs siehst du vier steinerne Pfeiler, an denen du springend vorüberlaufen musst. Auf Merua verrichtest du wieder ein Gebet und legst den Weg dann noch sechsmal zurück. Nein, denn nun musst du dir dein Hauptscheren lassen und Omra besuchen, welches soweit außerhalb der Stadt liegt, wie wir uns jetzt von Mekka befinden. Dann hast du die heiligen Handlungen erfüllt und kannst zurückkehren. Im Monat der großen Wallfahrt muss der Gläubige mehr tun und braucht lange Zeit dazu, weil viele Tausende von Pilgern anwesend sind. Du aber brauchst nur zwei Tage und kannst am dritten wieder bei uns sein. Diesem Unterricht folgten noch verschiedene Fingerzeige, welche aber für mich von keinem Interesse waren, da sie sich meist nur auf Hanne bezogen. Ich legte mich zur Ruhe. Als Halep endlich erschien, lauschte er, ob ich bereits eingeschlafen sei. Er merkte, daß ich noch munter war und frug, Sidi, wer wird dich bedienen während meiner Abwesenheit? Ich selbst. Willst du mir einen Gefallen tun, Halep? Ja, du weißt, daß ich für dich alles tue, was ich kann und darf. Du sollst dem Schick Wasser vom heiligen Brunnen Semsem mitbringen, bringe auch mir eine Flasche mit. Sidi, verlange alles von mir nur dieses nicht, denn das kann ich unmöglich tun, von diesem Brunnen dürfen nur die Gläubigen trinken, wenn ich dir Wasser brächte, so würde mich nichts vor der ewigen Hölle retten. Dieser Bescheid wurde mit so fester Überzeugung ausgesprochen, daß ich nicht weiter in den Diener zu dringen versuchte. Nach einer Pause frug er, willst du dir nicht selbst das heilige Wasser holen? Das darf ich ja nicht. Du darfst es, wenn du dich vorher zum rechten Glauben bekehrst. Das werde ich nicht tun. Jetzt aber wollen wir schlafen. Am andern Morgen ritt er als würdiger Ehemann mit seinem Weibe von Dannen. Er nahm die Weisung mit, zu sagen, daß er aus fernen Landen komme, und ja nicht zu verraten, daß seine Begleiterin, die sich übrigens jetzt verschleiert hatte, eine Ataybe sei. Mit ihm ritt eine Strecke weit ein Krieger, welcher die Straße zwischen Mekka und Tscheda bewachen sollte. Auch am Eingange unserer Schlucht wurde ein Wachposten aufgestellt. Der erste Tag Schaik um die Erlaubnis zu einem kleinen Streifzug. Er gab mir ein Kamel und bat mich vorsichtig zu sein, damit unser Aufenthalt nicht entdeckt werde. Ich hatte gehofft, meinen Ritt allein machen zu können, aber die Tochter des Schaik trat zu mir, als ich das Kamel besteigen wollte und frug, Effendi, darf ich mit dir reiten? Du darfst. Als wir die Schlucht Richtung nach Mekka ein, ich hatte geglaubt, meine Begleiterin würde mich warnen, allein sie hielt sich an meiner Seite ohne ein Wort zu verlieren. Nur als wir ungefähr den vierten Teil einer Wegstunde zurückgelegt hatten, lenkte sie mehr nach rechts um und bat mich, folge mir Effendi. Wohin? Ich will sehen, ob unser Wächter an seinem Platze ist. Nach kaum fünf Minuten erblickten wir ihn. Er saß auf einer Anhöhe und schaute unverwandt nach Süden. Er braucht uns nicht zu sehen, sagte sie. Komm, Sidi, ich werde dich führen, wohin du willst. Was meinte sie mit diesen Worten? Sie lenkte nach links hinüber und sah mich dabei lächelnd an. Dann ließ sie die Tiere weit ausgreifen und hielt endlich in einem engen Tale still, wo sie abstieg und sich auf den Boden niedersetzte. Setze dich zu mir und laß uns plaudern, sagte sie. Sie wurde mir immer rätselhafter, doch kam ich ihrer Aufforderung nach. Hältst du deinen Glauben für den allein richtigen Effendi? begann sie die eigentümliche Unterhaltung. Gewiß, antwortete ich, ich bemerkte sie ruhig. Du auch? frug ich verwundert, denn es war das erste Mal, daß ein muselmännischer Mund mir gegenüber ein solches Bekenntnis aussprach. Ja, Effendi, ich weiß, daß nur deine Religion die richtige ist. Woher weißt du es? Von mir selbst. Der erste Ort, an dem es Menschen gab, war das Paradies. Dort lebten alle Geschöpfe beieinander, ohne sich ein Leides zu tun. So hat es Allah gewollt, und daher ist auch diejenige Religion die richtige, welche das gleiche gebietet. Das ist die Religion der Christen. Kennst du sie? Nein, Nein, aber ein alter Türke hat uns einst von ihr erzählt. Er sagte, daß ihr betet zu Gott. Ist dies richtig? Ja. und und daß in eurem Koran steht Allah Muhabbet dir Ilay Muhabbeda Kim Durar Bu Durar Alada Ilay Allah Durar Onada sage mir, ob das auch richtig ist. Auch das ist richtig. So habt ihr den richtigen Glauben. Darf ein Christ eine Jungfrau rauben? Nein, wenn er es täte, so würde er eine schwere Strafe erhalten. Siehst du, daß eure Religion besser ist als unsere? Bei euch hätte Abu Saif mich nicht rauben und zwingen dürfen, sein Weib zu sein. Kennst du die Geschichte dieses Landes? Ja, die Türken und Ägypter gegen uns gewütet haben, trotzdem wir eines Glaubens sind. Sie haben unsere Mütter geschändet und unsere Väter zu Tausenden auf die Pfähle gespießt, gevierteilt, verbrannt, ihnen Arme und Beine, Nasen und Ohren abgeschnitten, die Augen ausgestochen, ihre Kinder zerschmettert oder zerrissen. Ich hasse diesen Glauben, aber ich muss ihn behalten. Warum mußt du ihn behalten? Es steht dir zu jeder Zeit schweige, unterbrach sie mich barsch. Ich sage dir meine Gedanken, aber du sollst nicht mein Lehrer sein. Ich weiß selbst, was ich tue, ich werde mich rächen, rächen an allen, die mich beleidigt haben. Und dennoch meinst du, daß die Religion der Liebe die richtige sei? Ja, aber soll ich allein lieben und verzeihen? Sogar dafür, daß wir die heilige Stadt nicht betreten dürfen, werde ich mich rächen. Rate wie? Sage es. Es ist dein heimlicher Wunsch, Mecca zu betreten. Wer sagt dir das? Ich selbst, antworte mir. Ich wünsche allerdings, die Stadt sehen zu können. Das ist sehr gefährlich, aber ich will mich rächen und habe dich deshalb an diesen Ort geführt. mitmachen, wenn du in Mekka wärst? Es wäre mir lieb, dies vermeiden zu können. Du willst deinen Glauben nicht beleidigen und tust recht daran. Gehe nach Mekka. Ich werde hier auf dich warten. War dies nicht sonderbar? Sie wollte sich am Islam dadurch rächen, daß sie seine heiligste Stätte durch den Fuß eines Ungläubigen entweihen ließ. Als Missionar hätte ich hier an Zeit und Mühe. Als Weltbummler war mir dies unmöglich. Wo liegt Mekka? frug ich. Wenn du diesen Berg überschreitest, siehst du es im Tale liegen. Warum soll ich gehen und nicht reiten? Wenn du geritten kommst, wird man einen Pilger in dir vermuten und dich nicht unbeachtet lassen. Betrittst du aber zu Fuße die Stadt, so wird ein jeder meinen, dass du bereits wirklich auf mich warten? Ja. Wie lange? Eine Zeit, welche ihr Franken vier Stunden nennt. Das ist sehr kurz. Bedenke, dass du sehr leicht entdeckt werden kannst, wenn du lange verweilst. Du darfst nur einmal durch die Straßen gehen und die Kaba sehen. Das ist genug. Sie hatte recht. Es war doch gut gewesen, dass ich beschlossen hatte, mich von dem Augenblick leiten zu lassen. Sie deutete auf meine Waffen und schüttelte den Kopf. Du gleichest ganz und gar einem eingeborenen aber trägt ein Araber solche Waffen? Lass deine Flinte hier und nimm die meinige dafür. Da überflog mich im ersten Moment eine Art von Misstrauen. Aber ich hatte wirklich nicht den mindesten Grund, dasselbe festzuhalten, daher vertauschte ich meine Büchse und stieg dann den Berg Kindern. Als ich den Gipfel desselben erreichte, sah ich Mekka in der Entfernung von einer halben Stunde vor mir liegen, zwischen kahlen, unbelebten Höhen das Tal hinab. Ich unterschied die Zitadelle Chebel Shad und die Minarese einiger Moscheen. El Hamram, die Hauptmoschee, lag im südlichen Teile der Stadt. Dorthin lenkte ich zunächst meine Schritte. Es war mir auf dem Wege zumute, wie einem Soldaten, der zwar schon bei einigen kleinen Treffen mitgefochten hat, plötzlich aber den Donner einer großen Schlacht dröhnen hört. Ich gelangte glücklich in die Stadt. Da ich mir die Lage der Moschee gemerkt hatte, brauchte ich nicht zu fragen. Die Häuser, zwischen denen ich hinschritt, waren von Stein erbaut, und die Straße hatte man mit dem Sande der Wüste bestreut. Bereits nach kurzer Zeit stand ich vor dem großen Rechteck, welches das Beit Allah bildet, und langsam ging ich um dasselbe herum. Die vier Seiten bestanden aus Säulenreihen und Kolonnaden, über denen sich sechs Minarees erhoben. Ich zählte 240 Schritte in die Länge und 205 in die Breite. Da ich mir das Äußere erst nachher betrachten wollte, trat ich durch eines der Tore ein. In demselben saß ein Mekawi, welcher mit kupfernen Flaschen handelte. Salam Alaikum, grüßte ich ihn würdevoll. Was kostet eine solche Kulé? Zwei Piaster. Allah segne deine Söhne und die Söhne deiner Söhne, denn deine Preise sind billig. Hier hast du zwei Piaster und hier nehme ich die Kulé. Ich steckte die Flasche zu mir und trat zwischen den Säulen hindurch. Ich befand mich in der Nähe der Kanzel und zog meine Schuhe aus. Nun betrachtete ich mir das Innere des Heiligen Hauses. Ziemlich in der Mitte stand die Kaba. Da sie mit dem Kisua vollständig bekleidet war, bot sie einen fremdartigen Anblick dar. Zu ihr führen sieben gepflasterte Wege, zwischen denen ebenso viele Grasplätze liegen. Neben der Kaba bemerkte ich den heiligen Brunnen Semsem, vor welchem mehrere Beamte an Pilger Wasser verteilten. Das ganze Heiligtum machte auf mich durchaus keinen heiligen Eindruck. Koffer und Sänftenträger rannten mit ihren Lasten hin und her, öffentliche Schreiber saßen unter den Kolonnaden, ja sogar Obst- und Backwarenhändler waren zu sehen. Bei einem zufälligen Blick durch die Säulen rein, bemerkte ich ein Reitkamel, welches eben draußen niederkniete, um seinen Herrn absteigen zu lassen. Es war ein Tier von wundervoller Schönheit, sein Besitzer kehrte mir den Rücken zu und winkte einen Diener der Moschee herbei, um bei dem Djemel zu bleiben. Dies bemerkte ich nur so im Vorübergehen, als ich zum Brunnen schritt. Ich wollte mir zunächst meine Flasche füllen lassen, musste aber einige Zeit warten, bis die Reihe an mich kam. Ich gab dann ein kleines Geschenk, verschloss das Gefäß und steckte es zu mir. Jetzt drehte ich mich um und stand keine zehn Schritte von Abu Seif. Ein gewaltiger Schreck fuhr mir durch die Glieder, doch lähmte er mir dieselben glücklicherweise nicht, in solchen Augenblicken denkt und beschließt der Mensch zehnfach schnell. Ohne auffällig zu fliehen, strebte ich mit meinen längsten Schritten den Säulen zu, außerhalb deren das Kamel des Abu Seif lag. Dieses Tier allein konnte mich retten. Es war eines jener fahlen Hejin, wie man sie am Jamar Gebirge findet. Meine Schuhe waren verloren, ich hatte keine Zeit, sie zu holen, denn schon hörte ich hinter mir den Ruf. Ein Giaur, ein Giaur, Onu, Tutin, Bakchiler, Jamenun, fangt ihn, ihr Hüter des Heiligtumes. Die Wirkung, welche dieser Ruf hervorbrachte, war eine großartige. Ich hatte keine Zeit, mich umzusehen, aber ich hörte hinter mir das Getöse eines Wasserfalles, das Geheul eines Orkanes, das Stampfen und Trampeln einer nach tausenden zählenden Büffelherde. Jetzt war es aus mit meinen gleichmäßigen Schritten. Ich schnellte vollends über den Platz hinüber, sprang zwischen den Säulen hindurch, die drei Stufen empor, und stand vor dem Kamele, dessen Beine nicht gefesselt waren. Ein Fausthieb warf den Diener weit zur Seite, und im nächsten Augenblick saß ich im Sattel den Revolver in der Hand. Aber wird das Tier gehorchen? Eoha! Eoha! Gott sei Dank! Bei dem bekannten Ruf erhob sich das Hejin in zwei Rucken, und windschnell ging's nun dahin. Schüsse krachten hinter mir, nur vorwärts, vorwärts. Wäre das Kamel eines jener halsstarrigen Tiere gewesen, welche man so oft findet, so war ich unbedingt verloren. In weniger als drei Minuten befand ich mich außerhalb der Stadt, und erst dann wagte ich es, mich umzusehen, als ich beinahe die halbe Höhe des Berges hinter mir hatte. Da unten wimmelte es von Reitern, welche mich verfolgten. Die Muselmänner waren nämlich sofort in die nächsten Serais und Khans geeilt, und hatten die dort vorhandenen Tiere bestiegen. Wohin sollte ich mich wenden? Zur Tochter des Sheikh, die dadurch verraten würde? Und doch mußte ich sie warnen. Ich feuerte mein Tier durch unaufhörliche Zurufe an. Seine Schnelligkeit war unvergleichlich. Oben auf der Höhe blickte ich noch einmal zurück und bemerkte, dass ich mich in Sicherheit befand. Ein einziger Reiter war mir verhältnismäßig nahegekommen. Es war Abu Seif. Zufällig hatte er ein Pferd ergriffen, welches eine außerordentliche Schnelligkeit entwickelte. Ich flog drüben den Abhang hinab. Die Tochter Maleks erspähte mich. Dass ich auf einem Kamele saß und in solcher Eile herbeigestürmt kam, dies ließ sie die Sachlage erraten. Sie schwang sich sofort auf ihr Kamel und nahm dasjenige auf welchem ich vorher gesessen hatte beim Halfter. Wer hat dich entdeckt? rief sie mich in Hörweite an. Abu Seif. Allah Wakbar, verfolgt dich der Schurke? Er ist mir ziemlich nahe. Und viele andere? Sie kommen zu spät. So bleibe mir fern und fliehe immer gerade aus über Berg und Tal. Warum? Du sollst es sehen. Ich muß erst zu dir. Gib mir meine Waffe. Im Vorüberreiten wechselten wir die Gewehre. Dann versteckte sich die Wüstentochter hinter einem Felsen Vorsprung, ohne mir zu folgen. Jetzt erriet ich ihr Vorhaben. Sie wollte Abu Seif zwischen sich und mich bringen. Er erschien nach einigen Augenblicken oben auf der Höhe. Ich ließ mein Tier mit Absicht etwas langsamer gehen und Während ich die nächste Bergeslehne erklomm, galoppierte er drüben herab und quer über die Senkung herüber, ohne aus den Spuren zu bemerken, dass ich nicht alleine da gewesen war. Als ich den Gipfel erreichte, sah ich auf der Höhe hinter mir bereits noch einige Verfolger und tief unten hatte sich meine Gefährtin nun auch in Bewegung gesetzt. Ihr Vorhaben war gelungen, Abu Seif befand sich zwischen uns und da sie das zweite Kamel nicht mehr am Halfter führte, sondern frei nachlaufen ließ, so mußte er sie, wenn er sich umsah, für einen meiner Verfolger halten. Für meine Person hatte ich nichts mehr zu befürchten und da die anderen Verfolger immer weiter zurück blieben, so war nur noch darauf zu achten, dass Abu Seif uns nicht entwischte. Ich Richtung, welche dem Lager der Ataybä entgegengesetzt war. Und zu gleicher Zeit zügelte ich mein Djemel immer mehr. So dauerte der Ritt wohl gegen drei Viertel Stunden, bis ich endlich die offene Wüste erreichte. Ich strebte in dieselbe hinein und richtete es so ein, dass sich Abu Seif immer außer Schußweite hinter mir befand. Jetzt erreichte auch die Tochter des Sheikh sah ich auf dem Kamme der letzten Höhe noch einen Verfolger erscheinen, der ein ausgezeichnetes Kamel reiten mußte, denn er kam uns anderen immer näher. Sein Tier war dem Pferde des Abu Seif weit überlegen. Ich begann bereits Befürchtungen zu hegen, zwar nicht für mich, sondern in Beziehung auf meine Gefährtin. Da sah ich zu meinem Erstaunen, daß dieser Reiter seitwärts abbog, als wolle er uns in einem Bogen überholen. Ich hielt mein Tier an und blickte schärfer zurück. War es möglich? Dort der kleine Kerl auf dem fliegenden Hegen sah genauso aus wie mein Halef. Wie kam er zu einem solchen Tiere und wie kam er hinter uns? Ich hielt mein Kamel an, um ihn noch einmal und zwar genau ins Auge zu fassen. Ja, es war Halef und kein anderer. Er wollte sich mir zu erkennen geben und schlug mit den Armen in der Luft herum, als ob er Schwalben fangen wolle. Nun blieb ich ruhig sitzen und nahm die Büchse zur Hand. Der Verfolger war im Bereich meiner Stimme. Reh, du Vater des Säbels, bleib fern, sonst sende ich dir eine Kugel. Fern bleiben, du Hund, Thomas. Ich konnte nichts anderes tun. Ich zielte und feuerte. Um ihn zu schonen, hatte ich auf die Brust seines Pferdes gehalten. Es überschlug sich und begrub ihn unter sich. Es wälzte sich einige Male über ihm und dann war es tot. Ich erwartete, dass er sich schleunigst hervorarbeiten werde. Es geschah nicht. Entweder hatte er sich verletzt oder er tat nur so, um mich in seine Nähe zu locken. Ich ritt sehr vorsichtig auf ihn zu und kam zu gleicher Zeit mit der Ateibä bei ihm an. Er lag mit geschlossenen Augen im Sande und rührte sich nicht. Effendi, deine Kugel ist der meinigen zu vor gekommen, klagte das Weib. Ich habe nur auf sein Pferd und nicht auf ihn geschossen. Doch kann er das Genick oder etwas anderes gebrochen haben. Ich werde nachsehen. Ich stieg ab und untersuchte ihn. Wenn er sich nicht innerlich verletzt hatte, so war er wohl erhalten und nur betäubt. Die Ateibä zog ihren Handschach. Was willst du tun? Mir seinen Kopf nehmen. Das tust du nicht, denn auch ich habe ein Recht auf ihn. Mein Recht ist älter, aber das meinige ist größer, ich habe ihn gefällt. Das ist nach den Sitten dieses Landes richtig. Tötest du ihn? Was tust du, wenn ich ihn nicht töte, sondern freigebe oder einfach hier liegen lasse? So gibst du dein Recht auf und ich mache das meinige geltend. Ich gebe es nicht auf. So nehmen wir ihn mit und es wird sich entscheiden, was mit ihm geschieht. Jetzt Sidi, was hast du getan? Wie kommst du an diesen Ort? Ich bin dir nachgeeilt. Das sehe ich allerdings, erkläre dich ausführlicher. Sidi, du weißt, dass ich sehr viel Geld habe. Was soll ich es in meiner Tasche tragen? Ich wollte mir ein Gemell dafür kaufen und ging zu einem Händler, der am südlichen Ende der Stadt wohnt. Hanne war bei mir, während ich mir seine Tiere besah, unter denen dieses hier das Beste und so teuer war, dass es nur ein Pascha oder Emir bezahlen konnte. Erhob sich draußen ein großer Lärm. Ich eilte mit dem Händler hinaus und hörte, daß ein Giaur das Heiligtum geschändet habe und geflohen sei. Ich dachte sogleich an dich, nach dem Hof, um Tiere zu deiner Verfolgung zu holen. Ich tat dasselbe und ergriff dieses Hedgin. Nachdem ich zuvor Hanne befohlen hatte, in das Lager zu eilen und dem Sheikh den Vorfall zu erzählen, gab ich dem Händler, der mir das Tier nicht borgen wollte, einen Klaps und ritt dir nach, um dich zu fangen. Die anderen blieben alle zurück. Nun habe Verfolger sind noch immer hinter uns, wir können nicht hier bleiben. Was tun wir mit diesem Vater des Säbels und des Betruges? Wir binden ihn auf dieses ledige Kamel und nehmen ihn mit. Er wird wohl wieder zu sich kommen. Und wohin fliehen wir? Ich weiß den Ort, antwortete die Ataybe. Auch du kennst ihn, Halew, denn mein Vater, der Sheikh, hat ihn dir gesagt, für den Fall, dass du uns nicht mehr im Lager angetroffen hättest. Du meinst die Höhle Attafra? Ja, Hanew hätte dich hingeführt. Diese Höhle ist nur den Anführern der Ataybe bekannt und diese sind jetzt nicht dort zugegen. Kommt, helft mir den Gefangenen zu binden. Sechs Händen war es nicht schwer, ihn auf das Kamel zu befestigen, welches mich vom Lager aus bis in die Nähe der Stadt getragen hatte. Alles, was Abu Seif bei sich trug, nahm die Tochter Maleks zu sich, dann stiegen wir wieder auf und eilten dem Südosten zu. So war ich denn glücklich entkommen. Ich dachte jetzt nicht, daß ich Mekka noch einmal sehen würde und verspare daher die Beschreibung der Stadt und ihrer Sehenswürdigkeiten bis Sidi meinte er, habe ich dir nicht gesagt, daß kein Ungläubiger die heilige Stadt besuchen darf, du hättest beinahe das Leben verloren. Warum schlugst du mir meine Bitte ab, als ich Wasser verlangte? Weil ich sie nicht erfüllen durfte. Nun habe ich mir das Wasser selbst geholt. Du warst beim heiligen Brunnen? Sieh her, das ist das echte Wasser vom Semsem. Allah Kerim, Gott ist gnädig Sidi, er hat dich zu einem wahren Gläubigen und sogar zu einem Hadji gemacht. Ein Giaure darf nicht in die Stadt, aber wer vom Wasser des Semsem hat, der ist ein Hadji und folglich auch ein echter Moslem. Habe ich dir nicht stets gesagt, daß du dich noch bekehren würdest, du magst wollen oder nicht? Das war eine ebenso drollige wie auch kühne Auffassung der Sachlage, aber sie hatte die Absicht und auch den Erfolg, das muselmännische Gewissen meines guten Halef zu beschwichtigen und so fiel es mir nicht ein, seine Anschauung zu widerlegen. Die Landschaft um Mekka ist außerordentlich wasserarm und wo sich ein Brunnen befindet, ist er sicherlich der Mittelpunkt eines Dorfes oder wenigstens eines zeitweiligen Lagers. Diese Orte mußten wir meiden und so kam es, daß wir trotz der Hitze des Tages keinen Halt machten, bis wir eine Gegend erreichten, welche sehr reich an zerklüfteten Felsen war. Wir folgten der Ateibä über Schutt und Geröll und zwischen mächtigen Steinblöcken hindurch, bis wir an einen Felsenspalt gelangten, der unten die ungefähre Breite eines Kameles hatte. Dies ist die Höhle, sagte unsere Führerin, auch die Tiere können hinein, wenn wir ihnen die Sattelkissen abnehmen. Wir bleiben hier, frug ich, ja, bis der Sheikh kommt. Wird er kommen? Er wird sicher kommen, weil Hane ihn benachrichtigt hat. Wenn jemand von den Ateibä nicht zum Lager kommt, so ist er hier in dieser Höhle zu suchen. Steigt ab und folgt mir. Abu Saif war wieder zu sich gekommen, aber er hatte während des ganzen Rittes keinen Laut von sich gegeben und stets die Augen geschlossen gehalten. Er wurde zuerst in die Höhle gebracht. Wenn man dem Spalte folgte, so wurde er immer breiter und bildete schließlich einen Raum, der groß genug für vierzig bis fünfzig Männer und Tiere war. Sein größter Vorzug bestand in dem Wasser, welches sich ganz im Hintergrunde angesammelt hatte. Nachdem wir den Gefangenen und die Kamele in Sicherheit gebracht hatten, suchten wir draußen nach dem großbüscheligen Ratham-Gras, welches die sehr willkommene Eigenschaft besitzt, dass es im grünen Zustande ebenso gut brennt wie im getrockneten. Das war für die Nacht, denn am Tage konnte es uns nicht einfallen, ein Feuer anzuzünden, dessen Rauch unseren Zufluchtsort sehr leicht hatte verraten können. Übrigens brauchten wir keine Sorge zu haben, entdeckt zu werden, unser Weg hatte uns meist über einen so steinigen Boden geführt, dass unsere Spuren sicher nicht verfolgt werden konnten. Eine eigentümliche Entdeckung machte ich, als ich die Satteltasche meines Kameles untersuchte. Sie enthielt Geld, und zwar eine nicht unbedeutende Summe. Unsere Tiere waren ermüdet und wir ebenso. Die Fesseln des Gefangenen waren fest und so konnten wir schlafen. Natürlich aber teilte ich mich mit Halef in die Wache. So vergingen die letzten Tagesstunden und die Nacht brach herein. Beim Morgengrauen hatte ich bald hinaus und sah einen Mann, der sich vorsichtig herbeischlich. Ich erkannte in ihm einen der Ataybä und trat hinaus. Allah sei Dank, dass ich dich sehe, Effendi, begrüßte er mich. Der Sheikh hat mich vorausgesandt, um zu erforschen, ob ihr hier zu finden seid. Nun brauche ich nicht zurückzukehren, denn dies ist das Zeichen, dass ich euch hier angetroffen habe. Wen vermutest du außer mir noch hier? Deinen Diener Halef, die Bint El Ataybä und vielleicht gar noch Abu Seif dem Gefangenen? Wie kannst du diese alle hier erwarten? Effendi, das ist nicht schwer zu erraten. Hanne kam mit den beiden Kamelen allein ins Lager und erzählte, dass du in Mekka gewesen und geflohen bist. Die Bint El Malek war mit dir geritten und hat dich sicher nicht verlassen, obgleich du eine große Sünde begangen hast. Halef kam dir nach und hinter den Bergen fanden die Verfolger das erschossene Pferd des Jehene, ihn selbst aber nicht. Ihr hattet ihn also bei euch. Freilich konnten nur wir dies erraten, die anderen aber nicht. Wann kommt der Sheikh? Vielleicht noch vor einer Stunde. So komm herein. Er würdigte den Gefangenen keines Blickes und legte sich sofort zum Schlafen nieder. In der angegebenen Zeit langte die kleine Karawane vor der Höhle an. Man lud ab und alles wurde hereingeschafft. Ich hatte erwartet, von dem Sheikh Vorwürfe zu erhalten, aber seine erste Frage war Hast du den Jehene gefangen? Ja. Er ist hier? Unverletzt und gesund. So werden wir über ihn richten. Bis man alles geordnet hatte, war es Mittag geworden. Nun sollte das Gericht beginnen. Vorher hatte ich aber mit Halef eine interessante Unterredung. Sidi, erlaube mir eine Frage, bat er. Sprich, nicht wahr, du weißt doch alles, was du über mich und Hanne niedergeschrieben hast. Alles. Wann muß ich Hanne wieder hergeben? Sobald du die Wallfahrt beendet hast. Aber ich habe sie noch nicht beendet. Was fehlt noch? Nichts, denn ich bin in Mekka mit allem fertig, da es sehr schnell gegangen ist. Aber ich möchte mein weit weit behalten behalten und da ist es mir eingefallen, daß zu einer richtigen Hatsch auch ein Besuch in Medina gehört. Das ist sehr richtig. Was sagt Hanne dazu? Sidi, sie liebt mich, glaube es, sie hat es mir selbst gesagt. Und du liebst sie wieder? Sehr. Steht nicht geschrieben, daß Allah dem Adam eine Rippe genommen und daraus die Eva geschaffen habe? Unter der Rippe liegt das Herz und also wird das Herz des Mannes stets beim Weibe sein. Aber was wird der Sheikh sagen? Das ist es ja, was mir Sorge macht Sidi. Weitere Sorgen hast du nicht? Nein? Und ich? Was werde ich dazu sagen? Du? Du wirst mir deine Einwilligung geben, denn ich werde dich dennoch nicht verlassen, solange du mich bei dir haben willst. Dein Weib könnte aber doch nicht mit umher ziehen, bedenke das. Das soll sie auch nicht, ich werde sie bei ihrem Stamme lassen, bis ich zurückkehren kann. Halef, das ist eine Aufopferung, welche ich nicht verlange. Aber da ihr einander so lieb habt, so mußt du eben dein abzutreten brauchst. Sidi, ich gebe sie nicht wieder her, und wenn ich fliehen müßte, oh, sie weiß, daß ich Haji Halef Omar bin Haji Abu Abbas bin Haji Davud Al-Gossara bin, und sie würde mit mir bis an das Ende der Welt gehen. Mit dieser selbstbewussten Versicherung schritt er stolz von Dannen. Unterdessen hatte sich ein Kreis gebildet, in dessen Mitte Abu Saif getragen worden war. Ich ward aufgefordert, an der Verhandlung teilzunehmen, und setzte mich neben dem Sheikh Malek nieder. Effendi, begann dieser, ich habe gehört, daß du behauptest, Rechte an diesem Mann zu haben, und weißt, daß dies die Wahrheit ist. Willst du ihn uns abtreten, oder willst du mit uns über sein Schicksal abstimmen? Ich abstimmen, ich und Halef, denn auch er hat Rache an Abu Saif zu nehmen. So nehmt dem Gefangenen die Fesseln ab. Er wurde losgebunden, blieb aber bewegungslos liegen, als ob er tot sei. Abu Saif, erhebe dich vor diesen Männern, um dich zu verantworten. Er blieb liegen, ohne nur die Augenlieder aufzuschlagen. Er hat die Sprache verloren, ihr seht es, ihr Männer, warum sollen wir da mit ihm reden? Er weiß, was er getan hat, und wir wissen es auch. Was könnten uns da die Worte und die Fragen nützen? Ich sage, dass er sterben muss, um den Schakalen, Hyänen und Geiern zur Speise zu dienen. Wer meiner Rede beistimmt, der mag es erklären. Alle gaben ihre Zustimmung. Ich allein wollte mein Veto einlegen, wurde aber durch ein unvorhergesehenes Ereignis daran verhindert. Bei den letzten Worten des Schäk nämlich erhob sich plötzlich der Gefangene, schnellte zwischen zwei der Ataybä hindurch und sprang dem Ausgang zu. Ein lauter Schrei der Bestürzung erscholl, dann erhoben sich alle, um ihm nachzuspringen. Ich war der Einzige, welcher zurückblieb. Er hatte große Schuld auf sich geladen und nach dem Gesetzen der Wüste mehr als den Tod verdient. Dennoch war es mir unmöglich gewesen, für diese Strafe zu stimmen. Vielleicht gelang es ihm zu entkommen. War dies der Fall, so durften wir keine Stunde länger in der Höhle verweilen. Ich blieb lange Zeit allein. Der Erste, welcher zurückkehrte, war der alte Sheikh. Er war hinter den jungen Männern zurückgeblieben. Warum bist du ihm nicht nach, Effendi? frug er mich. Weil deine tapfern Männer ihn fangen werden, ohne meiner Hilfe zu bedürfen. Werden sie ihn wieder bekommen? Ich weiß es nicht, er ist ein berühmter Läufer, und als wir vor die Höhle kamen, war er bereits verschwunden. Wenn wir ihn nicht wieder erreichen, so müssen wir fliehen, da er nun die Höhle kennt. Nach und nach kehrten mehrere Männer zurück, sie hatten ihn nicht laufen sehen und auch seine Spur nicht bemerkt. Später kam Halef, zuletzt aber kehrte die Tochter des Scheg zurück, deren Nasenflügel vor Wut zitterten. Ein kurzer Meinungsaustausch ergab, dass ihn niemand gesehen hatte. Die Bestürzung und der Umstand, dass ihm durch den engen Gang nur stets einer folgen konnte, hatte ihm einen Vorsprung gewährt und der Boden draußen war ja ganz geeignet, die Flucht zu erleichtern. Hört ihr, Männer, sagte der Schäck, er wird unseren Versteck verraten. Wollen wir sofort aufbrechen oder auf unseren Tieren noch einen Versuch machen, ihn zu erwischen? Wenn wir diese Gegend im Kreise umreiten, so ist es leicht möglich, dass wir ihn bemerken. Wir fliehen nicht, sondern wir suchen ihn, sagte seine Tochter. Die anderen stimmten bei. Wohl an, so nehmt eure Kamele und folgt mir. Wer den Entflohenen bringt, tot oder lebendig, der wird eine große Belohnung gekommen. Da trat Halef vor und sprach. Den Preis habe ich bereits verdient. Draußen liegt tot der Vater des Säbels. Wo hast du ihn ereilt? frug der Sheik. Herr, du mußt wissen, daß mein Sidi ein Meister ist im Kampfe und im Aufwinden aller Arten des Makam. Er hat mich gelehrt, die Spuren im Sande, im Grase, auf der Erde und auf dem Felsen zu finden. Er hat mir gezeigt, wie man nachdenken muß bei der Verfolgung eines Flüchtigen. Ich war der Erste, der hinter Abu Saif die Höhle verließ, aber ich sah ihn bereits nicht mehr. Ich rannte erst nach links hinauf, dann nach rechts hinab, und da ich nichts von ihm bemerkte, so dachte ich, dass er so klug gewesen sei, sich gleich nach seinem Austritt aus der Höhle zu verstecken. Ich spähte hinter den Stein und fand ihn auch. Es gab einen kurzen Kampf, dann drang ihm still mein Messer ins ruchlose Herz. Seinen Körper werde ich euch zeigen. Ich blieb wieder in der Höhle, die anderen aber folgten Halef, um den toten Abu Saif zu sehen. Bald kehrten sie jubelnd zurück. Was verlangst du als Belohnung? frug nun der Sheikh den tapfern kleinen Halef. Herr, ich komme aus einem fernen Lande, zu welchem ich wohl nicht wieder zurückkehren werde. Hältst du mich für würdig, so nimm mich unter die Deinen auf. Ein Ateiber willst du werden? Was sagt dein Herr dazu? Er ist damit einverstanden, nicht wahr, Sidi? Ja, nahm ich das Wort. Ich vereinige meinen Wunsch mit dem Seinigen. Was mich betrifft, so würde ich auf der Stelle zustimmen, erklärte der Sheikh. Aber ich muss erst diese Leute befragen, und die Adoption eines Fremden ist eine wichtige Sache, welche sehr viel Zeit erfordert. Hast du Verwandte hier in der Nähe? Nein. Hast du eine Blutrache auf dich geladen? Nein. Bist du ein Sunnit oder ein Schiit? Ein Anhänger der Sunna? Du hast wirklich noch kein Weib und keine Kinder gehabt? Nein. Wenn dieses so ist, so können wir ja gleich zur Beratung schreiten. So berate auch über ein anderes noch mit. Worüber? Sidi willst du nicht an meiner Stelle reden? Ich erhob mich vom Boden und nahm eine möglichst würdevolle Haltung ein. Dann begann ich meine Rede. Vernimm meine Worte, O Sheikh, und Allah öffnet dir das Herz, damit sie Eingang in die Gnade deines Willens finden. Ich bin Kara bin Nemsi, ein Emir unter den Talebs und Helden in Frankistan. Ich kam nach Afrika und auch in dieses Land, um seine Bewohner zu sehen und große Taten zu verrichten. Dazu brauchte ich einen Diener, der alle Mundarten des Westens und Ostens versteht, der klug und weise ist und sich vor keinem Löwen, vor keinem Panther und vor keinem Menschen fürchtet. Ich fand diesen Haji Halef Omar Ben Haji Abu Abbas Ibn Haji Davud Al-Basara und bin mit ihm bis heute über alle Maßen zufrieden gewesen. Er ist stark wie ein Eber, treu wie ein Windspiel, klug wie ein Pfennek und schnell wie eine Antilope. Wir haben über den Abgründen der Schutz gekämpft, wir sind eingebrochen und haben uns doch gerettet. Wir haben die Tiere Grenze Nubiens gedrungen und haben eine Gefangene, die Blume aller Blumen, aus der Gewalt ihres Peinigers befreit. Wir sind dann nach dem Belad el-Arab gekommen und was wir da erlebten, das habt ihr bereits erfahren und seid auch Zeuge davon gewesen. Er ist dann mit Hane, deiner Enkelin, nach Mekka geritten. Sie ist zum Schein sein Weib geworden und er hat Nun aber hat Allah ihre Herzen geleitet, dass sie einander lieb gewannen und nie wieder voneinander scheiden möchten. Du bist Haji Melek Ifandi Ibn Ahmed Hadid El Aini Ben Abul Ali El Besami Abu Sherhab Abdul Latif El Hanifi Der weise und tapfere Sheikh dieser Söhne der Ataybe. Deine Einsicht wird dir sagen, dass ich einen solchen Begleiter wie Halef ist, nicht gern von mir lasse, aber ich wünsche, dass er glücklich sei, und daher richte ich die Bitte an dich, ihn in den Stamm der Ataybe aufzunehmen und den Vertrag zu zerreißen, in welchem er dir versprochen hat, sein Weib zurückzugeben. Ich weiß, dass du mir diese Bitte erfüllen wirst, und ich werde, wenn ich einst in meine Heimat zurückgekehrt Alle hatten mir aufmerksam zugehört. Malek antwortete, Effendi, ich weiß, dass du ein berühmter Emir, denn im Sie bist, obgleich eure Namen so kurz sind, wie die Klinge eines Frauenmessers. Du bist ausgegangen wie ein Sultan, welcher unerkannt große Taten verrichtet, und doch die Kinder unserer Kinder werden von deinem Heldentum erzählen. Adji Halef Omar, ist bei dir wie ein Vesir, dessen Leben seinem Sultan gehört, und ihr seid in unsere Zelte gekommen, um uns große Ehre zu bereiten. Wir lieben dich und ihn, und wir werden unsere Stimmen vereinigen, um ihn zum Sohne unseres Stammes zu machen. Auch werde ich mit seinem Weibe sprechen, und wenn sie bei ihm bleiben will, so werde ich den Vertrag zerreißen, wie du es erbeten hast, denn er ist ein tapferer Krieger, welcher Abu Seif den Dieb und Räuber getötet hat. Jetzt aber erlaube uns einmal zu bereiten, um den Tod des Feindes zu feiern und dann die Beratung in würdiger Weise vorzunehmen. Du bist unser Freund und Bruder, obgleich du einen anderen Glauben hast als wir. Salam, Effendi.